Karel May, im Lande des Mardi II, gelesen von Alex Wolf Erstes Kapitel, der Mardi Kordofan, dieses ganz eigenartige Land, ist von jeher das Durchzugsgebiet vieler wandernder Stämme und darum war die Bevölkerung desselben schon vor der Eroberung durch Mehmed Ali eine außerordentlich gemischte. Dann brachten die Phylata und die Bashi-Bosoks des Vizekönigs das Blut aller kleinasiatischen Rassen unter das Volk. Griechen, Levantiner, Armenier, Anauten haben sich mit den schwarzen Stämmen des Südens vermischt und zwischen den Abkömmlingen derselben wohnen wieder die reinblütigen Enkel ganzer Nomadenstämme, welche aus dem Hetschers herüberwanderten. Kordofan gehört zu den Sudanländern. Da das Wort Sudan, allerdings schon im Mittelalter gebräuchlich, ein jetzt so viel Gehörtes ist, so dürfte eine kurze Bemerkung über dasselbe am Platze sein. Beled es Sudan, das ist der vollständige Name. Beled heißt Land und es ist der Artikel. Sudan ist der gebrochene Artikel von Aswad, schwarz. Beled ist Sudan, heißt also das Land der Schwarzen. Der Ton wird nicht, wie man oft hört, auf die erste, sondern auf die zweite Silbe gelegt. Man sagt also nicht Sudan, sondern Sudan. Kordofan, ausgesprochen Kordofan, bildet in seinem nördlichen und westlichen Teile eine ungeheure Savanne, welche in der trockenen Jahreszeit einer dürren Wüste gleicht, sich aber während der Regenzeit mit einer üppigen Vegetation bedeckt. Die weiten, grasigen Strecken werden von Mimosenwäldern unterbrochen. In dieser Savanne gibt es ungefähr 900 Brunnen mit Dörfern in der Nähe. Dort weiden während der Regenzeit die vielen wandernden Stämme ihre Herden, um bei Beginn der trockenen Jahreszeit wieder fortzuziehen. Man trifft da Giraffen, Strauße, überhaupt Vögel der verschiedensten Arten und ungeheure Antilopenherden. Der südliche Teil des Landes hat mehrtonigen Boden, welcher das Wasser hält. Daraus folgt eine wahrhaft bewundernswerte Fülle und Großartigkeit des Pflanzenwuchses. Kolossale Strecken sind mit Palmen, Kassien, Adansonien und Tamarinden bedeckt. Die Tiere vieler Ordnungen und Arten, welche diese Wälder bewohnen, werden von den Leoparden und dem Panther gejagt und nur zu häufig hört man auch die Stimme des Löwen, des alles Beherrschenden erschallen. Das Vadi Melk wird schon mit zu Kordofan gerechnet. Und da wir uns zwischen diesem und Esafi befanden, so hatten wir Nubien hinter uns gelegt. Wie man sich erinnern wird, hatte ich die von dem Sklavenjäger Ibn Assel geraubten Beduinen in diesem abgenommen und in ihre Heimat nach dem Biaserir zurückgebracht. Zwanzig Asaka begleiteten mich. Wir waren von den Angehörigen der Frauen und Mädchen mit Jubel aufgenommen und, wenigstens nach ihren Verhältnissen, reich bewirtet und beschenkt worden. Nach unserem Aufbruche hatten sie uns das Geleite bis zum Ende der zweiten Tagereise gegeben und nun wollten wir auf dem kürzesten Weg nach Ikartum, wo ich meine Asaka ihrem Kommandanten, dem Reis Effendina Ahmed Abdel-i-Insaf, zu übergeben hatte. Es war noch nicht allzu spät nach der Regenzeit. Darum stand die Savanne noch in saftigem Grün. Hätte ich nicht auf einem Hedgeen, sondern auf einem Pferde gesessen, so wäre es leicht gewesen zu denken, dass der Ritt durch eine amerikanische Prärie gehe. Wenn in der trockenen Jahreszeit das Gras verdorrt ist, so hat man den Weg möglichst so zu legen, dass man Brunnen berührt. Jetzt aber war das nicht nötig. Das Wandern von einem Brunnen zum anderen kostet viele Zeit. Gegenwärtig brauchten wir indessen bei der saftigen Grasweide für unsere Tiere kein Wasser und für uns waren die Schläuche gefüllt. Darum konnten wir eine schnurgerade Richtung einhalten, bis das Wasser zur Neige ging und wir dadurch gezwungen waren, wieder einen Brunnen aufzusuchen. Auf diese Weise gelangten wir einen vollen Tag eher, als wenn wir uns auf die erwähnten Umwege eingelassen hätten, an der Bir Achan an. Dieser Name bedeutet der Durstige Brunnen. Da der Letztere während der heißen Jahreszeit kein Wasser enthält. Jetzt aber hatte er mehr als nötig wahr, um unsere Schläuche von neuem zu füllen. Er lag inmitten der ebenen Savanne, ohne von einem Felsen, einem Baume oder Strauche bezeichnet zu werden. Ich hätte ihn gewiss nicht gefunden, wenn uns nicht von unseren Gastfreunden ein kundiger Führer mitgegeben worden wäre, welcher uns nach Ikartum bringen sollte und die Gegend ebenso genau wie die schlechten Eigenschaften seiner langen arabischen Flinte kannte. Diese Flinte war sein Herzeleid, und doch schien er sie über alle Maßen zu lieben. Er hatte sie stets in der Hand und sprach gern von ihr. Auch jetzt, als er neben mir am Rande des Brunnen saß, hielt er sie liebevoll umfangen, ließ seinen Blick freundlich über sie gleiten und sagte, Hast du schon mal so eine Arbeit gesehen, Nefendi? Ist das nicht bewundernswert? Der Kolben des Gewehres war nämlich mit Elfenbein ausgelegt, doch bildete die Zeichnung eine Figur, welche mir ganz unverständlich war. Darum antwortete ich, Äußerst geschmackvoll, ja, geradezu prächtig. Aber was soll das denn vorstellen? Was es vorstellen soll? Welch eine Frage! Siehst du denn das nicht? Er hielt mir den Kolben vor die Nase und forderte mich auf, Da, sieh genauer hin! Nun, was ist's? Ich gab mir alle Mühe, das Ding zu enträtseln, doch vergeblich. Das war keine Schrift, kein Bild, kein gar nichts. Du bist blind, meinte er. Möge Allah deine Augen erleuchten. Aber da du ein Christ bist, so ist es gar nicht zu verwundern, dass du die Figur nicht erkennst. Ein gläubiger Moslem sieht beim ersten Blicke, was sie zu bedeuten hat. Erkennst du nicht, dass es ein Kopf ist? Ein Kopf? Keine Spur davon. Man hätte es höchstens für den unfaumlichen Kopf eines Hippopotamus halten können. Ich schüttelte also den meinigen. Nicht? Allah! Walla! Talla! Es ist sogar der Kopf des Propheten, der in allen Himmeln Allahs sitzt. Unmöglich! Man sieht ja nichts von einem Kopf. Wo ist denn die Nase? Die fehlt, Effendi. Der Prophet braucht keine Nase. Er ist jetzt der reinste der Geister und besteht selbst aus zehntausend Wohlgerüchen. Wo ist der Mund? Der fehlt, denn der Prophet bedarf keines Mundes mehr, da er durch den Koran zu uns redet. Auch sehe ich keine Augen. Wozu Augen, da der Prophet nicht zu sehen braucht, weil vor Allah alles offenbar ist? Die Ohren suche ich ja auch vergeblich. Du kannst sie nicht finden, weil sie nicht da sind. Der Prophet braucht unsere Gebete nicht zu hören, da er uns die Worte derselben genau vorgeschrieben hat. Wo ist der Bart? Der ist nicht zu sehen. Wie durfte man ihn durch Elfenbein entheiligen, da der Schwur beim Barte des Propheten der Höchste und Allerheiligste ist? Folglich ist von dem Kopf nur die Stirn zu sehen. Auch nicht. Da sie der Sitz des Geistes ist, kann man sie gar nicht abbilden. So ist von dem Kopf also gar nichts da. Gar nichts, nickte er. Aber ich erkenne jeden Zug des Gesichtes. Ohne den Kopf überhaupt sehen zu können? Das begreife, wer es kann. Ja, ein Christ wird es freilich nicht begreifen. Ihr seid alle mit unheilbarer Blindheit geschlagen. Du auch, doch ist deine Blindheit hellsehender als das gesündeste Auge. Du siehst einen Kopf, zu dem nichts als alles fehlt. Übrigens ist es doch bei euch verboten, einen Menschen abzubilden. Wie viel strafwürdiger muss da das Porträtieren des Propheten sein? Der Künstler, welcher dieses Gemälde fertigte, hat dieses Verbot nicht gekannt. Und muss doch den Propheten gesehen haben. Im Geiste, das Gewehr ist uralt, wie du wohl siehst. Der Mann, welcher es fertigte, hat jedenfalls weit vor dem Propheten gelebt. Das ist unmöglich, denn da gab es doch kein Pulver. Effendi, beraube mich doch nicht des Glückes, ein so kostbares Gewehr zu besitzen. Wozu Pulver? Wenn Allah will, schießt man auch ohne Pulver aus der Flinte. Ich gebe zu, dass Allah Wunder tut. Hier gibt es deren gleich zwei. Erstens ein Schießgewehr aus einer Zeit, in welcher es noch kein Pulver gab. Und zweitens das Bild des Propheten aus einer Zeit, in welcher er noch gar nicht lebte. Ich sagte dir bereits, dass der Künstler ihn im Geiste gesehen hat. Es war eine Vision. Und darum ist dieses Gewehr eine Visionsflinte. Ah, Visionsflinte, das ist gut, das ist einzig. Ja, einzig ist sie. Du hast recht, vollständig recht. Und es freut mich, dass du endlich zur Einsicht gekommen bist. Es ist die einzige Visionsflinte, welche es gibt. Und darum halte ich sie heilig und bin sehr stolz auf sie. Wie bist du denn zu ihr gekommen? Durch Erbschaft. Der Künstler hat sie auf Kind und Kindeskind vererbt. Du musst wissen, dass ich sein Nachkomme bin und sie einst meinem ältesten Sohne vererben werde. Ja, sieh mich nur verwundert an. Ich bin in Wirklichkeit der Urenkelssohn des Urenkels eines Mannes, dem Allah die Gnade erteilte, den Propheten zu schauen, noch ehe derselbe geboren war. So bist du der berühmteste Mann deines Stammes. Und ich freue mich nicht bloß, sondern es ist mir auch eine unschätzbare Ehre, dich kennengelernt zu haben. Ja, meinte er in vollem Ernste. Es ist für jedermann eine Ehre, einen solchen Urenkel des Urenkels zu schauen. Ich bin gekannt, bis tief in den Sudan hinein, soweit es wahre Gläubige gibt. Und mein Gewehr hat einen Ruf, welcher selbst in den Ländern der Heiden erschallt. So schießt es wohl auch gut. Leider nein. Es war Allas Wille, dass, um die Vorzüge des Himmels zu erhöhen, auf dieser Erde nichts ganz vollkommen sein solle. Das ist auch in Beziehung auf meine Visionsflinte der Fall, wie ich leider der Wahrheit gemäß bekennen muss. Sie hat einige Eigenschaften, welche mein Herz mit Wehmut erfüllen. Ich kenne alle Arten der Gewehre und bin in der Behandlung derselben wohl erfahren. Wenn du mir die Fehler nennst, kann ich dir vielleicht einen Rat erteilen. Es sind ihre mehrere. Zunächst hat das Gewehr die Eigenschaft eines wilden Ziegenbockes. Es stößt entsetzlich. Es hat mir schon manche kräftige Maulschelle gegeben. Das ist freilich nicht hübsch. Du musst es beim Schießen so anlegen, dass es dich nicht beohrfeigen kann. So stößt es mich woanders hin und das ist ganz dasselbe. Ferner schlingert es gewaltig. Schlingern? Was verstehst du unter diesem Ausdrucke? Damit meine ich, dass sich die Kugel nicht in gerader Richtung, sondern in Schlangenwindungen fortbewegt. Unmöglich. Effendi, zweifle nicht. Bei einer Visionsflinte ist alles möglich. Ich habe es genau beobachtet. Ich darf nie auf das Ziel halten, sondern je nach der Entfernung mehr nach rechts oder links oder höher oder tiefer. Die Flinte schraubt also. Und es gibt meines Wissens kein anderes Mittel dagegen, als dass du einen neuen, besseren Lauf machen lässt. Wie kannst du mir das zumuten? Dadurch würde das kostbare Gewehr vollständig verschimpfiert. Allah bewahre mich vor einer solchen Missetat. Die Flinte muss bleiben, wie sie ist. So ist es überflüssig, mehrere anderen Eigenschaften auch noch aufzuzählen. Meiner Ansicht nach ist dasjenige Gewehr das Beste, welches seinen Zweck am vollständigsten erfüllt. Das tut es ja. Mein Visionsgewehr beweist, dass mein Urahne den Propheten gesehen hat. Und das ist vollständig genug. Wie schießt ist also Nebensache. Ja. Der Zweck des Schießens ist aber doch das Treffen. Du bist kein Moslem und kannst dich also nicht mit der nötigen Ehrfurcht in diese Flinte hineindenken. Nein, das kann ich nicht. Aber falls du in meiner Gegenwart einmal schießen solltest, so bitte ich dich, mein Leben zu schonen. Tu mir dann den Gefallen, auf mich zu zielen, da du mich dann sicherlich nicht treffen wirst. Spottest du etwa, Effendi? Ich sage dir das... Er unterbrach sich, sprang auf und blickte, indem er mit der Hand die Augen beschattete, gegen Osten. Was ist's? Fragte ich ihn. Siehst du etwas? Ja, ich bemerke einen Punkt über dem Grase, welcher vorher nicht vorhanden war. Es muss ein Reiter sein. Nun stand ich auf, öffnete mein Fernrohr und gewahrte, durch dasselbe sehend, einen Mann, welcher auf einem Kamele saß und gerade auf den Brunnen zugeritten kam. Als er sich uns so weit genähert hatte, dass er uns sah, hielt er an, um uns zu betrachten. Dann kam er herbei, blieb auf dem Kamele vor mir halten und grüßte. Salaam Alaikum! Wirst du mir erlauben, Herr, mein Kamele aus diesem Bir Achan zu tränken und auch meinen eigenen Durst zu stillen? Alaikum Salaam! Der Brunnen ist für jedermann da und ich kann dich nicht hindern zu tun, was dir beliebt. Ich gab, ohne ihn willkommen zu heißen, diese kühle Antwort, weil er keinen sympathischen Eindruck auf mich machte. Er war wie ein gewöhnlicher Beduine gekleidet und mit Flinte, Messer und Pistole bewaffnet. Sein Gesicht hatte keineswegs abstoßende Züge, aber der scharfe, forschende, ja stechende Blick, mit dem er uns musterte, gefiel mir nicht. Auch musste es mir, der ich gewohnt war, auf alles, selbst auf die geringste Kleinigkeit zu achten, auffallen, dass er sich mit seiner Frage an mich wendete. Die Asaka trugen die Uniform des Vizekönigs. Ich aber war, wie auch der Führer, in zivil gekleidet. Es wäre also den Umständen nach für ihn geboten gewesen, sich an die Soldaten zu wenden. Dieser Umstand und sein suchender Blick erfüllten mich mit einem leisen Misstrauen, welches auch später hin nicht weichen wollte, sondern sich vielmehr vergrößerte. Er stieg ab und führte sein Kamel zur Seite, damit es grasen möge, nachdem er ihm den Sattel abgenommen hatte. Dann schöpfte er sich Wasser, trank, setzte sich mir gegenüber und zog seinen Chibuk und einen Tabaksbeutel unter dem Haik hervor. Nachdem er den Ersteren gestopft und den Tabak angezündet hatte, reichte er mir den Letzteren zu und sagte, Nimm her und stopfe dir auch. Es ist die Pfeife des Grußes, welche ich dir biete. Deine Güte sei bedankt, ohne dass ich ihr entspreche, antwortete ich ablehnend. Sein Ton war derjenige eines Mannes, welcher zwar fragt, aber schon im Voraus weiß, welche Antwort man ihm geben wird. Das fiel mir auf und darum meinte ich fast noch zurückhaltender als vorher. Ich rauche auch, aber nicht an dir, sondern an mir war es, den Gruß zu bieten. Der vorher Anwesene hat den später kommenden zu empfangen. Das ist überall die Regel und hier in der Chala wohl erst recht. Ich weiß es und bitte dich um Verzeihung. Ich besitze den Fehler, das Herz auf der Zunge zu haben. Du gefielst mir gleich beim ersten Blicke und es trieb mich, dir dies durch das Angebot des Tabakes zu zeigen. Darf ich fragen, woher du mit diesen Asakern kommst? Darf ich vorher fragen, woher du weißt, dass ich zu ihnen gehöre? Ich vermute es. Dein Scharfblick ist bewundernswert. Ich an deiner Stelle würde es nicht vermutet haben. So bist du wohl fremd in der Chala, während ich sie öfters durchreite. Nicht nur ich bin hier fremd, sondern auch die Asakker sind doch niemals hier gewesen. Umso anerkennenswerter ist es, dass deine Vermutung gleich das Richtige traf. Du hast mich zwar vorher gefragt, aber da ich mich vor dir hier befand, wird es dir also recht und billig erscheinen, wenn ich, bevor ich dir antworte, gern wissen möchte, wo du deine Reise angetreten hast. Ich habe keinen Grund, es zu verschweigen. In der Chala oder gar in der Wüste muss jeder wissen, wer der andere ist und was derselbe treibt. Ich komme aus El-Fekih, Ibrahim am Bar El-Abiad. Wo liegt das Ziel deiner Reise? Ich will nach El-Fasher hinüber. Zwischen den Orten, welche du nennst, gibt es eine vielbenutzte Karawanenstraße, welche über El-Abiad und Foca geht. Warum benutztest du sie nicht? Warum bist du so weit nördlich abgewichen? Weil ich ein Händler bin und also die Bedürfnisse der Gegend kennenlernen muss. Ich will in El-Fasher Waren ein und sie auf dem Rückwege wieder verkaufen. Darum reite ich hier von Brunnen zu Brunnen, um von den da lagernden Leuten zu erfahren, was sie brauchen. Du scheinst ein Anfänger am Handel zu sein. Wieso, Herr? Ein erfahrener Händler würde nicht leer nach El-Fasher gehen, sondern sich in Ikartum mit Einfuhrwaren versehen haben, um dieselben auf dem Hinwege zu verkaufen und dabei ein Geschäft zu machen. Du aber willst nur auf dem Rückwege handeln und hast also auf die Hälfte des Gewinnes einer solchen Reise verzichtet. Das tut kein wirklicher Jalabi. Ich wollte rasch ans Ziel gelangen, darum belute ich mein Tier jetzt nicht mit Lasten. Ein Handelsmann hat nur das eine Ziel, Gewinn zu machen. Übrigens reitest du kein gewöhnliches Hedgien. Ein Jalabi aber pflegt sich nur eines Esels zu bedienen. Jeder nach seinem Vermögen, Herr. Ich bin nicht ganz arm. Du hast nun meine Antworten gehört und wirst mir wohl auch Auskunft geben. Woher kommst du? Meine Fragen waren derart gewesen, dass er aus denselben meinen Misstrauen herausfühlen musste. Ja, sie waren sogar beleidigend für jeden ehrlichen Mann. Sein Auge hatte einige Male schnell und zornig aufgeblitzt. Aber der Ton, in dem er mir antwortete, war stets ein höflicher und scheinbar unbefangener gewesen. Dieser Unterschied zwischen Blick und Ton verriet mir, dass er sich beherrschte. Beherrschung ist Verstellung. Hatte der Mann Ursache, sich zu verstellen, so gab er mir damit allen Grund, vorsichtig gegen ihn zu sein. Ihm zu glauben, dass er ein Jalabi sei, fiel mir gar nicht ein. Auch war ich fast überzeugt, dass er nicht aus El-Feki-Ibrahim, sondern aus Ikartum kam. Seine Begegnung mit uns schien ihn gar nicht überrascht zu haben. Seine ganze Art und Weise ließ vielmehr beinahe vermuten, dass er erwartet habe, auf uns zu treffen. Wie war das zu erklären? Ich gab mich jetzt nicht mit Vermutungen ab, aber es galt, ihn zu beobachten. Er hatte mich belogen. Darum hielt ich es für das Beste, ihm nicht ganz die Wahrheit zu sagen und antwortete auf seine Frage, Ich komme aus Bajarura. Dort waren auch die Asaka? Nein, ich traf sie hier und sie erlaubten mir, den Brunnen zu benutzen. Um seine Mundwinkel spielte er ein listiges Zucken, doch tat er so, als ob er mir glaubte und fragte weiter, Woher kommen sie und wo sind sie gewesen? Ich weiß es nicht. Du weißt es, denn du musst doch mit ihnen gesprochen haben. Ich bat sie um die Erlaubnis, mich hier niederlassen zu dürfen. Weiter habe ich nichts gesagt. Ich halte es auch für eine Unhöflichkeit, Unbekannte sofort nach der Begegnung nach allem Möglichen auszufragen. In der Wüste und Steppe ist Neugierde eine Pflicht, welche man gegen sich selbst zu erfüllen hat. Darum bitte ich dich um die Erlaubnis, dich fragen zu dürfen, welcher Ort das Ziel deiner Reise ist. Ich will nach Kamlin am Blauen Nil. So wirst du wohl bei El Salagia über den Weißen Nil gehen? Ja. Und die Asaka, wohin reiten sie? Das weiß ich auch nicht. Ich sagte dir bereits, dass ich sie nicht gefragt habe. Da machte er eine schnelle Wendung gegen den Führer, welcher an meiner Seite saß, und fragte ihn, Und wer bist du? Jedenfalls ein Ben Arab. Ich hoffte, dass der Befragte mein Misstrauen beobachtet habe und sich infolgedessen hüten werde, die richtige Auskunft zu erteilen. Aber er gab gegen diese meine Erwartung zur Antwort, Ich bin allerdings ein Ben Arab, denn ich gehöre zu den Beni Fessara. Du kommst jetzt aus deiner Heimat? Ja. Wo weiden jetzt eure Herden? Zwischen Bia Eserir und dem Jebel Mojav. Ich habe von den Beni Fessara gehört. Sie sind tapfere Männer und das Glück wohnt unter ihren Zelten. Er wollte den Führer aushorchen. Nun dieser so unvorsichtig gewesen war, den Stamm zu welchem er gehörte zu nennen, konnte es mir gleich sein, was er für weitere Auskünfte gab. Ich streckte mich also lang aus, legte den Ellbogen in das Gras und den Kopf in die Hand und gab mir den Anschein der Gleichgültigkeit, wobei ich aber jedes Wort und jede Miene des angeblichen Jalabi scharf beobachtete. Auf die letztere Bemerkung antwortete der Führer, Ja, das Glück wohnte bei uns, hat uns aber verlassen. Allah führe es zurück. Was ist denn geschehen? Ibn Assel hat unsere Frauen und Töchter geraubt. Ich weiß kein Wort davon. Aber den Namen dieses Sklavenräubers hast du gewiss schon oft vernommen. Gewiss, seine Taten sind derart, dass man wohl von ihm hören muss. Also, hat er euch überfallen? Das ist ja ganz undenkbar. Ihr seid strenggläubige Muslimin und so darf und kann ja bei euch doch keine Sklavenen suchen. Du irrst dich. Es muss ein heidnischer Stamm gewesen sein, der die Tat begangen hat. Ich irre mich nicht. Es ist vollständig erwiesen, dass es Ibn Assel war. Wenn du es nicht glaubst, kann ich es dir sehr leicht beweisen, denn dieser... Ich sah es ihm an, dass er auf mich deuten und dieser Effendi sagen wollte. Glücklicherweise blickte er dabei zu mir herüber und ich gab ihm einen warnenden Wink. Er hielt infolgedessen inne und fuhr sich verbessern fort. Denn dieser Vorfall kann mir von den Asakern bezeugt werden, welche bei uns waren und deren Führer ich bin. Er begann zu erzählen. Natürlich kam auch meine Person in seine Berichte vor, doch war er so vorsichtig, mich stets den Fremden Effendi zu nennen und mit keinem Blicke oder Fingerzeige zu verraten, dass ich derselbe sei. Als er geendet hatte, brach der Fremde in die erstaunten Worte aus, Sollte man eine solche Schandtat für möglich halten? Ibn Assel hat eure Frauen und Töchter überfallen. Er hat diejenigen Personen, welche nicht zu verkaufen waren, ermordet. Das ist ein fluchwürdiges Verbrechen, für welches ihn die Strafe Allahs treffen wird. Ja, Allahs Arm wird ihn zu finden wissen und der Effendi und der Res Effendina haben ihm Rache geschworen. Oh, er ist nicht bloß kühn, sondern auch listig. Er wird ihnen gehen. Das glaube ich nicht. Der Fremde Effendi ist ein Mann, der jeden findet, den er sucht. Da müsste er allwissend sein. Das ist nicht nötig, aber sein Auge sieht alles und aus dem, was es gesehen hat, macht sich sein Scharfsinn den Zusammenhang klar. Er konnte den Weg, den die Frauenräuber einschlugen, nicht wissen, hat ihn aber so genau berechnet, dass es so stimmte, als ob sie es ihm mitgeteilt hätten. Wo befindet er sich jetzt? Er ist... 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 antwortete der Gefragte zögernd. Noch in eurem Dorfe! wiederholte der Fremde mit einem nicht ganz so unterdrückenden Lächeln, bei welchem sein Blick mich kritisch streifte. Ich möchte diesen Mann einmal sehen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich nur zu diesen Zwecken nach Bias hier reiten, aber meine Stunden sind so gezählt, dass ich selbst hier nicht länger verweilen kann, sondern nun aufbrechen muss. Er erhob sich und ging zu seinem Kamele. Obgleich er von mir unausgesetzt beobachtet worden war, hatte ich auch das Tier betrachtet. Dabei war mir aufgefallen, dass es einen Fehler hatte, den man das Rupfen nennt. Ein solches Tier öffnet und schließt beim Laufen die Zähne abwechselnd. Dabei rauft es die Grashalme aus, welche zwischen den Zähnen stecken bleiben. Großen Schaden verursacht dieser Fehler freilich nicht. Doch dass ich ihn bei diesem Tiere bemerkte, sollte mir großen Nutzen bringen und anderen ihre bösen Pläne verderben. Der Mann sattelte seinen Hetschin, stieg auf, trieb es zu uns herbei und sagte zu mir, Salam, Herr. Du hast mir zwar gesagt, woher du kommst und wohin du gehst, aber ich glaube es dir nicht. Nicht gesagt hast du mir, wer du bist. Ich denke aber, dass ich es errate und dass du mich bald kennenlernen wirst. Ich blieb ohne mich zu rühren in meiner vorhin beschriebenen Stellung liegen und antwortete ihm nicht. Er nickte mir höhnisch zu und ritt mit der Hand verächtlich hinter sich nach mir winkend von dannen. Was war das? fragte der Führer. Was meinte er? Das war ja eine Beleidigung. Ich zuck dir die Achsel. Er glaubt dir nicht und errät, wer du bist. Begreifst du, was er will? Wahrscheinlich mein Leben. Allah! Allah! Und dasjenige der Asaka dazu. Hey Fendi, du erschreckst mich! So steig auf dein Kamel und reite heim. Wahrscheinlich wird es bald zu einem Kampfe kommen und da dir deine Visionsflinte dabei wohl nicht gehorchen wird, so rate ich dir zu deinem eigenen Besten, dich in Sicherheit zu bringen. Beschäme mich nicht! Ich habe dich nach Ikartum zu bringen und werde dich nicht eher verlassen, als bis wir dort eingetroffen sind. Wie kannst du denn auf den Gedanken kommen, dass wir Feindseligkeiten zu erwarten haben? Die Stämme dieser Gegend leben gerade jetzt im tiefsten Frieden miteinander. Der Jalabi hat es mir gesagt. Ich habe kein Wort gehört. Er hat es mir weniger in Worten, als vielmehr durch sein Benehmen gesagt. Hast du ihn wirklich für einen Jalabi gehalten? Natürlich! Warum sollte er sich für einen solchen ausgeben, wenn er keiner ist? Um uns zu täuschen! Ein Kundschafter hat alle Veranlassungen zu verschweigen, was er ist. Du hältst ihn für einen Kundschafter? Wer soll ihn gesandt haben? Vielleicht Ibn Assel, der sich an mir rächen will. Wie kann der wissen, dass du dich hier befindest? Für ihn ist es wohl nicht allzu schwer gewesen, zu erfahren, dass ich die ihm abgenommenen Sklavenen nach ihrer Heimat geleitet habe. Ebenso leicht ist es zu erraten, dass sie nach Ikartum kommen werde. Ich muss also auf der zwischen diesen beiden Orten liegenden Strecke zu finden sein. Wenn du so redest, beginne ich zu begreifen. Er hat eine große Rache gegen dich. Ja. Ja, es ist schon denkbar. Er ist höchstwahrscheinlich nach Ikartum, wo er viele Bekannte hat. Unter hier wohnenden Stämmen hat er zahlreiche Freunde, welche Nutzen aus seinem Geschäft ziehen und also zu ihm halten. Wenn er dich überfallen will, findet er genug Leute, welche bereit sind, ihm dazu beizustehen. Aber es soll ihm nicht gelingen. Ich werde euch einen Weg zeigen, auf dem eine Begegnung ausgeschlossen ist. Ich bin dir dankbar, kann mich aber nicht darauf einlassen. Warum? Es geschieht zu deiner Sicherheit. Wie könnte es mir einfallen, einem Menschen, den ich ergreifen will, aus dem Wege zu gehen? Nun ich mir fast mit Sicherheit sagen kann, dass man mir auflauert, wird man meiner nicht habhaft werden. Und wenn es ihre 100 sein sollten, bin ich mit meinen Erfahrungen und meiner List ihnen überlegen. Ich weiche ihnen nicht aus, sondern ich werde sie geradezu aufsuchen. Ich überlasse es natürlich dir, ob du dich der dabei allerdings unvermeidlichen Gefahr aussetzen willst. Ich bleibe bei dir, Effendi. Sprich nicht mehr davon. Wir haben dir so Großes zu danken. Wie könnte ich dich verlassen? Aber du sprichst vom Aufsuchen. Wie kannst du wissen, wo die Feinde sich befinden? Hast du nicht selbst vorhin gesagt, dass ich die Sklavenjäger gefunden habe, obgleich ich nicht wissen konnte, welchen Weg sie eingeschlagen haben? Hier ist es noch viel leichter als dort, denn ich habe einen Führer. Meinst du mich? Ich habe keine Ansicht in dieser Sache. Ich ahne nicht, wo wir zu suchen hätten. Ich meine nicht dich, sondern den Jalabi. Den? Den nennst du einen Führer? Das verstehe ich nicht. Er ist nach El Fasher, also nach Westen, während du nach Osten zu suchen musst. Er hat gelogen. Er will gar nicht nach El Fasher. Sobald er aus dem Bereich unserer Augen ist, wird er umkehren zu denen, welche ihn auf Kundschaft ausgesandt haben. Es ist also für uns nur nötig, uns von seiner Spur führen zu lassen. So finden wir, was wir suchen. Wenn du dich nur nicht irrst, Effendi, es ist doch immer die Möglichkeit vorhanden, dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Die Möglichkeit ist da, aber ich irre mich wohl nicht. Wie lange reitet man von El Fekih Ibrahim bis El Fasher ungefähr 20 Tage. Kann man das ohne Wasserschlauch tun? Nein. Also will er gar nicht hin, denn er hatte keinen. Ferner, wenn Asse wirklich eine Feindseligkeit gegen uns beabsichtigt und die dazu bestimmten Leute selbst befehligt, wird er wohl glauben, dass ich mich auf meinem Wege eines Führers oder wohl auch mehrerer bediene? Jedenfalls, da du ein Fremder bist. Diese Führer müssen aber auch Leute sein, welche nicht nur mit, sondern auch in der Gegend bekannt sind. Wenn er uns nur Kundschafter entgegenschickte, welche hier ebenso bekannt wären, so würden sie unbedingt von meinen Führern erkannt werden. Das ist richtig. Was folgt daraus? Was für Leute müssen seine Spione sein? Solche, die hier niemand kennt, also Fremde. Ein Fremder kann sich verirren. Es kann ihm noch anderes zustoßen. Schickt man einen solchen Mann ohne Wasser eine weite Strecke voran? Nein. Der angebliche Jalabi war Spion. Er hatte kein Wasser und sich folglich nicht weit von seinen Kameraden entfernen können. Dieselben sind in der Nähe. Sie werden in einer Linie, welcher die unsere gerade durchschneidet, Posten aufstellen. Und wenn ein solcher Posten uns kommen sieht, wird man schnell die anderen zusammenholen und uns auf unserem Wege einen Hinterhalt legen. Zu diesen Posten hat der Jalabi gehört. Man lauert uns auf. Die Linie, welche quer über unseren Weg gebildet worden ist, befindet sich nicht weit von hier. Der Jalabi wird umkehren und dieselbe alarmieren. Die Gegner erwarten uns an einem Orte, auf welchen unsere gerade Richtung stoßen muss. Reiten wir gerade aus, so werden wir unbedingt auf sie treffen. Da wir wohl die Richtung, aber nicht die genaue Entfernung ihres Hinterhaltes von hier kennen, so müssen wir jeden Augenblick gewärtig sein, von ihnen angegriffen zu werden. Das hätte auf offener Fläche keine Gefahr für uns, denn wir würden die Annäherung der Feinde bemerken. Darum werden sie sich eine Stelle, vielleicht ein Gebüsch, einen Wald, eine Felsengegend suchen, wo wir ihnen, ohne sie vorher zu bemerken, in die Hände laufen. Nun fragt es sich, ob es im Laufe des heutigen Tagesrittes und in unsere Richtung einen solchen Ort gibt. Das musst du als Führer wissen. Ich kenne die Strecke ganz genau. Jetzt ist es Mittag. Wenn wir sofort aufbrechen, werden wir anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang einen Kassierwald erreichen. So gebe ich dir mein Wort, dass die Leute in dem Kassierwalde stecken werden. Er blickte mich erstaunt an, schüttelte den Kopf und meinte, Das behauptest du so gewiss. Allerdings, und du wirst erfahren, dass ich mich nicht irre. Wir werden erst der Spur des falschen Jalabi folgen, bis wir die Linie der Kundschafter oder der Posten erreichen. Und dann, wie willst du erkennen, dass wir uns bei derselben befinden? Unterbrach er mich. Das werde ich dir zeigen. Dann aber schlagen wir ganz gegen ihre Erwartung einen Bogen und kommen aus einer ganz anderen Richtung an den Wald, um ihnen, während sie westlich nach uns ausschauen, von Osten her an den Rücken zu fallen. Vorher aber muss ich wenigstens oberflächlich orientiert sein. Wie groß ist dieser Kassierwald? Er ist ebenso breit wie tief. Man hat über eine Stunde zu reiten, um hindurch zu kommen. Sind die Bäume hoch? Mitunter sehr hoch. Gibt es Unterholz? Stellenweise viel. Es liegt ein Brunnen da, welcher viel Wasser spendet und zahlreiche Sträucher und Schlingpflanzen nährt. Kann man mit Kamelen durch? Ja, wenn man die offenen und blickten Stellen des Waldes aufsucht. So weiß ich einst Wallen genug und wir wollen aufbrechen. Wollen wir nicht erst nach Westen reiten und dem Jalabi folgen, um zu erfahren, ob er wirklich sich rückwärts wendet? Das ist überflüssig. Ich bin überzeugt, dass er es tut und wir werden bald auf seine Fährte treffen. Er war, da er schnell ritt und seinen Augen längst entschwunden. Wir sattelten, stiegen auf und ritten östlich davon. Ich mit dem Führer neben mir voran und die Asaka in der bekannten, bei Karawanen gebräuchlichen Einzelreihe hinterdrein. Diese Letzteren hatten in unserer Nähe gesessen und alles gehört. Sie waren neugierig, ob meine Voraussetzungen sich bewähren würden und brannten, falls dies der Fall sein sollte, darauf, ihren guten Flinten Arbeit zu geben. Wir verließen den Brunnen auf der Fährte, welche der Jalabi bei seinem Kommen gemacht hatte. Schon nach einer halben Stunde sahen wir eine andere Fährte von rechts herüberkommen und sich mit der ersten vereinigen. Ich stieg hinab, um sie zu untersuchen. Der Führer gesellte sich mir aus Wissbegierde zu. Ich hatte sie in gebückter Haltung betrachtet. Als sie mich aufrichtete, erklärte ich, es war der Jalabi, ganz so, wie ich vermutet habe. Wie kannst du das behaupten, Effendi? Es kann doch auch ein anderer sein. Nein, er ist es. Sieh, auf der ersten Fährte das Gras. Es sind einzelne Halme ausgerauft. Bei der zweiten Spur kannst du genau dasselbe beobachten. Das ist richtig, aber es gibt kein Aber dabei. Das Kamel des Jalabi hat empfindliche Ballen und rupft. Die zweite Fährte zeigt deutlichere und nach hinten ausgeschleuderte Eindrücke. Daraus ist zu schließen, dass er jetzt viel schneller reitet, als er vorher geritten ist. Er ist umgekehrt und hat Eile. Der Führer schüttelte den Kopf, sagte aber nichts. Wir stiegen wieder auf und ritten weiter, da jetzt doppelten Fährte nach. Als vielleicht eine Stunde vergangen war, kamen wir an eine Stelle, an welche der Reiter gehalten hatte. Das Gras war in einem beträchtlichen Umkreise niedergetreten und niedergelagert. Geradeaus führte eine alte Spur von drei Kamelen und eine neue von einem Tiere nach Osten. Rechts und links wich je eine Einzelfährte nach Süden und Norden ab. Als meine Begleitung die Sache nicht begreifen konnte, erklärte ich, was ihr hier seht, ist der vollste Beweis dafür, dass meine Vermutungen ganz richtig gewesen sind. Da weit vor uns im Kassierwald liegen unsere Gegner und der Amtführer hat eine Postenlinie vorgeschickt. Drei Mann kamen hierher. Zwei von ihnen lagerten sich, während einer, nämlich der Jalabi, welche am unternehmendsten war, weiterritt. Als er zurückkehrte, teilte er ihnen mit, dass er uns gefunden hatte und ritt auf der dreifachen Fährte nach dem Walde zurück, um seinem Anführer dieselbe Meldung zu machen. Die beiden anderen aber eilten, einer nördlich und der andere südlich davon, um die übrigen Posten nach dem Walde zu beordern. Seht euch diesen Platz mit dem niedergedrückten Grase an. Müssen die Kerle nicht denken, dass wir entweder blind oder Dummköpfe sind? Wenn sich hier ein Posten von drei Männern befand, so steht zu erwarten, dass die anderen Posten ebenso stark gewesen sind. Da der eigentliche Kriegerhaufen stets größer ist als die sämtlichen Posten zusammen, so können wir auf die Anzahl der Männer schließen, mit denen wir es zu tun haben werden. Wir haben es mit einem zwar unvorsichtigen wie die Spur beweist, aber auch sehr zahlreichen Feinde zu tun. Aus diesem Grunde will ich meine eigenen Wünsche zurückhalten und euch um eure Meinung befragen. Wollt ihr den Kampf aufnehmen oder wollen wir demselben ausweichen? Was nun, da die Gegner sich alle an einem Punkte versammelt haben, sehr leicht sein würde. Kämpfen, kämpfen, lautete die allgemeine Antwort. Gut, so gehen wir links ab, um von Norden her an den Wald zu kommen, während wir von Westen her erwartet werden. Da dies einen Umweg ergibt, werden wir schneller als bisher reiten müssen. Jetzt ging es weiter, und zwar so schnell, wie unsere Kamene laufen konnten. Die weniger Raschen wurden mit den Stäben angetrieben. Nach einiger Zeit stießen wir abermals auf eine Fährte, dann auf eine zweite, dritte, vierte und fünfte. Die Spuren hatten alle eine mehr oder weniger südöstliche Richtung und liefen auf den Wald zu. Ich konnte auch ohne abzusteigen sehen, dass jede derselben aus den Hufeindrücken von drei Kamelen bestand. Ob das lauter Vorposten gewesen sind, fragte der Führer, welcher wieder an meiner Seite ritt. Natürlich, antwortete ich, du siehst, dass ich recht gehabt habe. Angenommen, dass die Spur des Jalabi in der Mitte der Kundschafterlinie gelegen hat, so gibt es in Summe elf Fährten, jede von drei Reitern. Das ergibt 33 Mann. Wie viele mögen da am Walde geblieben sein? Es ist anzunehmen, dass wir es wenigstens mit der doppelten Anzahl, also mit 60 Gegnern zu tun haben werden. Dann dürfen wir uns auf einen harten Kampf gefasst machen. Auf gar keinen. Wir werden so klug sein, ihnen gar keine Zeit zur Gegenwärt zu lassen. Du meinst, dass wir sie umzingeln und niederschießen, ehe sie dazu kommen, ihre Waffen zu gebrauchen? Umzingeln werden wir sie wahrscheinlich, töten aber nicht. Ich will kein Blut vergießen. Überhaupt dürfen wir sie nicht eher angreifen, als bis wir ihnen beweisen können, dass sie es auf uns abgesehen haben. Wie sollen wir diesen Beweis liefern? Das lasst meine Sache sein. Und selbst dann, wenn wir ihnen ihre feindlichen Absichten in das Gesicht sagen können, haben sie dieselben noch nicht ausgeführt und wir sind nicht berechtigt, einem von ihnen das Leben zu nehmen. Selbst für den Fall, dass wir dieses Recht besäßen, würde ich sie möglichst schonen, um sie dem Res Effendina ausliefern zu können. Das ist schade. Wir müssen ja freilich gehorchen, aber wenn ich Täter sind bestraft, sie haben ihre Verbrechen mit dem Tode gebüßt und du musst bedenken, dass die Leute, welche wir vor uns haben, nicht diejenigen sind, welche eure Frauen und Töchter raubten. Gut, aber ich mache dich doch darauf aufmerksam, dass du uns durch deinen Entschluss selbst in Gefahr bringst, uns und auch dich. Räumen wir mit unseren Kugeln plötzlich unter ihnen auf, so bleiben wir unverletzt. Wie aber willst du dich ihrer lebendig bemächtigen, ohne dass sie sich wehren und verschiedene von uns töten oder doch wenigstens verwunden? Was ich beschließen werde, kann ich jetzt noch nicht wissen. Ich muss mich nach den Verhältnissen, welche wir vorfinden, richten. Du weißt, dass ich mich im Wadi Elbert der Sklavenräuber bemächtigt habe, ohne dass einem von uns die Haut geritzt worden ist. Er schüttelte bedenklich den Kopf, zog es aber vor, auf weitere Einwendungen, welche doch erfolglos gewesen wären, zu verzichten. Wir hielten uns zunächst nordöstlich, dann gerade östlich und bogen nach ungefähr zwei Stunden nach Süden um, denn der Führer meinte, dass der Bogen uns nun gerade auf den Wald zuführen werde. Bald erblickten wir am Horizonte einen dunklen Streifen, welcher mehr rechts von uns lag. Wir waren also so schnell geritten, dass wir den Wald beinahe halb umgangen hatten. Dies brachte mich, da wir noch hinreichend Zeit bis zum Untergang der Sonne hatten, auf den Gedanken nicht von der Seite, sondern vom Rücken her auf die Feinde zu kommen. Aus diesem Grunde hielten wir uns wieder mehr links, und zwar so lange, bis wir den Streifen, welcher den Wald bedeutete, westlich vor uns liegen hatten. Und da stießen wir dann auch, wie ich im Stillen vermutet hatte, auf einen breiten Streifen, welcher sich von Osten her auf den Wald zuzog. Das Gras war niedergetreten gewesen und hatte sich zwar wieder erhoben, stach aber mit seinen geknickten Spitzen sehr deutlich gegen die andere Fläche der Challa ab. Das war die Gesamtfährte unserer Feinde, welcher ich es ansah, dass die Letzteren heute am frühen Morgen hier vorüber gekommen sein mussten. Sie hatten sich dann im Walde gelagert und gegen Westen hin ihre Speer ausgesandt. Wir bogen natürlich in dieselbe Richtung ein und erreichten den Wald an einer so lichten Stelle, dass auch ein größerer Zug als der Ich stieg ab, um voranzugehen. Der Führer, welcher mein Kamel am Halfter nahm, folgte mit den Asakern eine Strecke hinter drein. Er hatte mir gesagt, dass die Quelle ungefähr in der Mitte des Waldes liege und ich nahm als ganz selbstverständlich an, dass die von uns Gesuchten sich in der Nähe derselben befanden. Der Wald bestand da, wo wir ihn durchquerten aus hohen Kassien und Mimosen. Ich musste nach einem Verstecke für unsere Kamele suchen und bog also zur Seite ab, wo dichte Büsche unter den Bäumen standen. Das Gesträuch bestand vorzugsweise aus Balsamodendron und stachelstämmigen Bauhinien, welche sich um die Stämme und Äste der Bäume rangten und dichte Festons der von prächtig blühenden Zweigen hernieder hängen ließen. Hinter diesen dicht verschlungenen Büschen konnte uns niemand sehen. Meine Gefährten stiegen vor denselben ab, um ihre Kamele hineinzuführen und da auf meine Rückkehr zu warten, da ich nun rekognosieren wollte. Der treue Benil bot sich mir zur Begleitung an. Ich lehnte dieses aber ab. Auch der Führer wollte mit, und als ich ihn ebenso abwies, meinte er, du kennst aber den Wald nicht und den Weg zur Quelle Effendi. Ich muss ihn dir zeigen. Habe keine Sorge um mich. Ich weiß schon, was ich tue. Übrigens irrst du dich, wenn du etwa meinst, dass die Feinde am Wasser lagern. Wo denn sonst? Irgendwo, aber nur nicht dort. Ja, vorher haben sie sich jedenfalls dort befunden. Nach Rückkehr der Posten aber sind sie wohl auf den Gedanken gekommen, den Platz freizugeben. Weshalb denn wohl? Sie nehmen doch sicher an, dass wir den Brunnen aufsuchen. Dort ist die beste Gelegenheit über uns herzufallen. Griffen sie uns unterwegs an, wo wir noch im Sattel sitzen und eine ziemlich lange Reihe bilden, so würden sie ihren Zweck nur schwer erreichen. Sie werden also warten wollen, bis wir uns gelagert haben. Und darum ist es ganz bestimmt Wie führt der Weg von hier aus nach dem Wasser? Macht er etwa viele Windungen? Nein, er bildet eine fast ganz gerade Linie. Das ist vorteilhaft für mich. Ich gehe jetzt. Und ihr habt nichts zu tun, als euch so still wie möglich zu verhalten. Was tun wir aber, falls du nicht zurückkehrst? Ich komme wieder. Du sprichst sehr zuversichtlich, ihr Fendi. Möge Allah dich Helen Haik zurückließ, stach mein dunkelgrauer Anzug nicht von dem grün der üppigen Vegetation ab. Ich hütete mich natürlich auf der breiten Fährte zu gehen. Dort konnte ich, da die Bäume weit auseinander standen, leicht gesehen werden. Ich hielt mich vielmehr zur Seite, stets von Büschen gedeckt, der Fährte parallel. Nach vielleicht einer Viertelstunde war es mir, als ob links vor mir und horchte. Ja, wirklich, das waren Stimmen. Man sprach nicht allzu laut, konnte sich also gar nicht weit von mir befinden. Ich legte mich nieder und kroch auf den Händen und Knien weiter. Die Stimmen wurden, je weiter ich vorrückte, desto deutlicher, und sonderbarerweise kam mir eine derselben bekannt vor. Noch konnte ich die Worte, welche gesprochen wurden, nicht verstehen, aber dem Schalle nach mussten die Personen, welche redeten, sich hinter einem undurchdringlich scheinenden Sennes Gebüsch befinden. Ich kroch hinzu und erkannte auch die andere Stimme. Sie gehörte dem angeblichen Jalabi und derjenige, mit welchem dieser sprach, war, wenn ich mich nicht täuschte, kein anderer als Abdel Assel, der Vater des Sklavenjägers, der heilige Fakir, welcher mich im unteririschen Brunnen bei Siut hatte verschmachten lassen wollen. Das Sennes Gestrüpp konnte nicht sehr breit sein, denn ich hörte und verstand die Worte jetzt so deutlich, dass ich annahm, die Entfernung zwischen mir und den beiden genannten könnte höchstens drei oder vier Ellen betragen. Aus verschiedenen Geräuschen und Tönen, welche an mein Ohr drangen war, zu vermuten, dass die zwei sich nicht allein befanden. Alle, alle müssen in die Hölle fahren, nur den Deutschen lassen wir leben, sagte der Fakir, als ich nun in bequemer Stellung lag und lauschte. Warum das? meinte der Jalabi. Gerade er müsste der Erste sein, den unsere Kugeln oder Messer treffen. Nein, ich will ihn aufheben, um ihn meinem Sohne zu bringen. Er soll so lange, lange Qualen erdulden. Es fällt mir nicht ein, ihn einen schnellen Tode sterben zu lassen. Dann musst du gewärtig sein, dass er wieder entwischt. Entwischen? Unmöglich. Ich weiß, dass er ein Teufel ist, aber es gibt genug Mittel, selbst einen solchen Satan zu bändigen. Ich werde ihn wie ein reißendes Tier einsperren. Nein, entkommen, entkommen wird er nun und nimmermehr. Ging es nach mir, so ließ sich auch die Asaka leben, um sich langsam zu Tode zu martern. Aber da wir nicht lange Zeit zu verlieren haben, so müssen wir uns ihrer schnell entledigen. Wie wollte ich diese Halunken peinigen, welche unsere Genossen erschossen und meinen Sohn, also uns alle um einen so großen Gewinn gebracht haben. Ja, für diese Fessara Sklavenen wäre viel, sehr viel bezahlt worden. Man sollte diesen Menschen die Hände und die Zunge abschneiden, dass sie weder sprechen noch schreiben und also nichts verraten können. Dann müsste man sie an den grausamsten aller Neger Fürsten verkaufen. Der Gedanke ist nicht übel. Vielleicht führen wir ihn aus. Vielleicht ersinnen wir uns auch noch Besseres. Es gibt keinen Schmerz, der für sie zu groß, zu schrecklich sein könnte. Sie müssen täglich, stündlich sterben, ohne doch wirklich sterben zu können. Sie haben das verdient, besonders dieser fremde Hund, welcher alle, alle unsere Absichten zu erraten, alle unsere Pläne zu durchschauen weiß und mit der Hilfe des Teufels stets dann entwischt, wenn man ihn am sichersten zu haben meint. Das ist es ja eben, was uns zur größten Vorsicht mahnt, wenn er uns heute wieder entwischen sollte. Aber da ja keine Sorge. Die Befehle, welche ich gegeben habe, sind so sorgfältig ausgedacht, dass ein Misserfolg gar nicht eintreten kann. Den ersten Schuss gebe ich ab und ich ziele auf das Bein des Deutschen. Ist er da verwundet, so kann er uns jetzt und auch später nicht hinkommen. Ist dieser mein Schuss gefallen, so drückt auch ihr anderen ab. Gegen 70 Kugeln Eigentlich ist es eine Schande für uns, dass wir wegen 20 Ersackern eine solche Anzahl von Kriegern aufgetrieben haben. Das geschah nicht der Ersacker, sondern des Effendi wegen. Unter seiner Führung sind 20 Männer so gut wie sonst 100 und ich sage dir, dass wir nur durch das Unerwartete, durch die Plötzlichkeit des Überfalles siegen können. Wenn wir es zur Gegenwehr kommen ließen, so würde der Erfolg sicher zweifelhaft sein. Ich musste leise lachen. Weder der Jalabi noch der Fakir besaßen die Klugheit, welche zur Ausführung ihres Vorhabens unbedingt erforderlich war. Sie hatten nicht einmal jetzt eine Wache ausgestellt, um sich unsere Ankunft melden zu lassen. Das vernahm ich aus ihren weiteren Worten. Auch hörte ich, dass der Ort, an welchem sie sich befanden, der Quelle so nahe lag, dass sie das Geräusch, welches sie von uns erwarteten, deutlich zu hören hofften. Aus der Rede des Fakirs ging hervor, dass sein Sohn, der Sklavenjäger, dem Res Effendina eine Falle gestellt hatte. Das erfüllte mich mit Besorgnis und ich nahm mir vor, hier schnell zu handeln und dann unseren Ritt zu beschleunigen, um möglichst rasch nach Ikartum zu kommen und den Bedrohten zu warnen. Vor allen Dingen galt es, die Situation zu überschauen. Da, wo ich lag, war das Gebüsch so dicht, dass ich nicht hindurch blicken konnte. Ich kroch weiter, nach links, und fand dort eine lichte Stelle, welche mir die gesuchte Aussicht bot. Mein Auge fiel auf einen baumfreien Raum, auf welchem die siebzig Männer lagerten, viele nur halb bekleidet, aber alle gut bewaffnet. Ich sah Gesichter von hellbraun an bis zum tiefsten schwarz. Die Kamele lagerten eins neben dem anderen links und mir gegenüber am Rande der Lichtung. Der Fakir saß mit dem Jalabi ein Stück von der Treppe entfernt am D-Seiting Rande und es war ein günstiger Zufall gewesen, dass ich gerade auf diese Stelle getroffen war, sonst hätte fassen oder lagen nicht eng beisammen, sondern zu Zweien oder Dreien in einzelnen kleinen Gruppen auseinander. Dieser Umstand musste uns den Überfall sehr erleichtern. Seitwärts von da, wo ich mich jetzt befand, war Platz genug, meine 20 Mann aufzustellen. Sie konnten da die Feinde sehen und mir war es möglich, jedem Einzelnen von ihnen seine besondere Instruktion zu erteilen, denn jeder musste für da andernfalls ein Wirrwarr zu befürchten war, bei welchem die Mehrzahl der Feinde Gelegenheit zur Flucht finden musste. Da ich nun weiter nicht zu sehen und zu hören brauchte, kehrte ich zu meinen Gefährten zurück, um ihnen den guten Erfolg meiner Rekognosierung mitzuteilen. Keiner freute sich mehr über die Anwesenheit des Fakirs als Benil, welcher, kaum da ich geendet, mir ist da. Effendi, den musst du mir überlassen, auf den schieße ich. Es wird gar nicht geschossen, antwortete ich. Wir werden die Leute nicht töten, sondern dem Res Effendina ausliefern. Auch den Fakir, der doch jedenfalls mir verfallen ist? Auch mir ist er verfallen, ich verzichte aber auf die Rache. Ich verzichte aber nicht. So sprechen wir später darüber. Jetzt aber verbiete ich dir auf das aller strengste ihn zu töten. Effendi bedenke, dass du mich da an einem Rechte kränkst, das mir kein Mensch nehmen kann. Das tue ich nicht, sondern ich beabsichtige nur einen Aufschub. Der Res Effendina befindet sich in einer Gefahr, welche ich nicht kenne. Der Fakir kennt sie und soll mir Mitteilung machen. Wird er getötet, so erfahre ich nichts und der Res ist verloren. Ich muss also unbedingt mit dem Fakir reden. Wenn das ist, so will ich mich fügen. Dann aber später wirst du nicht so ungerecht sein, mich zu verhindern, das Gesetz der Wüste auszuführen. Nun aber, Effendi, wie wollen wir diese 70 Krieger überwinden, wenn wir sie nicht erschießen dürfen. Wir schlagen sie mit den Gewehrkolben nieder. Stirbt einer von einem solchen Schlage, so ist es nicht zu ändern und wir werden ihn nicht beklagen. Ihr müsst aber so zuhauen, dass der Getroffene zusammenbricht und sich nicht wehren kann. Ich werde euch führen und einem jeden zeigen, nach welcher Gruppe er sich zu wenden hat, damit nicht einer den anderen hindert. Ich selbst nehme den Fakir und den Jalabi auf mich. Sobald ich durch das Gebüsch breche, folgt ihr mir. Es wird kein Kommando geben. Keiner darf rufen oder schreien. Es muss alles ganz still und lautlos geschehen, denn dann wirkt die Überraschung viel mehr, als wenn der Feind durch unzeitiges Gebrüll gewarnt wird. Bedenkt, dass jeder von euch drei oder vier Gegner niederschlagen muss. Ihr müsst also außerordentlich schnell arbeiten und das ist nur dann möglich, wenn ihr euch dabei ganz stumpf verhaltet. Die Kerle werden dann vor Schreck geradezu starr sein, während euer Kampfgeschrei sie sehr beweglich machen würde. Da unsere Kamele an den Beinen gefesselt waren, genügte ein einziger Mann zu ihrer Bewachung. Die anderen gingen mit mir. Dein Plan gefällt mir, Effendi, meinte der Führer, als wir aufbrachen. Mit dem Schießen ist es bei mir nicht ganz sicher. Nun aber werden diese Hunde den Kolben meiner Visionswinte sehr zu Kosten bekommen. Wir gelangten unbemerkt auf dem von mir Außersehenden Platze an. Es hatte sich dort nichts verändert. Nun verging eine Weile, bis ich wohin er sich zu wenden habe. Dann stellte ich mich an die lichte Stelle im Gebüsch, durch welche ich vorhin geschaut hatte. Die Gefährten hielten die Augen auf ihre bestimmten Opfer gerichtet, mir zur linken Hand, wo das Gesträuch nicht schwer zu durchdringen war. Da ich sah, dass ein jeder bereit war, tat ich einen Sprung durch das Gesträuch und auf die Lichtung rauschte es wie Sturmwind im Gebüsch, denn meine Asaker folgten mir. Einige Schritte von den beiden genannten saßen vier Männer, welche über mein Erscheinen so entsetzt waren, dass sie mich bewegungslos anstarrten. Ich hieb den ersten nieder, den zweiten, der dritte erhob zur Abwehr die Arme. Ich traf ihn dennoch. Der vierte wollte aufspringen, kam aber nicht dazu. Ich schlug ihn zu den anderen. Ich hatte aus Rücksicht auf die Getroffenen mit der breiten Seite und nicht mit der Kante des Kolbens zugeschlagen. Das betäubte nur, tötete aber nicht. Sechs Mann, das war mein Pensum und nun machte ich es mir zur Aufgabe, etwa ege Flüchtlinge zurückzuhalten. Darum wendete ich mich gegen die Szene, welcher ich jetzt den Rücken zugedreht hatte und legte den vielschüssigen Henry-Stutzen zum Schusse an. Es war ein noch nie erlebter Anblick, der sich mir bot. Yasaka hatten sich genau nach meiner Vorschrift gehalten. Sie arbeiteten stumm und die davon erwartete Wirkung blieb nicht aus. Gerade dieses Schweigen vergrößerte den Schreck der Überfallenen. Auch sie schienen stumm zu sein. Nur hier oder dort schrie einer auf Übrigens hätte jedem, dessen Flucht zu gelingen drohte, eine Kugel in das Bein gegeben, um niederzuwerfen. Abgesehen von dem Umstande, dass das Niederschmettern von Menschen kein Vorgang ist, über welchen man entzückt sein kann, war es für ein kampfesfrohes Auge eine Freude, die Yasaka zu sehen. Am gewandtesten benahm sich Benel. Ich glaubte, er streckte sechs oder sieben Gegner bis zu den Momente, in welchen ich den letzten Feind hinten überfallen sah, waren wohl kaum anderthalb Minuten vergangen und von Seiten der Gegner war nicht ein einziger Schuss oder Schlag gefallen. Das war die Folge der Überraschung, einer so vollständigen erstarrenden Überraschung, wie ich bisher noch keine beobachtet hatte. Selbst jetzt, als wir den vollsten Erfolg vor uns hatten, blieben die Yasaka still. Sie blickten alle zu mir her, um zu erfahren, was nun zu geschehen habe. Bindet schnell alle, rief ich ihnen zu, mit Riemen, Schnüren oder Fetzen, die ihr ihnen von den Kleidern reißt. Das Schweigen ist zu Ende, ihr dürft reden. Reden? Wie kann man in einer solchen Situation einem afrikanischen Ascari gegenüber von reden sprechen? Hätte ich gesagt, ihr jetzt zu hören bekam. Die 20 Stimmen brachen in ein geradezu übermenschliches Gebrüll aus. Es war, als ob hundert Teufel jauchzten. Dabei versäumten sie aber nicht, meinen Befehl schnellstens auszuführen. Ich wendete mich natürlich zunächst zu dem Fakir und seinem Kundschafter. Sie hatten die Lippen offen und röchelten. Ich band ihnen die Hände hinten und auch die Füße zusammen. Material Jeder Beduine trägt während eines Rittes Schnüre bei sich, da er deren sehr oft braucht. Außerdem ist jedes Cafige und jede Kapuze mit einem Ukal einer Schnur versehen, mit welcher die Kopfbedeckung befestigt wird. Und so ein Ukal ist ein zum Fesseln höchst praktischer Gegenstand. Es gab welche, die nur halb betäubt waren. Sie waren an ihren Bewegungen zu erkennen und wurden natürlich zuerst gefesselt. In fünf oder höchsten zehn Minuten waren wir fertig und konnten nun daran gehen, zu untersuchen, ob einer oder der andere erschlagen worden sei. Leider waren die Asaker nicht so glimpflich wie ich zu mir, indem er das Blut von dem Kolben seiner Flinte wischte. Effendi, mein Visionsgewehr hat seine Schuldigkeit getan, denn von den Vieren, welche ich traf, wird nur ein einziger sich erheben. War das deine Absicht? Ja, ich wollte auch den Vierten töten. Das hatte ich doch verboten. Darf ich mir verbieten lassen, mich zu rächen? Oder habe ich dir versprochen, deinem Verbote zu gehorchen? Ich sah unsere Ermordeten im Sande des Birres Seria liegen und habe jetzt eine Vergeltung geübt, welche nichts ist gegen das, was dort geschah. Du hast kein Recht, mir das meinige zu nehmen. Ich zog es vor, ihm nicht zu antworten und kehrte zu dem Fakir zurück, welcher, wie ich sah, die Augen geöffnet hatte und nun den entsetzten Blick auf seine Umgebung richtete. Auch der Jalabi war erwacht und schaute ebenso erschrocken wie der andere umher. Während die Asaka die Gefangenen und die Kamele nach Beute untersuchten, was ich ihnen nicht verwehren konnte, setzte ich mich neben dem Fakir nieder. Er schloss die Augen, ob Al-Kibir Al-Mashur. Sei gegrüßt, du großer, berühmter Heiliger, sagte ich. Ich freue mich, dich hier zu sehen und hoffe, dass auch du dich glücklich fühlst, mein Angesicht zu schauen. Sei verflucht, knirschte er halblaut und ohne die Augen zu öffnen. Du hast dich versprochen. Sei gesegnet, wolltest du sagen, denn ich weiß, wie groß deine Sehnsucht nach mir war. Du sandest doch sogar boten aus, welche meinen Aufenthalt erforschen sollten. Leider aber sollte deine Sehnsucht eine mehr verderbliche sein, denn du wolltest meine Asaka erschießen und mir die Zunge und die Hände abschneiden lassen, um mich dann an den grausamsten Negerfürsten zu verkaufen. Er ist allwissend, entfuhr es ihm, indem er die Augen öffnete und diesen Ausruf gegen seinen Gefährten richtete. Der Blick des Letzteren Ausdrucke tödlichen Hasses auf mir. Ich nickte ihm freundlich zu und sagte, du hattest vollkommen recht, als du mir sagtest, dass ich dich bald wiedersehen und dich dann kennenlernen würde. Wir sind, obgleich du nach Elfer Scher wolltest, schon nach so kurzer Zeit wieder beieinander. Ich bin ganz entzückt darüber, denn es ist der Beweis, dass ich dich ganz richtig beurteilt habe. Du bist es, der den Gedanken, mir die Zunge und die Hände zu nehmen erfunden hat, und du täuschest dich nicht, wenn du die frohe Überzeugung hegst, dass ich dir meinen Dank für diese Erfindung nicht vorenthalten werde. Ich verstehe dich nicht, antwortete er. Warum bin ich gebunden? Warum habt ihr uns überfallen? Was könnt ihr uns beweisen? Ich verlange losgebunden zu werden. Er machte eine hastige Bewegung des Widerspruches und öffnete die Lippen zu einer Angegnung. Ich ließ es aber nicht zu derselben kommen, indem ich schnell fortfuhr, ereifere dich nicht und gib dir keine Mühe. Du bist viel zu dumm, mich zu täuschen. Ein Mensch wie du sollte daheim bleiben und ja nichts anderes tun, als Halbernheit beweinen. Du warst, als du heute zu uns kamst, noch nicht vom Kamele gestiegen, so wusste ich schon, wes Geistes Kind du bist. Kennst du die Fabel von der Bakal, welche den Buch Hussein überlisten wollte? Was geht mich diese Fabel an, welche jedem Kinde bekannt ist? fuhr er mich an. Sehr viel, denn du gleichst dieser Bakka, indem selbst einem tausendmal klügeren Menschen nicht gelungen sein. Wie du, dessen Kopf nicht eine Spur von Gehirn enthält, annehmen konntest, dass es dir gelingen werde, mich zu täuschen, das kann ich mir nur durch deine unendliche Albernheit erklären, du und einen deutschen Effendi überlisten, das ist ganz genauso wie in der Fabel von der Bakka, welche sich an den Buch Hussein wagte. Es war nicht etwa Überhebung von mir, dass ich den Mund so voll nahm. Eine weniger hochmütige Ausdrucksweise hat ihren Zweck nicht erreicht. Der Erfolg blieb nicht aus, denn er antwortete im zornigsten Tone. Wie kann ein Dschauer sich einem wahren Gläubigen gegenüber in dieser Weise überheben? Wärst du so klug wie du mich dünkst, so würdest du längst von deinem Irrglauben abgewichen sein. Nimm uns sofort die Fesseln, welche durch deine Hände beschmutzt sind ab, sonst schweig, unterbrach ich ihn. Wage nicht etwa mir zu drohen, ich Und wenn du deine jetzige Lage so wenig begreifst, dass du es wagst zu fordern, anstatt demütig zu bitten, so werde ich sie dir auf eine Weise zur Erkenntnis bringen, dass dir der Hochmut schnell vergehen soll. Das wirst du unterbleiben lassen, denn ich bin Scheik, wendete er ein. Ha, ein armseliger Beduin-Scheik ist gegen das, was ich bin, gar nichts. Übrigens behandelt. Dann wehe dir, du wärst verloren, mein Stamm würde euch alle vernichten. Was? Dieser Mensch ist so frechlich zu bedrohen, Effendi? rief Benil aus, welcher hinzugetreten war und die Worte gehört hatte. Soll ich ihm den losen Mund stopfen? Tue es. Er wendete ihn mit dem Fuße um, sodass sein Rücken nach oben zu liegen kam und zog die Peitsche aus dem Gürtel. Ich wendete mich ab. Mein Auge sträubte sich, Zeuge der Züchtigung zu sein. Das Ohr sagte mir aber doch, dass Benil seinem Zorn in einer Weise, welche nicht zu wünschen übrig ließ, Luft machte. Indessen erteilte ich den anderen die Weisung, die Gefangenen und deren Tiere nach dem Brunnen zu schaffen. Als dies geschehen war, wurden auch unsere Kamele nach demselben gebracht. Er lag an einer Stelle, von welcher man, um Platz zum Lagern zu bekommen, die Bäume und das Gesträuch entfernt hatte. Es gab da Raum für noch mehr Leute, als wir nun zusammen waren. Auch Wasser war genug vorhanden. Meine Asaker hatten sehr gute Beute gemacht und befanden sich infolgedessen in ausgezeichneter Stimmung. Es kamen auf einen jeden die Kamele, Waffen und sonstigen Habseligkeiten von wenigstens drei Gefangenen. Ich beanspruchte natürlich nichts und Benil folgte, obgleich er ein armer Teufel war diesem Beispiele. Als ich ihn nach der Ursache dieses Verzichtens fragte, antwortete er, Warum nimmst du selbst nichts, Effendi? Ist es nur aus Güte gegen die Asaker, damit diese deinen Anteilen mitbekommen? Oder ist es stolz? Ich weiß von dir, dass die Krieger des Abendlandes keine Beute machen. Auch ich verschmähe es, Gegenstände zu besitzen, welche sich in den schmutzigen Händen dieser Hundesöhne befunden haben. Das war eine sehr brave Gesinnung von ihm, und er verdiente es, dass ich seine mir erwiesene Anhänglichkeit durch ein beinahe freundschaftliches Verhalten erwiderte. Es war geboten, dafür zu sorgen, dass die Gefangenen uns gesichert blieben. Sie wurden in die Mitte genommen und sehr scharf im Auge behalten. Für die Nacht waren Wachen vorgesehen. Jetzt war es noch Tag, doch durften wir den Anbruch des Abends in einer halben Stunde erwarten. Ich hielt es für geraten, noch vor dem Beginne der Finsternis, die Umgebung des Brunnens abzuschreiten. Es war dies eine Vorsichtsmaßregel, deren Ausführung ich nach etwaigen Spuren zu suchen und mich überhaupt zu orientieren, den Umkreis langsam ab. Zugleich hatte ich einige Leute in den Wald nach Brennholz geschickt. Da die Zahl der Gefangenen dreimal größer als die jenige der Asaker war, mussten wir, um sie bewachen zu können, nicht ein, sondern mehrere Feuer haben. Material zu denselben wurde schnell und genug zusammen getragen. Ich kehrte von meinem Gange einer der Holzleser zwei Gegenstände, welche unter einem Baume gelegen und notwendigerweise seine Aufmerksamkeit erregt hatten. Siehe doch einmal diese beiden Knochen an, Nephendi, sagte er. Es scheinen die Überreste eines Kalbes zu sein, und da niemand ein lebendes Kalb, um es zu schlachten, mit in die Steppe nimmt, so müssen hier Leute, welche Rinderdiebe sind, gelagert haben. Ich Das eine war ein halbes Schulterblatt und das andere der Fortsatz eines oberen Schenkelknochens. Das sind nicht Kalbs, sondern Menschenknochen, antwortete ich. Allah, so ist ein Mensch hier ermordet worden. Nicht eigentlich ermordet, sondern zerrissen und aufgefressen. Sofort war ich umringt und alle riefen auf mich ein, dass ich mich da wohl geirrt habe. Ich irre mich nicht, denn ich weiß die Knochen eines Menschen von denen eines Tieres wohl zu unterscheiden. Dieses Schulterblatt und die Schenkelröhre sind von den Zähnen eines sehr starken, wilden Tieres zermeimt worden. Sollte es in der Steppe oder etwa gar hier im Walde Löwen geben? Allah beschütze uns und segne uns mit seiner Gnade, schrie da der unser Fessara-Führer auf. Das ist kein anderer Teufel gewesen als Shazak Ejuma, der Löwe von El Teitel. Warum wird er nach diesem Orte genannt? Weil er abwechselnd alle Brunnen, welche zwischen El Teitel und dem Nile liegen besucht. Und welchem Umstande verdankt er den anderen Namen? Es vergeht keine Woche, in welcher er nicht einen Menschen zerreißt und frisst. Er ist schon seit länger als einem Jahr in dieser Gegend. Hat man ihn denn nicht gejagt? Nicht versucht ihn zu erlegen? Gejagt? Was fällt hier ein? Allah behüte jeden Menschen vor diesem gewaltigen Fresser, welcher größer als ein Ochse und stärker als ein Elefant ist. Kennt man seinen Lagerplatz? Hat man ihn vielleicht mit einer Löwin oder mit Jungen gesehen? Nein, darum besitzt er keine bestimmte Wohnung, schläft einmal hier und einmal dort und ist inzwischen von einem Brunnen zum anderen unterwegs. Ah, also ein Vardani. Ich kenne diese einsamen weil selbst gegen ihres gleichen feindseligen Tiere. Sie sind die allerschlimmsten. Wenn ein solcher einmal einen Menschen gefressen hat, so bleibt er bei dieser Nahrung und schlägt Tiere nur im Falle des allergrößten Hungers. Das ist richtig, Effendi. Und so ein Menschenfresser ist dieser Vagabund von Aytetel. Es kommt sogar vor, dass er in einer Woche zwei verschlingt. Wann mag er hier gewesen sein? Vor vier oder fünf Tagen, wie ich aus der Trockenheit dieser Knochenreste ersehe. Voila, das ist schlimm. So kann er heute wieder hier sein. Wenn er gestern oder vorgestern da gewesen wäre, befände er sich heute ganz sicher anderswo. Nach so langer Zeit, aber kann er seine Runde schon wieder beendet haben. Das hängt davon ab, wie viele Brunnen er besucht und ob er inzwischen wiederum ein Opfer gefunden hat. Er kann einen Menschen auf einmal nicht verzehren und geht erst dann, wenn er den letzten Markknochen zerschnitten hat von Dannen. Vielleicht hat er volle drei Tage hier gelegen. So ist Allah uns gnädig gewesen. Der Fresser hätte uns an einem unserer letzten Nachtlager befallen können. Die Knochen sind vier Tage alt. Drei Tage war er hier, also ist er erst einen Tag fort und wir haben nichts zu befürchten. Dieser Schluss scheint richtig zu sein, kann uns aber täuschen. Der Löwe zieht, wie jedes andere Raubt hier auch, den Ort, an welchem er Fraß fand, denjenigen Stellen vor, die er vergeblich aufsuchte. Er kann also leicht rascher, als du denkst, zurückkehren. Das mögen sämtliche Heiligen des Kalifen verhüten. Vielleicht befindet er sich noch gar hier und liegt in einem Hinterhalte. In diesem Falle hätte ich seine Spur gesehen. Dennoch müssen wir vorsichtig sein, da diese Einsiedler verschmitzt und hinterlästig sind und ihre Annäherung nicht wie andere Löwen durch Gebrüll verkünden. Sie schleichen sich vielmehr heimlich wie Panther an und springen lautlos auf ihr Opfer ein. Ich habe einst einen solchen verstockten Sünder geschossen, welcher nur einmal und zwar vor Freude kurz aufbrüllte, als er auf unsere Fährte traf und sich dann aber vollständig lautlos näherte. Was, Effendi? Du hast auf einen Löwen geschossen? Schon auf mehrere. Und auch getroffen? Meine Kugel traf nur, als ich Anfänger am Schießen war, ihr Ziel zuweilen nicht. Und hast Löwen getötet? Ja. Mit wie vielen Schüssen? Mit einem. Nur ein einziges Mal waren zwei Kugeln nötig. Oh, Fendi, wie schön du lügst. Nein, wie schön du lügst. Es fiel mir gar nicht ein, ihm diesen Ausruf übel zu nehmen, denn ich kannte ja die Art und Weise, in welcher die Wüsten und Steppen Bewohner den Löwen zu Jagen pflegen. Ist sein Lager aufgespürt, so versammeln sich sämtliche Krieger eines Stammes oder auch mehrerer Stämme und reiten hin. Das Lager wird umstellt und mit Steinen beworfen. Dabei brüllt jeder, so sehr und viel er kann, bis der aufgejagte Löwe erscheint. Jetzt krachen, ohne dass man es mit dem Zielen genau nimmt, alle Flinten. Die Kugeln gehen daneben, vielleicht trifft zufällig einer Einzige und das verwundete Tier springt brüllend auf die Menge ein, um einen Reiter oder zwei vom Pferde zu reißen und zu töten. Die anderen springen zurück, um zu laden, bleiben dann halten und schießen wieder, mit dem selben Erfolge. Der Löwe geht abermals vor und zerfetzt einen Dritten. In dieser Weise folgt Salve auf Salve, bis das Tier endlich mit völlig durchlöcherte Haut und nicht tödlich getroffen, sondern vom Blutverluste erschöpft zusammenbricht, aber auch so und so viele Menschen den unrühmlichen Sieg mit ihrem Leben bezahlt haben. Die anderen fallen jubelnd über die Leiche des Wüsten Königs her, schlagen sie, treten sie mit Füßen, spucken sie an und bewerfen sie mit allen möglichen und unmöglichen Schandwörtern und Schimpfreden. Das geschieht nie in der Nacht, sondern stets am Tage. Dass aber ein einzelner Europäer in dunkler Nacht den Löwen an der Tränke erwartet oder aufsucht, um ihn durch einen Schuss in das Auge oder in das Herz zu erlegen, das ist für diese Leute eine Fabel, eine vollständige Unmöglichkeit. Das glauben sie einfach nicht und so nahm ich es dem Führer auch nicht übel, dass er glaubte, ich wolle ihn mit einer schönen Lüge unterhalten. Er hat Löwen getötet, fuhr er lachend fort, mit einem Schusse des Nachts und er war ganz allein. Oh Allah, oh Muhammed, welch ein gewaltiger Held doch dieser unser Fendi ist. Ich möchte ihn einmal so als Sijad des Saba sehen. Wünsche dir das nicht, warnte ich, doch nicht etwa an beleidigtem Tone. Dieser deinen Wunsch könnte nur dadurch, dass der Löwe käme in Erfüllung gehen und ich glaube nicht, dass du dich über denselben freuen würdest. Sogar sehr, sehr würde ich mich freuen, meinte er noch immer lachend. Ich fürchte mich ebenso wenig wie du vor ihm. Der Menschenfresser ist ein ungeheuer großes Tier und wenn ich ihn nahe genug herankommen lasse, kann ich ihn gar nicht fehlen. Was ein Deutscher vermag, der nicht einmal hier geboren ist, das kann auch ich, der ich ein Sohn dieses Landes bin. Ich biete dir eine Wette an, dass ich, wenn der Löwe kommt, ganz dasselbe tue, was du unternimmst. Gut, um was wetten wir? Setzest du deine Uhr und dein Fernrohr gegen meine Visionsflinte? Ja. Und du bei Allah und dem Barter des Propheten. Willst du etwa zurücktreten? Nein, du hast bei Allah und dem Barter des Propheten geschworen und kannst also auch nicht zurück. Erst widersprachst du mir aus Unglauben. Dann kam dir das Verlangen nach der Uhr und dem Rohre. Du glaubst dieser beiden Gegenstände sicher zu sein, da du überzeugt bist, dass ich, falls der Löwe ja erscheint, ganz hübsch und vorsichtig am Feuer sitzen werde. Aber du ehrst dich. Sah eine Weile vor sich nieder, dann sagte er, ich will dich nicht beleidigen, aber ich glaube es dir nicht. Und ich denke zwar nicht, dass das Tier kommen wird, aber falls es kommt, werde ich dir beweisen, dass du dich ehrst. Die Wette gilt. Ja, ich habe es geschworen, so bitte deinen Propheten den Löwen fernzuhalten. Wenn er dir diesen Wunsch nicht auffüllt, ist es um deine berühmte Visionsflinte geschehen. Jetzt wollen wir über unseren Gefangenen. Ich wurde unterbrochen, denn es erschien am westlichen Rande der Lichtung ein Kamelreiter, welcher bei unserem Anblicke ziemlich betroffen halten blieb und uns betrachtete. Es schien im Zweifel darüber zu sein, ob es besser sei, an uns vorüber zu reiten oder nach dem Brunnen einzubiegen. Doch entschloss er sich für das Letztere, trieb sein Tier auf uns zu, stieg ab und sagte, ehe ich den Salam über meine Lippen gehen lasse, sagt mir, wer euer Anführer ist. Ich bin es, antwortete ich. Das sind Asaka, du aber scheinst kein Askari zu sein. Wie soll ich es mach die Uniform den Askari? Nein, ich will dir glauben. Warum habt ihr die Leute, welche hier am Boden liegen gefesselt? Sie sind Gefangene von uns, Sklavenjäger. Das ist doch kein Verbrechen. Nun, dann Menschenraub. Sklaven, überhaupt Schwarze sind keine eigentlichen Menschen. Du wirst diese Männer also freilassen. Der Mann war wohl etwas über 30 Jahre alt, Hager und trug einen dunkel nicht sehr dichten Vollbart. Sein Gewand war weiß gewesen, jetzt aber nicht mehr von allzu reinlichem Aussehen. Der Ausdruck seines Gesichtes war streng, düster asketisch. Er stand gerade und stolz aufgerichtet vor mir und seine Augen blickten mich fast drohend an, als ob er und nicht ich es sei, der zu befehlen hatte. Ich ahnte nicht, dass dieser Mann später als fragte ich ihn. So, mit welchem Recht und aus welchem Grunde erwartest du denn, dass ich dies tun werde? Weil ich es sage, der Fakir el Fukara. Schön, und ich bin der Askari el Asaka und tue nur das, was mir beliebt. Fakir el Fukara ist Fakir der Fakire, also der beste, der vorzüglichste Fakir. Darum nannte ich mich den Soldaten der Soldaten, züglichsten Soldaten. Er schien diese Antwort nicht erwartet zu haben, denn er fragte Kennst du mich denn nicht? Hast du noch nichts von dem Fakir el Fukara gehört? Indem er dies sagte, sah ich, dass er mit dem alten, ehrwürdigen Fakir, welcher gebunden am Boden lag, an den Blick des Einverständnisses wechselte. Sie kannten sich also, und so antwortete ich, Nein, aber meine Gefangenen kennen dich. Woher weißt du das? Du selbst hast es mir gesagt. Ich weiß nichts davon, wann denn? Eben jetzt, deine Augen sagten es mir, du gabst diesem alten Abdel Assel ein Versprechen, welches du nicht halten kannst. Ich werde es halten. Frage deine Gefangenen, so werden sie dir sagen, dass ich mächtig bin und sehr wohl weiß, dass ich ein Versprechen, welches ich gegeben habe, auch zu halten weiß. Frage sie vorher nach mir, so werden sie dir wohl mitteilen, dass in diesem Augenblicke ich es bin, der die Macht in den Händen hält. Wer und was du bist, das ist mir sehr gleichgültig. Ich stehe hier an Stelle des Res Efendina, also an Stelle des Redif. Das wird dir genügen. Das genügt mir keineswegs, sondern bringt eine ganz andere Wirkung hervor, als du beabsichtigt hast. Der Vizekönig ist ebenso wie der Res Efendina in meinen Augen nichts. Und es fällt mir nicht ein, mich nach ihnen zu richten. Jetzt kannte ich seine Verhältnisse nicht. Später fuhr ich freilich, weshalb er sich dieses unerbietigen, ja geringschätzenden Ausdruckes bedient hatte. Für einige Zeit Steuerbeamter gewesen, hatte er sich gezwungen gesehen, sein Amt niederzulegen und war Sklavenhändler geworden. Das wusste ich jetzt freilich nicht, antwortete ihm aber doch mit überlegenem Lächeln, du wirst dich aber dennoch nach ihnen richten, indem du dich nach mir richtest, der ich ihre Befehle auszuführen habe. Du wirst sogleich sehen, wie ich diese Befehle achte. Er zog sein Messer und zu tun. Diesen meinen Freund von seinen Fesseln befreien, das erlaube ich nicht. Was frage ich nach deiner Erlaubnis? Er legte das Messer an den Riemen, ich aber legte auch, nämlich beide Hände von hinten und oben an seine Hüften, hob ihn aus seiner gebückten Haltung empor und warf ihn mehrere Schritte weit über die Gruppe der Gefangenen, bei denen Abdel Asse lag hinüber. Er hatte sein Messer festgehalten, raffte sich rasch wieder auf, er hob die Hand zum Stoße und drang auf mich mit den Worten ein Du wagst dich an dem Fakir Fukara zu vergreifen? Da! Nimm! Es fiel mir gar nicht ein, mich einer Waffe zu bedienen. Auch keinem der Asaka kam es bei mir beizuspringen. Nur Ben Neal fuhr mit der Hand in den Gürtel, blieb aber an seinem Platze stehen. Sie wussten, dass ich mit dem Angreifer fertig werden würde. Ich gab ihm mit der Faust von unten her einen Stoß in die Achselhülle des erhobenen Armes und diese Parade war so kräftig, dass sie ihn aushob und wieder zu Boden warf. Jetzt zog ich Jawa warnt ihn ab der Assel. Der Fakira El Fukara zog den bereits erhobenen Fuß wieder zurück, ob aus Furcht vor meiner Waffe oder aus Betroffenheit darüber mich einen Jawa nennen zu hören, das weiß ich nicht, wohl aus beiden Gründen zugleich und fragte Ein Jawa? Er ist kein Moslem? Nein, sondern ein christlicher Aefendi, antwortete der Alte. Und dieser Hund wagte es mich. Im Nus stand Benil mit erhobenen Peitsche hinter ihm und fragte mich, Effendi, soll ich ihm die Haut in Streifen schlagen, da er dir den Namen eines verachteten Tieres gibt? Dieses eine Mal soll ihm verziehen sein, weil er in der Aufregung gesprochen hat, antwortete ich. Wenn er mich aber noch ein einziges Mal beleidigt, so erhält er die Bastonade, dass Mann von einem Christen, welch ein Frevel, welch eine Kühnheit, von Kühnheit kann dir gegenüber keine Rede sein, lachte ich ihm in das Gesicht. Ich würde mich nicht fürchten, wenn ich zehn Personen deines gleichen gegenüber stände, hier aber bist du allein und hast außer mir noch 20 Asakka gegen dich. Aber sie sind doch Muslimin, das sind sie allerdings. So müssen sie doch für Wie kann ein Moslem dulden, dass einem anderen Rechtgläubigen von einem Christen mit der Bastonnade gedroht wird? Ja, dass dieser sich sogar an ihm vergreift und ihn zu Boden wirft. Da stellte sich Bernil vor ihm hin und antwortete an meiner Stelle Höre, wir haben diesen unseren Effendi von Herzen lieb und sind bereit für ihn gegen jedermann zu kämpfen. Zehn und hundert da ihn beleidigte die Peitsche bekommen hat. Nimm dich also sehr in Acht. Die Bastonnade schwebt über deinem Haupte und bei Allah, wenn du deinen Mund nicht hütest, senkt sie sich augenblicklich auf dich nieder. Knabe, fuhr ihn der Fakir an, hüte du selbst deine Zunge. Was bist du und was sind 20 Asaka gegen die Anhänger, welche zu mir eilen, wenn ich meine Stimme erhebe. Erhebe sie, wir werden sehen, ob der Wald lebendig wird. Das darfst du sagen, weil ich heute niemand bei mir habe. Später aber kann ich euch zerquetschen, wie man Würmer mit den Füßen zertritt. Die Soldaten ließen ein zorniges Murmeln hören. Er aber kehrte sich nicht daran und fuhr fort. Indem ihr einem Christen gegen diese Muslimin dient, verleugnet ihr den Propheten. Habt ihr ein Recht, diese rechtgläubigen gefangen zu halten? Wenn sie Sklaven gefangen haben, wo steht denn im Koran, dass der Sklavenhandel verboten ist? Seine Absicht war, die Asaka gegen mich aufzuwiegeln und er glaubte vielleicht, dass ihm dies gelingen werde. Ich hatte gar nicht nötig, ihn durch Zwischenreden in der Ausführung dieses Vorhabens zu hindern, denn Benil, welcher das Wort nun einmal für die anderen ergriffen hatte, antwortete ihm, Du kennst die Lage der Sache nicht. Ibn Asil, der Sohn dieses alten Fakirs, hat die Bene Fessara überfallen, viele von ihnen getötet und die jungen Frauen und Töchter davongeführt, um sie in die Sklaverei zu verkaufen. Wir aber haben sie ihm abgenommen und wieder in ihre Sie sollten uns hier auflauern und ermorden. Dem Effendi aber sollten die Zunge und auch die Hände abgeschnitten werden. Ist es erlaubt, Rechtgläubige zu raupen und Sklaven zu machen? Nein, gestand der Fakir. Sind die Bene Fessara Rechtgläubige oder Jawas? Rechtgläubige. So hat sich Ibn Asil also einer Todsünde schuldig gemacht und diese Menschen hier sind seine mitschuldigen. Sie müssen dafür bestraft werden, gar nicht davon zu sprechen, dass sie Mörder sind, da sie das beabsichtigten, was ich dir mitgeteilt habe. Diese Mitteilung des Jünglings verfehlte ihren Eindruck nicht. Der Fakir El Fukara wendete sich an den alten Fakir Abde Asil und fragte, ist das wirklich so, wie ich es jetzt gehört habe? Man mag uns beweisen, dass wir diese Asaka töten wollten, antwortete der Gefragte. Es ist eine schändliche Lüge. Leugne es nicht, herrschte ich ihn an. Ich habe es mit meinen Ohren gehört. Ich lag, um euch auszukundschaften, hinter dem Gesträuch, vor welchem du mit deinem angeblichen Jalabi im Gespräch saßest. Du hast dich geirrt, meinte der Fakir El Fukara zu Beweise vorhanden. Welche? Ich muss sie hören. Du musst? Wer hat dich zum Richter über mich gesetzt? Ich muss bloß das, was ich will, und meinen Willen werde ich dir sofort mitteilen. Ich will nämlich, dass du dich nicht weiter um diese Angelegenheit bekümmerst. Du hast dir in derselben die Hände schon so verbrannt, dass ich dir rate, dich vom Feuer fernzuhalten. Du bist hier ohne mich zu kennen, aufgetreten wie ein Gebieter. Ziehe deines Weges weiter oder lagere dich zu uns an den Brunnen, mir ist beides recht. Aber sobald du fortfährst, dich in meine Obliegenheiten zu mischen, werde ich dir beweisen, dass ich infolge meiner Vollmachten der augenblickliche Gebiete an diesem Brunnen bin. Wie willst du das beweisen? Indem ich dich nicht länger dulde, sondern dich fortjage. Und nun kein weiteres Wort darüber, tritt zurück. Du magst bei den Ersackern lagern, bei den Gefangenen aber hast du nichts zu schaffen. Er sah es mir wohl an, dass ich Widerspruch nun wirklich nicht mehr dullen würde und gehorchte. Aber der Ingram lag wie eine wetterdrohende Wolke auf seinem Gesichte. Er sattelte sein Kamel ab und ließ es laufen, damit es weiden möge. Dann holte er sich Mundverrat und einen Schöpfbecher aus der Satteltasche und ließ sich an dem Wasser nieder, um sein Abendbrot zu sich zu nehmen. Vorher aber holte er sein Abendgebet nach, welches er versäumt hatte, dazwischen seiner Ankunft und jetzt die Sonne untergegangen und also die Zeit des Mogreb des vorgeschriebenen ersten Abendgebetes unbenützt verflossen war. Auch die Asaker beteten, da sie die gleiche Versäumnis begangen hatten. Es waren vier Feuer angebrannt worden. Auf dem Raume zwischen denselben lagen die Gefangenen in voller Beleuchtung, damit wir die Bewegungen jedes einzelnen von ihnen leicht sehen konnten. Und um diese herum bildeten die Asaker eine Kette, welche wieder von unseren an den Vorderbeinen gefesselten und in einem Kreise liegenden Kamelen eingefasst wurde. Auch ich setzte mich an den Brunnen um zu essen. Benil und der Fessara Führer gesellten sich zu mir. Der Fakir El-Fukara saß so wenig entfernt von uns, dass er unser Gespräch hören und verstehen konnte. Ich hatte keine Veranlassung heimlich gegen ihn zu tun. Er hätte sonst vielleicht gar Forderung in Betreff des alten Abde Assel wieder vorzubringen und richtig, kaum hatte ich den letzten Bissen in den Mund geschoben, so sagte er, Effendi, ich musste die Mahlzeit ehren, nun aber, da du fertig bist, hoffe ich, dass ich sprechen darf. Du hast mir den alten Fakir versprochen. So ganz endgültig, wie du zu meinen scheinst, doch wohl nicht. Jawohl, du wolltest noch nicht erfahren und es hat noch Zeit. Nein, bedenke, dass du die Auskunft, welche du von ihm haben willst, zu spät bekommen könntest. Ich weiß, du willst nicht sein tot und darum zögerst du. Allah wird ihn strafen. Ja, aber durch mich. Sieh hin, er ist ein Greis, ein schwacher, wehrloser Mann. Kannst du es über das Herz bringen, ihm das Messer in die Brust zu stoßen? Er hat es über das Herz gebracht, dich und mich in den Brunnen einzusperren, damit wir untergehen sollten. Und heute wieder war er zu einem mehr als zwanzig fachen Mord bereit. Wenn du ihn begnadigst, versündigst du dich gegen Allah, der doch auch dein Gott ist. Das ist richtig, stimmte der Führer bei. Auch ich schwebte in Todesgefahr, jeder der Asaka ebenso. Wir haben also alle das Recht, das Blut dieses Massenmörders zu fordern. Richtig, so ist es, ganz genau so, ertönten da die zustimmenden Rufe der Asaka. Hörst du es, Effendi? fragte der Führer. Willst du uns allen unser gutes Recht verkümmern? Dann musst du gewärtig sein, dass wir es uns nehmen. Daran hatte ich nur die Achtung, in welcher ich bei ihnen stand, hatte sie vermocht, meine Befehle zu gehorchen und sie überrumpelten nur zu betäuben, anstatt sie zu töten. Ich konnte ihnen keine Garantie dafür bieten, dass die Schuldigen ihre Bestrafungen Ikartum wirklich finden würden. Und wenn sie gegen meinen Willen Rache nahmen, was konnte ich dagegen tun? Sie mit Gewalt durch Drohungen abhalten? Da wäre es mit meiner Autorität sofort vorüber gewesen. Besser, ich opferte einen Einzelnen, als dass viele unter den Rächer Streichen fielen. Und dieser eine musste natürlich der alte Fakir sein. Schon war ich halb entschlossen Ja zu sagen, da trat der Älteste der Asaker zu mir heran und meldete Ifendi, ich bin von meinen Kameraden beauftragt worden, dir eine Bitte vorzulegen. So sprich, sage vorher, ob wir dir gehorsam gewesen sind und ob du mit uns zufrieden bist. Ich kann vor dem Res Efendina jedem Einzelnen von euch ein gutes Zeugnis geben. Ich danke dir. Ja, es ist wahr, dass wir stets taten, was du fordertest, obgleich uns dein Wille sehr oft unbegreiflich war. Wir haben uns dann immer überzeugen müssen, dass erworben. Einen Fehler aber haben wir an dir zu tadeln, wenn du uns das erlaubst. Du bist als Christ gegen unsere Feinde stets zu nachsichtig gewesen. Feinde muss man vernichten, um sich selbst zu erhalten. Ergreife ich heute meinen Todfeind und lasse ihn aus Barmherzigkeit wieder entwischen. So wird der Morgen abermals über mich herfallen. Wir waren dem Tode geweiht. Deine willst nicht, dass wir uns an ihn vergreifen. Gut, wir gehorchen dir auch dieses Mal. Wir wollen sie nach Ikartum schaffen und dem Res Effendina übergeben. Einer aber soll sterben, nämlich Abde Assel. Darauf bestehen wir. Wir wollen uns nicht gegen dich erheben, aber wenn du uns diese kleine Bitte nicht erfüllst, kannst du nicht hindern, dass hier und da irgendein Messer in irgendein Herz gestoßen wird und viele von denen, welche du retten willst, am Morgen nicht mehr am Leben sind. Entscheide dich. Das war allerdings energisch gesprochen. Was sollte ich antworten? War ich als Christin wirklich verpflichtet, Abde Assel, das Scheusal zu retten und dadurch viele andere in Gefahr zu bringen? Aber vielleicht konnte ich meinen Zweck durch List doch noch erreichen, indem ich mich hatte. Was später geschah, das kann nicht auf meine Seele zu liegen. Darum antwortete ich scheinbar auf die Forderung eingehend, Du hast nach euren Anschauungen ganz verständig gesprochen, aber wie kann ich über das Leben des Verkehrs verfügen, da es mir nicht mehr gehört? Ben Neil ist der jenige, welcher das erste Recht zur Rache hat. Aber du wirst es ihm doch verkümmern, wie wir hören? Nein, er soll sein Recht haben, wenn ihr einverstanden seid und auf das Eurige verzichtet. Dann sind wir ja sofort einverstanden, Effendi. Ihr legt also das Leben des Verkehrs in Ben Niels Hände? Ja. So sind wir einig. Sage das den anderen. Der Ascari entfernte sich befriedigt und Ben Neil reichte mir Genüge geschehen und zu den Schandtaten dieses Ungeheuers keine Neue kommen. So gehe hin und stoße ihm dem gefesselten Kreise das Messer in die Brust. Das ist eines tapferen Mannes würdig. Er senkte den Kopf und blickte vor sich nieder. Ich sah, er kämpfte mit sich selbst. Dann hob er den Kopf und fragte Der Alte gehört also wirklich mir und ich so werde ich Rache nehmen. Er stand auf und zog sein Messer. Da sprang auch der Fakir El Fukara auf, hielt ihn beim Arme zurück und rief Halt! Das würde ein Mord sein, den ich nicht zugeben darf. Benil schüttelte den Mann mit einer Kraft, welche ich ihm gar nicht zugetraut hatte, von sich ab und antwortete Schweig! Was hast du ihr zu befehlen? Ich kehre mich an deine Worte ebenso wenig wie an der Summen einer Mücke! Schweig du selbst, du armseliger Knabe! Wenn es mir beliebt, zerdrücke ich dich zwischen meinen Händen! Versuche es doch! Benil hatte, wie bereits erwähnt, sein Messer gezogen und der Fakir El Fukara riss auch das seinige hervor. Ich schnellte mich zwischen beide, riss dem Letzteren die Waffe aus der Hand und gebot ihm, zurück, sonst hast du es mit mir zu tun. Du aber auch mit mir, rief er wütend. Ah, du hast ja schon gesehen, was du gegen mich vermagst. Es war Zufall. Willst du etwa mehr Mut und Geschicklichkeit haben, als ich besitze? Ein Fakir El Fukara fürchtet keinen Feind, auch in Folge dessen die Entgegnung mir auf der Zunge liegen blieb. Es klang wie das ferne Rollen des Donners und doch zugleich wie das Gähnen einer in der Nähe sich befindenden und aus dem Schlaf erwachenden Hyäne. Ich kannte diesen Ton. Ich hatte ihn wiederholt in ähnlicher Lage gehört und dann hat es sich allemal um Leben oder Tod zwischen mir und dem Könige der Tiere gehandelt. Fürchtest du auch diesen Feind nicht? fragte ich den Fakir indem ich mit der Hand nach der Gegend deutete aus welcher das Rollen erklungen war. Nein überhaupt keinen und du bist bereit es mit ihm aufzunehmen? Ja lachte er ich aber mache die Bedingung dass du mich zu ihm führst. So komme ich führe dich. Ich nahm meine Büchse und sah nach der Ladung derselben. Welch ein Held du bist rief er höhnisch mit einer Hyäne zu kämpfen. Eine Hyäne? Bist du taub oder hast du die Stimme des Herren mit dem dicken Kopf noch nicht gehört? Das Herren mit dem dicken Kopf du meinst den Löwen? Wem sonst? Es war eine Hyäne. Du selbst bist taub oder so furchtsam Ich würde ihm mit dir entgegen gehen um dir zu beweisen dass er hielt inne. Das Rollen erklang von Neuem nicht viel deutlicher als zum ersten Mal. Das war ein Beweis dass das Tier sich nur langsam näherte. Aber etwas besser war es doch zu hören gewesen denn die Kamel begannen zu schnauben und der Fessara Führer rief voller Schreck Allah Kerim Gott sei uns gnädig Das war wirklich ein Löwe Der große Löwe von Aytetel Er wird uns fressen und verschlingen Ja er hat unsere Spur gefunden und auch die jenige dieses kühnen Fakir Fukara Darum hat er zweimal gebrüllt antwortete ich Nun aber wird er schweigen und sich heimlich nähern um sich einen von uns zur Speise zu holen Allah bewahre uns vor den Listen dieses geschwänzten Teufels Ah du hast Angst Wie steht es mit unserer Wette Oh Fendi diese Wette Du wolltest doch tun was ich tue Ja das werde ich auch antwortete er aber ich sah die Visionsflinte in seinen Händen beben So komm dem Löwen entgegen Bist du toll Nein wenn ich bleibe ich aber hier so ist ein Mensch verloren aber doch nicht gerade du oder ich einer wird unbedingt gefressen welcher das bleibt sich gleich es bleibt sich gar nicht gleich ob ich gefressen werde oder ob er einen anderen frisst das ist für mich ein großer Unterschied ich bitte dich doch hier zu bleiben wenn sich jeder hinter einen Kamel versteckt sind wir sicher der Löwe holt sein Opfer auch hinter dem Kamele hervor ich gehe und dieser vortreffliche Fakir Elfukara wird mich auch begleiten ist das dein Ernst Defendi fragte der Fakir du wolltest ja mit mir zum Löwen gehen oder sollte ich was du so stolz bezweifelt ist wirklich doch mehr Mut und Geschicklichkeit besitzen als so komm und du bin Fessara ich bleibe antwortete der Führer das wusste ich mit dem großen Maule bist du tapfer aber ich werde deine Visionsflinte gewinnen voilà oh Muhammed oh Abu Bekir und Osman meine schöne berühmte Visionsflinte jammerte er wenn du zurückbleibst ist sie verloren so 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 gehe ich mit Effendi immer hinter dir her geh nur voran ich komme ich komme er zitterte am ganzen leibe kam aber doch hinter dreien doch ganz genau hinter mir damit der Löwe nicht ihn sondern mich erwischen möge er dauerte mich und ich hätte ihn gern zurück gewiesen aber er hatte eine strafe verdient außerdem war ich überzeugt dass er schon nach wenigen Schritten abhanden kommen werde mehr holz in die feuer damit die flammen hochsteigen gebot ich noch dann hatte ich den kreis der menschen und kamele hinter mir von den ersackern und den gefangenen war kein laut zu hören die angst machte sie verstummen sie drängten sich um schutz zu suchen jeder eng hinter den leib eines kameles innerlich war ich wohl der ruhigste von allen wenn der augenblick der gefahr da ist hat jede vorher etwa vorhandene bangigkeit aufzuhören sonst ist man verloren der fakir el fukara hatte wohl nicht geglaubt dass seine großsprecherei solche folgen haben werde er war überzeugt gewesen es nur mit einer hyäne zu tun zu haben nun trieb ihn die angst für einen feigling gehalten zu werden hinter mir drein der fessara führer hatte ihm platz gemacht und bildete nun den letzten er sah als wir die lichtung vielleicht halb überschritten hatten am rande derselben eine bewegung im gebüsch duckte sich entsetzt hinter einem einzelnen busch an welchem wir bleibe mutig hier lauft fort um euch zu retten ja wir sollten weiter gehen um vom löwen gesehen und angesprungen zu werden während er mutig hinter dem strauche versteckt lag auch ich hatte die bewegung durch welche er so in schreck versetzt worden war bemerkt doch konnte sie unmöglich von dem löwen verursacht worden sein darum rief ich dem feiglinge zu komm nur weiter mit sonst ist über den haufen lauft nur lauft und schreit recht laut damit er angst vor euch bekommt er forderte uns jedenfalls nur aus dem grunde zum schreien auf dass wir die aufmerksamkeit des löwen auf und ziehen sollten dieser aber konnte noch nicht da sein als er zum ersten mal brüllte war er gewiss zwei englische meilen entfernt gewesen darum hatte ich mir zu meinen ironischen aufforderungen an die beiden begleiter zeit genommen jetzt mochte das tier vielleicht drei viertel dieser entfernung zurückgelegt haben da das gebrüll aus westen erklungen war hatte ich mich natürlich nach dem dort in liegenden rander lichtung gewendet und blieb da stehen um mir eine gute position auszusuchen es war vorauszusehen dass der anschleichende löwe um kein geräusch zu machen das unter holz so war vorauszusehen dass er aus derselben hervorbrechen werde ich hatte mich also in die nähe derselben zu postieren es gab da zwei sehr starke taler bäume deren stämme dicht nebeneinander standen ein üppiges sunnot gestreuch hielt den schein der feuer ab und warf einen tiefen schatten auf die stelle hier legen wir uns nieder sagte ich das ist der beste platz warum hier fragte der fakir indem er sich zu mir nieder kauerte weil der löwe da ungefähr zehn schritte von uns durchbrechen wird ala kerim warum so nah wir müssen mehr zurück vielleicht auch 50 oder 60 schritte nein je näher desto besser und sicherer ist der schuss efendi du hast den verstand verloren nein aber ich habe mehr mut als du ich höre deine zähne klappern kann ich dafür mein kind ist plötzlich ganz locker geworden zittert auch deine hand ja es geht eine große kälte durch meine arme so schieß ja nicht wenn er kommt sondern überlass ihn mir du würdest schlecht treffen oder gar nicht und dadurch die gefahr für uns verzehnfachen wollte doch Allah ich wäre nicht mit gegangen ich bin unverzagt aber die Aufmerksamkeit des Menschenwürgers absichtlich auf sich zu lenken das ist denn doch zu verwegen sprechen wir ja nicht mehr er könnte es hören wir flüstern ja nur übrigens ist er noch gar nicht da der fakir elf ukara hatte eine schreckliche angst ich hörte ganz deutlich seine zähne aufeinander schlagen und als ich ihm jetzt die hand auf den arm legte um zu fühlen ob dieser auch so bebe stieß er halten der fasara schien indessen irgendetwas vorzuhaben ich sah ihn deutlich hinter seinem strauche kauern von mir aus waren es 40 schritte bis zu ihm 80 bis zum brunnen bis wohin ich also falls der löwe dort einbrach einen sicheren treffer senden konnte er hatte erst am boden gelegen jetzt kauerte er und machte sich mit seiner visions flinte zu schaffen dabei legte er den kopf zur seite um hinter dem busche hervor zu lugen nun hob er das gewehr und richtete den lauf nach der stelle an welcher wir vorhin die bewegung bemerkt hatten was hatte er vor wollte er etwas schießen durfte ich ihn durch einen lauten zuruf daran hindern wenn ich dies auch hätte wagen wollen es wäre zu spät gewesen denn schon drückte er ab das visions gewehr krachte wie eine alte donner büchse und schlug ihn mit dem kolben so an den kopf dass er nieder stürzte er fuhr aber schnell wieder und zwar ganz empor und schrie indem er mit beiden armen freudig um sich windmühlte im jubilierenden tone ab nur ihr Allah sei preis und dank ich habe ihn ich habe ihn geschossen und getroffen dort stürzte er zusammen dort liegt er in seinem blute der fresser der mörder der menschenverwüster und herdentöter jubelt ihr männer ruft schreit und singt zu seinem ende einem ende ohne ruhm und ehre einem ende der feigheit und der schande effendi komme komme schnell herbei damit ich ihn dir zeige das gebaren des unvorsichtigen menschen war fast wahnwitzig zu nennen er gestikulierte wie ein jazaka welche seinen worten glaubten auf was hat er denn wohl geschossen auf alles mögliche aber nicht auf den löwen denn eben jetzt in diesen beaugen blicke trug die luft mir jenen untrüglich scharfen stechenden geruch welche den großen wilden arten der katzenraubtiere zehnmal zwanzigmal stärker zu eigen ist als den in menagerien und zoologischen gärten lebenden halbzamen exemplaren derselben er hat ihn erschossen wir müssen hin efendi meinte der fakir elf ukara unsinn der löwe kommt von entgegengesetzt her wir haben ihn gerade vor uns ich rieche ihn schon o allah o erbarmen o zuflucht und trost der gläubigen du ehrst dich der fasara ist der sieger und ich begebe mich zu ihm er sprang auf und fort ich hätte ihn nicht halten können selbst wenn ich gewollt hätte denn ich besaß keine zeit und auch keine hand dazu der löwe war da ich sah ihn unter den vordersten bäumen der lichten stelle erscheinen fast tageshell von den hochflackernden feuern beschienen ein über einen meter hohes ganz ungewöhnlich starkes mächtiges tier mit sehr langer und dichter dunkel gefärbter mähne ich lag im Anschlage er stand aber schlecht zum schusse und einen fehlschuss durfte ich nicht wagen zu langen erwägungen gab es keine zeit denn das tier sah den fortrannenden fakir elfukara und machte eine wendung um ihm nachzuspringen ich schrie aus leibes kräften um seine aufmerksamkeit auf mich zu lenken drehte er sich nach mir um so hatte ich besseres ziel aber er schien meinen schrei gar nicht zu hören wenigstens nicht zu beachten und schnellte hinter dem fakir her einen satz zwei sätze drei sätze er wurde vom lager aus erblickt die asaker heulten vor den sätzen auf auch der fessara zeterte als ob er im höllenfeuer brenne und dadurch aufmerksam gemacht blieb der fakir elfukara stehen und sah sich um als er das ihnen verfolgende raubtier erblickte brach er Todesangst in die knie zusammen und hob unfähig einen laut von sich zu geben die gefalteten hände empor noch drei sprünge und der löwe hätte ihn erreicht das waren nur augenblicke aber ich hatte sie benutzt meinen bärentöter in der rechten war ich aus meinem verstecke dem würger der herden nachgerannt hatte mit der linken den revolver gezogen und drückte dazu nicht schreiend sondern brüllend die sechs schüsse nacheinander ab das half der löwe hörte sie und warf sich herum ich ließ mich gedankenschnell auf das knie nieder und legte das gewehr an nun war den beiden anderen geholfen das wusste ich genau denn der löwe wirft sich unbedingt auf diejenige person welche auf ihn zielt aber was stand nun mir bevor entweder er oder ich er sprunge konnte er mich nicht erreichen er musste also zwei tun und sobald er nach dem ersten den boden berührte hatte ihn meine kugel zu treffen sonst fand ich keine zeit mehr zu dem wahrscheinlich nötigen zweiten schusse es waren höllische momente da die gewaltige katze keinen laut von sich gab jetzt schnellte sie in die höhe die vorderpranken weit auseinander gestreckt zwölf schritte vor mir kam sie zur erde nieder und erhielt den ersten schuss ein ruck als ob einen stoß von vorn bekommen hätte ging durch den körper des löwen er war gut getroffen worden aber die einmal angespannte kraft des willens und der muskeln wirkte noch fort der mächtige körper flog wieder empor und auf mich zu musste mich genau erreichen aber bevor dies geschehen konnte traf ihn meine zweite kugel in der luft und ich warf mich weit zur seite in dem ich das gewehr fallen ließ und das messer aus dem gürtel zog dieses letztere zum stoße zückend drehte ich mich blitzschnell wieder um und sah dass eine solche verteidigung glücklicherweise nicht notwendig war der Löwe lag auf dem rücken bewegte sich die beine krampfhaft an den leib gezogen einmal nach der rechten und einmal nach der linken seite blieb da liegen und streckte dann blutigen schaum im halb geöffneten rachen in einer letzten bewegung die vier pranken weit von sich er war tot und ohne dass es der bestätigung durch eine lange untersuchung bedurfte er sah ich aus diesem Erfolge dass die beiden kugeln da saßen wohin ich sie dennoch wagte ich es noch nicht das tier zu berühren denn es ist vorgekommen dass ein scheinbar toter löwe mit mehreren kugeln im kopf wieder aufgesprungen ist ich hob mein gewehr wieder auf lud es und stieß den löwen dann mit den läufen an hätte er noch Leben verraten so konnte ich ihm auf diese Weise noch zwei kugeln geben ehe er aufzuspringen vermochte aber er noch am boden kniete und der fessara noch immer schreiend an seinem busche stand die asaka hatten ihr heulen eingestellt da sie sich nicht mehr bedroht sahen ich ging auf den ersteren zu fasste ihn am arme um ihn aufzurichten und sagte was kniest und betest du noch der menschenfresser ist tot tot ahmte er wie geistesabwesen das letzte Wort in meinem tone nach ja tot du hast nichts mehr zu befürchten hamdu lila dieses eine Wort sprach er noch aus dann stand er auf und ging fort ohne sich um den löwen zu bekümmern in den wald hinein eine für mich gewiss sehr sonderbare weise sich mit dem lebensretter abzufinden der fessara hatte meine worte gehört und fragte es ist wirklich gewiss dass er tot ist ganz gewiss kann man ihn besehen und befühlen natürlich so werde ich die asaka rufen damit sie unsere triumph verpreisen mögen unsere triumph hatte er gesagt nun ich war neugierig den von ihm erlegten löwen zu sehen zunächst wurde der meinige in augenschein genommen aber nicht eilig und in stürmischer freude kamen die gefährten herbei sondern zögernd und still die dimensionen des löwen körpers waren selbst es meiner mehrmals wiederholten versicherung bedurfte ehe ein askarius wagte den kopf der tierleiche zu fassen und von einer seite auf die andere zu legen als man sich auf diese weise überzeugt hatte dass allerdings keine gefahr mehr vorhanden sei verwandelte sich die zaghafte stille in eine Szene übermütiger lebhaftigkeit der Fassara Führer machte den Anfang dazu indem er sich zum Redner reis sei Allah und heil den Propheten dieser Tag ist ein Tag des Triumphes bestätigt es ihr Gläubigen ja heil preis triumph schrien die Asaker welche alle herbeigekommen waren nur Benil der Pflichtbewusste befand sich bei den Gefangenen um dieselben zu überwachen ihr hörtet vor der Sprecher fort von dem Löwen von Eiteitell welcher sein Maul aufsperrte und in jeder Woche einen Anhänger des Propheten verschlang bestätigt es ihr Freunde und geführten den beider Helden dieses Tages wir bestätigen es erklang die Antwort unter den beiden Helden waren jedenfalls ich und er gemeint er sprach weiter am Bauche des Herren mit dem dicken Kopfe liegen viele hundert Muslimin begraben vielleicht hat er auch zuweilen einen Ungläubigen verschluckt was ihm bereitete heute kam er nach diesem Brunnen um seine Verbrechen fortzusetzen da aber entbrannte der Zorn der Kämpfer und der Grimm der berühmtesten Recken in Afrika sie nämlich der Effendi und ich machten sich auf dem Fresser entgegen ruft ihnen Heil und Ruhm zu ihr Zeugen der Taten Heil Ruhm Heil er tönte es ringsum der Bürger der Lebendigen kam nicht allein sondern er brachte sich einen gottlosen Gefährten seiner Schandtaten mit dieser Gefährte dessen Seele Allah in den Körper eines lahmenden Hundes fahren lassen möge hatte die Verwegenheit sich mir gegenüber aufzustellen mich überkam die tapfere Begierde der Vertilgung dieses Ungeheuers und ich vertrieb es aus dem Lande der Lebenden denn ich legte meine Visionsflinte an und schoss es über den Haufen es liegt dort am Rande des Gebüsches umleuchtet von den Strahlen meines Heldentumes und ich werde es euch nachher zeigen damit ihr rufen könnt Schmach und Schande über ihn mich aber den Sieger preiset mit einem dreimaligen Triumph Geschrei seine Aufforderung wurde Folge geleistet dann fand er es für angemessen sich auch mit meiner Person zu beschäftigen Da ich das lebendige Grab so vieler Gläubiger erschossen habe sind mir die Uhr und das Fernrohr zuzusprechen denn ich habe sie gewonnen da ich ganz dasselbe tat was der Effendi tat ich erlegte gerade so wie er einen vierfüßigen Herren mit der Stimme die dem Donner gleicht ja ich erlegte den meinigen sogar noch er als er den seinigen dieser liegt hier unter meinen Füßen hingestreckt in seiner eigenen Haut welch ihm lebendig vom Leibe hätte gezogen werden sollen der Fendi brauchte zwei Schüsse um ihn zu töten während bei mir nur eine Kugel nötig war dennoch soll auch diesem Sieger die Belohnung werden ruft auch ihm ein dreimaliges Heil zu Heil 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 wurde mir gebracht so sind also nun die Helden und Sieger geehrt und es ist das Recht der Besiegten Schlagt diesen Mörder des Menschengeschlechtes Stoßt ihn Kneipt und zwickt ihn Zerrt ihn am Schwanze und bei den Ohren Sagt ihm die Namen welche ihm gebühren damit seine feige Seele in unendlicher Scham versinke und ersticke Macht euch über ein Heer Rauft ihm die Haare aus Zerreißt sein Fell damit seines gleichen sich ein warnendes Beispiel nehme und sich nicht mehr Ich habe gesprochen Preis sei den Siegern Heil 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 Es stieg während die Ersacker an seinen Ruf einstimmten von dem Löwen herab auf welchen sich nun alle warfen Das tote Tier wurde mit Händen und Füßen so bearbeitet dass ich gezwungen war Einhalt zu gebieten um das schöne Fell zu retten Ich erreichte das am schnellsten dadurch dass sich das allgemeine Geschrei mit meiner Stimme übertönte Auf auf ihr Gläubigen diesem Würger von A Taitel ist nun der Schande genug gebracht worden Lasst uns jetzt den berühmten Löwen aufsuchen welchem unser Ben Fessara das Leben nahm Meine Seele ist begierig sich an seinem Anblicke zu erfreuen Oh du wirst dich unendlich freuen Effendi antwortete der genannte Mein Löwe ist fast noch einmal so groß wie der Deinige denn sein Kopf ragt noch über die Büsche empor an denen er steckte ich habe meine Wette gewonnen und du wirst mich nicht um den Gewinn betrügen wie ich auch dir den Deinigen sofort ausgehändigt hätte ich stelle mich an eure Spitze ihr Männer folgt hinter mir und bildet den Triumphzug nach dem Platze des Kampfes an welchem mein Ruhm den ersten Preis Faisara jetzt einer ebenso großen wie unvermeidlichen Blamage entgegenging ich erriet jetzt wer oder was sein Uwe war dessen Kopf noch über die Büsche empor geragt hatte unsere Kamele lagerten am Brunnen aber das jenige des Fakir el Fukara welches es freigegrast hatte war nicht mehr zu sehen es war die jungen Zweige von den Büschen fressend zwischen dieselben eingedrungen und von dem einen Helden dieses Tages für den Löwen gehalten und er oder doch wenigstens angeschossen bauten der Zug setzte sich still in Bewegung man musste wieder vorsichtig sein da man noch nicht wusste ob der zweite Löwe tot oder nur verwundet war je mehr man sich der Stelle näherte desto langsamer schritt er Faisara voran er blieb endlich gar stehen und wendete sich rückwärts an mich effendi du bist doch überzeugt von meiner Heldenhaftigkeit vollständig denn du hast das größte und berühmteste Tier der Wüste erlegt leider aber befürchte ich dass der Fakir Elfukara dir nicht dafür danken wird das erwarte ich auch gar nicht der nicht von meinem Löwen sondern von dem deinigen bedroht wurde er mag seinen Dank also an dich richten dieser mein Löwe aber bedrohte den Brunnen mit allen Asakern und Gefangenen und dies ergibt für mich einen weit größeren und zahlreicheren Dank als denjenigen den du nur allein von dem Verkehr zu erwarten hast jetzt aber komm und schreite du voran ich weiß dass du schärfere Augen hast als ich du irrst ich sehe zu Zeiten sehr schlecht und dann kann es mir leicht passieren dass ich einen Löwen für einen Kamel halte welch eine Kränkung für dich wenn mir gerade heute und hier ein solcher Irrtum wieder führe du bist der Sieger gehe nur du voran er musste sich fügen aber mit seiner Mut schien es zu Ende zu sein denn er bewegte sich in einer Weise vorwärts als ob er auf Eiern gehe von denen er kein zertreten durfte schon nach sechs oder sieben Schritten blieb er widerstehen deutete vorwärts und meldete mit sehr unterdrückter Stimme ala Kerim dort liegt er ich sehe zwei seiner Füße welche sich bewegen Effendi was ist zu tun nur immer drauf aber er beißt er ist noch nicht tot sondern wohl nur verwundet so tritt hinzu und gib ihm noch eine Kugel freilich verkürzt das deinen Ruhm da du dann nicht mehr behaupten kannst ich hätte eine Kugel mehr gebraucht als du auf diesen Ruhm kommt es mir ja gar nicht an das will ich dir beweisen aber ich habe nur eine Kugel in meiner Flinte dein Gewehr aber ist zweiläufig du bist also weit besser als ich im stande dem Fresser voll Endstinger raus zu machen tue es Fendi ich räume dir den Vortritt ein meine Bescheidenheit gestattet mir nicht deinen Wunsch zu erfüllen das ist sehr schön von dir Fendi aber oh Allah er bewegt die Beine wieder und hörst du das schnauben er ist zornig ich stelle mich hinten an er hüschte an mir und den asakern vorüber und suchte hinter denselben sicherheit vor dem vermeintlichen löwen dieser hatte allerdings ein hörbares lebenszeichen von sich gegeben aber es war nicht das hornige schnauben eines angegriffenen wilden tieres sondern das schmerzliche röcheln eines verwundeten kameles auch die asaka wichen erschrocken zurück ich blieb stehen und sagte zu dem Fessara gut ich bin bereit an deiner stelle die gefahr von euch abzuwenden aber nur unter einer bedingung ich werde ihn umschleichen und nach dir zu heraustreiben dann hast du wenn er sich auf dich wirft einen herrlichen schuss ich tat einige schritte als nicht die hinter pranken eines löwen sondern die füße eines kameles du irrst dich deine augen sind schlecht du hast es ja selbst gesagt dass du zuweilen einen löwen für einen kamel hältst und du ein kamel für einen löwen du sollst sofort den beweis dafür haben ja dieses tier war bedeutend höher als der löwe welchen ich geschossen habe es war aber kein Löwe sondern das kamel des fakir el fukara da schaut her ich ging hin und schob mit dem gewehre die zweige auseinander da sahen sie das kamel liegen es war an das rechte hinterbein geschossen nun war es mit der angst der sacker plötzlich vorüber sie drängten sich herbei und brachen in ein schallendes gelächter aus welch ein löwe welch ein grausiges untier rief so würde dieser menschenfresser uns alle verschlingen ja der fessare hat uns aus einer entsetzlichen gefahr befreit er hat uns allen das leben gerettet er ist der berühmteste löwenjäger im ganzen lande erhebt eure stimmen ihr Männer um ihn zu preisen ruft dreimal heil 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 über ihn heil 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 lachten und jubelten sie der gepriesene antwortete nicht und entzog sich den weiteren huldigungen indem er davon rannte und sich in das gebüsch versteckte das kamel konnte nicht auf denn der rechte schenkelknochen war ihm zerschmettert es musste getötet werden eben kehrte sein besitzer der fakir el fukara aus dem walde zurück er kam zu mir gab mir die hand und sagte so dass es alle hörten fendi verzeih mir dass ich dich stehen ließ ohne dir zu danken es war zu schrecklich ich hatte zu viel gewagt meine glieder klapperten und meine seele zitterte mir am leibe der fresser hatte es auf mich abgesehen und ohne dich wäre ich von ihm zerrissen worden das entsetzen hat mir die sprache geraubt so dass ich dir kein wort sagen konnte ich entwich in das dunkel des waldes um im stillen Allah zu preisen nun kann ich wieder reden und sage dir dank du bist mein freund und bruder die feindschaft mit welcher ich dich betrachtete ist verschwunden und ich wünsche dir den beweis geben zu können dass meine Gesinnung gegen dich sich vollständig umgewandelt hat willst du mir verzeihen gern antwortete ich indem ich ihm die hand schüttelte so sage mir wie ich dir dienen und dir einen großen gefallen erweisen kann dessen bedarf ist nicht du wusstest es nicht was es heißt von dem herren mit dem dicken kopfe angegriffen zu werden ich habe es dir gezeigt und bin nun befriedigt würdest du es noch Bei seinem Anblick erstarrt einem das Blut im Leibe und es ist als ob einem alles Fleisch von den Knochen falle das ist die Furcht die Angst warum bin denn ich ganz ruhig geblieben hätte auch ich mich gefürchtet so wäre es sehr schlimm geworden ja Effendi es ist mir unbegreiflich wie du es wagen konntest den Löwen zu veranlassen sich von mir zu wenden um sich auf dich zu werfen und obendrein nachdem ich mich so feindselig gegen dich verhalten hatte schreibt dir das etwa deinen Glaube vor nein ein guter Christ wird allerdings seinem ärgsten Gegner gern verzeihen denn Christus der Sohn Gottes hat uns sogar geboten unsere Feinde zu lieben aber dass ich um einem Moslem das Leben zu retten mich selbst von dem Löwen zerreißen lassen soll das gebetet mir mein Glaube nicht ich habe hier weniger als Christ als vielmehr als Mann gehandelt als einen Schütze ein Jäger den selbst der Wirker der Härten nicht aus der Fassung bringen kann als unerschrockner Mann habe ich den Löwen erschossen als Christ bin ich bereit mich mit dir zu versöhnen das ist es bleibt sich gleich ob du mich als Mensch oder als abtragen kann es ist von keiner Schuld die Rede ich hätte das Tier auf alle Fälle erlegt dass ich es von dir ablenken musste um gut zum Schuss zu kommen das war nur ein Zufall welcher dich zu nichts verpflichtet ich werde mir das Fell des Löwen nehmen und bin mit diesem Lohne vollständig zufrieden das ist mir nur dann begreiflich wenn ich annehme dass du Ich werde nachdenken und hoffe eine Gelegenheit zu finden dir einen Dienst zu leisten den du anzunehmen gezogen bist doch weißt du noch gar nicht wen du gerettet hast später wenn du weiteres von mir hörst wirst du erkennen dass dir Al-Islam und der ganze Orient verbunden ist da liegt mein Kamel was ist mit ihm geschehen der Fessara hat es angeschossen weil er es für einen ja es kann nicht auf und wenn du es mir erlaubst so werde ich es durch einen Stutz von seinen Qualen erlösen warum willst du das kostbare Pulver und Blei verschwenden lass es liegen es wird von selbst sterben das würde grausam sein ein Tier ist ebenso Gottes geschöpft wie der Mensch tue was du willst ich habe nichts dagegen aber was fange ich nun ohne Reittier an soll ich laufen nein ich werde dir eins von den erbeuteten kamelen schenken jetzt wollen wir den löwen nach dem brunnen schaffen damit ich ihm das Fell nehmen kann ich gab dem Kamele den Gnadenschuss dann gehörten acht Asaka dazu den mächtigen Körper des Löwen vorzuschleifen er wurde nach einem der Feuer gebracht wo ich ihm den gelbbraunen Rock auszog wie Bernil sich ausdrückte natürlich sprach man nur von dem Löwen und alles andere ruhte der Fessara kam in sehr niedergeschlagener Haltung herbei und wurde mit ironischen Lobpreisungen überschüttet er ließ sie über sich ergehen ohne ein Wort zu erwidern und das war das beste was er tun konnte er legte seine berühmte Flinte weg und sagte hier liegt sie geben kann ich sie dir bist du wirklich so grausam mich ihrer zu berauben so nimm sie weg ja ich nehme sie denn sie ist mein rechtmäßiges und wohlverdientes eigentum er hatte auf meine nachsicht gerechnet als er sie jetzt in meinen Händen sah schluck er die seinigen über dem Kopf zusammen und weh klagte oh Allah oh Himmel oh tiefes Herzeleid meiner Seele nun bin ich den Ruhm meiner Ahnen des Vermächtnisses meiner Vorfahren beraubt und darf mich nie wieder in den Dorf an meines Stammes sehen lassen wo ich erscheine wird man mit Fingern auf mich deuten und über mich rufen das ist der Mann der das Kleinod seines Stammes verspielt um die Ehre seiner Vorfahren verwettet hat Schande über ihn mir bleibt nichts übrig als in Tränen zu zerlaufen und mich in Zähren aufzulösen mein Herz schwimmt in der Flut des Gram und mein Leben taucht unter in das Wasser des Seelenschmerzes O Allah 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 Es fiel mir nicht ein die Flinte zu behalten Ich nahm sie nur für einst Weilen weg um ihn für seine Prahlereien ein wenig büßen zu lassen Das konnte ihm nicht schaden Er streckte sich lang auf den Boden aus verhüllte mit dem Kopftuche sein Gesicht und verhielt sich von jetzt an vollständig schweigend desto lauter und lebhafter waren die Asaker welche nicht müde werden konnten das Löwen Abenteuer immer von Neuem zu besprechen sie taten das in ihrer überschwänglichen orientalischen Weise und wenn ich nach ihren Ausdrücken beurteilt werden sollte so war ich nicht nur der größte Held der Erde sondern überhaupt ein Mann wie es noch nie einen gegeben hatte und auch später niemals einen geben könne Als dann erst gegen Mitternacht dieses Thema erschöpft zu sein schien hielt Benil es für an der Zeit auf das sein ige zurück zu kommen Er verlangte die Bestrafung des alten Emirs Abde Assel Er war durch den Angriff des Löwen unterbrochen worden und drang nun darauf dass die Angelegenheit Vorhin trat ich auf um das Leben dessen den ihr richten wollt zu verteidigen denn er ist mein Freund wir kennen uns noch viel näher als du wissen kannst und ahnst ich sehe aber ein dass ich zu schwach gegen euch bin mein Gewehr würde ihm nichts nützen du bist ja wie du auch gesagt hast ganz allein imstande es mit zehn Fukara aufzunehmen ferne hast du mich vom Löwen errettet und ich bin der Dankbarkeit schuldig darum will ich dir nicht widerstehen ich mische mich also nicht in diese Angelegenheit aber meine Augen dürfen nicht den Tod meines Freundes erblicken und darum werde ich mich zurückziehen bis es vorüber ist er ging fort über den Kreis der Kamele hinaus und mir und fragte also du erlaubst dass ich jetzt Rache nehme Fendi ja ich antworte dir so wie ich dir bereits geantwortet habe wenn du es für deiner würdig hältst einen schwachen sogar gefesselten Kreis der sich nicht wehren kann niederzustechen so tue es ich weiß was ich meiner Ehre schuldig bin und werde dir zeigen that ich danach handeln werde tue was du willst der alte ist in deine hand gegeben er gehört nur dir kein anderer darf sich an ihm vergreifen darauf sind Jasaka eingegangen was du tust ist endgültig das will ich hiermit nochmals in aller Bestimmtheit erwähnt haben aber ehe du Rache nimmst habe ich noch mit ihm zu sprechen ich ging mit ihm zu Abde Assel welcher alles gehört hatte und als er wohl wusste was ihm drohte die Züge seines Gesichtes waren starr und unbewegt so dass man nicht erraten konnte was in ihm vor ging ob er Angst fühlte oder nicht du weißt was dir bevorsteht sagte ich mache deine Rechnung mit dem Leben und mit Allah ab wer mich tötet ist ein Mörder antwortete er in einem Tone welcher wie das Zischen einer angegriffenen Schlange klang denke und sage was du willst es kann dich nicht mal retten und du wirst in wenigen Augenblicken über Esirat die Brücke des Todes gehen erleichtere dein Gewissen dann wird Allah vielleicht gnädig sein ich bedarf keiner Gnade Ungläubige und deren Anhänger auszurotten ist keine Sünde sondern ein Verdienst welches Allah belohnt bleibe meinetwegen bei dieser deiner Ansicht wenn du den Tod durch das Messer für einen Lohn hältst so kann ich nichts dagegen haben du hast nicht nur mir dem Christen sondern auch meinen Gefährten nach dem Leben getrachtet und diese sind Muslimin ferner weißt du dass der Res Effendina vernichtet werden soll das kannst du nicht vor Allah verantworten und ich fordere dich auf diese Schuld von dir fernzuhalten indem du mir sagst in welcher Gefahr erschwebt da ging ein höhnisches grinsen über sein Gesicht er spuckte aus und antwortete ich speie dich und den Tod an denn ich fürchte weder dich noch ihn meine Tage sind bei Allah verzeichnet und ohne seinen Willen kannst du mir nicht eine Minute meines Lebens rauben hat er bestimmt dass ich jetzt hier sterben soll so kannst du es nicht verhüten es wird mir versuch es doch wie ich dich verlache werde ich dir beweisen indem ich eingestehe ja der res ephendina befindet sich in einer großen Gefahr er ist verloren und mit ihm alle die sich bei ihm befinden nun weißt du genug er wird der Gefahr zu entgehen wissen wie wir euch entgangen sind nein eine Rettung ist für ihn unmöglich er und seine Leute werden dafür vernichtet werden dass er unsere Gefährten am Brunnen des Vard Albert niederschießen ließ ja wenn du wüsstest was ihm droht du würdest ihm vielleicht helfen denn du bist ein frecher Satan der nur von Gefahren zu leben scheint aber du wirst es eben nicht erfahren wie nun wenn ich dich so lange peitschen lasse bis du redest ich werde dennoch schweigen oh die Schmerzen berühmte Klugheit im Stiche lässt du mich schlagen so werde ich dir irgendeine Antwort geben kannst du aber wissen ob sie wahr ist oder nicht ich denke dass ich dies gar wohl zu beurteilen vermöchte aber ich werde dennoch darauf verzichten nicht schlagen zu lassen ich würde mich schämen einen alten gebrechlichen Mann zu peinigen welcher schon am Rande des Grabes steht schmähe mich nicht ich bin nicht gebrechlich und wenn ich nicht dein Gefangener wäre so würde ich dir das beweisen tötet mich ihr Hunde aber ich werde schweigen gut soll er seinen Willen haben meinte Ben Neil zu erfahren was dem Res Effendina droht dazu sind wir auch ohne die Mitteilung dieses alten Mörders klug genug er mag also zur Hölle fahren der Jüngling kniete neben ihm nieder öffnete ihm vorne das Gewand und setzte ihm die Spitze des Messers auf die Brust Abdel Assel schien nicht erwartet zu haben dass man doch ernst machen werde er schrie jetzt freilich in erschrockenem tone halt ein bedenke dass ich ein heiliger verkirr bin an dem sich niemand vergreifen darf Allah würde diesen Mord mit den ewigen qualen der Hölle an gerechen ein immer als der Löwe welchen wir erledigt haben und wie kann Allah deinen Tod an mir rächen der du gesagt hast dass du nur mit seiner Erlaubnis sterben würdest wenn ich dich jetzt ersteche so geschieht es mit seinem Willen und auf seinen Befehl also fahr hinab in die Hölle wo alle Millionen Teufel dich mit Freude erwarten es stach ihm die Spitze des Messers langsam seine ganze bisher verhaltene Todesangst zeigend nein nein ich mag nicht sterben ich will und kann nicht sterben verschone mich verschone mich schau alter Feigling wie du dich verstellen konntest jetzt bricht das Entsetzen über dich herein sagte Benil Gnade Gnade lass mich leben vielleicht schenke ich dir das leben nenne mir aber die gefahr welche dem rese efendina droht ich sage es dir ich sage es dann schnell schnell heraus damit sonst stoße ich zu er wird in ikartum vergiftet von wem von 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 dem musabir von dem gaukler also der uns am effendi wiederholt nach dem leben trachtete wie will er die tat ausführen er hat einen askeri welcher bei den leuten des res effendina faran ist bestochen er gibt ihm gift welches der faran in den teig tut wenn er für den res effendina kisra beckt willst du schwören dass du damit die wahrheit sagst bei Allah beim propheten und bei dem leben und lehren aller kalifen sieh wie schnell ich erfahren habe was du uns nicht sagen wolltest nun werden wir sofort einen eilboden absenden um dem kommandanten zu warnen die todesangst hatte den verschlossenen mund geöffnet aber ich will dir nun zu deinem ärger sagen dass du mir dieses geständnis eigentlich gar nicht zu machen brauchtest da es mir nicht einfällt meine Ehre zu beschmutzen indem ich einen alten gefesselten Mann dann auch dazu ein solcher Feigling erste steche ja ich will Rache nehmen aber den Gegner nicht abschlachten Allah soll entscheiden zwischen mir und dir ich will kämpfen doch nicht mit dir denn ich bin jung und kräftig suche dir einen deiner Männer aus ich werde ihn losbinden und ihm ein Messer geben auch ich bewaffne mich mit dem Messer dann kämpfen wir auf Leben und Tod besiegt er mich so bist du gerettet Kriegsal auch zu erleiden Wendi ich hoffe dass du mir deine Erlaubnis nicht versagst das war brav sehr brav von dem wackeren Kerl aber der Ausgang des Duells Benil war mutig und für seine Jahre auch ungewöhnlich stark und gewand aber ob ich ihm dem Sieg zutrauen dürfe das wusste ich nicht es verstand sich von selbst dass der Alte den besten Krieger auswählen werde aber durfte ich mich weigern meine Zustimmung zu erteilen nein Benil konnte tun was ihm beliebte ich machte ihm zwar eine halblaute Vorstellung doch antwortete er sorge dich nicht um mich Effendi ich weiß was ich tue du hast mich noch nicht in einem solchen Kampfe gesehen und magst also für mich fürchten ich sage dir aber dass ich nicht eine Spur von Angst empfinde man wird dir den kräftigsten Mann gegenüber stellen bedenke das das ist mir lieber als wenn ich mich mit einem Schwächling messen soll also stimmst du bei ja halte dich wacker sei nicht voreilig und blicke ja nicht auf das Messer sondern in das Auge deines Gegners suche dich auch so zu stellen dass das Licht ihn vorn dich aber hinten trifft was ich nicht erwartet hatte der alte wählte den angeblichen gelabi es gab unter den gefangenen welche die länger und stärker gebaut waren als er vielleicht besaß er eine größere gewandtheit und erfahrung im einzelkampf vielleicht auch hatten sie irgendeine hinterlist verabredet sie lagen nebeneinander und es war mir nicht entgangen dass sie heimlich miteinander gesprochen hatten ich nahm mir vor mich auf alle fälle bereit zu halten als dem gelabi die fesseln abgenommen worden waren bekam er ein messer in die hand er reckte und dehnte sich und rieb sich die beine um sie die gebunden gewesen waren wieder geschmeidig zu machen wir entkleiden uns und kämpfen nur in der Hose und mit nacktem Oberkörper sagte ihm Ben Neil warum bleiben wir doch wie wir sind nein wie ich sagte so wird es gemacht der gelabi widersprach noch einige mal musste sich aber fügen warum wollte er sich des Obergewandes nicht entledigen ohne dasselbe war doch leichter zu kämpfen wollte er fliehen Ben Neil fuhr fort also wenn du mich tötest erhält Abdel Assel das Leben töte ich aber dich so stirbt er auch sofort unter meinem Messer du hast also nicht nur dein Leben sondern auch das sein ige in der Hand also sage ob du bereit bist ich bin bereit es kann beginnen sie standen mitten in unserem kreise einander gegenüber bestimmte regeln waren nicht gegeben worden doch erteilte ich dem gelabi noch die kurze warnung nimm deine beine in acht dies so sagen ist überflüssig lachte er das Leben wohnt im herzen er wird mich also nicht in die beine stechen wollen er beachtete es nicht dass ich meinen henry stutzen so an mich zog dass ich ihn augenblicklich anlegen konnte also jetzt meinte benil komm heran das fiel dem anderen gar nicht ein keiner wollte den ersten stich versuchen sie bewegten sich einige mal im Kreise in den sie sich fest in den Augen behielten da sprang der gelabi auf benil ein und dieser wich zur seite um den messerstoße zu entgehen aber der angriff war nur eine scheinbewegung gewesen denn kaum war benil zur seite gewichen so schnellte der gelabe an ihm vorüber sprang über die köpfe zweier ihm im weg sitzenden asaka weg und rannte zwischen den kamelen hindurch um den Wald zu erreichen meine hatte ich das gewehr angelegt und drückte ab noch ehe er drei vier teile des weges zurückgelegt hatte er stürzte vornüber raffte sich schnell auf brach aber wieder zusammen ich hatte nach dem beine gezielt und es getroffen erschießen wollte ich wobei sie freilich nicht sehr rücksichtsvoll mit ihm verfuhren als er vor mir niedersank sagte ich du lachtest mich aus als ich warnte und doch hatte ich recht als ich dich aufforderte auf deine Beine acht zu geben du erkennst von neuem dass es nicht allzu leicht ist einen christlichen Effendi zu überlisten ich untersuchte das Bein die Kugel steckte nicht mehr drin sie hatte das Schienbein zerschmettert ich gab ihm einen Notverband wir müssen den Hund doppelt festbinden und ihn in unserer Mitte behalten meinte Ben Neil nein antwortete ich bald wird er das Wundfieber bekommen und wenn er dann zu schwatzen beginnt stört er uns im Schlafe tragt ihn da hinüber nach den beiden Kafala Bäumen setzt ihn an dem einen nieder und bindet ihn so mit dem Rücken an dem selben fest dass er auch den Kopf nicht bewegen kann indessen mag Abdel Assel einen anderen Mann bestimmen welcher mit ihr kämpfen kann dieser Befehl kam meinen Leuten wohl sonderbar vor doch führten sie ihn aus ohne eine Gegenbemerkung zu machen sie wussten dass ich bei allem was ich tat selbst wenn es scheinbar unerklärlich war doch einen bestimmten Zweck verfolgte und weil ich einen solchen auch jetzt hatte war meine Kugel nur in das Bein des Flüchtlings gerichtet gewesen die Flucht dieses Mannes war mir sehr begreiflich er hatte Ibn Assel den Sklaven Räuber den Sohn des Alten aufsuchen sollen um ihn zu benachrichtigen dass der Angriff gegen uns verunglückt sei und er in Folge dessen kommen und die Gefangenen befreien sollte Der Alte war ergrimmt über das Nicht Gelingen dieses Planes Das sah ich in seinen Augen Er wählte einen anderen Mann zum Kampfer aus und dieser schien allerdings mehr zu fürchten zu sein als der Jalabi welcher vorhin nur erwählt worden war weil er höchst wahrscheinlich ein guter Läufer war Der jetzige Gegner Ben Nils hatte fast die tief dunkle Farbe eines Negers Seine Brust war breit und sein Knochenbau sehr kräftig Trotzdem zeigte sich Benil nicht im geringsten beunruhigt Sie standen ungefähr fünf Schritte voneinander ganz still und bewegungslos Keiner ließ den Blick von dem Auge des anderen Da plötzlich tat der Schwarze einen weiten tiger artigen Sprung auf Benil zu und holte zum Stoße aus Er hatte ihn überraschen vollständig überrumpeln wollen Der Jüngling aber wich blitzschnell zur Seite tat einen kurzen Quersprung kam dadurch ehe dieser sich umdrehen konnte hinter den Schwarzen und stieß ihm das Messer bis an das Heft in den Rücken Der Getroffene stürzte da wo er stand nieder Die Klinge war ihm wie sich nachher zeigte von hinten in das Herz getroffen Das war herrlich das war prächtig gleich der erste Stoß hat ihn gefällt wer konnte das dir Benil du Sohn der Tapferkeit zutrauen dieser wendete sich sehr ruhig an mich Fendi siehst du nun dass du keine Angst um mich zu haben braucht ich hätte diesen Mann erlegt und wenn er doppelt größer und stärker gewesen wäre mein Auge ist scharf meine Hand ist sicher und mein Herz kennt keine Unruhe welche den Blick verdunkelt gehört mir nun Abde Assel auch Ja antwortete ich sehr wissbegierig was er nun machen werde Im Falle dass er ihn wirklich erstechen wollte musste ich um Aufschub bitten Er beugte sich zu dem Schwarzen nieder und zog ihm das Messer aus dem Rücken die blutige Klinge betrachtend schüttelte er leise den Kopf und sagte dann Du hast recht Effendi Es ist etwas sehr verantwortliches einen Menschen zu töten Dieses Blut ist mir widerwärtig Glaubst du dass der Res Effendina den Alten dessen Leben mir gehört auch streng bestrafen würde Auf das allerstrengste natürlich So möchte ich ihm das Leben schenken Dieser Schwarze hat für den Alten gekämpft und ist für ihn gestorben Darum will ich mich mit dem was Ich freue mich sehr solche Worte von dir zu hören Dein Entschluss macht dir mehr Ehre als du von dem Tode ab der Assels haben würdest Aber ich verlange dass er später auf das strengste bestraft wird Ich werde dafür sorgen dass dies geschieht und damit er jetzt nicht wieder irgendeinen Fluchtversuch veranlassen kann schafft ihn hinüber zu dem Jalabi und bindet ihn an den zweiten Warum lässt du diese beiden Kerls dorthin bringen Hier hätten wir sie doch sicherer Das ist wahr Wir werden sie auch wiederholen Aber vorher will ich erfahren was man gegen den Res Effendina vorhat Das weißt du doch Nein Denn das mit dem Gifte und dem Bäcker war eine Lüge Geh jetzt hin und setze dich als Wächter zu ihnen Ich werde mich hinter sie schleichen und sprechen Er ging und setzte sich bei den beiden anderen nieder Die Kafala Bäume standen seitwärts von unserem Lager eng nebeneinander und die zwei Gefangenen waren in der Weise dass sie nach uns blickten an die Stämme gebunden Sie konnten jeden der Aufstand deutlich sehen nicht aber wenn wir saßen entscheiden ob einer von uns fehlte oder nicht Darauf baute ich meinen Plan Mehrere Asaka mussten um die Leiche des Schwarzen eine dichte Gruppe bilden und so tun als ob sie sich über denselben unterhielten Diese Gruppe bot mir Deckung zu meiner unbemerkten Entfernung Als sich die Leute aufgestellt hatten ging ich fort Die beiden Gefangenen saßen rechts unter den Bäumen Ich entfernte mich nach links und gerade in der Mitte standen die Asaka sodass die Ersteren mich unmöglich sehen konnten Erst als ich den Wald erreicht hatte setzten sich die Soldaten nieder um bei meiner Rückkehr dasselbe zu tun Ich ging gedeckt von Bäumen und Sträuchern am Waldesrande hin bis ich einen Halbkreis beschrieben hatte und den beiden Gefangenen also in den Rücken gekommen war Dann schlich ich auf sie zu erreichte sie und legte mich hinter ihnen nieder Benil hatte mich natürlich kommen sehen denn er saß mit dem Gesicht in mir entgegen Als er sah dass ich auf meinem Lauscherposten lag stand er auf ging einige Male hin und her und entfernte sich dann langsam wie einer welcher aus Langeweile einen kurzen Gang unternehmen will Das fiel nicht auf und brachte die von mir beabsichtigte Wirkung hervor denn der Jalabi sagte zu Abderassel Schnell schnell ehe er wiederkommt was haben wir zu besprechen Nichts gar nichts knurrte der Alte ingrimmig Aber wir müssen doch einen Plan fassen Ich weiß keinen Allah verdamme diesen siebenmal verruchten Effendi in den tiefsten Abgrund der Hölle hinab Wenn du nur entkommen wärst Wie schnell konntest du bei der Jeziree Hassania sein und meinen Sohn benachrichtigen Er wäre mit seinen Leuten nie abwärts gefahren und uns von Makaui oder Katena aus wo er das Schiff zurückgelassen hatte entgegen gekommen um uns zu befreien Jetzt ist das vorüber Sollte es denn keine andere Rettung geben Denke doch an den Fakir El Fukara Wie oft hat er Geschäfte mit uns gemacht und großen Gewinn dabei gehabt Dass er hier zufällig am Wasser eintraf ist vielleicht ein Glück für uns Er wird alles mögliche tun um uns zu retten Das ist vorbei Der Christenhund hat ihm das Leben gerettet und so wird er ihn in Ruhe lassen Persönlich und direkt wird er ihm nichts tun aber auf mittelbare Weise kann er uns helfen Wenn er wüsste dass dein Sohn sich auf der Jeziree befindet ist zu erwarten dass er ihn benachrichtigen würde Du solltest mit ihm sprechen Man wird es nicht erlauben und wenn es erlaubt wird steht der Effendi jedenfalls dabei um alles zu hören Was tut das Zwei oder drei Worte in der Schiluk Sprache sind schnell gesagt Der Effendi kennt diese Sprache jedenfalls nicht Der Fakir El Fukara aber kennt sie und weiß dann jedenfalls woran er ist Das ist richtig und ich werde also den Versuch machen Gelingt derselbe so ist Rettung möglich Aber der Res Effendi wird meinem Sohn entgehen Wieso Dieser hat die Nacht der Jezire gelockt In der Nähe derselben gibt es tiefe dunkle Sunutwälder welche der Res Effendi nicht wieder verlassen soll Gelingt dieser Anschlag und wäre uns der Überfall geglückt So würden wir diese beiden Menschen los sein und ebenso frei und ungestört wie früher jagen und handeln können Die Anführer sind es nicht aber die Asaka die wir zu fürchten haben Wenn uns kein Rettungsweg offen bleibt was meinst du was uns dann in Ikartum erwartet Nun sehr schlimm wird es wohl nicht werden Wir sollen dem Res Effendi ausgeliefert werden Dieser aber wird sich nicht dort befinden sondern unter den Streichen meines Sohnes gefallen sein Allzu strenge Richter haben wir also nichts zu erwarten zumal unser Hauptankläger ein Franke ein Christ ist Wenn wir alles ableugnen wird man uns hoffentlich mehr glauben als ihm Die beiden sprachen noch weiter aber ich nahm an dass ihre ferneren Worte für mich von keiner Bedeutung sein würden und zog mich also zurück Als Benil welche er aufgepasst hatte dies sah kehrte er Ich erreichte meinen Platz ohne dass die beiden belauschten ahnten dass ich in ihr geheimnis eingedrungen war kurze Zeit darauf kam Benil um zu melden dass Abde Assel mit mir zu sprechen verlange Der Versuch mich zu hintergehen sollte also schon jetzt gemacht werden Ich ging hinüber zu den beiden und fragte den Alten was er mir mitzuteilen habe Du hattest mein Leben in die Hand deines Benils gegeben sagte er Dieser hat es mir geschenkt Wird es mir nun erhalten bleiben Unsererseits hast du jetzt nichts mehr zu befürchten Für später aber liegt die Entscheidung in den Händen des Res Effendina Und du wirst uns nach Ikartum transportieren Ja Warum fragst du Eine Angelegenheit wegen welche mir sehr am Herzen liegt Wenn du mich dem Res Effendina auslieferst bin ich verloren Du hast dir Mühe gegeben mir wenigstens das Leben zu retten Er aber ist streng und unerbittlich und ich weiß dass er mich ohne Gnade und Barmherzigkeit erschießen oder aufhängen lassen wird Das ist allerdings sehr wahrscheinlich bestätigte ich Du sagst es selbst und so ist es auch sicher Ich habe mich also auf den Tod vor zu bereiten und du wirst mir dazu behilflich sein denn ich weiß dass euer christlicher Glaube lehrt von dieser Vorbereitung hänge die ewige Seligkeit ab Das ist richtig Wer ohne Reue und Buße und gute Werke in seinen Sünden von hinnen fährt der ist für ewig verloren Ich bereue und möchte besonders eine Tat welche mir schwer auf dem Gewissen liegt von meiner Seele wälzen Du bist nicht ein Diener der Rache Willst du mir dazu behilflich sein Gern antwortete ich sehr neugierig darauf was er vorbringen werde um mich zu übertölpeln Er fing die Sache sehr fromm und scheinbar in sein Schicksaler geben an was meinen Widerwillen gegen ihn nur verstärken konnte er machte ein höchst betrübtes Gesicht und fuhr im weichsten Tone dessen seine Stimme fähig war fort Ja eine große schwere Sünde lastet auf meinem Gewissen ich möchte sie gern abwerfen und bin doch überzeugt dass der Rees Effendina mir die Gelegenheit dazu nicht geben wird darum wende ich mich an dich es ist ein Glück dass der Fakir Elfukara gerade jetzt anwesend ist denn nur er allein kennt die Verhältnisse so genau wie es nötig ist und darum ist er es allein an den ich mich wenden kann würdest du mir erlauben jetzt einmal mit ihm zu sprechen hm mach dich mit bedenklichem Gesicht du verlangst da etwas was ich eigentlich nicht gestatten darf es sind ja nur einige Worte ob viel oder wenig das bleibt sich kannst ja dabeistehen und alles hören das beruhigt mich nicht wie nun wenn du mich täuschen und dem fakir el fukara gewisse winkel geben willst welche darauf hin zielen dass er dich befreien soll das ist doch ganz unmöglich wenn du dabei bist oh es ist sehr leicht möglich du brauchst nur die Worte so zu wählen dass ich sie nicht verstehe er aber den Sinn derselben doch begreift ein solcher Wortkünstler bin ich nicht der fendi lass dich erweichen du bist ein christ ja jetzt berufst du dich auf meinen glauben früher aber hast ihn verspottet ein moslem würde sich freilich nicht erweichen lassen aber du ich werde so langsam und deutlich sprechen dass du jedes einzelne wort wie auf einer waage wiegen und abmessen kannst denke doch dass es ihre tod die arme entgegen streckt was ich von dir erbitte ist etwas so einfaches und leichtes du bist streng und unerschrocken aber grausam nicht willst du es zum ersten male sein in beziehung auf list kluggeheit und umsicht kommt dir niemand gleich meinst du dass du dich gerade heute und jetzt auf diese vorzüge nicht verlassen kannst hätte ich hinter Gedanken so würdest du sie wieviel er merken als der fakir el fukara dem du an scharfsinn ja weit überlegen bist er schmeichelte mir um meine scheinbaren bedenken zu besiegen ich erwies ihm nicht den gefallen so zu tun als ob dieses lobeindruck auf mich machte sondern antwortete was du da redest ist überflüssig denn ich kenne mich und meine Eigenschaften selbst am allerbesten es würde allerdings weder dir noch dem fakir el fukara gelingen mich zu betrügen dazu seid ihr beide viel zu dumm ich will dir also deinen wunsch der für mich ein vollständig ungefährlicher ist erfüllen ich danke dir meinte er ruhig und bescheiden obgleich ich ihn dumm genannt hatte du hast recht es ist für euch gar keine gefahr dabei denn wirst alles hören ich werde nichts hören ich werde die gewünschte unterredung nicht durch meine gegenwart entweihen so darf ich ohne zeugen und ohne aufsicht mit ihm sprechen fragte er indem er seine freude nicht vollständig zu verbergen vermochte ja wenigstens wird keiner von uns stören ob dieser sogenannte jellabi hier mit zuhören darf das ist deine sache ich werde dir jetzt den fakir al-fukara senden und gebe dir volle zehn minuten zeit mit ihm zu sprechen du siehst wie rücksichtsvoll ich bin missbrauche dies nicht denn es würde dir sehr schlecht bekommen ich würde ganz sicher bemerken dass du mich hinter gehen willst sorge dass ich wenn ich wirklich eine heimtücke geplant hätte jetzt von derselben absehen würde gut wenn es wirklich so ist hast du einmal von dem frommen und berühmten marabut gehört welchen mein geist die zungen von zwölf sprechenden raben und die ohren von zwölf jungen adlern brachte ja er musste sie essen und redete dann die sprachen aller menschen und tiere und hörte bis in die weiteste entfernung alles was seine feinde gegen ihn berieten nun wohl ich sage dir dass auch ich solche zungen und ohren gegessen habe nimm dich also in acht ich höre alles ich ging und bekam dabei den beweis dass ich gar keine bezauberten adlerohren zu essen brauchte denn die meinigen waren scharf genug noch zu verstehen dass der alte seinem genossen schadenfrau zuraunte war nicht wenig verwundert als ich ihm sagte dass der alte mit ihm reden wolle und ganz ohne beaufsichtigung mit ihm sprechen dürfe er ging hinüber und setzte sich bei den beiden nieder auch die Asaker konnten sich mein verhalten nicht erklären und Benil machte mir Vorstellungen ich wies dieselben mit dem bemerken zurück dass ich sehr wohl wisse was ich tue nach Verlauf der zehn Minuten sah ich dass der Fakir Elfukara aufstand um an seinen Platz zurück zu kehren er hatte von seiner Dankbarkeit gesprochen und nun konnte ich mich überzeugen ob er es mit derselben aufricht ich meine wenn er es mir vergelten wollte dass ich ihm das Leben gerettet hatte so musste er mich über den Anschlag des alten unterrichten doch hütete ich mich ihm schon jetzt eine Gelegenheit dazu zu geben der alte sollte sehen dass ich mit seinem Vertrauensmann nicht sprach und umso mehr darüber erschrecken dass ich alles wusste darum ließ ich den Fakir Elfukara vom rechtsher nach seinem Platz zurückkehren und begab mich mehr linker Hand wieder zu den beiden Kafala Bäumen nun ist der Fakir auf deine Bitte eingegangen fragte ich wie herzlich danke ich dir und nun ist dir das Herz leicht geworden so leicht wie es seit langer langer Zeit nicht gewesen ist das glaube ich und kenne auch den Grund wie könntest du denselben wissen du hast doch keine Ahnung von der Tat um welche es sich handelt irre dich nicht ich habe dir gesagt dass auch ich Adlerohren gegessen habe und dich gewarnt es handelt sich allerdings welche der Fakir Elfukara erst noch vorzunehmen hat Effendi da täuschest du dich ich verstehe dich nicht verstelle dich nicht ich habe dir vorhin sehr offen gesagt dass ihr zu dumm seid mich zu betrügen ihr habt einen Anschlag gegen mich gesponnen das ist nicht wahr welcher Anschlag könnte das sein der Fakir Elfukara soll euch befreien helfen indem er deinen Sohn Ibn Assel gedacht Effendi der Fakir weiß er gar nicht wo sich mein Sohn befindet du hast es ihm Nicht zu ihm sondern zu dir habe ich davon gesprochen dir habe ich gesagt dass sein Ikartum vergiftet werden soll Ja das hast du sogar beschworen und dabei einen Mein Eid geleistet den Allah dir nicht vergeben wird Es war die Wahrheit So warum hast du da soeben dem Fakir Elfukara erzählt dass der Reh Effendi in die Sunutwälder bei der Jezireh Hassani gelockt werden soll Allah Allah rief er erschrocken aus indem er mich anstarrte wie einer vor dem plötzlich bei heiterem Himmel ein Blitz in den Erdboden gefahren ist Du erschrickst Ja dein Sohn befindet sich bei der Jezireh Hassani und der Fakir Elfukara sollt schleunigst hin um ihn zu benachrichtigen dass euer Angriff auf uns verunglückt ist und dass ihr euch in unseren kein Wort davon stammelte er das ist eigentlich nicht notwendig lachte ich die Hauptsache ist dass ich es weiß ich habe noch mehr gehört dein Sohn Ibn Assel soll mit seinen Leuten und seinem Schiffe bis Makaui oder Katena Nil abwärts gehen und dann links in die Steppe marschieren um uns zu überfallen und euch zu befreien Du siehst dass meine Adlerohren mir sehr gute Dienste leisten Du bist ein Teufel Ja du bist der richtige und wirkliche Scheitan rief er jetzt in seinem grimmigsten Tone aus Gehört hast du nichts Das weiß ich genau Dennoch bist du von allem unterrichtet Und das kann nur die Folge davon sein dass du mit der Hölle im Bunde stehst Oder mit Allah Du bist ein schauderhafter Bösewicht Also kann die Macht welche mir gegen dich beisteht keine Böse sondern sie muss eine Gute sein Deine Anschläge sind entdeckt und ich werde dafür sorgen dass sie zunichte werden Deinem Sohne werde ich einen Besuch abstatten ohne zu fragen ob ich ihm willkommen bin und wehe ihm wenn ich finde dass er dem Rees Efendina auch nur ein Haar gekrümmt hat Euch beide werde ich jetzt wieder hinüber zum Feuer erfahren habt alles was ich tue einen bestimmten Zweck hat so wäret ihr nicht in die Falle gegangen welche ich euch damit stellte Als sich die beiden wieder in der Nähe des Feuers befanden nahm ich mich der Wunde des Jelabi sorgfältiger an als es vorhin geschehen war günstigen Falles blieb er für das ganze Leben lahm da bei jenen Gegenden die geringste Verletzung leicht einen gefährlichen Charakter annehmen kann so war eine schlimmere Wendung gar nicht ausgeschlossen nun war ich neugierig wie der Fakir Elfukara sich verhalten werde teilte er mir den Plan des Alten mit so war es gut im anderen Fall aber musste ich ihn hindern den ihm gewordenen Auftrag auszuführen er hatte sich wieder abseits von den übrigen gesetzt und gab mir als Aufforderung gefolgt war sagte er setze dich für einige Augenblicke zu mir Effendi ich möchte über eine Angelegenheit welche mir sehr wichtig ist mit dir sprechen ich nahm in der Erwartung neben ihm Platz dass er mir sein Gespräch mit dem Alten mitteilen werde aber schon der Anfang zeigte dass ich mich geirrt hatte denn er begann du bist ein Christ kennst du euer Kitab genau Ja ich habe es mit besonderem Fleiße studiert und kennst du auch die Erklärungen welche eure Schriftgelehrten dazu gegeben haben Ja So sage mir ob ihr Mohammed für einen Propheten haltet Nach unserer Überzeugung ist er kein Prophet sondern nur ein gewöhnlicher Mensch So gibt es bei euch wohl gar keine Propheten Oh doch wir verstehen unter den Propheten diejenigen vom Heiligen Geist erleuchteten Männer welche Gott zu seinem Volke sandte um dasselbe über die ewigen Wahrheiten zu belehren und es auf den Weg des Heils zu leiten Das hat Mohammed doch auch getan Nein der Weg auf welchen er seine Anhänger wies ist ein Irrweg So haltet ihr seine Lehre für durchaus falsch Ich möchte diese Frage freilich nicht mit einem kurzen Ja beantworten Er hat Richtiges und Falsches zusammengeworfen Da wo er lebte gab es Juden und Christen Von diesen lernte er den Inhalt unserer Bibel kennen und konstruierte sich aus derselben und aus allerlei heidnischen Anschauungen welche er vorfand die Lehre welche ihr Islam nennt Was davon aus unserer Heiligen Schrift stammt ist richtig das Übrige aber falsch Da nun selbst die reinste Wahrheit wenn sie mit der Lüge verquickt wird nicht mehr die Wahrheit ist so muss der Koran trotz vieler Stellen mit denen wir einverstanden sind verworfen werden Efend ihr begeht den großen Fehler den Koran zu verurteilen ohne ihn zu kennen Das ist nicht wahr Ich kann diese deine Behauptung mit vollem Rechte umdrehen Gibt es eine einzige muhammedanische Medresse an welcher die Schüler unsere Bibel kennenlernen Nein denn es ist Lehrern und Schülern verboten sich mit den Lehren Andersgläubiger zu beschäftigen Sie würden eine große Sünde begehen wenn sie dies täten An unseren Medressen aber gibt es sehr gelehrte und sehr berühmte Männer welche mit ihren Schülern den Koran studieren und denselben wenigstens ich sage wenigstens ebenso genau kennen wie eure Professoren Ihr Wir aber kennen den Koran und sind also sehr wohl im Stande über den Islam ein Urteil zu fällen Bist du auch der Schüler eines solchen Lehrers gewesen? Ja und zwar den berühmtesten Er hat Abul Feda Bayd Havi Alis 100 Sprüche Samach Shari und andere eurer Gelehrten übersetzt Ich lernte bei ihm eure Sprache den Koran die Sunnah und die von euren Religionslehrern dir über den Islam jede gewünschte Ausklärung zu geben Wunder über Wunder Ein Christ will mir dem gelehrten Fakir El-Fukhara Erklärung des Koran der Sunnah und aller heiligen Schriften geben? Sollte man sowas für möglich halten? Du bist nicht nur in Taten sondern auch in Worten verwegen Efendie Von einer Verwegenheit kann da gar keine Rede sein Was ich sage hat alles Grund und vollständige Berechtigung Versuche es Nein ich werde mich hüten mit einem Christen über den Islam zu disputieren Du lässt es dich doch nicht bekehren Es waren nur einige wenige Fragen welche du mir beantworten solltest Selbst dem Weisesten der Weisen ist es unmöglich ein endgültiges Urteil über unseren Glauben zu fällen Denn Muhammad hat das Werk nur begonnen Zu Ende führen wird es ein anderer Wer Das fragst du und doch behauptest du den Koran und alle seine Erläuterungen zu kennen Durch diese Frage hast du bewiesen dass du sie noch nicht kennst Du ehrst dich abermals Ich weiß dass du den Paraklet den Madj meinst den viele von euch erwarten Dieses Wort darf nicht Madj sondern es muss Madj geschrieben werden Es kommt von dem arabischen Verbum Hadadja her welches führen heißt und bedeutet der auf den rechten Weg geführte der Helfer der Vermittler Doch werde ich dem einmal gewohnten Gebrauche folgen und Madi schreiben Du weißt das also doch fragte er Hast du gehört dass ein Madi kommen wird Gehört und auch gelesen Der Koran erwähnt nichts von ihm und auch Madi unbekannt Er lebt nur in der mündlichen Überlieferung auf die ich nichts gebe Ich desto mehr Allah wird einen Propheten senden welcher das von Muhammad begonnene Werk zu vollenden hat Dieser Prophet wird die Ungläubigen entweder bekehren oder wenn sie sich nicht bekehren lassen sie vernichten und dann die Güter diese Erde so verteilen dass ein jeder nach seiner Frömmigkeit erhält was ihm gebührt Das sind mehr weltliche als religiöse Hoffnungen und Wünsche Wäre ich Moslem ich würde mich nur an den Koran halten nach dessen Lehren ein solcher Madi nicht erwartet werden kann Wieso wenn der Koran nicht von einem Madi redet so ist das doch kein triftiger Grund anzunehmen dass es keinen solchen geben kann und geben wird Oh doch denn die Prophetologie des Koran ist vollständig abgeschlossen nach Mohammeds eigenen Worten ist er der letzte Prophet den Allah gesandt hat und senden wird seine Lehre der Islam ist in sich vollendet und kann nicht durch Zusätze ergänzt oder gar verbessert werden und nach ihm wird wie er sagt nur einer kommen nämlich Isa ben Mariam und zwar am jüngsten Tage an welchem er sich auf die Moschee der Omidjaden in Damaskus dass Mohammed da den Heiland der Christen als Weltenrichter hoch über sich selbst stellt macht er damit eure Madi Hoffnung ganz und gar vollständig zu Schanden das sprichst du als Ungläubiger nein sondern als Kenner des Islam als welcher ich mich in die Anschauung eines Moslem gedacht habe wenn jetzt ein Madi erstände welcher beabsichtigte die sogenannten Ungläubigen falls sie sich nicht von ihm bekehren ließen Millionen Menschen welche nicht Mohammed sind ich will aber nur von uns Christen sprechen wie wollte euer Madi es anfangen und zu vernichten mit Feuer und Schwert er mag kommen und das ist es ja eben dass er gar nicht kommen kann nämlich nicht zu uns kann eine Quelle der Wüste sich herausnehmen zum Nile zu kommen um ihn zu verschlingen kann sie die Wüste überwinden und dann die Felsenberge durch welche sie vom Nile getrennt wird sie muss sobald sie sich aus der Oase hervorwagt schamrot im Sande verlaufen Allah wird ihre Wellen mehren und ihre Kräfte stärken dass sie tausendmal breiter wird als der Nil Gott ist allerdings allmächtig aber er lässt nicht der Überhebung eines Moslems zuliebe ein Meer aus dem Dürren Boden quellen und die Höhen der Gebirge überfluten ihr kennt uns nicht wir sind unwiderstehlich wenn wir uns im Kriege über eure Länder ergießen euer Strom würde elend versiechen noch lange eher er unsere Gänzen erreichte kennt ihr unsere Länder wo liegen sie kennt ihr unsere Völker unsere Einrichtungen unsere Heere ein Wüstenfloh hat den Gedanken mit den Elefanten und Flusspferden des Sudan den Büffeln und Bären Amerikas den Löwen und Tigern Indiens anzubinden Wahnsinn und kämmt ihr zu Hunderttausenden so hast du gar keine Ahnung wie schnell wir mit euch aufräumen würden Allah Allah hast du einmal einen Moslem im Kampfe gesehen wir würden euch im Augenblick zermalmen aber einen Augenblick vorher würdet ihr aus den Mündungen unserer Gewehre und Kanonen bis auf den letzten Mann den Tod getrunken haben ehe du vom Zermalmen redest besuche die Länder der Christen um da Umschau zu halten du redest wie der Fisch vom Wüstensturm sobald er nur aus dem Wasser kommt ist es mit ihm vorbei zähle die Millionen und Aber Millionen Krieger welche wir haben und was sind das für Männer was sind zehn von euch gegen einen von ihnen du fragst mich ob ich einen Moslem im Kampfe gesehen habe nicht einen sondern viele sah ich schon ich selbst habe mit Muslimen gekämpft und wundere mich sehr dass du mich so fragen kannst nimm doch das nächste Beispiel welches ich habe diese sechzig tapferen Muslimen gefangen und zwar hier wo sie daheim sind und alle verhältnisse kennen dein Mahdi mag kommen um uns zu vernichten meinst du dass wir uns gegen ihn zu wehren brauchten oh nein wir würden lachen nur lachen und vor dem schalle dieses spottgelächters würde er samt seiner helden hals über kopf davon laufen du nimmst den mund sehr voll effendi hat er ein so fürchterliches angesicht ja du hast keine ahnung davon wie schrecklich er sein kann aber du hast diese ahnung so kennst du ihn gerade weil du nicht glaubst dass sein Mahdi kommen wird gerade weil du über ihn spottest will ich dir diese Frage beantworten ja ich kenne ihn so ist er also schon da er ist schon da und hat bereits von Allah die Weisung empfangen sich auf die Eroberung der Erde und die Vernichtung der Ungläubigen vorzubereiten willst du ihm einen guten Rat von mir überbringen welchen er mag in Ruhe und Frieden seine Herden weiden oder sein Feld bebauen aber in Allahs Namen auf seine eingebildete Prophetie verzichten er ist in einer gewaltigen Selbsttäuschung befangen in einem Selbstbetruge welchen seine Anhänger falls er welche Gefände mit ihrem Eigentume ihrem Leben bezahlen würden du täuschest dich aber nicht er sich seine Sendung ist ihm von Allah geworden und er wird dem Befehle der vom Himmel kam gehorchen so will ich dir sagen was er zu erwarten hat er wird sich zunächst gegen den Vizekönig empören vielleicht gelingt der Aufstand Ikartum ist weit von Kahira entfernt und ehe der Khediv Truppen kurze Zeit er wird sie bald wieder räumen müssen gewiss nicht er verachtet den Khediv und wird ihn unterjochen dann wird er Mecker nehmen und hernach nach Stambul ziehen um den Sultan abzusetzen und sich als den wahren Beherrscher der Gläubigen auszurufen das wird er bleiben lassen du hast dir nicht die mindeste Ahnung von den Verhältnissen mit denen er zu rechnen hätte und nubische Grenze steckte würde man ihn darauf klopfen wer diejenigen Mächte welche nicht zugeben können dass der Vizekönig oder gar der Sultan abgesetzt wird es gibt noch ganz andere Kerle als der Mahdi sein würde welche es nicht gern sehen dass der Sultan in Stambul sitzt da ist zum Beispiel der Kaiser von Russland welcher Stambul gern für sich haben möchte er hat gar nicht weit Stambul doch nicht weg und zwar nicht etwa aus Angst vor den Türken den Muhammedanern sondern weil andere christliche Früsten es nicht erlauben würden und was der große Zar nicht fertig bringt das soll der Mahdi fertig bringen das wäre wie wenn ein Kind die Hand nach dem Monde ausstreckt es mag nach ihm verlangen es mag jammern und schreien aber es kann ihn eben auf keinen Fall bekommen sage also dem manne dass es nichts mit diesem Plan ist und auch hinter dem Rediff stehen Mächte welche nicht fallen lassen werden ein Mahdi würde höchstens bis Aswan kommen dort aber auf europäische also auch auf christliche Truppen stoßen an deren Kanonen und Bayonetten seine Macht zerschellen müsste wie aber nun wenn er im Heere des Rediff einen Freund hätte auf den er sich verlassen kann da meinst du jedenfalls einen hohen Offizier der bereit ist sich in Kahira zu empören sobald der Mahdi sich in Ikartum erhebt ja selbst wenn dieser Offizier zunächst Glück hätte es würde ihn sehr bald verlassen denn es würden europäische Truppen landen denen er mit seinen Anhängern nicht gewachsen wäre wenn er sie aber nun nicht landen ließe was kann er dagegen tun sie landen die zerstört er womit wie denn das sind keine hölzerne Nilbarken sondern ungeheure riesenpanzer aus stahl eure kugeln prallen davon ab ihre kanonenkugeln aber welche fast bis nach Kahira fliegen säubern in einer viertelstunde die ganze gegend wollte dein Mahdi den Sudan erobern um die heidnischen schwarzen zum islam zu bekehren so hätte er es mit Menschen und Verhältnissen zu tun die er vielleicht kennt und es wäre am Ende ein gelingen möglich aber von anderen eroberungen mag er die hände lassen wenn er nicht tüchtig darauf geklopft sein will ein Mahdi welcher den erdkreis erobern will müsste die summe aller gegenwärtigen europäischen bildung nicht nur in sich tragen sondern dieselbe sogar noch überragen wo gibt es hier einen solchen Mann es gibt einen antwortete er in selbstbewusstem tone welcher zehnmal gescheiter ist als ihr europäer alle miteinander meinst du etwa dich selbst fast klingt es so wen ich meine das werde ich natürlich nicht sagen aber Allah hat ihm den Geist die Kenntnisse und alle Eigenschaften welche zu einer so heiligen Sendung gehören gegeben und es wird gar bald die Zeit kommen in welcher die Kunde von ihm in alle Länder erscheint und alle Kaiser Könige und Fürsten Boten zu ihm senden um ihm Geschenke zu geben und um ihn um Frieden zu bitten darauf kannst du dich bei meinen heiligsten schwüren verlassen was das betrifft so habe ich oft und auch heute wieder erfahren was die schwüre eines Moslems gelten war dies alles was du mir zu sagen hattest ja ich wollte die Ansicht eines unterrichteten Christen über die Sendung des Mahdi hören du hast sie gehört dann habe auch ich dich um etwas zu fragen wovon hast du mit dem alten Abde Assel gesprochen von einem großen Fehler den er einmal begangen hat er bat mich denselben gut zu machen wirst du das tun ja es fragt sich aber wohl ob du das tun kannst ich kann es denn er hat mir die nötigen anweisungen gegeben darf ich davon erfahren warum Effendi es war die beichte eines sterbenden und du selbst bist so zart fühlend gewesen es nicht hören zu wollen willst du jetzt auf einmal diese Großmut bereuen nein aber ich befürchte dass diese Angelegenheit mir nicht gleichgültig sein kann sie geht dich ganz und gar nichts an es wird nichts gegen mich geplant wie kommst du zu dieser frage du hast mir das leben gerettet und ich bin dir dankbarkeit schuldig darum würde ich dich sicher warnen wenn ab der assel etwas gegen dich vor hätte aber er ist dein freund meine dankbarkeit gegen dich steht mir höher als diese freundschaft ich bitte dich mir zu vertrauen ich traue nur dem den ich vollständig kenne nicht zeit finden wir es mich besser kennenzulernen ich habe ausgeruht und werde jetzt meine reise nach ikartum fortsetzen ich bitte dich mir eins der kamele auszuwählen das werde ich tun doch erst beim anbruch des tages jetzt nicht du hast es mir doch versprochen allerdings und ich werde mein versprechen auch halten so kann es dir gleich sein ob du mir das kamel jetzt oder später gibst dir ebenso nein denn ich muss jetzt fort und ich bin überzeugt dass du erst am morgen abreisen wirst ich sage dir aber dass und ich sage dir dass mir das was du sagst sehr gleichgültig ist ich weiß ganz bestimmt dass du hier bleiben wirst bis auch wir aufbrechen Effendi was fällt dir ein ich weiß was ich will oder sollte ich etwa nicht mehr Herr meines ich war aufgestanden auch er sprang auf und stellte sich mir drohend gegenüber ich lasse dich nicht fort mit welchem rechte mit dem rechte der stärkeren ich bin gebieter an diesem brunnen und zu allem was hier geschehen soll habe ich meine erlaubnis zu geben er hatte seine flinte in der hand ich hielt mich auf alles gefasst am meisten darauf dass er plötzlich davon eilen ihm die flucht ohne dass ihm eine kugel folgte gelingen werde du hast mir ein kamel versprochen damit ich weiter reiten kann sagte er in sehr bestimmtem tone ich verlasse mich auf dein wort du wirst es bekommen und kannst weiter reiten doch wann davon ist nicht die rede gewesen du wirst in der frühe mit uns aufbrechen ich habe es so eilig dass ich nicht auf reiten und du versäumst also nichts wenn du bis zu unserem Aufbruch wartest ich brauche keine reise gesellschaft und keine beschützer denn ich reise allein viel sicherer als in begleitung eines christen dessen gegenwart mich nur an gefahr bringen kann es sind er sack er dabei das ist etwas ganz anderes ich muss wirklich darauf dringen dass du wartest bis wir mitreiten mit welchem recht behandelst du mich als deinen gefangenen vorher auf mit dem rechte welches ein jeder besitzt der auf seine sicherheit auf sein leben bedacht sein muss bedrohe ich etwa indem ich fortgehe deine sicherheit oder gar dein leben ja allah mir das mir dem madhi vor welchen millionen im staube liegen werden ah jetzt bekennst du farbe du bist also der auserwählte zu welchem Allah und den Sultan absetzen du willst die Erde erobern und die Christen vernichten du willst die unvollendete Sendung des Propheten vollenden um das Schwert des Islam von einem Ende der Welt zum anderen tragen bei jeder dieser Fragen ließ ich den Blick von oben herab und dann wieder von unten herauf über seine Gestalt schweifen betonte das Wort du sehr kräftig und fügte dann hinzu aufrichtig gestanden mag und du willst die Gläubigen ja sogar den ganzen Erdkreis beherrschen spotte nicht denn es würde dir schlecht bekommen ich bin vom Geiste erleuchtet und weiß alle Dinge ich weiß was geschehen ist und was geschehen wird und sehe die Scharen aller Sterblichen schon im Voraus um mich versammelt so du weißt also alles was geschehen ist und kannst auch in die Zukunft blicken da Hassani willst um Ibn Assel aufzusuchen weißt du denn auch dass ich eher dort sein werde als du deine Dankbarkeit gegen mich ist wirklich groß so groß dass ich dich aus lauter Liebe gar nicht von mir lassen werde du wirst bei uns bleiben und ich kam nicht weiter denn er drehte sich plötzlich um und sprang davon dem Rande der Lichtung zu ich war schnell hinter ihm her er eilte ihn und fasste ihn am linken Arme er hatte die Flinte in der rechten Hand und holte aus um mit dem Kolben vor die Brust zu stoßen da riss ich ihn zur Erde nieder und kniete auf ihm um ihn festzuhalten der Mann schäumte förmlich verwut und er ging sich in Schimpfreden welches eines zukünftigen Mahdi allerdings nicht würdig waren ich hatte überhaupt seine ganze Rede von der Sendung nicht für wirklich in Ernst genommen die Asaker waren nicht wenig darüber erstaunt dass ich so plötzlich den Fakir El-Fukara als Feind behandelte als ich sie aber über seine Absicht uns an Ibn Assel zu verraten aufklärte hätten sie ihn den undankbaren am liebsten umbringen mögen unser Reiseziel musste durch das was ich erfahren hatte ein ganz anderes werden es galt jetzt dem Reis Effendina beizustehen er musste falls es noch Zeit dazu war gewarnt und wenn es zu spät war aus den Händen Ibn Assels gerettet werden Eile tat Not und da der Transporter Gefangenen nicht so schnell vor sich gehen konnte beschloss sich voranzureiten und zwar sofort ohne vorher geschlafen zu haben es war nicht geraten ganz allein zu sein aber wen sollte ich mitnehmen einen Ascari nein ich ging Verhältnissen entgegen welche sehr wahrscheinlich keine gewöhnlichen waren es war List wohl auch Entschlossenheit und Mut erforderlich und so bedurfte ich eines Begleiters auf den ich mich in dieser Beziehung verlassen konnte zwar hätte ich gern Ben Neil das Kommando über Yasaka gegeben ihm traute ich es zu den Zug glücklich ein Ziel zu bringen aber mir war er noch notwendiger besser die Gefangenen entkamen als dass dem Res Elfen Diener ein Unglück geschah darum forderte ich Ben Neil auf mit mir zu reiten und übergab dem ältesten der Asaka den Befehl über dieselben er hatte einen erfahrenen Gehilfen an dem Fessara Führer welcher die Karawane nach dem Dorfe Hegazi welches in der Nähe der Insel Ende zurück worüber er in außerordentliche Freude geriet Effendi jubelte er deine Seele quillt vor Gnade über und deine Barmherzigkeit erquickt mein Herz verlass dich auf mich und habe keine Sorge ich werde die Asaka samt den Gefangenen glücklich nach Eghazi führen reite also getrost und Allah segne deine Pfade und beschütze dich Zweites Kapitel Gefangen Von dem Brunnen an welchem das letzte Ereignis sich zutrug bis zur Jeziree Hassani ist eine Strecke von fast 30 geografischen Meilen zurückzulegen Unsere vortrefflichen Kamele legten diesen Weg in zwei Tagen zurück waren aber dann als wir uns dem Ziele näherten so ermüdet dass wir sie langsam gehen lassen mussten Ich glaubte die Richtung ganz genau genommen zu haben war aber doch etwas zu weit nach links geraten denn es stieg gerade vor uns der Jebel Arash Quol auf welcher ziemlich weit nördlich von Heghazi lag Es war gegen Abend als wir dort ankamen Heghazi ist eine armselige Helleh welche aus wenigen Hütten besteht und liegt auf dem hohen Ufer des Nils ziemlich gut gegen die Überschwemmungen des Flusses geschützt Von der Helleh führt ein Weg hinab zum Fluss nach der Stelle an welcher die Fahrzeuge landen und die Tiere getränkt werden Dieser Weg sowohl wie auch die Tränk oder Landestelle wird oben am oberen Nile Mishra genannt Ich freute mich beim Anblicke des Flusses den ich seit dem Zuge zu den Fessara nicht wieder gesehen hatte Die Bewohner des Dorfes kamen herbei um uns nach dem Woher und wohin und nach unserem Begehr zu fragen Ich hütete mich natürlich ihnen sofort Auskunft zu erteilen und ging ihren Erkundigungen durch Gegenfragen aus dem Wege Zunächst führten wir unsere Kamele zum Flusse um sie trinken zu lassen Dann brachten wir sie hinauf nach einer grasigen Stelle deren Eigentümer uns gegen geringes Entgelt die Erlaubnis gab sie da weiden zu lassen Auf der Höhe der Mischra saß ein Mann welcher nicht in das Dorf zu gehören schien Er war vollständig bewaffnet und besser gekleidet als die Bewohner der Hellé Als ich mich bei einem der Letzteren nach ihm erkundigte antwortete er Wir kennen ihn nicht Er ist schon seit gestern hier und sitzt stets auf derselben Stelle um flussabwärts zu blicken Erwartet er vielleicht ein Schiff Wahrscheinlich Aber er hat uns nicht geantwortet als wir ihn danach fragten Vor dem Dorfe hält ein gesatteltes Pferd welches er sich von unserem Sheikh El Beled geliehen hat Wann hat er es geritten Noch gar nicht Aber es steht bereit solange er sich hier befindet Wohin will er reiten Das wissen wir nicht Dem Sheikh El Beled will er es wohl gesagt haben Da dieser ihm sonst sein Pferd nicht gegeben hätte Der Fremde war mir auffällig Es war klar dass er nach irgendetwas ausschaute und dann wenn es erschien sofort davon reiten wollte um Meldung davon zu machen Gern hätte ich gewusst wohin er diese letztere bringen wollte Aber den Sheikh fragen das wäre wohl zu auffällig gewesen Darum erkundigte ich mich bei dem manne Wann ist das letzte Schiff strom aufwärts hier rüber gekommen Gestern früh Und wann kam der Mann in das Dorf Zur selben Zeit denn er kam von diesem Schiffe Er wurde in einem Boot an die Mishra gebracht Das Boot blieb nicht hier Nein es wurde wieder zum Schiffe gerudert Wem gehörte das Schiff Das weiß ich nicht Was hat es geladen Auch das kann ich nicht sagen Kannst du mir auch seinen Namen nicht nennen Es hieß Hardaun und war keine Dahabijeh sondern ein Nuker Wann kam das vorhergehende Schiff rüber einen Tag vorher also vorgestern Es war auch ein Nuker Er war leer und ging nach Süden um Waren zu holen Ist nicht ein Schiff vorüber gekommen welches weder ein Dahabijeh noch ein Nuker war und ein sehr fremdes Aussehen hatte Nein Diese Antwort beruhigte mich denn sie sagte mir dass der Res Efendina den gefährlichen Ort noch nicht passiert hatte Sein Falke war so ungewöhnlich gebaut und aufgetakelt dass er jedem hiesigen Auge auffallen musste Benil hatte sich in das Gras gelegt und sah dem Tun und Treiben der Dorfbewohner zu Ich schritt langsam auf den Fremden zu welcher mich scharf beobachtet hatte setzte mich an seiner Seite nieder und grüßte Allah schenke dir einen glücklichen Abend glücklichen Abend antwortete er kurz Ich hatte den Gruß vollständig ausgesprochen was man nur dann tut wenn man besonders höflich sein will Mit seiner Kürze wollte er mir jedenfalls beweisen dass ihm an meiner Gesellschaft nichts liege Ich tat aber als ob ich das gar nicht herausgefühlt habe und fuhr fort Ich habe kein Netz bei mir um mich gegen die Mücken des Flusses zu schützen darum kann ich nicht im Freien schlafen Gibt es hier in diesem Dorfe eine Hütte in welcher ich Aufnahme finden kann Ich weiß nicht ich bin nicht von hier So bist du auch fremd Allah sei mit dir auf deiner Reise Sein Segen sei auch mit der deinigen Wo kommst du her Von Ikartum antwortete ich gezwungen die Unwahrheit zu sagen Wo steht das Zelt welches dein Eigentum ist Ich bewohne kein Zelt sondern ein Haus Es ist in Suez Was bist du Ich machte ein möglichst pfiffiges Gesicht und antwortete Ich handle mit allem möglichen aber am liebsten mit Ich hielt inne und machte eine Handbewegung welche sagen sollte dass es nicht geraten sei den angefangenen Satz zu vollenden Mit verbotener Ware sagte er an meiner Stelle Wenn es so wäre dürfte ich es eingestehen Mir könntest du sagen ich würde dich gewiss nicht verraten Das Schweigen ist auf alle Fälle besser als das Reden Nicht auf alle Fälle Wenn ein Kaufmann ein Geschäft machen will muss er doch von dem selben sprechen In diesem Fall pflege ich natürlich auch zu reden Jetzt aber liegt dein Geschäft nicht vor Vielleicht doch falls ich dich nämlich recht verstanden habe Ihr seid auf Kamelen gekommen Wo wollt ihr hin Einkaufen Was Das nickte ich ihm unklaren lassend Er war nicht bloß freundlicher sondern wie man sich auszudrücken pflegt warm geworden Er hielt mich für einen Sklavenhändler und ich war überzeugt in ihm einen untergebenen Sklavenjägers Ibn Assel den ich suchte vor mir zu haben Es galt ihn in seiner Ansicht zu bestärken ohne doch sofort einzugestehen dass dieselbe die richtige sei denn ein Sklavenhändler sagt nicht dem ersten besten Menschen was er ist und was er treibt die nicht zu like melden der nokia eidechse gehörte in diesem Falle Ibn Assel und konnte nicht weit entfernt von hier wahrscheinlich an der Jeziree Hassani liegen Du bist verschwiegen und das freut mich sehr, meinte der Mann Nur mit verschwiegenen Leuten kann man sich auf Geschäfte einlassen Ah, auch du treibst also diese Dinge, welche nicht jedermann zu wissen braucht? Wenn es nun so wäre So passten wir zusammen Wirklich? Weißt du auch, dass es ein sehr gefährliches Geschäft ist, Reiki zu machen? Pah, ich möchte wissen, wie so gefährlich Man zieht nach einem Dorfe der Schwarzen, umzingelt es, steckt es in Brand und nimmt die Neger in Empfang, wenn sie aus den brennenden Hütten gesprungen kommen Die Alten und Schwachen sticht oder schießt man nieder und mit den anderen geht man fort Wo ist da die Gefahr? Dabei allerdings nicht Sie beginnt erst mit dem Transporter Man darf sich nicht erwischen lassen und muss die Sklaven an Ort und Stelle verkaufen Das kann man nicht, denn es ist kein Käufer da So nimmt man einen mit, welcher die Schwarzen sofort nach der Jagd kauft und bezahlt und dann die Gefahren des Transportes auf sich nimmt Wo wäre ein solcher Mann zu bekommen? Wo? Hm Brummte ich bedeutungsvoll Wer ist er? Fragte er Das wird dich wohl nicht sehr interessieren, denke ich Mehr als du denkst Ist der Mann reich? Er besitzt so viel, wie er braucht Auch mutig muss er sein Das ist er Er war mehrere Mal in Abyssinien, um Sklaven dort zu kaufen Dazu gehört doch schon etwas Allerdings Wo befindet er sich jetzt? Am weißen Nile, vielleicht gar nicht weit von hier Du bist wirklich außerordentlich vorsichtig Meinst du dich selbst? Das sage ich natürlich nicht Mir darfst du es sagen, denn Denn? Warum redest du nicht aus? Weil ich auch vorsichtig sein muss Aber wenn ich mich in dir nicht irre So könnte ich dir vielleicht sagen, bei wem du Reiki kaufen kannst Nun, bei wem? Bei Ibn Assel Allah Bei diesem berühmten Sklavenjäger Wo befindet er sich? Wo sich dein Händler befindet Nämlich am weißen Nile In welcher Gegend? Vielleicht gar nicht weit von hier Antwortete er, indem er meine vorigen Worte wiederholte Ich tat, als ob ich sehr freudig überrascht sei Und rief aus Das ist gut Das ist sehr gut Ich hörte von ihm sprechen Ein türkischer Händler, den ich kenne Sagte mir, dass er viel von ihm gekauft habe Meinst du Murat Nasür? Den kennst du also? Sehr gut Ich habe oft Reiki von ihm gekauft Ah, endlich gestehst du ein, dass du selbst bist, von dem du sprachst Allah, es ist so aus mir herausgefahren Sei unbesorgt Es schadet nichts, denn nun kann auch ich offen sein Ich sage dir, dass ich bei Ibn Assel im Dienst stehe Ist das wahr? Oder willst du mich nur verarschen? Es ist die Wahrheit Welchen Grund könnte ich haben, mich fälschlicherweise für einen Diener des Sklavenjägers auszugeben Um mich zu fangen Du könntest leicht im Dienste des Rediefs stehen Selbst wenn dies der Fall wäre, könnte ich dir jetzt nicht schaden Ich müsste dich auf der Tat ertappen, also aufrichtig Sage mir, ob du Reiki kaufen willst Nun gut, ich will es wagen, um dir Vertrauen schenken Obgleich ich dich noch nie gesehen habe Ja, ich kaufe Sklaven, sobald ich sie bekommen kann Wo wolltest du von hier hin? Nil aufwärts, noch weit über Faschoda hinaus Bis ich auf irgendeine Seriba finde, was ich suche Unter einer Seriba versteht man eine Niederlassung von Sklavenjägern Diese Niederlassungen sind nach den dortigen Begriffen festungsartig angelegt Sie bestehen aus Hütten Welche teils zur Unterkunft der Sklavenjäger Teils als Vorratshäuser dienen Und mit einer oft mehrfachen, dichten Stachelhecke umgeben sind Du hast gar nicht nötig, so aufs Geratewohl zu reisen Meinte der Mann zutraulich Hast du Geld mit? Genug So will ich dich zu Ibn Assel bringen Dafür würde ich dir herzlich dankbar sein Und dir später ein gutes Backschisch geben Aber hat Ibn Assel jetzt Sklaven? Noch nicht Wir wollen eben jetzt eine Fahrt nach Iqik unternehmen Murat Nasür will Sklaven haben Und wenn uns das Glück wie immer begünstigt So bleiben für dich mehr übrig, als du brauchen kannst So ist Murat Nasür bei Ibn Assel Nein, er ist nach Fashodar voraus Das war mir ungeheuer lieb Ich hegte den kühnen Gedanken, Ibn Assel aufzusuchen Also mich in die Höhle des Löwen zu begeben Er kannte mich ja nicht Denn am Wadi Elbert hat er mich nur von Weitem gesehen Wäre aber Murat Nasür bei ihm gewesen, der mich kannte So hätte ich mich unmöglich sehen lassen können Es wäre einfach um mich geschehen gewesen Freilich konnten auch der Mokadem und der Musabir bei dem Sklavenjäger sein Die beiden Schurken kannten mich ebenso genau wie der Türke Es galt also unauffällig, eine diesbezügliche Erkundigung einzuziehen Weißt du, weshalb der Türke jetzt eigentlich gekommen ist? Fuhr der Mann, welcher ganz zutraulich geworden war, fort Nein Kennst du seine Familie? Ich weiß nur, dass er zwei Schwestern hat Das stimmt Und daraus ersehe ich auch, dass du die Wahrheit redest Und wirklich derjenige bist, für den du dich ausgibst Er hat Ibn Assel, eine dieser Schwestern, zum Weibe gebracht Auf einer Seriba am oberen Weißen Nile wird die Hochzeit sein Wenn du mit uns ziehst, kannst du das Fest mitmachen Ibn Assel ist bei solchen Gelegenheiten außerordentlich freigiebig Auch sein Vater ist dabei Er hat einen Vater? Fragte ich, indem ich mich verstellte Ja, sein Vater lebt noch Er zieht als frommer Fakir am Nile auf und ab Um unter dieser Maske die Geschäfte seines Sohnes zu fördern Ist er jetzt schon bei ihm? Eigentlich ja Für kurze Zeit aber ist er abwesend Mit einer Schar unserer Sklavenjäger in die Steppe gezogen, um Gericht zu halten Gericht? Ja, um einen fremden Jawa, welcher uns großen Schaden bereitet hat, zu bestrafen Du machst mich neugierig? Ibn Assel mag es dir selbst erzählen, wenn es ihm beliebt Ich weiß nicht, ob ich zu dir von ihm sprechen darf Der Christ ist ein Schurke Ein Teufel, den wir vernichten müssen Wenn er gewusst hätte, dass ich selbst dieser Schurke, dieser Teufel war Er fuhr fort Er ist von Kahira aus verfolgt worden, bis hierher, aber vergebens Selbst dem Mokardem ist er entgangen, als er Die Mokardem? Welchen Mokardem meinst du? Den der heiligen Kadirine Welcher Abdelbarak heißt? Ah, den kenne ich sehr gut Ich habe ihn in Kahira getroffen Wirklich? So freue ich mich umso mehr, dass ich dir hier begegnet bin Du wirst Freunde finden Der Mokardem ist nämlich auch mit Murad Nassur nach Fashoda Er hat einen Musabir bei sich und beide wollen unseren Sklavenzug mitmachen Da wusste ich ja auf einmal, was ich wissen wollte Es befand sich kein Bekannter von mir bei Ibn Assel Und so konnte ich es wagen, zu ihm zu gehen Eben jetzt berührte die Sonne den westlichen Horizont Und es galt, das Mogreb, das Gebet des Sonnenunterganges vorzunehmen Da ich für einen Moslem zu gelten hatte, so war ich gezwungen, wenigstens die äußeren Bewegungen mitzumachen Ich ging also zu Benil und kniete neben ihm, der bereits beim Beten war, nieder Ich hätte bei dem Fremden bleiben können, hatte aber meinen guten Grund, das scheinbare Gebet bei meinem Gefährten zu verrichten Dieser musste doch erfahren, was ich mit dem anderen gesprochen und verhandelt hatte Er hätte sonst sehr leicht einen Fehler begehen und durch irgendeine Äußerung das Gelingen meines Planes zunichte machen können Eine lange Rede durfte ich da freilich nicht halten Der Fremde konnte sich uns nähern und dann musste Benil schon unterrichtet sein Darum sagte ich ihm, als das Gebet beendet war Merke auf, ich bin ein Sklavenhändler aus Suez und heiße Am Selat Du bist mein Diener und nennst dich Omar Wir kennen Murad Nasr, von dem ich Sklaven gekauft habe, und auch den Mokadem Wir sind Nil aufwärts und kommen jetzt von Ikartum Schön, Effendi, nickte der Jüngling Um Allahs Willen sagt das Wort Effendi jetzt nicht wieder, außer wenn du ganz sicher weißt, dass wir allein sind Du hast Herz Ich habe etwas vor, wozu Mut gehört Es ist ein großes Wagnis Willst du nicht mittun, so bin ich dir nicht Kram darüber und du kannst hier im Dorfe die Ankunft der Asaka erwarten Herr, gehe wohin du willst, ich gehe mit Und wenn es in den Tod wäre Wenn es sich um eine Gefahr handelt, werde ich dich umso weniger verlassen Gut, du bist ein braver, treuer Kerl Ibn Assel befindet sich nämlich hier und ich gehe zu ihm, um seine gegen den Reis Effendina gerichteten Absichten zu erfahren und dieselben zu durchkreuzen Ich tue, als ob ich mich ihm auf dem Sklavenzuge, den er bald antreten wird, anschließen will, um von ihm Schwarze zu kaufen Ich konnte nicht weitersprechen, denn der Fremde trat zu uns und sagte Du fragtest mich, ob du in einer Hütte des Dorfes schlafen könntest Du wirst aber nicht hier schlafen können, denn ich werde dich nach dem Abendgebete zu Ibn Assel führen Warum ist dann? Ich erwarte noch ein Schiff Du weißt, dass Schiffe gewöhnlich des Nachts nicht fahren, sondern an das Ufer legen Im höchsten Fall erfährt man bis eine Stunde nach Sonnenuntergang Bis dahin muss ich also hier warten Dann aber, wenn es noch nicht gekommen ist, weiß ich, dass es heute überhaupt nicht mehr kommt und kann meinen Posten verlassen Was ist das für ein Schiff? Darf dieser junge Mann alles hören? Gegen fragte er, indem er auf Bernil deutete Ja, er ist der treueste und verschwiegenste meiner Diener und ich habe kein Geheimnis vor ihm Du hast von dem Reis Effendina gehört? Ich habe ihn sogar in Kahira gesehen Du weißt auch, welche Aufgabe er zu vollbringen hat Das weiß jeder Mann Er soll den Sklavenjägern und Händlern nachspüren und sie fangen Ich hochte, dass er ganz besondere und außerordentliche Vollmachten bekommen hat So ist es allerdings Allah verdamme diesen Hund Er hat schon viel Unheil über die Jäger gebracht und erst kürzlich im Vadilbert eine ganze Schar unserer Kameraden hingemordet Wenn er gewusst hätte, dass ich nicht nur dabei gewesen war, sondern sogar diese Schar aufgespürt und festgenommen hatte Das wird er nicht Mord, sondern Strafe nennen, sagte ich Willst du ihm das Wort reden? Nein, ich als Sklavenhändler kann doch unmöglich sein Freund sein Wenn er so fortfährt, wie er es bisher getrieben hat, wird bald kein Sklave mehr zu kaufen sein Der Jauer, von dem ich dir vorhin sagte, ist sein Freund und Gehilfe Bald wird dem einen wie dem anderen das Handwerk gelegt sein Der Jauer wird sich wohl jetzt schon in den Händen der Unsirigen befinden Und auf den Res Effendina erwarten wir stündlich Es ist also sein Schiff, welches du hier sehen willst Ja, er kommt und Ibn Asse liegt im Hinterhalte Will er das Schiff des Res Effendina angreifen? Das kann ihm nicht einfallen Das Schiff ist so gebaut und bewaffnet, dass wir trotz unserer Überzahl sehr leicht den Kürzeren ziehen könnten Wozu überhaupt kämpfen, wobei es selbst auf der Seite des Siegers verwundete und Tote gibt Man kann einen Feind auf andere Weise unschädlich machen Wie denn zum Beispiel? Man nimmt zum Beispiel Ich war außerordentlich gespannt, das folgende zu hören Wenn der Mann diesen Satz aussprach, so erfuhr ich alles, was ich wissen wollte Und brauchte mich gar nicht zu Ibn Assel und in Gefahr begeben Leider aber hielt er schon beim vierten Worte inne Legte sich wie erschrocken die Hand auf den Mund und fügte dann hinzu Fast hätte ich da mehr gesagt, als ich wohl verantworten kann Du hast so ein vertrauenerweckendes Gesicht, dass ich dir alles sagen könnte, ohne zu fragen Ob ich auch wohl das Recht dazu habe Ich will aber schweigen Ibn Assel mag es dir selbst mitteilen und ich bitte dich, ihn ja nicht merken zu lassen Dass ich so gesprächig gegen dich gewesen bin Ich bin nicht sehr mitteilsam Du kannst ruhig sein Weißt du denn gewiss, dass der Res Effendina kommen wird? Der Mann soll nicht nur schlau, sondern auch sehr vorsichtig sein Was das betrifft, so ist der Jawa, der christliche Effendina noch weit mehr zu fürchten, wie uns gesagt worden ist Ibn Assel hat dem Res Effendina eine Falle gestellt, in welche er sicher gehen wird Kennst du diese Falle? Ja, eigentlich sollte ich nicht davon sprechen, aber du bist ein Sklavenhändler und wirst mit uns ziehen Und da du schon so viel weißt, kannst du auch das noch erfahren Wir haben ihm nämlich auf eine Weise, dass er es glauben muss, weiß gemacht Dass ein großer Sklaventransport bei der Jeziree Hassani über den Nil gesetzt werden soll Er kommt also ganz gewiss, um denselben abzufangen und wird dabei in sein Verderben laufen Das Gespräch war zu Ende, wenigstens soweit es für mich Wichtigkeit hatte Ich hätte zwar gar zu gern noch erfahren, auf welche Weise der Res Effendina unschädlich gemacht werden solle Denn wusste ich das, so wusste ich eben alles und brauchte ihm nur entgegen zu gehen, um ihn zu warnen Aber ich durfte nicht weiter an den Mann dringen Er hätte leicht misstrauisch werden und Verdacht schöpfen können Wir saßen noch eine Stunde lang beisammen Unsere Aufmerksamkeit Nil abwärts gerichtet Ich war vielleicht noch mehr gespannt als der Wächter Denn wenn der Res jetzt vorüberkam, ohne dass ich ihn auf irgendeine Weise zu warnen vermochte So war er verloren Glücklicherweise aber blieb er noch aus Nun kam das Aschia, das Abendgebet Eine Stunde nach Sonnenuntergang und dann konnten wir aufbrechen Ich hatte nicht gefragt, in welcher Weise das geschehen sollte Erfuhr es aber jetzt, denn der Mann sagte Wir werden reiten Wir gehen zu dem Sheikh Il-Ballad, um uns für euch Pferde geben zu lassen Wird er sie uns geben, da er uns doch nicht kennt? Er würde sich nicht weigern, da ja eure Kamele hier bleiben Und das sind, wie ich gesehen habe, keine wertlosen Tiere Aber er tut es auch Ibn Assel zuliebe Kennt er ihn? Er ist unser heimlicher Verbündeter Du weißt, dass wir Sklavenjäger überall Helfer haben müssen, welche uns beraten oder warnen Er ist einer von ihnen Ich werde ihm, wenn ich vor Tagesanbruch zurückkehre, die Pferde wiederbringen Der Sheikh war allerdings bereit, uns die Tiere zu borgen Er wies sogar die Bezahlung, welche ich im Boot zurück Wir stiegen auf und ritten davon, in die finstere Nacht hinein Denn der Schein der Sterne hatte noch nicht die spätere Stärke erreicht Es ging wohl eine Stunde lang, gerade südwärts, wie ich merkte, in die Steppe hinein Dann bogen wir östlich nach dem Flusse um Einzelne Bäume waren erschienen Sie wurden nach und nach dichter, bis wir uns im Walde befanden Wir mussten da unter einem großen Baum erhalten bleiben, während unser Führer sich entfernte, um, wie er sagte, Ibn Assel von unserer Ankunft zu benachrichtigen und ihn zu fragen, ob er uns bringen dürfe Wir stiegen ab Hast du Angst, Defendi? Flüsterte Benil mir zu Nein, aber gespannt bin ich sehr Ich auch Wenn man uns erkennt, so ist es um uns geschehen Es ist ja niemand dabei, der uns gesehen hat Dennoch müssen wir im höchsten Grade vorsichtig sein Auf keinen Fall aber dürfen wir uns auseinander bringen lassen Damit, wenn es nötig ist, einer dem anderen helfen kann Ob es weit von hier ist? Wohl nicht Wir werden nicht allzu lange zu warten haben Das war sehr richtig, denn schon nach vielleicht zehn Minuten kehrte unser Führer zurück und sagte Mein Herr ist bereit, euch zu empfangen Nehmt die Pferde an die Hand und folgt mir langsam und vorsichtig Ihr werdet nun gleich abwärts schreiten müssen Es war stockdunkel um uns her, aber die Bäume standen nicht nahe beisammen Schon nach wenigen Schritten senkte sich das Terrain abwärts und dann sahen wir mehrere Feuer brennen, deren Schein uns trefflich zustatten kam Sie flammten hart am Ufer des Stromes, dessen Wasser sie goldig färbten Dort stand kein Baum Es war eine Om-Sufa-Strecke gewesen Aber das Gras war abgeschnitten worden und lag nun in mehreren Haufen oberhalb des Platzes Om-Sufa ist nämlich Sumpfgras, eine Saccharum-Art, welche am oberen Nile in ungeheuren Mengen vorkommt Es wächst am Ufer, im seichten, sumpfigen Wasser Wird von den Wellen losgerissen und von einer Stelle zur anderen getragen Es sammelt sich in den Buchten an, wird da wieder fortgespült und bildet dann Inseln, welche abwärts schwimmen Oft ist die ganze Breite des Stromes mit Om-Sufa bedeckt Und dann müssen die Schiffer mühsam arbeiten, um mit den Fahrzeugen durchzukommen Als wir unter den Bäumen hervortraten, sah ich gegen hundert Männer um die Feuer liegen oder kauern Ganz oder halb bekleidet, viele auch nur mit Ländenschurze Es waren alle Gesichtsfarben bis zum tiefsten Mohren schwarz vertreten Innerlich aber war jedenfalls einer so schwarz wie der andere Da, wo die Om-Sufa-Haufen lagen, standen sechs große Fässer Und oberhalb dieser Stelle erhob sich die Gestalt des Nukair aus dem Wasser Welches hier so tief war, dass das Fahrzeug sich mit der ganzen Seite dicht an das Ufer schmiegte Dort brannte, abgesondert von den anderen, ein kleines Feuer, an welchem drei Männer saßen, zu denen wir geführt wurden Sie standen bei unserem Näherkommen auf Der eine war von mittlerer, aber breiter Statur, hatte einen schwarzen Vollbart und trug einen weißen Haik Ich erkannte ihn augenblicklich Das war der Mann mit dem weißen Jebelger Fee-Kamele, den ich am Wadielbert verfolgt hatte, ohne ihn einholen zu können Eben Assel, der berüchtigste der Sklavenjäger Er musterte uns mit scharfen Blicke Und auch die beiden anderen ließen ihre Augen streng, beinahe finster auf uns ruhen Salam, grüßte ich und wollte weitersprechen Er aber winkte mir mit der Hand schweigen und fragte Dein Name? Amselat aus Suez Dieser junge Mann? Omar, mein Gehilfe Dina wollte ich doch nicht sagen, weil da Benil wohl nicht hätte bei mir bleiben dürfen Wie viele Sklaven willst du kaufen? So viel ich bekommen kann Und wohin lieferst du? Sollte ich mich in dieser Weise ausfragen lassen? Je bescheidener ich mich verhiel, desto geringer war jedenfalls meine Sicherheit Er durfte nicht denken, einen untergeordneten Charakter vor sich zu haben Darum antwortete ich diesmal in kurzem Tone Dahin, wo ich Geld bekomme Meinst du, dass ich jedermann sofort meine Geschäftsgeheimnisse offenbare? Amselat, du trittst sehr zuversichtlich auf Hast du es von einem Mann meines Berufes anders erwartet? Wie ist denn dein Auftreten? Fragt man einen Gast, ohne ihm einen Platz anzubieten, sogleich in dieser Weise aus? Wer hat gesagt, dass du mein Gast sein sollst? Niemand, aber ich halte es natürlich für ganz selbstverständlich Das versteht sich nicht so ganz von selbst Unser Einer hat vorsichtig zu sein Ich ebenso Wenn ich dir nicht gefalle, so brauche ich mich auch nicht zu bemühen, Wohlgefallen an dir zu finden Und kann wieder gehen Komm, Omar Ich drehte mich um und Benil tat ebenso Da trat Ibn Assel schnell zu mir, legte mir die Hand an den Arm und sagte Halt! Du kennst deine Lage nicht Wer hier an diesem Orte zu mir kommt, der darf nicht wieder fort Ich sah ihm lächelnd ins Gesicht und antwortete Und wenn ich dennoch gehe? So werde ich dich festzuhalten wissen Versuche es Bei diesen Worten ergriff ich Benil bei der Hand und sprang ihn hinter mir herziehend unter die Bäume hinein Glücklicherweise war er so geistesgegenwärtig, sogleich dieselbe Schnelligkeit wie ich zu entfalten Das hatte Ibn Assel nicht erwartet Wir waren fort, ehe er eine Bewegung gemacht hatte, mich festzuhalten Dann aber schrie er laut Haltet sie fest, Männer! Auf! Hinter ihnen her! Was Beine hatte, rannte in den Wald Ibn Assel selbst auch und die beiden anderen Ich hatte nur 20 Schritte weit gemacht und mich dann in einen kurzen Bogen wieder zurückgewendet Dahin, wo die Omsufahrlichtung aufhörte Dorthin drang der Schein des Feuers nicht Und dort zog ich Benil mit mir in das Schilf hinein, wo wir uns niederduckten Hinter uns erklangen die Zurufe der vergeblich nach uns Suchenden Warum liefst du denn nicht weiter? Fragte mich Benil Sie hätten uns nicht eingeholt Weil ich gar nicht fort will Du willst hier stecken bleiben? Nein, ich wollte Ibn Assel nur zeigen, dass ich mir nichts befehlen lasse Jetzt sind sie alle unter den Bäumen verschwunden Komm! Wir krochen aus dem hohen Schilfe heraus und schnellten uns nach dem Feuer hin An welchem Ibn Assel gesessen hatte Dort setzten wir uns nieder Drei Flinten und drei Tabakspfeifen lagen da Und daneben stand ein tönernes Gefäß mit Rauchtabak Wir stopften uns schnell jeder eine Pfeife und steckten sie in Brand Da erscholl hinter uns ein Ruf der Verwunderung Dort sitzen sie ja! Dort am Feuer! Dieser Ruf ging von Mund zu Mund weiter und man kehrte ebenso schnell wie man davon gelaufen war Wir saßen ruhig da und rauchten Die Männer wussten nicht, was sie dazu sagen sollten Sie riefen, schrien und lachten durcheinander Ibn Assel musste sich Bahn brechen, um zu und zu gelangen Allah Akbar, Gott ist groß Und das rief er aus Was fällt euch ein? Wir suchen euch und ihr sitzt hier Ich wollte dir nur zeigen, dass ich mich entfernen kann, wenn ich mich entfernen will Ihr hättet uns gewiss nicht einholen können Aber ich bin gekommen, um ein Geschäft mit dir zu machen Und werde nicht eher fortgehen, als bis es zustande gekommen ist Ich sagte das in einem so zuversichtlichen Tone Dass sein vorher so finsteres Gesicht sich zu einem Lächeln verzog Und er kopfschüttelnd sagte Amselat Einen Mann wie du bist, habe ich noch nicht gesehen Du bist außerordentlich keck Da mir das aber gerade gefällt So will ich dir den Schabernack, den du uns gespielt hast, nicht anrechnen Kehrt an eure Plätze zurück Dieser Befehl galt seinen Leuten, welche denselben sogleich befolgten Er setzte sich zu meiner Rechten nieder Und die beiden anderen folgten diesen Beispiele Ja, keck war ich gewesen Und nun galt es abzuwarten, ob es gute Folgen haben werde Wir waren weder gegrüßt noch willkommen geheißen worden Und solange dies unterblieb, durften wir uns nicht sicher fühlen Ibn Assel nahm die dritte Pfeife, stopfte sie, zündete sie an Und sagte dann, mit dem Rauch fast gerade in das Gesicht blasend Was soeben geschehen ist, habe ich wirklich noch nicht erlebt Entweder du bist ein leichtsinniger Spaßvogel Oder ein viel erfahrener Händler Das erstere nicht, sondern das letztere Antwortete ich Ich bin durch viele Gefahren gegangen und fürchte mich nicht, wenn jemand mich empfängt, ohne mich sofort willkommen zu heißen Kann ich dir Mahaba sagen, ohne dass ich dich kenne? Ja und auch nein Jeder tut es nach seiner Art Ich heiße jeden willkommen, der mich aufsucht Und wenn er ein schlechter Mensch ist? So habe ich stets noch Zeit, ihn wieder fortzujagen Nachdem du den Schaden erlitten hast Nein, erst die Prüfung und dann die Entscheidung So prüfe Mir soll es angenehm sein Aber ich sage dir, dass ich sehr ermüdet bin Wir sind heute weit geritten und bedürfen des Schlafes Habe also die Gewogenheit, deine Prüfung nicht etwa über die ganze Nacht auszudehnen Er sah die beiden anderen und diese blickten wieder ihnen an Sie wussten nicht, ob sie lustig oder grimmig dreinschauen sollten Bis Benil mit sehr ernsthafter Miene hinzufügte Und Hunger haben wir auch Da lachte Ibn Asse laut auf und antwortete Bei Allah, ihr seid sonderbare Menschen Aber ich will einmal von meinen Gewohnheiten abweichen und euch Vertrauen schenken Das kann dir doch gar nicht schwerfallen Sagte ich Eigentlich wäre es viel schwerer für mich, Vertrauen zu dir zu hegen Wir haben das Wagnis unternommen, dich aufzusuchen Ist das nicht der beste Beweis, dass wir es ehrlich meinen? Ich sollte das eigentlich denken Denke es, so wirst du dich nicht irren Ich war sehr erfreut, als ich hörte, dass du hier bei der Jezireh seist Ich wollte hinauf nach dem Bar El Gaza oder gar bis zum Bar El Jebel, um dort irgendeine Seriba aufzusuchen Das wäre eine weite Reise ins Ungewisse hineingewesen Jetzt kann ich, wenn du es erlaubst, mich zu dir halten Es fragt sich, welche Preise du bezahlst Wie die Ware, so der Preis Ich kaufe den Riki gleich frisch vom Fange weg und transportiere ihn selbst Du hast doch aber keine Leute dazu Die werbe ich später an Ich denke, dass ich bei den Shiluk oder Noer genug Krieger bekommen werde Das erfordert viel Geld Das heißt viel Ware, denn da oben wird nur mit Ware bezahlt Die kaufe ich in Fashoda Geld habe ich Dann wagest du freilich viel Wie nun, wenn ich dich töte, um dir das Geld abzunehmen? Du bist zu klug, um dies zu tun Nennst du es Klugheit von mir, dir dein Geld zulassen? Ja, beraubtest du mich jetzt So hättest du einen einmaligen Gewinn Bist du aber ehrlich, so kannst du oft und viel mehr von mir verdienen Du rechnest richtig Es wird dir bei mir nichts geschehen So freut es mich, dass ich mich in dir nicht getäuscht habe Was mich betrifft, so wird Murat Nasr für mich bürgen Das ist es, was mich bewogen hat, dich zu mir zu lassen Du kennst ihn Du hast von ihm gekauft Und so will ich annehmen, dass ich mit dir werde zufrieden sein können Ich habe nichts dagegen, dass du mit mir ziehst Wohin wird dein Zug gerichtet sein? Davon später Jetzt wollen wir uns nur erstmal kennenlernen Ich heiße dich willkommen, dich und deinen Gehilfen Ihr sollt bei mir schlafen und jetzt auch mit uns essen Von den anderen Feuern drang ein sehr appetitlicher Bratenduft herbei Man hatte, wie ich erfuhr, am Nachmittag einen Rind geschlachtet Es war in Streifen zerschnitten worden, welche man jetzt röstete Wir erhielten unseren Anteil und aßen wacker mit Dabei wurde gesprochen, das heißt, ich musste sprechen Ibn Assel fragte mich aus, er wollte so viel wie möglich von mir hören Mich, meine Vergangenheit, meine Verhältnisse so eingehend wie möglich kennenlernen Ich gab ihm den ausführlichsten Bescheid Natürlich war alles, was ich erzählte, ersonnen Ich dachte mir einen Sklavenhändler in Suez Malte mir die Umstände aus, in welchen er sich befinden konnte Kalkulierte über die möglichen Geschäftsverbindungen Dachte nach, welche Reisen er gemacht haben könne Und brachte, da ich die betreffende Szenerie zur Genüge kannte Mit leidlichem Glück ein Bild fertig Für welches Ibn Assel sich mehr und mehr zu interessieren begann Der Mann taute auf und teilte mir später auch Verschiedenes aus seinem Leben mit Was ich da hörte, machte mich grauen Dieser Mensch hatte nie ein Herz, ein Gewissen gehabt Seine Seele schien gar nichts Menschliches zu haben Er hatte eine wahre, wirkliche Lust am Bösen Und je mehr und je länger er erzählte Desto größer wurde der Abscheu, in welchen er mir einflößte Er hingegen schien immer mehr Wohlgefallen an mir zu finden Seine Aufrichtigkeit wuchs Er erzählte mir schließlich von mir selbst Von dem Schaden, den ich ihm durch die Befreiung der Frauen und Mädchen der Fessara bereitet hatte Er schilderte mich, natürlich von seinem Standpunkt aus Und aus jedem seiner Worte sprach ein Hass, ein Grimm gegen mich Der einen anderen als mich vielleicht zum Zittern gebracht hätte Er teilte mir mit, dass er mir Leute entgegengesandt habe Welche mich in der Steppe aufheben sollten Und schloss mit den Worten Diesen Leuten habe ich meinen Vater zum Anführer gegeben Und bin also sicher, dass nichts versäumt werden wird, seiner habhaft zu werden Man kann ihn aber doch leicht umgehen, meinte ich Kennt man denn die Richtung, in welche er kommt? Ziemlich genau Er wird sich ganz gewiss von den Fessara Einen Führer mitgeben lassen Und wir wissen, welchen Weg die Fessara einschlagen Wenn sie nach Ikartum reisen Diesmal ist es ihm unmöglich, uns zu entkommen Und dann sollst du an ihm sehen Wie viel hundert Schmerzen und Qualen Ein Mensch zu ertragen vermag Bevor er stirbt So willst du ihn zu Tode matern Ja, er soll jedes Glied einzeln verlieren Ich werde ihm die Nase, die Ohren, die Lippen, die Zunge, die Augen nacheinander nehmen Und was geschieht mit den Ersackern, die ihn begleiten? Ich habe den Befehl erteilt, dieselben einfach über den Haufen zu schießen Man wird ihn mir also ganz allein bringen Mein Vater kann in jedem Augenblicke zurückkehren Also jedes Glied, jedes Sinnesorgan Sollte mir einzeln abgeschnitten Ausgestochen oder herausgerissen werden Das war ein außerordentlich tröstlicher Gedanke Für mich für den Fall Dass man entdeckte, wer ich war Die Haare hätten wir zu Berge steigen mögen Dennoch wagte ich es, eine Erkundigung einzuziehen Die mir leicht verderblich werden konnte Ich nannte nämlich den Fakir El-Fukhara Und fragte ihn, ob er denselben kenne Freilich kenne ich ihn, antwortete er Er ist doch auch Sklavenjäger gewesen Gewesen? Jetzt also nicht mehr? Nein, er ist fromm geworden und bereitet sich auf die Zukunft vor Hat er irgendeinen besonderen Plan für dieselbe? Das ist möglich, er redet nicht davon Er liest viele Bücher, weltliche und geistliche Und es kommen und gehen bei ihm Leute, die man nicht kennt Und mit denen er lange und geheime Unterredungen hält Vielleicht will er ein großer Marabut oder ein Wanderprediger des Islam werden Vielleicht aber ist das auch nur eine Maske, unter welcher er ganz andere Absichten verbirgt Er hasst den Vizekönig, welcher ihn aus dem Amtdeck gejagt hat und wird sich wohl auf irgendeine Weise an ihm rächen wollen Sollte es diesem Manne mit seiner Madischaft wirklich ernst sein? Wenn das der Fall war, so hatte ich eigentlich die Verpflichtung, die Regierung zu warnen Er hatte davon gesprochen, dass der Madi sich mit einem höheren ägyptischen Offizier verbünden werde Vielleicht hatten die Besuche, welche er empfing, unter anderem auch den Zweck, eine solche Verbindung anzuknüpfen oder gar schon zu pflegen Ich nahm mir vor, zuerst dem Res Effendina Mitteilung zu machen, welcher diese Angelegenheit leichter zu beurteilen vermochte als ich Erst viel später, als der Aufstand im Sudan im Gange war, hörte ich, dass mit jenem Offiziere wohl Arabi Pasha gemeint gewesen sei Doch steht es sehr zu bezweifeln, dass er damals schon mit ihm in irgendeiner Beziehung gestanden habe Leider konnte ich noch immer nicht das erfahren, was zu wissen mir am notwendigsten war Ibn Assel brachte das Gespräch nicht wieder auf den Res Effendina Ich hütete mich zwar, die Rede direkt auf denselben zu lenken Aber ich gab mir alle Mühe, ihn indirekt und ohne dass er es bemerkte, auf diesen Gegenstand zu leiten Doch vergeblich Es verging die Zeit bis nah an Mitternacht und dann erklärte er, dass er nun schlafen wolle Und forderte mich auf, ihn zu begleiten Wohin? fragte ich Auf das Schiff Dort haben wir mehr Schutz vor den Mücken und ich werde dir ein Mückennetz geben Du schläfst bei mir Daraus kannst du ersehen, dass ich Wohlgefallen an dir gefunden habe Ich glaubte ihm das Letztere Obgleich er mich auch leicht aus dem Grunde, mich unter seiner besonderen Aufsicht zu behalten, zu sich einladen konnte Ich möchte dir nicht lästig fallen, wandte ich ein Ich bin gewöhnt auf meinen Reisen mit Omar, meinem Gehilfen zu schlafen Erlaube, dass er bei mir bleibt Ich habe nur Platz für mich und dich Er soll auch eine gute Stelle erhalten, denn er wird bei meinen Offizieren schlafen, welche auch eine eigene Kajüte haben Eine weitere Einwendung durfte ich nicht machen, da ein solches Beharren auf meinem Willen ihn sehr leicht stutzig hätte machen können Darum musste ich mich fügen Übrigens glaubte ich keinen Grund zu haben, auf das Beisammensein mit Benil zu dringen Es war bisher ja alles sehr gut abgelaufen Und ich hatte nicht die mindeste Ursache anzunehmen, dass uns bis zum Morgen irgendeine Gefahr drohte Im Verlauf unseres Gespräches hatte ich beobachtet, dass viele der Sklavenjäger an Bord gegangen waren Um jedenfalls der lästigen Mücken halber im Schiffe zu schlafen Das Innere desselben schien also jetzt leer zu sein, da es so viele Schläfer fassen konnte Es führte eine Art Leiter, an welcher wir emporstiegen, vom Ufer auf das Deck Dort angekommen, wendeten sich die beiden anderen, die er als seine Offiziere bezeichnet hatte, nach vorn Sie nahmen Benil mit, ich fand keine Zeit, ihm irgendwelche Verhaltensmaßregeln zu erteilen Ibn Assel ging mit mir nach hinten Der Unterschied zwischen einer Daha Bidje und einem Nokea besteht darin, dass der Letztere ein offenes Verdeck hat Wenigstens ist der mittlere Teil des Fahrzeuges frei Vorn befindet sich gewöhnlich die Schiffsküche, welche einige Sklaven hinzubedienen haben Und hinten gibt es ein kleines Verdeck, einen Verschlag, in welchem der Herr des Schiffes oder der Rees zu wohnen pflegt Ob die Eidechse diese Einrichtung auch besaß, das konnte ich trotz des jetzt ziemlich hellen Sternlichtes nicht erkennen Dass sich hinten eine Kajüte befand, das erfuhr ich allerdings, denn Ibn Assel führte mich in dieselbe Sie bestand aus zwei Abteilungen, einer vorderen, kleineren und einer hinteren, größeren Er blieb in der ersteren stehen und brannte eine Lampe an Beim Scheine derselben sah ich, obgleich ich nur wenig Zeit zur Umschau hatte, dass rechter Hand ein Sitzkissen lag Während zur Linken ein Holzkasten stand, in welchem allerlei Handwerkszeuge, wie sie auf einem Schiffe zu jeder Zeit gebraucht werden, sich befanden Dieser letztere Umstand wurde mir später sehr wichtig Tritt schnell ein, damit keine Mücken mit hineinkommen Dann forderte er mich auf, indem er eine Matte, welche die beiden Abteilungen voneinander schied, zur Seite schob Ich folgte seiner Aufforderung Und als er dann die Lampe an einer an der Decke befestigten Schnur aufgehangen hatte, konnte ich die Einrichtung der Kajüte sehen Sie bestand nur aus einigen Kissen, welche an den Holzwänden lagen Und einer höchst unkünstlerisch bemalten Kiste, die seinen Kleiderbehälter bilden mochte Er nahm aus derselben zwei Mückennetze, von denen er mir das eine gab Ich wickelte mich kunstgerecht hinein, und er tat mit dem Seinigen dasselbe War ich der Meinung gewesen, dass sie nun schlafen würden, so hatte ich mich geirrt Er sagte mir vielmehr, dass er Lust habe, sich weiter zu unterhalten, bis das Öl der Lampe ausgebrannt sei Das war mir gar nicht unlieb, denn auf diese Weise konnte ich vielleicht doch noch das erfahren, was ich bis jetzt vergeblich hatte wissen wollen Du hast zwar gesagt, dass du müde seist, meinte er Aber du kannst ja an den Tag hinein schlafen, solange es dir beliebt Mit diesen Worten gab er mir eine vortreffliche Handhabe, welche ich auch sofort benutzte, indem ich bemerkte Wenn du noch nicht schläfrig bist, will ich sehr gern noch mit dir plaudern Aber ausschlafen werde ich wohl nicht können Warum? Weil du den Res Effendina erwartest, mit dem es doch, wie ich vermute, zum Kampfe kommen wird Fürchtest du dich davor? Fällt mir nicht ein Ich habe schon sehr oft Pulver gerochen, bin kein ganz schlechter Schütze und wünsche sogar mit dabei sein zu dürfen, wenn es losgeht Es wird nicht viel Pulver zu verknallen geben, denn die Sache soll in möglichster Stille vor sich gehen Aber wenn du Lust hast, die Schädel einige Asaka einzuschlagen, so habe ich gar nichts dagegen Also nicht geschossen, sondern geschlagen und gestochen soll werden? Mir gilt das gleich, ich bin auf alle Fälle gern dabei Aber wie kommen wir von deinem Nokia aus auf das Schiff des Res Effendina? Dies zu besteigen, werden wir uns sehr hüten Feuer ist besser als Pulver Ah, du willst das Schiff des Res Effendina verbrennen? Das wird dir schwer werden Hast du vielleicht einen Mann bei ihm an Bord, der es anzündet? Nein, auf diese Weise würde ich meinen Zweck nicht erreichen Denn der Brand würde bald bemerkt und gelöscht werden und ich hätte das nachsehen Ich fange die Sache ganz anders an Und zwar so, dass kein einziger Mann entkommen kann und auch kein Sparen des Schiffes übrig bleibt Mir unerklärlich Ja, du hast schon sehr viel erlebt und manches erfahren, was andere nicht kennenlernen Aber der richtige Schick und Kniff, der fehlt dir noch Ein Sklavenjäger darf keine Schonung kennen Es handelt sich hier um sein oder nicht sein Es muss entweder der Res Effendina oder ich zugrunde gehen Und da ich nicht dazu Lust habe, so mag es ihn treffen Aber auch gleich so, dass Rettung für ihn die reine Unmöglichkeit ist Recht hast du da Nach allem, was ich von dir erfahren habe, würde ich an deiner Stelle ebenso energisch handeln Nur sehe ich nicht ein, durch welches Mittel du so sicher und so schnell zum Ziele gelangen willst Du könntest es eigentlich erraten Doch ich will es dir sagen Hast du die Omsofarhaufen gesehen? Natürlich, sie sind ja groß genug Ich habe die Omsofar niederschneiden lassen, um erstens Platz zum Lagern Und zweitens Material zum Feuer zu bekommen Hast du die Fässer bemerkt, welche in der Nähe stehen? Ja Sie sind mit dem Stoffe gefüllt, welchen der Res vernichten wird Es ist nämlich Gas darin Gas? Ah, ich beginne zu begreifen Aber wie bringst du dieses gefährliche Öl auf sein Schiff? Auf? Ich brauche es doch nicht auf, sondern nur an dasselbe zu bringen Die Sache ist viel leichter, als du denkst Ich bin überzeugt, dass er in Hengazi halten wird Dadurch gewinne ich Zeit zu meiner Vorbereitung Du weißt, dass ich in Hengazi einen Wächter habe Dieser kommt, sobald der Res dort anlangt, hierher geritten, um es mir zu melden Der Nil wird durch die Jeziree in zwei Arme geteilt Von welchem der, auf dem wir uns jetzt befinden, der ruhigere und sicherere ist Und der Res würde also nach dieser unserer Seite steuern Ich bilde aus meinen Leuten drei Abteilungen Die erste bleibt bei den Fässern Die zweite besetzt das Ufer bis möglichst weit hinab Und die dritte drüben den Rand der Insel Auf diese Weise wird der Flussarm, den der Res benutzen muss An beiden Seiten von meinen Kriegern eingefasst Welche sich natürlich nicht sofort sehen lassen dürfen Wenn sich das Schiff so weit genährt hat, dass es nicht mehr entfliehen kann Werfen die bei den Fässern stehenden das Petroleum in den Fluss Und die dürre, schnell angebrannte Omsufar dazu Das Öl wird sich über das Wasser verbreiten Und um das Schiff ein Feuermeer bilden Aus welchem es nicht zu entkommen vermag Was sagst du zu diesem Plane? Mich schauderte vor diesem Manne Doch zwang ich mich in bewunderndem Tone zu antworten Er ist herrlich Einzig Entstammt er deinem eigenen Kopfe oder einem anderen? Ich selbst habe ihn mir ausgedacht Meinte er mit hörbarem Stolze So bewundere ich dich Ich wäre niemals auf einen solchen Gedanken gekommen Höchstens hätte ich dem Res irgendwo aufgelauert Um ihm heimlich eine Kugel zu geben Und sein Anhang wäre leben geblieben? Nein Sie müssen alle Alle zur Hölle Wie nun, wenn sie Zeit finden Das Schiff an das Ufer zu steuern? Sie mögen es versuchen Bedenke doch, dass sie sich binnen wenigen Augenblicken Mitten in Flammen befinden Dass sie unbedingt ersticken müssen Das Schiff wird sofort lichter Lob brennen Dennoch habe ich auch an den Fall gedacht Dass sich einige in das Wasser werfen werden Um das Ufer zu erreichen Sollten sie, was ich für eine Unmöglichkeit halte Dem Feuer und den Krokodilen entgehen So stehen ja meine Leute hüben und rüben am Wasser Von denen sie mit den Gewehrkolben erschlagen werden Du siehst wohl ein, dass kein einziger entkommen kann Kann das Feuer nicht deinem eigenen Urkehr gefährlich werden? Nein Aber welche Folgen wird es für dich haben? Du wirst von den Soldaten des Vizekönigs gehetzt werden, bis sie dich haben Und dann dreimal wehe dir Wird man erfahren, wie das Feuer entstanden ist? Vielleicht Es ist ja möglich, dass es sich bis Zengazi hinabverbreitet Man wird natürlich sehen, dass es vom Öle stammt Und sich fragen, wer das selber in den Fluss gegossen hat Mag man das immerhin fragen? Niemand wird es beantworten Bist du deiner eigenen Leute sicher? Ja Ja, keiner von ihnen wird plaudern Dann mache ich dich, da ich es gut mit dir meine, noch auf eins aufmerksam Wie nun, wenn außer dem Rees noch ein anderes Schiff erscheint? So geht es mit zugrunde Oder wenn von oben herab ein Fahrzeug kommt? Dieses würde anhalten und Zeuge des Schauspieles sein Damit wärst du verraten Hoffentlich kommt dieser Fall nicht vor Sollte es aber doch geschehen Nun, so kann ich es nicht ändern Ich würde dieses Schiff auf irgendeine Weise zum Anlegen bewegen Und dann doch tun, was ich mir vorgenommen habe Ich kann nicht dafür, wenn mein Petroleum zufälligerweise sich entzündet Und der Rees Effendina so dumm ist, sich mit seinem Fahrzeug in das Feuer zu wagen Wer kann mich da bestrafen? Hm, wollen wünschen, dass lieber gar keine Störung dazwischen kommt Und wenn sie jetzt käme, ich mache mir nichts daraus Bin ich nicht schon jetzt verfolgt genug? Darf ich mich in Ikratum sehen lassen? Werde ich nicht schon heute gejagt? Ich bin vogelfrei Niemand als nur ich allein weiß, wo ich eigentlich wohne Ich bin gegen die Gesetze und sie sind gegen mich Ich habe hier noch mehreres auszuführen und dann werde ich verschwinden Es kann mir also sehr gleichgültig sein, da man es erfährt, dass der Rees durch mich umgekommen ist Schade nur, dass ein Schiff verbrennt, ohne dass ich die geringste Beute machen kann Aber was mir da angeht, das wird mein Sklavenzug mir einbringen Ich werde eine Gasuar unternehmen, wie es noch keine gegeben hat Das sollst du erfahren Sprechen wir jetzt nicht davon Die Lampe verlöscht und wir wollen nun schlafen Es war nicht viel Öl in der Lampe gewesen Das Flämmchen wurde kleiner und kleiner und verlöschte endlich ganz Es wurde dunkel in dem kleinen Raume Was hatte ich erfahren? War es denn möglich, dass ein Mensch auf einen so teuflischen Gedanken kommen konnte? Die Ausführung dieses schrecklichen Planes musste verhindert werden Aber wie? Das Einfachste und Beste war, mich mit Benil vom Schiffe zu schleichen und nach Engazi zurückzukehren und im Rees zu warnen Aber wo war Benil und lag es in der Möglichkeit, ihn von seinen beiden Mitschläfern, ohne dass sie es bemerkten, fortzubekommen? Es musste versucht werden Konnte aber natürlich nicht eher geschehen, als bis Ibn Assel eingeschlafen war Ich wartete mit Schmerzen auf diesen Augenblick Minuten vergingen, lange, lange Minuten Endlich hörte ich seinen leisen, regelmäßigen Atemzügen an, dass er schlief Ich wickelte mich aus dem Netze und kroch zu ihm hin Das Ohr, seinem Gesicht nähernd, horchte ich Ja, das war das Atmen eines wirklich Schlafenden Er verstellte sich nicht Dennoch ergriff ich eines seiner Beine und schüttelte es leise Er erwachte nicht davon Er schlief also fest Ich kroch hinaus in den vorderen Raum Dort hatte ich abgelegt, ließ aber meine Sachen liegen, da sie mich beim heimlichen Suchen nach meinem Gefährten gehindert hätten Als ich das offene Verdeck erreichte, blieb ich zunächst im tiefen Schatten der Kajüte stehen, um mich umzusehen Die meisten Sklavenjäger hatten den Schiffsraum aufgesucht Dort war die Luft zwar schwüler als im Freien, aber man hatte nicht so viel von den lästigen Stechmücken zu leiden Ein einziges Feuer, das vom Schiffe entfernteste, brannte noch An demselben lagen durch den Rauch gegen die Insekten geschützt einige Schläfer Hatte man Wachen ausgestellt? Ich sah und hörte keine Auf dem Deck, welches im Halbdunkel des Sternenscheines dalag, gab es keine Bewegung Ich legte mich nieder und kroch nach hinten Ich kam an der nach unten führenden Luke und an dem Mast vorüber, ohne jemanden zu erblicken Auch weiterhin gab es keinen Menschen So gelangte ich ganz nach vorne und sah, dass es da allerdings auch eine Kajüte gab Die Küche stand nämlich auf der Mitte des Vorderteiles und nicht, wie es sonst zu sein pflegt In dem Winkel des Schiffsschnabels Aus diesem letzteren war vielmehr auch ein Verschlag gebildet worden, aus welchem ich halblaute Stimmen erklingen hörte Ich kroch ganz nah an die dünne Bretterwand und lauschte Die beiden Offiziere und Benil schliefen noch nicht Sie sprachen miteinander und schienen noch ganz munter zu sein Ich konnte ihre Worte ziemlich deutlich verstehen Und erkannte aus denselben, dass Benil sich bestrebte, die beiden auszufragen Der Eifer des jungen Mannes mir nützlich zu sein, war so groß, dass er den Schlaf opferte und seine Genossen auch munter zu erhalten suchte Das machte mir einen dicken Strich durch die Rechnung Sie konnten noch lange, lange sprechen War es dann noch möglich, uns zu entfernen, ohne gesehen zu werden? Die Vogelwelt des Nils erwacht schon vor dem Anbruch des Tages Wurden die Stimmen derselben laut? So erwachten die Schläfer Und es war zur Flucht zu spät Übrigens hörte ich es am Schalle der Stimmen, dass die drei Sprechenden für meinen Zweck nicht günstig lagen Benil lag nämlich hinten Und der Raum war so klein, dass er, selbst wenn die anderen geschlafen hätten, sich nicht entfernen konnte, ohne über sie hinwegzusteigen Dabei musste er sie aber wecken Wenigstens war dies mehr wahrscheinlich als unwahrscheinlich Was aber tun? Benil war nicht herauszubekommen, aber ohne ihn konnte ich unmöglich fort, denn das wäre der sichere Tod des braven Kerls gewesen Ich musste also auch bleiben Aber die fürchterliche Gefahr, welche der Res Effendina ahnungslos entgegenging Sie musste unbedingt abgewendet werden, und zwar sogleich Er konnte schon früh am Morgen angesegelt kommen, und dann war es zu spät Ja, wenn es sich um einen Angriff, einen Überfall, nicht aber um dieses höllische Petroleum gehandelt hätte Ich muss es unschädlich machen Wenn dann der Reh kam, so verbrannte er wenigstens nicht und konnte sich, falls er angegriffen wurde, verteidigen Sollte ich hinabsteigen und die Fässer in das Wasser wälzen? Nein, denn das hätte Geräusche verursacht Ich konnte nicht wissen, wie weit sie fortschwammen Wurden sie bald wieder an das Ufer gespült und da vom Schilfe festgehalten So ließ Ibn Assel sie holen und führte seinen Plan dann trotzdem aus Sie mussten also stehen bleiben Und doch sollte das Petroleum fort Anbohren? Ah! Mir fiel der Werkzeugkasten ein Vielleicht lag ein Bohrer darin Das war der einzige Weg, auf welchen mich das Verderben von dem Rehs und seinen Asakern abwenden konnte Aber was würde Ibn Assel sagen, wenn er früh bemerkte, dass die Fässer leer seien? Mir gleichgültig Ich durfte nicht an mich denken und musste es eben darauf ankommen lassen, dass ich für den Täter gehalten wurde Ich kehrte also so rasch wie möglich in die hintere Kajüte zurück Ibn Assel atmete wie vorher Es schlief noch ebenso fest Nun langte ich in den Kasten und nahm ein Werkzeug nach dem anderen aus demselben Das hatte seine großen Schwierigkeiten, da ich jedes, auch das kleinste Geräusch vermeiden musste Es gelang Ich fand einige Bohrer Mehrere waren so stark Das Loch oder vielmehr die Löcher sollten nicht so groß sein, dass man sie sogleich bemerkte Fast ganz unten auf dem Boden lag einer, welcher nicht ganz die Dicke eines Bleistiftes hatte Dieser passte mir Ich steckte ihn ein und legte die Werkzeuge leise wieder in den Kasten Dann lauschte ich abermals auf den Atem des Schläfers und huschte endlich hinaus und über das Deck hinüber nach der Stelle, an welcher die Leiter lehnte Dort lugte ich erst vorsichtig über Bord, ob vielleicht ein Posten unten stehe, und stieg, als dies nicht der Fall war, hinab Die kurze Strecke bis hin zu den Fässern war bald zurückgelegt und ich begann die Arbeit Jedes Fass musste zwei Löcher bekommen, eins oben, um den Zutritt der Luft zu vermitteln, und eins unten zum Abfluss des Öles Ich brachte sie an solchen Stellen an, auf welcher meiner Ansicht nach das Auge nicht gleich fallen würde Dabei musste ich mich hüten, mit dem ausfließenden Öle in Berührung zu kommen Durch Ölgeruch oder gar Ölflecke wäre ich verraten worden Die Fässer standen, um schnell aufgeschlagen und in den Fluss geworfen zu werden, ganz nahe am Wasser Die Flüssigkeit hatte nur drei oder vier Fuß zu laufen, um das letztere zu erreichen Nach nicht ganz einer Viertelstunde war ich fertig, spülte den Bohrer im Flusse rein, wischte ihn im Schilfe sorgfältig ab und stieg dann wieder an Bord In der Kajüte angekommen, legte ich ihn in den Kasten und kroch dann wieder in mein Moskitonetz Das Herz war mir unendlich leicht Ich hatte vielen Menschen das Leben erhalten und einen Bubenstreif verhütet, wie er im Nichtswürdiger gar nicht gedacht werden kann Aber die Folgen für mich Nun, die konnte ich unter den gegebenen Umständen nicht von mir abwenden und musste eben ruhig warten, was geschehen werde Die Aufregung, in welcher ich mich denn doch befunden hatte, legte sich, und ich schlief ein Als ich erwachte, geschah dies nicht von selbst, sondern Ibn Assel weckte mich Steh auf, Amel Salat, sagte er Du wirst ausgeschlafen haben, denn es ist später Morgen und es wird bald zu tun geben, da Res Efendina kommt Ich war natürlich sofort vollständig munter und sprang empor Mein erster Blick galt seinem Gesicht Es war nichts darin, was mich hätte vermuten lassen, dass meine Tat bereits entdeckt worden sei Seine Augen glänzten unternehmend, er nickte mir sogar freundlich zu und fuhr fort Ja, ja, du staunst? Die Stunde ist gekommen Geh heraus, der Kaffee steht bereit für dich Draußen vor der Kajüte lag ein Polster, auf welches ich mich setzen sollte Eine alte, hässliche Negerin brachte mir den erwähnten Morgentrunk Die Sklavenjäger lagerten am Ufer, ganz so, wie ich sie gestern Abend angetroffen hatte Darum fragte ich Der Res kommt, sagst du? Aber deine Leute befinden sich noch nicht auf ihren Posten Das ist jetzt noch nicht notwendig Ich erhielt soeben erst die Nachricht, dass er in Hengazi angekommen sei und bei der dortigen Mischra angelegt habe Nun weiß man nicht, wie lange er dort liegen bleibt Es können Stunden vergehen, er abfährt Darum habe ich wieder einen Posten ausgesandt, welcher auf halben Wege zwischen hier und Hengazi aufzupassen hat Erst wenn dieser zurückkehrt, ist es Zeit, dass jeder seine Stelle einnimmt Es wird doch kein anderes Schiff dazukommen Aufwärts nicht, sonst hätte mein Wächter es gesehen Und abwärts Bei der Hölle, es wäre fatal, wenn da jetzt eins käme Du würdest es vorüberlassen? Gewiss nicht, ganz gewiss nicht Die Bemannung würde im Vorüberfahren uns und Unukair sehen und dem Res davon Meldung machen Das ist nicht ganz so gewiss Die Leute würden vielleicht bei ihm vorübersegeln, ohne mit ihm zu reden Da kennst du diesen Hund nicht Er redet über jedes ihm begegnende Schiff an Lässt es halten und zwingt es, sich nach Sklaven untersuchen zu lassen Er würde ganz sicher erfahren, dass sie ein Unukair hält Und das müsste ihm auffallen Er würde Verdacht schöpfen, sich in Acht nehmen Und mit meinem schönen Plane wäre es aus Nein, kommt jetzt ein Fahrzeug von oben So wird es angehalten und muss warten, bis die Sache vorüber ist Und für alle Fälle gesichert zu sein, werde ich auch stromaufwärts einen Posten aufstellen Die Zeit zum Handeln ist da und ich lasse mich durch kein Dazwischenkommen irre machen Er ging an das Land, um einen Mann fortzusenden Während dieser Zeit kam Ben Neal zu mir Es befand sich niemand in unserer Nähe Darum konnten wir ungestört und ohne Scheu miteinander sprechen Du hast sehr lange geschlafen, Herr Sagte er Fast wolltest mir bange werden Hast du denn nicht an das gedacht, was auf dem Spiele steht? Ich habe nicht nur gedacht, sondern auch getan Mehr als du denkst Und ich habe gar nicht geschlafen Ich konnte vor Angst um unseren Rees Elfendina kein Auge schließen Ich natürlich auch nicht Die beiden Offiziere wurden gestern Abend noch gesprächig Und erzählten mir, dass der Rees verbrannt werden soll Denke dir Mit dem Petroleum da unten in den Fässern Du weißt es? Ja, ich erfuhr es von Ibn Arsel Herr, was tun wir? Der Rees Elfendina naht und dort ist das Petroleum Es ist schrecklich, unendlich schrecklich Und dabei hast du geschlafen und dich um nichts bekümmert? Zanke nicht Es ist nicht ganz so schlimm, wie du denkst Ich habe die Fässer während der Nacht angebaut Das Öl ist abgelaufen Allah, Allah, ist das wahr? Ja, es ist mir nicht leicht geworden Ich wollte fliehen und dich mitnehmen Hört euch aber reden Du lagst hinten im Verschlage und konntest nicht vor Da musste ich auf dich verzichten und allein handeln Drum roch es, als ich aufstand nach Petroleum Die Leute schrieben das der Ausdünstung der Fässer zu Und im Schilfe lagen einige tote Fische Weiter unten wird es jedenfalls mehr abgestandene Fische und anderes Getier geben War das Wasser etwa gefärbt? Nein So ist das Öl entweder sehr rein gewesen Oder der kräftige Morgenwind hat die Rückstände hier fortgespielt Das ist vortrefflich für uns Ich sehe gar nichts Vortreffliches her Wenn man es entdeckt, wird der Verdacht natürlich auf uns fallen Sehr wahrscheinlich Aber wer kann uns etwas beweisen? Nach Beweisen fragen diese Menschen nicht Wir müssen fort, wir müssen augenblicklich fort Es wäre allerdings am allerbesten für uns, wenn wir uns entfernen könnten Aber es gibt einige Bedenken dagegen Welche denn? Erstens können wir es nicht unbemerkt tun Und sieht man, was wir wollen, so hält man uns auf Und wir haben verlorenes Spiel Wir machen es wie gestern Abend Wir laufen davon Da ruft man uns an und wenn wir nicht gehorchen, schickt man uns Kugeln nach Das hat man gestern nicht getan Es war Abend und dunkel Jetzt aber ist es Tag und hell Das ist ein großer Unterschied, bedenke das Gestern Abend hätten wir entkommen können, weil es finster war Niemand konnte auf uns zielen Jetzt aber hätten wir jeder sehr bald einige Kugeln in dem Leibe Und wohin sollen wir die Flucht richten? Nach Hengazi, durch die offene Steppe, wo jeder Verfolger leicht auf uns zielen kann? Wir schießen doch auch Ja, aber wenn wir schießen wollen, müssen wir stehen bleiben und geben dadurch den Verfolgern Zeit, in Masse an uns zu kommen Nein, nein, damit ist es nichts Und unsere Flucht soll auch einen doppelten Zweck haben Nämlich uns aus der Schlinge zu ziehen, in welche wir die Köpfe freiwillig gesteckt haben Und zugleich dem Reh zu Diensten sein Reißen wir jetzt aus, so kommt er ahnungslos dabei Man kann ihn nun zwar nicht mehr durch das Feuer vernichten Ihm aber doch irgendeinen Hinterhalt, eine Falle legen, welche ihm zum Verderben gereicht Bleiben wir aber da, so können wir dies durch List verhüten oder ihn wenigstens warnen Fahnen? Sobald wir ihm zurufen, sind wir verloren Pah! Die Warnung kann durch ein Gewehr geschehen, welches wie durch ein Versehen losgeht Aber in dem Augenblick, in welchem man entdeckt, dass die Fässer leer sind, wäre es so wohl jedenfalls für uns am besten, wenn wir nicht mehr hier wären Das gebe ich ganz gern zu, lass mich überlegen Vielleicht kommt mir ein Gedanke Er müsste aber schnell kommen, sonst geht die kostbare Zeit verloren Er setzte sich zu mir nieder, um auf die Ankunft meines Gedankens zu warten Leider aber passiert es den Menschen sehr oft, dass er gerade dann, wenn er eine Idee sehr notwendig braucht, keine finden kann So ging es mir auch jetzt Ich sann und sann vergebens Es vergingen fünf, zehn, fünfzehn Minuten Ibn Assel stand unten bei seinen Leuten und sprach sehr eifrig mit einem von ihnen Es schien mir, als ob sie dabei oft herauf nach uns blickten Dann kam er an Bord Sein Gesicht war so freundlich wie vorher, als er zu mir sagte Amselat, du hattest recht, als du meintest, dass das Petroleumfeuer mein eigenes Schiff in Gefahr bringen könne Ich werde es eine Strecke weiter aufwärts ziehen lassen Hoffentlich kommt der Reselfendina indessen nicht Also deshalb hatten die Leute ihre Augen so auf das Schiff gerichtet Die Blicke hatten nicht unseren Personen gegolten Es kamen eine Anzahl Männer an Bord, um den Mast aufzurichten Das befremdete mich, da das Zugseil doch auch recht gut anderwärts angebracht werden konnte Bei dieser Veranlassung nährten sie sich uns und warfen sich plötzlich auf uns, um uns festzunehmen Das geschah so unerwartet und schnell, dass ich, als ich mir die Ellbogen auf dem Rücken und auch die Beine zusammengebunden waren Noch keine Zeit gefunden hatte, ein Glied zu meiner Verteidigung zu rühren Ich lag neben Benil auf dem Boden Was war geschehen? Warum hatte man uns so feindselig überrumpelt? Es musste irgendein Verdacht gegen uns entstanden sein Ibn Assels Gesicht war plötzlich ein anderes geworden Während seine Leute zwei oder drei Schritte weit von uns zurückgewichen waren trat er nah an mich heran und sagte in drohendem Tone Das hattest du wohl nicht erwartet Du scheinst ein schlauer Kopf zu sein und darum musste ich es auch klug anfangen Ich musste dich täuschen und schnell über dich kommen Ich erstaune Antwortete ich Aus solcher Veranlassung sind wir in dieser Weise überfallen worden Ja, du weißt allerdings nichts, nämlich davon, dass das, was ihr vorhin miteinander gesprochen habt, gehört worden ist Das konnte gehört werden Antwortete ich schnell gefasst und in zuversichtlichem Tone Wir haben nichts gesprochen, was die Veranlassung zu diesem plötzlichen feindseligen Verhalten geben könnte So? Meinst du denn wirklich Ibn Assel täuschen zu können? Da bist du viel zu dumm dazu Dieser Mann Dabei deutete er auf den Menschen, welcher mich zuerst gepackt hatte Lag auf dem Dache der Kajüte, ohne dass ihr es wusstet Er hörte alles und kletterte, um von euch nicht gesehen zu werden Hinten am Taue, an welchem das Boot hängt herab, um es mir mitzuteilen Willst du es etwa leugnen? Fällt mir nicht ein Aber von was haben wir gesprochen? Ich verließ mich darauf, dass der Mann wohl nicht alles genau verstanden hatte Wir hatten zwar nicht leise gesprochen, aber auch nicht lauter, als zwei Personen sprechen, welche beieinander sitzen und von Dingen reden, welche nicht jeder Mann zu hören braucht Von vielerlei, antwortete Ibn Assel Zumeist aber von Falscheid und Verrat Beweise uns das doch einmal Beweise verlangst du? Ist es denn an dir, Beweise zu fordern? Habt ihr nicht etwa vom Petroleum gesprochen? Allerdings, warum sollte ich das leugnen? Du hast mir ja selbst davon gesagt Aber du hast behauptet, es sei keins drin Wie kommst du dazu, eine solche Dummheit auszusprechen? Es war natürlich nur ein Scherz, antwortete ich Sehr erfreut über die Art und Weise, in welcher ich zur Hälfte falsch und zu anderen gar nicht verstanden worden war Du wirst sehr bald erfahren, dass es kein Scherz, sondern ernst ist Und dann habt ihr von Flucht gesprochen? Warum wollt ihr fliehen, wenn ihr ein gutes Gewissen habt? Wir haben von Flucht vor dem Feuer gesprochen, falls dieses dein eigenes Schiff ergreifen sollte Sind wir gestern Abend geflohen? Habe ich dir nicht vielmehr bewiesen, dass ich bei dir bleiben will? Dass mir gar nichts daran liegt, von hier vorzukommen? Du scheinst ein Meister der Ausrede zu sein Was aber wirst du mir denn antworten, wenn ich dich frage Warum soll dein Gewehr losgehen, wenn der Reselfendina erscheint? Soll? Es soll eben nicht! Und mein Gewehr, das meinige? Ich habe von allen Gewehren, von den Gewehren im Allgemeinen gesprochen Ich befürchtete eine Unvorsichtigkeit, eine Hastigkeit, durch welche der Res gewarnt werden könnte Du postierst deine Leute weit am Ufer hinab Und da sagte ich, wenn nur nicht etwa aus Versehen irgendein Gewehr losgeht Dieser Mann hat zwar gelauscht, aber unvollständig oder verkehrt gehört Ich rate ihm, ein anderes Mal die Ohren besser zu öffnen Eben Astor ließ seinen Blick prüfen, zwischen mir und dem Lauscher hin und her schweifen Meine edle Dreistigkeit imponierte ihm Es war klar, dass er irre wurde und mir Glauben zu schenken begann Doch fragte er noch Ihr hattet aber doch Angst um dem Reselfendina Da hat ein wackrer Berichterstatter mich wieder falsch verstanden Nicht um, sondern vor dem Res hatte ich Angst Wie stimmt das, Damen, dass du gestern zu mir sagtest, du hättest keine Angst? Da wusste ich noch nicht, was geschehen soll Jetzt kenne ich aber deine Absichten Und als ich mit meinem Gehilfen über dieselben sprach, hatte ich Sorge, dass dieselben vereitelt werden könnten Das habe ich gemeint Vereitelt? Wer könnte sie vereiteln? Der Res Er ist in Hengazi an das Land gegangen Ihr habt ihn hierher gelockt, indem er ihn fälschlicherweise wissen ließe, dass hier ein Sklavenzug über den Nil gehen werde Er muss also wissen, dass sich Händler oder gar Jäger hier befinden Meinst du, dass er nun in aller Gemütlichkeit gefahren kommt, wie einer, der spazieren geht? Was denn? Ich halte es für sehr möglich, dass er sein Schiff in Hengazi lässt und seine Asaka auf dem Landwege hierher und euch in den Rücken führt Während wir die Augen nach dem Flusse richten, schlägt er sich von der Steppe herbei und fällt über uns her Darum hatte ich vor ihm Angst, keineswegs aber um ihn Allah, und das ist richtig, sehr, sehr richtig Daran habe ich gar nicht gedacht Wir müssen unsere Aufmerksamkeit auch landeinwärts richten und Er wurde unterbrochen Der stromaufwärts stehende Posten kam herbeigerannt und meldete ein Schiff, welches sich von dort her nähere Sofort wurde das Boot bemannt und unter der Führung eines der beiden Offiziere diesem Fahrzeuge entgegengeschickt, um dasselbe zum Anliegen zu veranlassen Ich hatte Hoffnung, jetzt wieder losgebunden zu werden Da fragte er mich Woher weißt du denn, was wir dem Res Effendina haben sagen lassen? Leider hatte mich der Posten in Hengazi gestern gebeten, ihn nicht zu verraten Ich war dem Manne für seine Mitteilungen zu Dank verpflichtet und wollte ihm keinen Schaden bereiten Darum antwortete ich Es wurde gestern am zweiten Feuer erwähnt Wir saßen am ersten, ich hörte es aber doch Die Unwahrheit entsprang aus einer ganz guten Absicht Fand aber sofort ihre Bestrafung, denn er antwortete Das ist eine Lüge, denn an dem Feuer konnte das nicht gesagt werden Es wissen nur vier Personen um das, was ich dem Res Effendina wissen ließ Nämlich ich, die zwei Offiziere und der Posten von Hengazi Von diesem hat es dir keiner gesagt Von wem kannst du es wissen? Etwa gar von dem Res selbst? Ich wollte dir mein Vertrauen wieder schenken Jetzt aber sehe ich ein, dass deine Ausreden sehr spitzfindig und zweideutig waren Ehe ich dich freilasse, werde ich diese Sache genau untersuchen Und wehe dir, wenn ich nur den geringsten verdächtigen Flecken an dir finde Jetzt habe ich keine Zeit dazu Ihr bleibt unter Bewachung einstweilen hier liegen Er wendete sich von uns ab, denn seine Aufmerksamkeit wurde oberhalb unserer Ankerstelle Wo jetzt das betreffende Fahrzeug erschien, in Anspruch genommen Es wurde von dem entgegengesandten Booten angesprochen Und trat in Unterhandlung mit demselben Dann sahen wir einen Mann über Bord und hinab in das Boot steigen Welches mit ihm zurückkehrte Das Schiff aber wurde gegen das Ufer gesteuert, um dort anzulegen Bei mir und Benil stand ein Wächter, der uns scharf im Auge hielt Mir war gar nicht bange Ich meinte, annehmen zu dürften, dass die von mir vorgebrachten Ausreden Doch noch die beabsichtete Wirkung haben würden Beweisen konnte man uns nichts Gravieren war nur das, was der Lauscher gegen uns vorgebracht hatte Und diesem war der wirkliche Zusammenhang entgangen Er hatte nur einzelne Punkte vernommen Aus und mit denen eine Überführung nicht zu konstruieren war Bedenken konnten mir eigentlich nur der Augenblick erregen In welchem entdeckt wurde, dass die Fässer leer seien Da man einmal misstrauisch geworden war Stand zu erwarten, dass der Verdacht dann auf uns fallen werde Doch war es auch hier unmöglich, uns die Schuld zu beweisen Leider aber sollte es anders Ganz anders kommen Das Boot legte an und die Leute stiegen mit dem Manne, den sie brachten, an Bord Man denke sich mal den Schreck, als ich in demselben Abu Niel erkannte Den Steuermann der Dahabijeh Essemek Auf welcher ich das bekannte nächtliche Abenteuer in Gizeh erlebt hatte Diese Dahabijeh war für den Sklavenhandel bestimmt gewesen Und in der Nacht von dem Res Effendinau konfessiert worden Ich hatte den Steuermann aus Mitleid entfliehen lassen Ihm einiges Reisegeld gegeben Und von ihm die Versicherung erhalten Dass er sich nordwärts nach seiner Heimat wenden werde Und nun sah ich ihn hier oberhalb Ikartums im tiefen Süden Der Mann kannte mich ganz gewiss noch Er musste mich erkennen Zumal ich sehr oft die Erfahrung gemacht hatte Dass mein Gesicht ein solches ist Welches man nicht so leicht und rasch vergisst Ich war von Leuten, welche mich nur einmal und ganz vorübergehend gesehen hatten Noch nach Jahren sofort wiedererkannt worden Noch schlimmer aber war der Umstand Dass dieser Steuermann, Abo und Neil Der Vater oder vielmehr der Großvater meines Begleiters Ben-Neil war Es war vorauszusehen, dass er uns beide abblickend Augenblicklich zu uns eilen und uns verraten würde Ben-Neil lag nicht wie ich auf dem Rücken, sondern auf der Seite von dem Bord, an welchem die Leute heraufgestiegen waren, abgewendet Darum hat er seinen Großvater nicht gesehen Ich musste ihn vorbereiten und wendete mich daher zu ihm, ihm zuflüsternd Er schreckt nicht und bleibe so liegen, wie du liegst Dein Großvater ist gekommen Ich sah es, dass er eine Bewegung der Überraschung machen wollte Aber er beherrschte sich doch Es dauerte eine kleine Weile Dann fragte er Ich habe beide Großväter noch Du meinst doch den Steuermann Ja, Abo und Neil, den früheren Steuermann der Dahabi J.S.M.E.K. Oh Allah, welche Freude Nein, welches Unglück für uns, er wird uns verraten Himmel, das ist allerdings wahrscheinlich Wie kommt er hierher? Was tut er hier? Er befand sich auf dem Schiffe, welches Ibn Assel gezwungen hat anzuhalten Der Offizier hat ihn mitgebracht Jedenfalls, damit er Verhaltensbefehle bekommen soll Wo steht er? Dort rechts am Rande des Schiffes Er hat uns noch nicht gesehen Ibn Assel spricht mit ihm Können wir ihm nicht ein Zeichen geben, dass er schweigen möge? Wenn wir nicht gefesselt wären, dann würde es möglich sein, ja So aber müssen wir das Unglück über uns ergehen lassen Wie mag er nach dem Weißen Nil gekommen sein? Er wollte ihn nach Gubertor gehen Ursprünglich ja, aber es ist anders geworden Habe ich dir denn nicht erzählt, dass ich ihn ins Jud traf? Ah, daran habe ich jetzt nicht gedacht Ich verlor ihn dort wieder, denn ich wurde von dem alten Abder Assel in den unterirdischen Brunnen gelockt, wo ich verschmachten sollte, aus welchem du mich aber rettetest Wenn er doch um Allahs Willen vorsichtig wäre und nicht sagte, dass er uns kennt Meinst du, dass ihm eine solche Geistesgegenwart zuzutrauen sei? Wohl nicht Die Freude, mich zu treffen und dabei der Schreck darüber, dass ich gefesselt bin Das wird so auf ihn einwirken, dass er wohl die Unvorsichtigkeit begeht, unsere Namen zu nennen Dreh dich auf die Seite, damit er dein Gesicht nicht sieht Ich folgte dieser Aufforderung, obgleich ich nicht glaubte, dass dies die beabsichtigte Wirkung haben werde Der alte Steuermann hatte sich damals auf der Dahabijeh nicht zu verhalten, dass ich ihm so viel Selbstbeherrschung, wie hier nötig war, hätte zutrauen können Unser Wächter hatte darauf, dass wir miteinander sprachen, nicht geachtet Seine Aufmerksamkeit war mehr auf Abu Enil als auf uns gerichtet Ibn Assel sprach laut mit diesem Letzteren, doch hatte ich, weil ich mit Benil redete, den Inhalt dieses Gesprächs nicht verstehen können Jetzt, da wir schwiegen, hörte ich den alten Steuermann sagen Aber ich sehe noch immer keinen Grund, weshalb wir die Fahrt unterbrechen sollten Wir sind euch doch nicht im Wege Doch, warte nur kurze Zeit, höchstens einige Stunden, so könnt ihr weiterfahren Warum jetzt nicht? Das brauche ich euch nicht zu sagen Du wirst es uns doch wohl sagen müssen, sonst gehen wir sofort wieder unter Segel Das wirst du bleiben lassen Denn wenn ich sehe, dass du nicht gehorchen willst, so behalte ich dich hier, bis die Zeit gekommen ist Dazu hast du kein Recht Meinst du? Ich bin der Reservendina, von dem du wohl gehört haben wirst Nein, da bist du nicht Ich habe nicht nur von ihm gehört, sondern ihn sogar gesehen und mit ihm gesprochen So, nun, dann will ich dir sagen, dass ich sein Lieutenant bin Ob dies oder er selbst, das bleibt sich gleich Du hast zu gehorchen Beweise mir, dass du die Wahrheit sagst Die Leute des Reservendina tragen Uniformen, die deinigen aber nicht Ich habe gesehen, dass dein Schiff Eidechse heißt Das Schiff des Reservendina aber heißt der Falke Deine Worte sind also Lügen Lügen? Hüte dich, mich zu beleidigen Der Reservendina kommandiert allerdings den Falten Da aber dieses Schiff für seine Zwecke nicht ausreichte So hatte er dir Eidechse dazu gemietet und mir den Befehl über dieselbe übergeben Es ist dir wohl erklärlich, dass gemietete Leute keine Uniformen tragen können Wenn es so ist, wie du sagst, musst du eine schriftliche Vollmacht von dem Reservendina haben Ich bin dir nicht eher gehorsam schuldig, als bis ich dieselbe gesehen habe Und mir fällt es nicht ein, dir dieselbe zu zeigen Du hast mir auf das Wort zu glauben und mir zu gehorchen Und ich werde zurückkehren und weiterfahren Halt, Alter, nicht so schnell Ohne meine Erlaubnis kommst du nicht vom Schiffe Du bist der Steuermann des angehaltenen Fahrzeuges Wie ist dein Name? Himjad Elbari Da ich mich umgewendet hatte, konnte ich den Alten nicht mehr sehen Doch hörte ich, dass er fortgewollt hatte, aber festgehalten worden war Himjad Elbari Er nannte sich also jetzt anders als früher Jedenfalls, weil er dem Reservendina entflohen war Und sich nun unter einem falschen Namen sicherer wähnte Das war mir lieb, denn nun konnte er Benil nicht für seinen Enkel ausgeben Kaum aber hatte ich diese Hoffnung geschöpft So wurde sie mir sofort von unserem Wächter wieder zu Schanden gemacht Dieser trat nämlich, als er den Namen hörte, einige Schritte vor und rief Ibn Assel zu Das ist nicht wahr! Dieser Name ist falsch! Ich kenne den Alten Ich habe ihn früher in Kahira und auch anderswo gesehen Er ist ein sehr bekannter Steuermann und wird, weil er den Fluss wie selten ein anderer kennt Abu Nil genannt Abu Nil! Er nannte zwei Namen und die Träger derselben, zwei Untergebene von Ibn Assel, welche sich am Lande befanden, wurden herbeigerufen Sie bestätigten sofort die Aussage des Wächters Sie sagten dem Alten sogar in das Gesicht, wo und wann sie ihn gesehen hatten Ich konnte nicht recht begreifen, warum der Umstand, dass der Alte einen falschen Namen tragen sollte, eine solche Wirkung auf Ibn Assel hervorbrachte In jenen Gegenden und jenen Verhältnissen kommt es nicht selten vor, dass ein Mensch seinen Namen ändert Hat zum Beispiel ein gewisser Maluf sich lange vergeblich nach einem Sohn und Erben gesehnt und diese Sehnsucht wird ihm endlich erfüllt So wird er, falls er dem Kinde den Namen Amal gibt, sich aus Freude über sein Vaterglück von jetzt an Abu Amal, Vater des Amal nennen Freilich hatte der alte Steuermann geleugnet, dass er früher anders geheißen habe Und das musste auffallen oder gar Verdacht erwecken Aber nicht der Umstand war es, welcher den Grund zu Ibn Assels Verhalten bildete Denn ich hörte ihn jetzt in höhnischem Tone sagen Du bist überführt, du gibst dich für einen anderen aus, als du wirklich bist Das muss gerochen werden Ich habe nichts gelogen Vielleicht sehe ich diesem Abu Nil ähnlich Es kann dir übrigens ganz gleichgültig sein, welchen Namen ich trage Wenn ich wirklich dieser Abu Nil wäre, so könntest du doch wohl gar nichts dagegen haben Allerdings nicht, gar nichts, ganz und gar nichts Ich würde mich im Gegenteil freuen, diesen Mann gefunden zu haben Und da du es wirklich bist, wie diese drei Männer bezeugt und bewiesen haben So freue ich mich aber jetzt ganz außerordentlich Hast du einen Sohn, welcher Benil heißt? Nein Dann wohl einen Enkel? Auch nicht Leugne nicht, Alter, sonst werde ich dich zwingen, die Wahrheit zu sagen Es gibt einen jungen Menschen, einen Matrosen, welcher Benil heißt Und wenn jemand sich Abu Nil nennt, so muss dieser jemand der Vater oder der Großvater des Benil sein Meinetwegen, da ich aber nicht Abu Nil, sondern Himjat Elbari heiße Und weder einen Sohn noch einen Enkel habe, so lass mich mit deinem Benil ungeschoren Komme nicht in diesem Tone, Alter Drohte eben Assel Es könnte dich geräuen Wieso? Ich habe keinen Grund, Furcht vor dir zu haben Das denkst du jetzt? Aber wenn du wüsstest Was, wenn ich was wüsste? Dass ich Ein ganz anderer bin Ein Furcht eben Assel Ein ganz anderer? So habe ich also doch richtig gedacht Nun, so brauche ich erst recht keine Furcht zu haben Meinst du? Es kommt darauf an, was für ein oder welcher anderer ich bin Sei, wer du willst, mir machst du nicht Angst Du sprichst sehr zuversichtlich Ich bin Ibn Assel, der Sklavenjäger Allah, ist das wahr? Ibn Assel, der berühmte Negerfänger? Ja? Wer wird denn nun zumute? Wenn er der Meinung gewesen war Dass der Alte bei Nennung dieses Namens erschrecken werde So hatte er sich geirrt Der Steuermann hatte Grund, sich vor dem Res Ifendina zu fürchten Weil er diesem entflohen war Sich aber vor Ibn Assel zu entsetzen Dazu hatte er als früherer Sklavenhändler gar keine Ursache Dies zeigte sich auf der Stelle Denn anstatt sich erschreckt zu zeigen Rief er in frohem Tone aus Ibn Assel! Ibn Assel? Da wird mir sogar sehr wohl zumute Vorausgesetzt, dass du mich nicht abermals täuschst Ich sage dir die Wahrheit Allah und der Prophet können mir bezeugen, dass ich Ibn Assel bin Wenn du so schwörst, dann kann ich es nur glauben Und nun hast du gar keinen Grund, mich feindlich zu behandeln Ich werde dir jetzt gern meinen wirklichen Namen sagen Der gute Alte hatte gar keine Ahnung, dass er jetzt im Begriff stand, einen ungeheuren Fehler zu begehen Hätte ich ihm doch winken können Es ist natürlich der, den du vorhin verleugnet hast Fragte Ibn Assel Ja, ich bin Abu Ennil Also doch, doch, doch! Mann, weißt du auch, was du da gesagt hast? Ja, ich habe dir damit bewiesen, dass ich nicht ein Feind, sondern ein Freund von dir bin Wunder über Wunder Ein Freund von mir Wieso? Hast du vielleicht von einer Dahabijeh gehört, welche Eszemek heißt? Ja, der Res Effendina hat sie weggenommen Der Res Effendina, welcher dein größter Feind ist Ich aber war der Steuermann dieses Schiffes Ich war dabei, als er sie durchsuchte und dabei entdeckte, dass die Dahabijeh ein Sklavenschiff sei Er konfiszierte sie und nahm die ganze Bemannung gefangen Dich auch mit? Ja, aber es gelang mir zu entkommen Es war ein fremder Effendi auf dem Schiffe Ah, ein fremder Effendi! Unterbrach ihn Ibn Assel Ja, dieser Mann hatte Erbarmen mit mir Gab mir Geld und verhalf mir zur Flucht Warum gerade dir? Weil, das weiß ich nicht Er wusste es gar wohl Wollte aber dem berüchtigten Sklavenjäger nicht sagen, dass er auf meine Aufforderung ein aufrichtiges Geständnis abgelegt hatte Jedenfalls ist es aus Freundschaft gegen dich geschehen Das macht dich verdächtig Freundschaft? Davon kann ich die Rede sein, da ich ihn noch nie gesehen hatte Aber später hast du ihn jedenfalls wieder gesehen Nein Lüge nicht! Du hast zugegeben, dass du Abbe-Neil bist Du gestehst nun wohl auch an, dass du einen Sohn hast, welcher Ben-Neil heißt Nicht mein Sohn, sondern mein Enkel heißt so Gut! Sehr gut! Wo hast du ihn zuletzt gesehen? In Siut Das stimmt Das stimmt Das stimmt ja ganz genau Du brauchst nur noch einzugestehen, bei wem dein Enkel sich als Diener befindet Das weiß ich nicht Er ist niemals der Diener eines Menschen gewesen Nicht? Wirklich nicht? Nun So ist das jetzt Und zwar der Diener Was für eines Menschen Ich verstehe dich nicht Ich begreife nicht Warum sagst du das in einem so zornigen Zone zu mir? Ah, du hörst es also, dass ich zornig bin? Aber begreifen kannst du es nicht? Wirklich nicht! Ich habe keine Ahnung, warum der Name meines Enkels dich in solchen Grimm versetzen kann Ibn Assel war, das hörte ich seinem Tone an, überzeugt, dass Abbe-Neil alles wisse Darum freute er sich, den Alten in seine Hände bekommen zu haben Er antwortete höhnisch Gut, ich werde es dir sagen Nur um dir zu zeigen, dass dir deine Verstellung gar nichts nützen kann Allah hat dich zu mir geführt Und bald wirst du auch deinen Sohn bei mir sehen Und diesen fremden Effendi Dem, das schwöre ich dir zu Alle Glieder einzeln vom Leibe faulen werden Allah-Kerim Was hat er dir getan? Und glaube nicht, dass du mich täuschen kannst Du stehst mit ihm im Bunde Du weißt alles Du kennst alle seine Taten Und wirst mit ihm gleiches Schicksal haben Meinst du wirklich, dass ich dir sagen soll, was geschehen ist? Ich habe jetzt weder Lust noch Zeit dazu Bindet ihn und werft ihn zu den beiden anderen, die schon dort bei der Kajüte liegen Was? Mich binden? Rief der Alte aus Ich weiß zwar nichts Ich bin im Verschoder gewesen Und Schweig! Sonst bekommst du die Peitsche Donnerte ihn Ibn Assel an Ich mag nichts mehr hören Später wirst du erfahren Und auch fühlen, was geschieht Abo in Nil wurde von mehreren Männern gepackt Und trotz seiner Gegenwehr niedergerissen und gebunden Dann brachte man ihn zu uns geschleift Schon glaubte ich Hoffnung hegen zu dürfen Dass die befürchtete Erkennungsszene ohne Gefahr für uns vorübergehen werde Denn er schien nur mit sich selbst beschäftigt zu sein Und vor Zorn gar nichts als nur seine Gegner zu sehen Da fiel sein Auge auf mich Sein Gesicht nahm einen ganz anderen Ausdruck an und Effendi, du? Rief er laut Ist's möglich? Du bist auch gefangen! Ibn Assel hatte sich schon abgewendet Er hörte diese Worte und drehte sie schnell wieder um Aber es kam noch schlimmer Denn der Alte erblickte auch seinen Enkel und schrie auf Benil, mein Sohn, mein Kind, Sohn meines Sohnes Oh Allah, 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 was ist geschehen? Was ist mit dir, dass du gefesselt bist? Da, ja, da hatten wir es Das Unglück war fertig Das waren die Folgen meiner Gutherzigkeit Ich gestehe, dass ich in diesem Augenblick nichts sehnlicher wünschte Als in Gizeh diesen alten Plaudahannes seinem Schicksal überlassen zu haben Der Eindruck, den seine Worte machten, war ganz so, wie ich erwartet hatte Ibn Assel kam nicht herbeigeschritten, sondern geradezu herbeigesprungen und rief Effendi, Benil, Allah Akbar, Gott ist groß Was höre ich? Schweig, Schwätzer! Du bringst dich und uns ins Verderben Hatte ich dem Steuermann gerade noch zuraunen können Dann standen alle, die sich auf dem Deck befunden hatten Bei uns und vor uns Sag's noch einmal! Wiederhole es! Gebot Ibn Assel dem Alten Wer sind diese beiden Menschen? Meine Warnung hatte doch gefruchtet Der Gefragte antwortete nicht Ich sah ihm an, dass er überlegte, was er sagen solle Sprich, wer sind sie? Wiederholte der Sklavenhändler Wer? Fragte Abu Enil, jedenfalls um Zeit zu gewinnen Diese beiden, deren Namen du nanntest Die? Die zwei hier? Die kenne ich gar nicht Und soeben hast du den einen als Effendi Und den anderen als deinen Enkel Benil bezeichnet Ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört Die Namen habe ich genannt Aber diese beiden Männer damit nicht gemeint Das redet dir der Teufel vor Wie kämpfst du dazu, von dem Effendi und von Benil zu sprechen Wenn diese es nicht wären? Das war nur ein Ausruf des Schmerzes und der Reue Weil ich von dem Effendi und von meinem Enkel gesprochen habe Hast du mich binden lassen Darum wiederholte ich ihre Namen Du hast aber gefragt Was ist's mit dir, dass du gebunden bist? Wie kämpfst du zu solchen Worten? Ich habe damit ja mich selbst gemeint Hältst du mich für wahnsinnig, du Sohn eines Hundes Und Enkelhund eines Hundesohnes? Holt die Peitsche! Wir wollen ihm den Mund öffnen! In diesem Augenblick erklang vom Ufer her Der laute, erschrockene Ruf herauf Oh Wunder! Wie sonderbar! Die Fässer sind leer! Ibn Assel sprang an den Schiffsrand und sah hinab Da ich lag, war mir kein Blick nach unten möglich Die Fässer sind leer! Wiederholte man von unten herauf Seid ihr toll? Rief er hinab Sie waren ja voll! Jetzt sind sie aber leer! Ich hörte einen hohlen Ton, als wenn leere Fässer umgeworfen würden Maschallah! Wunder Gottes! Schrie Ibn Assel Sie sind leer! Wirklich leer! Wer hat das getan? Wartet, ich komme hinab! Ich sah ihn vom Deck verschwinden Aber am nächsten Augenblicke erschien er mit dem Kopf wieder Um unserem Wächter zu befehlen Lass die Hunde nicht miteinander sprechen! Schlage sie auf die Mäuler, wenn sie es wagen sollten, sie aufzutun! Dann stieg er vollends hinab Der Mann, dem dieser Befehl gegolten hatte Ergriff ein starkes Stück Tau Und ließ es vor unseren Gesichtern schwingen Als nicht misszuverstehende Andeutung Dass er den löblichen Auftrag ganz wörtlich erfüllen werde Wir schwiegen also Ich hätte überhaupt nicht gewusst, was ich sagen sollte Um den Fehler, den der Alte begangen hatte, wieder gut zu machen Die Leute schienen sich unten bei den Fässern zu versammeln Wie aus einem Gewirr von vielen Stimmen zu entnehmen war Dann wurde es momentan still Man schien zu untersuchen, zu beraten Nach einiger Zeit kehrte Ibn Assel zurück Ihm folgten alle seine Leute, sodass das ganze Deck sich füllte Alle Augen waren auf uns gerichtet Drohend, hasserfüllt Und auch, wenn ich mich nicht irrte, bewundernd neugierig Er trat zu mir, stieß mich mit dem Fuße an Und sagte, indem seine Augen mich wütend anblitzen Rede die Wahrheit, du räudiger Schakal Sonst reiß ich dir die Zunge aus Wo bist du während der Nacht gewesen? Nichts zu antworten, das wäre dumm gewesen Hätte ich auch nur eine Hand frei gehabt So hätte ich ihn mit der Faust geantwortet So aber musste ich, um Misshandlungen zu entgehen, reden Natürlich bei dir in der Kajüte Du bist aber einmal fort und bei den Fässern gewesen Das müsste im Traume geschehen sein Willst du es leugnen? Was man nicht getan hat, kann man nicht leugnen Die Fässer haben Löcher Und das weiß ich auch Ich habe noch keinen Fass ohne Loch gesehen Er versetzte mir wieder einen Fußtritt und schrie Willst du etwa gar Witze machen? Du bist es gewesen, der die Löcher in die Fässer gebohrt hat Kein anderer kann es gewesen sein Lass mich in Ruhe mit deinen Fässern Ich möchte wissen, weshalb ich mich mit ihnen hätte beschäftigen sollen Um den Res Effendina zu retten Nun ist mein ganzer herrlicher Plan zu Schanden gemacht Gestehe es auf der Stelle Sonst ertrete ich dich unter meinen Füßen Er holte mit dem Beine zum Stoße aus Es ist keine angenehme oder gar ehrenvolle Situation Vor so vieler Augen am Boden zu liegen Und völlig widerstandslos allen möglichen Misshandlungen ausgesetzt zu sein Diesen Menschen hatte ich haben wollen Und nun hatte er mich Meine Lage bei ihm war eine ganz andere Als die seinige bei mir gewesen wäre Er war nicht nur ein Verbrecher Ein Unmensch Sondern er war gemein Hatte ich denn gar keine Waffe gegen ihn? Gibt es überhaupt gegen Gemeinheit eine Waffe Wenn man nicht eben auch gemein sein will? Und wenn ich der geschickteste Fechter bin Kann ich mich nicht mit einem anständigen Florett Gegen einen Menschen wären Der mich mit der Düngergabel aufspießen will Mein ganzes Selbstgefühl Bäumte sich gegen den Gedanken auf Mich nur noch durch Leugnen retten zu wollen Ja, vielleicht konnte es mir gelingen Ihn durch List von mir abzubringen Oder wenigstens Zeit zu gewinnen Ihn zu übertölpeln Das wäre keine Schande gewesen Aber er hätte wenigstens jetzt In diesem Augenblicke Gedacht, dass ich Angst vor ihm habe Und das sollte er sicher nicht einbilden Angst Meine Lage war eine schlimme Aber noch keineswegs eine verzweifelte Es fiel mir nicht ein Mich schon verloren zu geben Aber selbst auf die Gefahr hin Dass es mich sofort mein Leben kosten werde Antwortete ich Gestehen? Nur Verbrecher Nur Sünder haben Geständnisse abzulegen Was ich tat War keine Sünde Kein Verbrechen So gibst du zu Es getan zu haben Ja Er sah mir starren das Gesicht Das hatte er doch nicht erwartet Ah Hört ihr es? Hört ihr es? Rief er dann Er ist gewesen Er gibt es zu Mensch weißt du Dass du damit Dein Todesurteil gesprochen hast Warum hast du das Öl auslaufen lassen? Diese Frage hast du schon selbst beantwortet Um den Reis Effendina zu retten Ja Ich bin sein Freund Der fremde Effendi? Ja Und dieser Den du deinen Gehilfen Oma nanntest Ist Benil? Er ist es Er trat Ganz betroffen Über die Offenheit Dieses Geständnisses Zwei Schritte zurück Er war überzeugt Dass jeder andere Fortgeleugnet hätte Denn seiner Meinung nach Konnte in meiner Lage Rettung nur im Leugnen liegen Er wendete sich von mir ab Und seinen Leuten zu Und sagte Hört ihr abermals? Er bekennt es Dass er der Effendi ist Ah Wir haben ihn Wir haben ihn Allah sei Preis und Dank gesagt Dies benutzte Benil Mir zuzuraunen Oh Effendi Warum hast du es gestanden? Nun ist alles Alles verloren Noch nicht Sei nur guten Mutes Und lass mich machen Die Leute drängten sich näher herbei Um mich recht genau In Augenstein nehmen zu können Er trat wieder Er gantt zu mir heran Und sagte Indem er mir höhnisch zunickte Du bist ein verwegener Mensch Effendi Ein höchst verwegener Mensch Aber du hast doch nicht gewusst Was es heißt Dich in meine Nähe zu wagen Ha Was soll das weiter heißen? Ich habe noch ganz andere Dinge gewagt Wenn dir nicht der Zufall günstig gewesen wäre Hättest du nicht entdeckt wer ich bin Oder bildest du dir etwa ein Dass du es deinem Scharfsinne Deiner Klugheit zuzuschreiben hast Ungeziefer Der Reis Efendina hier befindet Verlässt du dich auf den? Hoffst du, dass er dich retten werde? Allerdings So hoffe, bis du verendest Ich kann diesen Hundesohn nun freilich nicht verbrennen, aber Er wurde unterbrochen Es entstand vom Schiffsrande her ein Gedränge Zwischen den Leuten hindurch Schob sich der Posten Den er gegen Hengazi hinausgestellt gehabt hatte Der Mann war ganz außer Atem Und meldete Herr, mit dem Petroleumfeuer wird es nichts Denn der Reis Efendina kommt nicht auf dem Flusse Wo denn? Allaisa hat Dank dafür Dass er mir den Gedanken eingab Weiter vorzugehen Als du mir geheißen hattest Ich stand da auf einer Stelle des Ufers Welche so hoch war Dass ich nicht nur den Fluss sehen Sondern auch über die Bäume hinweg In die Steppe blicken konnte Und da sah ich ihn kommen Weißt du denn, dass er es war? Wer könnte es sonst gewesen sein? Sie waren weit Sehr weit entfernt von mir Aber ich entkannte doch Dass sie in Uniform gekleidet waren So sind sie es gewesen Wie viele Köpfe zählten sie? Das weiß ich nicht Sie gingen zu zweien Und es war eine lange, lange Reihe Und wann könnten sie hier sein? Sie müssen vorsichtig fahren Und werden also längere Zeit Als sonst brauchen Auch ich bin sehr schnell gelaufen Aber in einer halben Stunde Können sie hier eintreffen So müssen wir fort Dieser Hund hat uns das Öl genommen Welches uns nun freilich Auch nichts nützen könnte Wollten wir kämpfen So würden wir siegen Aber gewiss viele Unsere Kameraden verlieren Das müssen wir vermeiden Ich werde, um den Reis Efendina Durch List in meine Gewalt zu bringen Einen anderen Plan erdenken Also auf ihr Männer An die Arbeit Nehmt die Masten empor Und öffnet die Segel Der Wind ist uns günstig Und wird uns rasch aufwärts führen Was sich am Ufer befand Wurde schnell an Bord geschafft Die leeren Petroleumfässer Warf man in das Wasser Dann richtete man die Masten auf Der Nokia hatte nämlich Außer dem Hauptmast Vorne noch einen kleineren Mast Das Fahrzeug war überhaupt Anders eingerichtet Wie die Nokiaers gewöhnlich sind Der Wind begann die Segel zu blähen Wir stießen vom Lande Und wurden aufwärts Gegen den Strom geführt Da jedermann beschäftigt war Hatte man auf uns wenig Acht Auch unser Wächter Hielt seine Aufmerksamkeit Mehr auf die Bewegung des Schiffes Als auf uns gerichtet Darum konnten wir es wagen Wenn auch nur leise Wieder miteinander zu sprechen Wir kamen eben An dem Schiffe vorüber Welches Ibn Assel zum Anlegen gezwungen hatte Da sagte Abu Ennil Meinst du Effendi Dass ich meine Leute jetzt rufe? Um Allahs Willen Nein Du würdest dadurch Unsere Lage nur verschlimmern Deinen Zweck aber nicht erreichen Aber ich muss doch Auf meinen Posten zurück Und kann unmöglich Mit diesem entsetzlichen Ibn Assel fahren Dem fällt es nicht ein Dich zu fragen Ob du kannst oder willst Du musst Aber was soll aus mir werden? Ganz dasselbe Was aus uns beiden wird Nun was wird das sein? Allah weiß es Ich aber nicht Du allein trägst die Schuld Dass du dich in dieser Lage befindest Ich war so erschrocken Und konnte doch nicht wissen Dass ich eure Namen Nicht nennen durfte Wir waren gefangen Das musst du dir genug sagen Noch hatten wir die Jeziree Hassani Zur Linken Rechts am Ufer Traten die Bäume Weit auseinander Es gab eine freie Stelle Und man konnte hindurch Und hinaus Auf die Steppe sehen Trotzdem ich lag Erblickte ich einen Reiter Welcher auf einem Kamele saß Und im scharfen Gange Durch diese Lichtung Nach dem Flusse strebte Als er das Schiff sah Richtete er seinen Oberkörper auf Wie es einer tut Der etwas scharf Ins Auge nehmen will Dann winkte er Indem er sein Gewehr schwang Und schlug auf sein Tier ein Um das Ufer Schnell zu erreichen Eben stand Ibn Assel In unserer Nähe Ich hörte ihn sagen Seht Das ist Oram Welcher uns als Bote Gesendet wird Wir können ihn nicht einnehmen Wir dürfen nicht halten Sonst werden wir Von dem Rees Efendina Eingeholt Er legte die beiden Hände Hohl an den Mund Und rief durch dieses Sprachrohr nach dem Ufer An welchem der Reiter Jetzt hielt hinüber Mai J Es Saratin Mai J Es Saratin Der Reiter hatte ihn verstanden Er drehte sein Kamel um Und ritt schnellstens Wieder von Dannen Ein Mai J Ist ein sumpfiger Nebenarm eines Flusses Die Einbuchtung Eines Stromes Deren Wasser still steht Also ganz dasselbe Was der Anwohner Des Mississippi Einen Bayou nennt Im weiteren Sinne Wird Mai J Auch jeder Sumpf genannt Es Saratin Heißt der Krebse Der Mann war also Nach dem Krebsarm Oder Krebssumpf Gewiesen worden Jedenfalls eine Einbuchtung Des Niles In welcher es viele Krebse gab Und an deren Ufer Er das Schiff erwarten sollte Es war ein Bote Von wem? Ich hatte sein Gesicht Nicht deutlich sehen können Und dennoch war er mir Wie bekannt vorgekommen Doch was kümmerte mich Dieser Mann Ich hatte jetzt genug Mit mir zu tun Es verstand sich Ganz von selbst Dass ich mich freute Den Res Efendina Gerettet zu haben Nun aber Starke ich selbst im Pech Konnte ich Hilfe Von ihm erwarten? Möglich Aber nicht wahrscheinlich Er wusste jedenfalls Nicht genau Wo er die Vögel Welche nun ausgeflogen waren Zu suchen hatte Fand er das verlassene Lager So forschte er wahrscheinlich Weiter nach ihnen Und erfuhr er von Abu und Nils Schiffsleuten Dass der Nokier Aufwärts gefahren sei So kehrte er nach Hengazi zu seinem Schiff Zurück Um ihn zu verfolgen Dabei musste die kostbare Zeit verloren gehen Und Ibn Assel Erhielt einen Vorsprung Welcher nicht rasch Einzuholen war Der Falke Des Res Efendina War zwar ein Schnellsegler Und der Eidechse Weit überlegen Aber wenn diese Sich in einen Versteckten Mai Jeverkroch So segelte der Falke Vorüber Ohne sie zu finden Auf den Res Efendina Konnte ich mich Also nicht verlassen Ich musste Rettung Einzig und allein Bei mir selbst suchen Das erklärte ich Meinen beiden Mitgefangenen Benil hatte Alles Vertrauen zu mir Sein Großvater Wollte aber Alle Hoffnung Sinken lassen Er erzählte uns In aller Kürze Dass er Als er von Benil Getrennt worden war Ein Schiff gefunden hatte Welches nach Faschodar Bestimmt gewesen war Der Res Welcher ihn Zufälligerweise kannte Hatte ihn mitgenommen Und ihm später Die Stelle des Steuermannes anvertraut Auf der Rückfahrt Begriffen Waren sie heute früh Von dem Boote Des Sklavenjägers Angehalten worden Ibn Assal hatte Sagen lassen Dass eine gewaltige Neu angeschwemmte Om Sufa Insel Die Nilarm Unpassierbar Gemacht habe Der Kapitän Hatte sein Schiff Nach dem Ufer Dirigiert Und den alten Steuermann Im Boote Des Sklavenhändlers Vorangehen lassen Um die Strecke Zu untersuchen Anstatt Einer Om Sufa Insel Aber Hatte der Letztere Die Gefangenschaft Gefunden Nun klagte er Alle Welt Und Allah An und fragte Wie es gekommen sei Dass Ibn Assal Eine solche Rache Auf uns habe Als sein Enkel Ibn Assal ihm diese Frage In kurzer Weise Beantwortet hatte Jammerte er Oh Allah Oh Himmel Wer hatte das gedacht Nun sind nicht mehr Meine Jahre und Tage Sondern meine Stunden Gezählt Denn dieser Sklavenjäger Wird uns ermorden Ich werde die meine Nicht wiedersehen Und ein Ende Mit tausend Schrecken Finden Jammere nicht Er mahnte ihn Benil Du fällst mit deinen Klagen Dem Effendi Beschwerlich Sei still Und gib ihm Ruhe Zum Nachdenken So wird er sicher Einen Weg aussinnen Der uns zur Freiheit führt Übrigens können nur Wir beide verloren sein Du hast Ibn Assal Nichts getan Und so kann er Nicht grausam Gegen dich sein Hast du denn nicht Gehört was er sagte Er glaubt Dass ich euer Verbündeter sei Und hat mir Ganz dasselbe Schicksal Wie euch bestimmt Der alte Mann Wollte mir Als ein rechter Egoist erscheinen Er dachte nur An sich Und sprach Nur von sich Aber nicht Von seinem Enkel Weil der sich doch In noch viel größerer Gefahr Als er befand Aber ich hatte mich geirrt Er war Wie ich schon damals In Gizeh gesehen hatte Kein Held Und dass er plötzlich In eine so fatale Lage Gekommen war Das hatte ihn Vollständig verwirrt Denn als sein Enkel Ibn Assal Ibn Assal Ibn Assal Ibn Assal Merkst du denn nicht Dass du den Effendi Belästigt ist Deine Klagen Müssen ihn doch beleidigen Antwortete er Zu mir gewendet Verzeihe Effendi Ich weiß verschreckt Nicht was ich tue Und was ich sage Man warf mich so plötzlich Nieder und band mir Die Arme und Beine Das hat mich so angegriffen Dass ich mich selbst Kaum mehr erkenne Ich weiß was ich dir Zu verdanken habe Und ich wünsche dir Beweisen zu können Dass ich dir gern Danken möchte Sage mir was ich tun soll Klage nicht Sondern füge dich still In dein jetziges Schicksal Das ist es Was ich von dir begehre Wir waren jetzt An der Insel vorüber gekommen Und segelten Im ungeteilten Strome Kein Schiff war vor Oder hinter uns zu sehen Da ließ Ibn Assel Die beiden Vorn am Buge In einem spitzen Winkel Aufeinanderstoßenden Bretter Auf denen der Name Des Schiffes stand Wegnehmen Umdrehen und wieder Dort befestigen War da erst die Eidechse Zu lesen gewesen So stand nun Auf der anderen Seite Der Name Karnuk Geschrieben Karnuk heißt Kranich Speziell der Kronkranich Er wird nach seiner Stimme So genannt Das Karnuk Nuk Nuk Der Kronkraniche Pflegt am oberen Nile Das Herannahen des Morgens Zu verkünden Ibn Assel hatte also Mehrere Namen Für sein Schiff Zu welchem Zwecke Das lässt sich sehr leicht denken Es stand zu erwarten Dass der Res Effendina Die Eidechse Verfolgen werde Unter dem Namen Kranich Konnte sie Hoffnung haben Ihm zu entkommen Vielleicht bedienten auch Andere Sklavenschiffe Sich derselben List Ich sah zu meinem Leidwesen Dass der Kranich Ein sehr guter Segler war Dennoch ließ Ibn Assel Auch noch mit Stoßbäumen Arbeiten Und um die Schnelligkeit Des Schiffes In noch höherem Grade Zu vermehren Wurde das Boot An einem Taue Vorgespannt Es saßen zwölf Männer Darin Welche aus Leibeskräften Ruderten Und halbstündlich Abgelöst wurden Das geschah Um einen möglichst Großen Vorsprung Vor dem Falken Des Res Effendina Zu bekommen Da die Fahrt Da die Fahrt nun glatt Im Gange war Hatte Ibn Assel Wieder Zeit Sich mit uns Zu beschäftigen Er kam mit seinen Beiden Offizieren Von denen der eine Oberlieutenant Und der andere Lieutenant genannt Wurde zu uns Sie standen Sie standen längere Zeit Da Um uns ohne Ein Wort Zu sprechen Mit höhnischen Triumphierenden Blicken Zu betrachten Dann fragte er mich Wer war der Mann Welcher mich Am Wadi Elbert Verfolgte Ich war es Antwortete ich Du Ah du selbst Hast du mich erwischt Blähe dich nicht auf Dass ich dich nicht Einzuholen vermochte Das hast du nicht Einem Vorzuge von dir Sondern der Schnelligkeit Deines Jebel Garfé Kameles zu verdanken Du hast nicht mich Sondern dein Tier Hat das meinige besiegt Meinst du Dass ich dich nicht Auch besiegen würde Elender Wurm Der du bist Sei ohne Fesseln Und nimm ein Messer An die Hand Mir aber binde die Hände Hinten los Und vorne zusammen Ohne dass ich ein Messer habe Dann wollen wir kämpfen Da wird es sich zeigen Wer ein Wurm Und Elend ist Du Oder ich Schweig Du hast Glück gehabt Das macht dich übermütig Aber dieser Übermut Soll sich sehr bald In das Gegenteil verkehren Ich habe mich bisher Vergeblich gesehnt Dich in meine Gewalt Zu bekommen Nun es endlich Doch geschehen ist Sollst erfahren Wie ein Gläubiger Mit einem räudigen Christenhunde verfährt Dir wäre besser Wenn du nicht geboren wärst Ich werde Erspare dir die Drohungen Ich weiß schon Was du mit mir tun willst Nun Was Zunächst die Zunge herausreißen Dann die Augen Die Ohren Die Nase Und jedes einzelne Glied Einzeln abschneiden Wirklich Du weißt es Wer hat es dir gesagt Wer hat es dir gesagt Einer Welcher wiederholt erfahren hat Dass ich keine Furcht kenne Und mich selbst Aus der schlimmsten Lage Zu retten weiß Wer Ab der Asse Dein Vater Ja Dem bist du schon einige Male Entgangen Das Scheitern hat dich beschützt Aber das war er Nicht ich Mir wirst du nicht Hinkommen Eher fällt der Himmel ein Als dass ich dich Aus den Händen lasse Das bildet er nicht ein Wenn mir je Ein Mensch Angst zu machen Vermöchte Du Aber ganz gewisslich Nicht Hund Du wirst schon In einigen Minuten Mich um Gnade Und Erbarmen Anheulen Versuche es Meinst du dass ich scherze Nein Aber du drohst nur Doch hast du nicht Den Mut es auszuführen Dass der Scheitern Nicht fresse Ich will dir zeigen Dass ich wohl den Mut habe Herbei Ihr Männer Ihr sollt sehen Wie dieser Christenhund Im ersten Grade Gematert wird Alle Menschen Welchen gerade Nichts zu tun hatten Kamen herbei Er trat in die Kajüte Effendi Was fällt dir ein Meinte Benil Du reizest ihn Ich kenne dich Den vorsichtigen Mann Nicht mehr Du verschlimmerst Unsere Lage Nein Ich will ihm nur zeigen Dass wohl ich ihn In Furcht zu setzen Vermag Nicht aber er mich Jetzt kam Ibn Assel zurück Er hatte eine Zange Geholt Hielt dieselbe Empor Und rief Diesem Sohne Einer verfluchten Hündin Sollen jetzt zunächst Die Nägel von den Fingern Gerissen werden Zuerst an den Daumen Wer will das tun Ich 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 Schrien mehrere Ein kräftiger Kerl Drängte die anderen zurück Langte nach der Zange Und bat Gib sie mir her Du weißt Dass ich es verstehe Es ist nicht das erste Mal Dass ich jemand dadurch Zum Singen gebracht habe Ja Tu es Du hast Übung darin Der Mensch Erhielt die Zange Stellte sich Zähnefletschen Vor mich hin Und klappte sie Abwechselnd auf und zu Um mir zunächst Einen idealen Vorgeschmack Der späteren Schmerzen Zu geben Dann bückte er sich Über mich nieder Um mich umzuwenden Da ich die Hände Auf dem Rücken hatte Darauf hatte ich gewartet Dieser Kerl rühmte sich Schon viele durch Schmerz Zum Singen gebracht zu haben Ihm konnte eine Lehre Gar nicht schaden Und wenn er daran starb So war es umso besser Ich zog also schnell Meine Knie an mich Und schnellte ihm dann Beide Füße so gegen den Leib Dass er empor und kopfüber Unter die anderen flog Mehrere von ihnen niederriss Und dann wie tot liegen blieb Das Blut drang ihm aus dem Munde Ich nahm an Dass er sich durch den Fall In die Zunge gebissen habe Alles schrie Fluchte und drohte Ibn Assel gebot Ruhe Und untersuchte den Getroffenen Welcher kein Lebzeichen mehr gab Er ließ ihn forttragen Ballte die Fäuste gegen mich Und knirschte Das sollst du büßen Zehnfach Hundertfach büßen Nun sollen deine Qualen Noch ganz anders sein Als ich vorher beschlossen hatte Halte den fest Damit er sich nicht bewegen kann Und dann herunter mit den Nägeln Sechs, acht Kerls Warfen sich auf mich Ich wehrte mich nicht Im geringsten Einer holte die Zange Welche weit fortgeflogen war Und schickte sich an Die Operation zu vollziehen Halt Vorher ein Wort Ibn Assel Rief ich jetzt Tu mit mir Was du willst Du wirst keinen Laut des Schmerzes hören Aber was mit mir geschieht Genau dasselbe Wird mit Abde Assel Deinem Vater geschehen Mit meinem Vater Fragte er erstaunt Ja Und nicht nur mit ihm allein Sondern auch mit jedem seiner Leute Die er bei sich hat Was weißt du von meinem Vater Wo ist er Mir entgegen Um mich zu fangen Das ist richtig Du bist ihm abermals entgangen Er hat dich nicht getroffen Allerdings Er hat mich nicht getroffen Aber ich habe ihn getroffen Und zwar in der Weise Dass er nun wohl Nicht wieder wünschen wird Mir zu begegnen Kuluschei hat ihn Alle Teufel Sagst du die Wahrheit Glaube es oder glaube es nicht Mir ist es gleich Wo hast du ihn getroffen Am Brunnen An welchem Das sage ich nicht Ich muss es wissen Fällt mir nicht ein Zunächst bleibt es mein Geheimnis Binde uns los So werden wir dich zu ihm führen Wo nicht Hast du ihn und seinen ganzen Trupp Auf dem Gewissen Das will ich gern Lachte er Du willst dich durch eine Lüge retten Lüge Woher könnte ich wissen Dass er mir entgegen ist Er sah ein Dass dieser Einwand begründet war Denn er fragte Sie waren zu Fuße Nein Zu Kamele Wie viel Mann Pah Meinst du Dass ich Lust habe Mich wie einen Buben Ausfragen zu lassen Es ist genug Dass du das erfährst Sie sind alle gefangen Und werden dasselbe erleiden Was du mit uns tust So sind sie in der Nähe Nein Wir sind auf Eilkamelen Weit voran Warum lebst du nicht bei ihnen Sie befinden sich In sicheren Händen Ist dir einer bekannt Welcher sich Fakir el Fukara nennt Freilich ist er mir bekannt Wir haben ja schon gestern Abend Von ihm gesprochen Was willst du mit ihm Der kam zufällig dazu Und wollte sie retten Ist es ihm gelungen Wäre ich dann hier Er hat sein Unternehmen Büßen müssen Denn er ist nun selbst gefangen Ich begreife nicht Wie es dir einfallen kann Leute auszusenden Welche mich fangen sollen Es ist euch noch nicht gelungen Und wird euch auch niemals gelingen Allah Redest du ihr Du bist ja jetzt eben Mein Gefangener Nein Denn du wirst mich wieder freigeben Das weiß ich sehr genau Er soll mich der Scheitern Halt Fluch und schwöre nicht Du weißt nicht Was du tust Und du bist listiger Als der Fuchs Niemand darf dir trauen Du ahnst nur Dass wir dich fangen wollten Und nun tust du so Als ob du alles genau wüsstest Kann ich auch ahnen Dass dein Vater Der Anführer ist Nein Aber warum bist du Nach der Jeziree Hassani gekommen Um mit dir zu unterhandeln Wer hat dir gesagt Dass ich mich dort befand Dein Vater Das ist der allerbeste Beweis Dass ich mit ihm gesprochen habe Über was wolltest du Mit mir verhandeln Über die Loslassung Meiner Gefangenen Wieso Wolltest du ein Lösegeld haben Darüber sprechen wir später So begreife ich nicht Dass du nicht schon gestern Abend Davon gesprochen hast Da hätte ich dir sagen müssen Wer ich bin Und es wäre mir unmöglich gewesen Den Res Effendina zu retten Wusstest du denn Dass ich auf ihn warte Ja Von deinem Vater Das ist unmöglich Ihr Fendi Mein Vater Wird dir doch nicht Solche Dinge mitgeteilt haben Er hat es getan Ohne es zu wissen Das begreife ich nicht Du wirst Wenn du mir auch fernerhin Nach dem Leben trachtest Noch manches andere Ebenso wenig begreifen Du sprichst in einem Höchst stolzen Tone Und liegst doch Gebunden und hilflos vor mir Hilflos Irre dich nicht Wenn ich nicht bis zu einer Gewissen Zeit Zu meinen Leuten Zurückgekehrt bin Er geht es allen Unseren Gefangenen Und auch deinem Vater Gerade so wie denen Welche der Res Effendina Im Wadi Elbert Erschießen ließ Sogar der Fakir El Fukara Muss sterben Es trat eine Pause ein Während welcher er Den Eindruck Meiner Worte Verarbeitete Dann fragte er Wie viele von meinen Leuten Sind euch entkommen Keiner Du lügst doch Trotz der Bestimmtheit Mit welcher du sprichst Und trotz des ehrlichen Gesichtes Welches du zeigst Ich sage die Wahrheit Und ich kann dir beweisen Dass du gelogen hast Hast du vielleicht Den Reiter gesehen Welcher vorhin An das Ufer kam Ja Es war Oram Einer meiner Leute Er befand sich Bei meinem Vater Dann aber sicher Nicht zu der Zeit In welcher ich Deinen Trupp überfiel Vielleicht wurde er Irgendwo hingesandt Fand bei seiner Rückkehr Seine Kameraden gefangen Und machte sich Schleunigst weiter Dir dieses zu melden Kann ich erfahren Wie es gekommen ist Dass es dir gelang Meine gegen dich Ausgesandten Leute Zu fangen Ich habe nichts dagegen Dass du es hörst Aber es selbst zu erzählen Dazu habe ich keine Lust So mag dieser alte Abo Niel es erzählen Er weiß nichts davon Denn er war nicht dabei Seit ich ihm damals In Gizeh zur Flucht verhalf Habe ich ihn nicht wiedergesehen Als erst heute Da er dein Schiff bestieg Ist das wahr? Frage mich nicht immerwährend Ob das was ich sage Wahr ist Du wirst es doch wohl begreifen Dass das eine Beleidigung Für mich ist So Wer nannte sich dann gestern Am Esselat aus Suez Und empuppte sich heute Als der gesuchte Effendi War das etwa keine Lüge? Nein Das war eine Kriegslist Ihr Christen Scheint nicht zu wissen Was man unter Lüge Zu verstehen hat Und ihr Muslimin Gebt euch gar nicht Erst mit Kriegslisten ab Sondern ihr mordet Lieber gleich Danke Allah Dass ich mich gestern Für einen anderen ausgegeben habe Als ich bin Hätte ich das nicht getan So trügst du nun Mit dir einen Gewissen herum Welches mit einem Hundertfachen Mord Beschwert wäre Benil war dabei Er mag dir erzählen Die Leute drängten sich Noch weiter heran Jeder wollte den Interessanten Bericht hören Und kein Wort Desselben verlieren Da ich vorhin Die Örtlichkeit Verheimlicht hatte So war Benil so klug Über dieselbe Auch zu schweigen Als er davon sprechen wollte Dass ich gelauscht hatte Verbot ich es ihm Dass ich alles wusste Und doch niemand sagen konnte Wie ich es erfahren hatte Das gab der Sache Einen rätselhaften Geheimnisvollen Anstrich Welcher mir nur Nützlich sein konnte Man hörte mit fast Atemloser Spannung zu Bis der Erzähler Geendet hatte Dann rief Ibn Assel aus Soll man es wirklich glauben Den Löwen von HHL hast du getötet Effendi Wie du gehört hast Dann hast du es getan Weil du nicht wusstest Was du dabei wagtest Mein Leben wagte ich Was sonst Ist das nicht genug Kann ein Mensch Mehr verlieren Als sein Leben Jawohl Viel viel mehr Was Das was du Schon längst verloren hast Nämlich die Ehre Den guten Namen Das Wohlgefallen Bei Gott und den Menschen Effendi Brauste er auf Denke ja nicht Dass ich plötzlich Langmütig geworden bin Bedenke Dass ich jetzt Dein Herr und Besitzer bin Dein Leben Steht in meiner Hand Allerdings Aber mit dem meinigen Auch dasjenige Deines Vaters Des Fakir El Fukara Und deiner Leute Du bist gekommen Dieser Leute wegen Mit mir zu verhandeln Gib sie frei Was verlangst du dafür Deinen Schwur Vom Sklavenhandel Abzulassen Meine Freiheit Und diejenige von Benil Und seinem Großvater Natürlich Würde dir mein Schwur Genügen Vielleicht Vielleicht auch nicht Es ist möglich Dass ich Sicherstellung Verlange Warum nimmst du an Dass ich falsch Schwören könnte Weil ich mehrere Muslimen kenne Welche falsch Geschworen haben Das sind keine Waren Echten Söhne Des Propheten Nun Ich kann dir beweisen Dass der Fakir El Fukara Und auch dein Vater Welcher für einen Sehr heiligen Fakir gehalten wird Bei Allah Und beim Barte Des Propheten Geschworen Und dabei doch Gelogen haben Warst du es Dem sie den Schwur leisteten Ja So taten sie Keine Sünde Denn du bist Ein Ungläubiger Ah Ist es so Also wenn ein Moslem Einem Christen Einen falschen Eid schwört So ist das erlaubt So ist das kein Mein Eid Es ist als hätte Er nichts gesagt Und da verlangst du Dass ich dich Schwören lassen Und dir glauben soll Du hast dich Selbst gefangen Und ich verzichte Nun darauf Den menschenfreundlichen Vorschlag auszusprechen Den ich dir machen wollte So sind wir also fertig Trotzdem noch nicht Ich mache dir Ein anderes Anerbieten Lass es hören Du gibst uns Drei hier frei Und ich Gebe dir dafür Deinen Vater Und den Fakiel Fukara Die anderen Gefangenen Liefere ich An den Res Effendina aus Welch eine Verwegenheit Lacht der Hühne Schrimmig auf Dieser Jawa Befindet sich In unserer Gewalt Und redet Dann genauso Als ob er Uns Befehle Erteilen könne Warum Erhebe ich Nicht die Hand Um dich Zu Zerschmettern Weil du Nicht kannst Sie ist dir Gebunden Sterbe ich So stirbt Dein Vater Auch Und zwar Vielleicht Eines Schlimmeren Todes Als ich Das Weißt du So genau Ja Er ist so Unvorsichtig gewesen Zu sagen In welcher Weise Ich von dir Gematert Werden soll Kehre ich Nun zur Bestimmten Stunde Nicht zurück So wird man Ohne Allen Verzug Wann Wann musst du Zurück Sein Das Brauchst du Nicht zu Wissen Je schneller Du dich Entschließt Desto Weniger Läuft Dein Vater Gefahr Also Euch Drei Personen Soll ich Gegen Nur Zwei Ausliefern Ist das Richtig Gerechnet Ja Du bleibst bei uns Los sein Untersucht ihn Nur Wir haben Keinen Hekim An Bord Aber Du bist Ein Fremder Eine Fendi Alle fremden Fendi Sind Ärzte Bist du Auch Einer Ja So Untersuche Ihn Ich bin Ja Gefesselt Wenn ich Deine Hände Freigäbe So würdest Du Einen Fluchtversuch Machen Nein Wer kann Dir Trauen Du bist Stark Verwegen Und Schnell Meinst Du Dass ich Lust Habe In den Nil Zu Springen Und Mich Von den Krokodilen Fressen Zu Lassen Und Selbst Wenn Ich So Tollkühn Sein Wollte So Gebe Ich Dir Mein Wort Dass Ich Ohne Diese Meine Mitgefangenen Das Schiff Auf Keinen Fall Verlasse Gib Mir Also Die Hände Frei Und Wenn Ich Den Mann Untersucht Habe Lasse Sie Mir Ruhig Wieder Fesseln Gut Aber Ich Nehme Meine Pistole In Die Hand Und Schieße Dich Bei Der Geringsten Falschen Bewegung Über Den Haufen Man Brachte Den Menschen Zu Mir Her Und Lößte Mir Die Hände Die Füße Blieben Zusammen Gebunden Hätte Ich Mein Wort Brechen Wollen So Wäre Es Mir Leicht Gewesen Einen Streich Auszuführen Der Uns Gewiss Von Nutzen Gewesen Wäre Der Mensch Welcher Ohne Bewegung Vor mir Lag Hatte Das Messer In Seinem Gürtel Es Heraus Zu Ziehen Und Meine Fußfessel Durchschneiden Wäre In Ein Einzigen Augenblicke Geschehen Gewesen Ein Zweiter Moment Hätte Genügt Ibn Assal Zu Packen Dieser Hatte Zwar Die Pistole In Hand Aber Den Haaren Nicht Gespannt Er Hielt Sie Auch Nicht Auf Mich Gerichtet Sondern Niederwärts Hüte Neben Welcher Wir Uns Befanden Gerissen So Wäre Ich Sein Herr Gewesen Und Hätte Ihm Diktieren Können Was Mir Beliebte Aber Ich Hätte Mein Wort Gegeben Und Musste Es Halten Obgleich Ich Überzeugt War Dass Jeder Dieser Menschen Von Ibn Assal An Bis Zum Letzten Seiner Leute Herunter Nicht Gezaudert Hätte Mir Den Heiligsten Schwur Zu Brechen Nun Fragte Und Wird Sie Für Diesmal Auch Nicht Wieder Bekommen So Ist Es Wenn Man Unbesonnen Handelt Und Sich Darauf Freut Eine Menschenkinde Die Nägel Auszureißen Was Er Ist Tod Ja Er Wird Nie Wieder Einen Menschen Zum Singen Bringen Mein Fußtritt Hat Ihm Innere Organe Verletzt Oder Gesprengt Ferner Hat Er Sich Die Zunge Zerbissen Und Endlich Ist Er So Gefallen Dass Ich Nicht Zwei Andere Sind Es Gewesen Nämlich Du Und Er Selbst Nein Du Warst Es Denn Du Hast Ihm Den Fußtritt Versetzt Du Hast Von Stunde Zu Stunde Immer Mehr Zu Büßen Denke Ja Nicht Daran Dass Ich Dich Freigeben Kann Nein Sterben Muss Er Rief Der Oberliot Nan Sterben Sterben Stimmten Zwanzig Dreißig Fünfzig Andere Ein Bedenke Dann Dass Auch Dein Vater Sterbt Bedenke Lachte Er Ingrimmig Dass Ich Bis Jetzt Nur Dich Gehört Habe Und Auch Nach Den Oram Hören Muss Wahrscheinlich Gibt Das Was Er Mir Zu Sagen Hat Der Sache Eine Wendung Welche Dich Erbeben Macht Mag Es Aber Kommen Wie Es Will Dich Dich Gebe Ich Nicht Frei So Willst Du Deinen Vater Opfern Mag Er Sterben Er Hat Lange Genug Gelebt Die Habe Ich Nachgestrebt Ohne Dich Fassen Zu Können Jetzt Bist Du Mir Freiwillig In Die Hände Gelaufen Und Diese Werden Dich Festhalten Um Dich Erst Dann Wieder Zulassen Wenn Der Letzte Seufzer Deines Atems Mit Dem Letzten Tropfen Deines Blutes Davon Gegangen Ist Bring Die Drei Hunde Fort Mir Erst Den Augen Hinunter An Den Raum Regelt Sie Dort Ein Und Lasst Einen Wächter Bei Ihnen Stehen Wir Wurden Gepackt Und Über Das Deck Nach Der Luke Geschleift Dort Ließ Man Uns Über Die Stiege Hinab Fallen Ohne Zu Fragen Ob Wir Mit Heiligen Gliedern Unten Angekommen Waren Unten War Es Dunkel Man Nahm Uns Auf Und Trug Uns Fort Ob Nach Vorn Oder Hinten Das Konnte Ich Nicht Beurteilen Ich Hörte Einen Riegel Gehen Er War Nicht Von Eisen Sondern Von Holz Wir Wurden Niedergeworfen Eine Türe Fiel Zu Der Riegel Klapperte Wieder Dann Sagte Einer Der Kerz Viel Zu Viel Rederei Mit Diesen Hunden So Kurz Wie Möglich Das Messer Ans Fleisch Das Ist Das Beste Allah Verbrenne Sie Wer Bleibt Da Ich Antwortete Eine Stimme Welche Mir Bekannt Vorkam Gut Dann Löse Ich Dich Ab Aufzupassen Gibt Es Eigentlich Nichts Sie Sind Gebunden Und Wie Wollten Sie Auch Vom Schiffe Kommen Schritte Entfernten Sich Dann Wurde Es Draußen Still Ich Fühlte Dass Wir Auf Einer Holzdiele Lagen Und Horchte Auf Das Geräusch Des Wassers Um Beurteilen Zu Können Ob Wir Uns Im Vorder Oder Hinter Teile Befanden Es War Nicht Zu Hören Da Man Den Sog Unbedingt Gehört Hatte So War Anzunehmen Dass Wir Im Vorder Teile Lagen Wir Lagen Ganz Trocken Folglich Hatte Man Uns Nicht In Den Eigentlichen Kiel Raum Gebracht Abonil Wollte Sprechen Ich Verbot Es Ihm Jetzt War Die Hauptsache Sich Zu Orientieren Es Musste Auf Jedes Selbst Das Geringste Geräusch Geachtet werden Draußen Hörte Ich Ein Leises Tappen Und Schleichen Es Entfernte Sich Und Kam Dann Wieder Zurück Dann Wurde An Unsere Türe Geklopft So Vorsichtig Dass Man Es Nur Wenige Schritte Weit Hören Konnte Wir Antworteten Nicht Es Klopfte Wieder Diesmal Etwas Stärker Und Als Wir Auch Jetzt Schwiegen Erklang Es Leise Fendi Hörst Du Mich Ja Antwortete Ich Ich bin Fleiß Als Wächter Geblieben Wirst Du Mich Verderben Wer Bist Du Denn Der Mit Dem Du Gestern In Hengasi Gesprochen Hast Ah Gott Sei Dank Da Begann Uns Ja Jetzt Ganz Unerwartet Ein Stern Zu Leuchten Zwar Kaum Wahrnehmbar Jetzt Aber Wenn Man Es Richtig Anfing Konnte Er Sich Zu Ein Hellen Doppel Stern Entwickeln Und Vielleicht Gar Zum Rettungs Sterne Werden Der Mann Hatte Angst Er Glaubte Dass Ich Im Zorne Vielleicht Mein Ihm Gegebenes Wort Vergessen Und Plaudern Werde Diese Sorge Kam Mir Sehr Gelegen Wenn Ibn Assel Erfuhr Was Er Mir Alles Gesagt Hatte So Stand Ibn Jedenfalls Eine Sehr Harte Strafe Bevor Ich Hatte Mich Falls Alles Andere Missglückte Auf Meine Körperkraft Verlassen Wahrscheinlich War Es Zerreißen Oder An Einer Scharfen Ecke Oder Kante Zu Zerscheuern Das Übrige Hätte Sich Dann Gefunden Bequemer Aber War Es Jedenfalls Die Sich Jetzt Bietende Gelegenheit Zu Benutzen Der Mann Konnte Uns Nicht Nur Ein Scharfes Schneidendes Werkzeug Liefern Sondern Uns Auch Diejenigen Auskünfte Erteilen Ohne Welche Die Flucht Schwer Oder Unmöglich War Ich Groch Ganz Nah Zur Ja Fendi So Weißt Du Was Man Gegen Mich Vor Hatte Und Wie Es Uns Noch Ergehen Soll Ihr Werdet Wohl Sterben Müssen Aber Dann Abde Assel Auch Mit All Seinen Leuten Oh Iben Assel Lässt Seinen Vater Sterben Nur Um Dich Matern Zu Können Was Sagen Seine Leute Dazu Viele Sind Dafür Viele Wollen Aber Dass Ihr Das Kann Ich Jetzt Nicht Sagen Aber Ich Bitte Dich Um Allas Willen Nichts Von Dem Was Du Von Mir Erfahren Hast An Iben Assel Zu Verraten Er Würde Mich Einfach Niederschießen Oder Den Krokodilen Vorwerfen Lassen Dann Tut Es Mir Leid Dass Ich Dich Nicht Schonen Kann Nicht Allah Kerim Allah Gnädig Willst Du Nicht Auch Gnade Üben Da Du Ein Christ Bist Ein Christ Liebt Sein Leben Nicht Weniger Als Ein Moslem Aber Du Kannst Es Dir Dadurch Dass Du Plauderst Gar Nicht Retten Da Ehrst Du Dich Du Hast Mir Manches Gesagt Was Ich Zu Meinen Vorteile Benutzen Kann Aber Du Hast Mir Ja Das Schweigen Gelobt So Viel Erinnere Ich Mich Nur In Beziehung Auf Einen Einzigen Punkt Und Auch Dieses Gelöbnis Ist Hinfällig Denn Ich Habe Es Nur Unter Der Voraussetzung Gegeben Dass Ich Für Den Gehalten Würde Für Den Ich Ausgegeben Habe Das Ist Nun Aber Anders Geworden Deine Mitteilungen Geben Mir Die Letzte Waffe In Die Hand Oh Allah Oh Prophet So Bin Ich Verloren Es Schwieg Und Ich Sagte Auch Nichts Es Galt Nun Zuerst Die Wirkung Meiner Drohung Abzuwarten Diese Viel Günstiger Viel Günstiger Aus Als Ich Für So Kurze Zeit Hatte Warten Können Nach Einer Weile Klopfte Er Wieder Leise Und Fragte Fendi Höre Wenn Du Fliehen Könntest Das Wäre Freilich Gut Auch Für Dich Denn Da Wäre Ich Nicht Gezwungen Von Dir Zu Sprechen Es Ist Aber Unmöglich Vollständig Unmöglich Du Bist Gefesselt Es Wird Stets Eine Wache Hier Stehen Und Drittens Wenn Das Alles Nicht Wäre Wie Wolltet Ihr Vom Schiff Kommen Hast Du Noch Andere Bedenken Nein Nur Diese Drei Und Das Ist Jedenfalls Mehr Als Genug Oh Nein Diese Drei Punkte Genieren Mich Ganz Und Gar Nicht Nur Würde Ich Einen Brauchen Der Mir Behilflich Ist Das Ist Gefährlich Ihr Fendi Ganz Und Gar Nicht Kein Zweierlei Wovon Das Eine Ebenso Leicht Und Ungefährlich Ist Wie Das Andere Er Müsste Mir Zunächst Ein Scharfes Spitzes Messer Hereingeben Es trat Eine Pause Ein Er Überlegte Dann Er 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 Zu Meiner Freude Du Sollst Ein Messer Haben Wann Sobald Unser Gespräch Zu Ende Ist Es Steht Dort Hinten Eine Offene Kiste Mit Messern Und Anderem Werkzeug Den Man Immer Braucht Und Was Ist Das Zweite Was Du Verlangst Aus Künft Weiter Nichts Gibst Du Uns Diese Und Das Messer So Hast Du Alles Getan Was Ich Verlange Und Ich Verspreche Dir Kein Wort Von Dir Zu Reden So Frage Ich Werde Dir Antworten Denn Es Ist Halt Still Man Kommt Die Stiege Knarrte Es Kam Jemand Herabgestiegen Blieb Unten Stehen Und Brannte Ein Licht An Ich Sah Den Schein Desselben Durch Viele Ritzen Welche Sich In der Wand Unseres Gefängnisses Befanden Die Hitze Des Sudans Hatte Die Bretter Ausgedörrt Sie Waren Zurück Gangen Und Hatten Lücken Zwischen Sich Geöffnet Von denen Mehrere Breiter Als Ein Starker Messer Rücken Waren Sofort Kam Mir Der Gedanke An Den Riegel Ich Suchte Ihn Mit Auge Und Fand Ihn Sehr Leicht Er War In der Mitte Der Türe Angebracht Wohl Eine Elle Lang Und Vielleicht Vier Zoll Breit Er Lag Gerade Zwischen Zwei Brettern Auf Und Verdeckte Eine Spalte Welche Mit Zu Den Breitesten Gehörte Das Herz Schlug Mir Vor Freude Wenn Man Die Messerklinge Durch Die Spalte Schob Und Mit Der Spitze In Den Riegel Stieß Konnte Man Denselben Bewegen Also Von Innen Öffnen Zu Dieser Beobachtung Hatte Ich Nur Zwei Oder Drei Sekunden Gebraucht Und Da Stand Der Mann Auch Schon An Der Türe Und Öffnete Dieselbe Ibn Assel War's Er Hatte Ein Tonlämpchen In Der Hand Und Leuchtete Herein Ich Lag Auf Dem Rücken Und Hielt Scheinbar Die Augen Geschlossen Doch Hate Die Lieder Ein Ganz Klein Wenig Geöffnet Um Unser Gegenwärtiges Tusculum Zu Betrachten Es War Niedrig Wie Ein Taubenschlag Zwei Ellen Hoch Drei Ellen Breit Und Ein Wenig Mehr Lang Außer Uns Insassen War Es Vollständig Leer Nicht Einmal Ein Haken Oder Ein Nagel Waren Zu Sehen Nun Wie Gefällt Es Euch Hier Höhnte Der Sklaven Jäger Zeig Deine Fesseln Er Setzte Die Lampe Nieder Und Untersuchte Meine Stricke Nun Er Konnte Zufrieden Sein Man Hatte Mich So Fest Gebunden Dass Mir An Den Betroffenen Stellen Das Blut Stocken Wollte Hast Du Weiter Über Deinen Prächtigen Vorschlag Nachgedacht Fragte Er Ich Antwortete Nicht Oder Willst Du Mir Wohl Sagen Wann Die Zeit Nach Welcher Man Dich Er Wartet Abgelaufen Ist Gerade Scheid Dann Ist Eine Ewigkeit Denn Die Hunde Die Zu Dir Gehören Werden Dich Niemals Wieder Sehen Halt Sie Gut Wache Und Wenn Diese Struppigen Schakale Etwas Miteinander Sprechen So Nimm Die Peitsche Und Haue Sie Ihnen Um Die Köpfe Diese Letzteren Worte Galten Dem Wächter Eben Assel Nahm Die Lampe Wieder Auf Spuckte Mich An Und Verschloss Die Türe An Der Stiege Verlöschte Er Die Lampe Um Sie Dort Irgendwo Hin Zu Setzen Und Stieg Dann Empor Unser Verbündeter Wagte Erst Nach Einer Weile Wieder Zu Klopfen Er Ist Fort Und Wir Sind Sicher Effendi Sag Er Was Hast Du Mich Zu Fragen Sage Zunächst Was Das Für Ein Raum Ist In Welchen Wir Uns Befinden Es Ist Das Sitschen El Bar Ritchi In Welchem Die Jenigen Von Uns Welche Diese Strafe Verdient Haben Krumm Geschlossen Werden Wo Schlaft Ihr Des Nachts Hier In Diesem Raume Und Auch Unten Im Kiel Raume Wenn Wir Keine Menschen Ladung Haben So Müssten Wir Mitten Durch Die Schlafenden Hindurch Ja Das Ist Freilich Schlimm Die Mannschaft Befindet Sich Des Abends Am Ufer Und Legt Sich Er Spät Im Schiffe Nieder Gewöhnlich Um Dieselbe Zeit Wie Gestern Kennst Du Den Mai J Es Sarat In Sehr Genau Wir Sind Schon Oft Dort Gewesen Um Uns Zu Verstecken Wo Liegt Diese Bucht Des Niles Am Linken Ufer Jenseits Des Dorfes Quaua Ihr Eingang Ist So Verwachsen Dass Einer Der Sie Nicht Ken Gar Nicht Findet Und Wenn Man Hineinkommt So Kann Der Rumpf Des Schiffes Sich Unter Den Überhängenden Ästen Zweigen Bischen Und Schling Pflanzen Vollständig Verstecken Dort Wird Oram Der Kamelreiter Euch Heute Erwarten Ja Wann Erreichen Wir Den Mai J Wohl Noch Vormitternacht Da Wir Uns Solche Mühe Geben Schnell Vorwärts Zu Kommen Wir Fahren Nachmittag An Der Insel Mohabilé Und Wenn Es Abend Geworden Ist An Quaua Wache Wieder Hast Sehr Leicht Aber Wollt Ihr Etwa Da Entweichen Nein Dadurch Werden Wir Dich Ins Unglück Bringen Wir Gehen Erst Später Wenn Du Fort Bist Aber Das Muss Sein Wenn Sie Leute Noch Am Ufer Befinden Wenn Sie Sich Hier Im Raume Zum Schlafen Niedergelegt Haben Ist Es Zu Spät Gibt Es Ein Unter Deinen Kameraden Einen Recht Bösen Schlechten Halunken Den Du Nicht Leiden Magst Oh Mehrere Könntest Du Es Nicht So Einricht Dass Ein Solcher Kerl Nach Der Die Wache Bekommt Wenn Ich Es Schlau Genug Anfange Kann Ich Es Vielleicht Fertig Bringen Versuche Es Wenigstens Je Schlimmer Dieser Mensch Desto Lieber Ist Es Mir Da Er Wenn Uns Die Flucht Gelingt Jedenfalls Bestraft Wird Und Nun Die Hauptsache Du Musst Uns Sagen Können Wo Sich Unsere Waffen Befinden Ohne Welche Ich Nicht Gehen Möchte Ibn Assel Hat Sie In seiner Kajüte Er Betrachtet Sie Als Seine Beute So Passe Genau Auf Ob Sie Dort Bleiben Oder Vielleicht An Einen Anderen Ort Geschafft Werden Ich Muss Das Unbedingt Wissen Machst Du Deine Sache Zu Meiner Zufriedenheit So Werde Ich Dich Nicht Nur Nicht Verraten Sondern Dir Noch Extra Ein Geschenk Geben Man Hat Uns Alles Gelassen Was Sich In unseren Taschen Befindet Das Ist Für Uns Kein Gutes Zeichen Sondern Ein Beweis Dass Man Uns Ganz Sicher Zu Haben Glaubt Im Matten Unter Welche Du Stecken Kannst So Hol Es Sofort Wenn Wir Fort Sind Damit Es Nicht Etwa Ein Anderer Zufällig Findet Wie Aber Weiß Ich Denn Dass Ihr Fort Seid Es Darf Ja Kein Mensch Eure Entfernung Hören Oder Sehen Ich Werde Dir Ein Zeichen Geben Es Gibt In Den Hiesigen Wäldern Kleine Meerkatzen Hast Du Einmal Das Sornige Kreischen Eines Solchen Affen Wenn Er Von Einem Anderen In Seiner Nachtruhe Gestört Wird Gehört Sehr Oft Gut Das Ist Ein Geräusch Welches Nicht Auffallen Kann Damit Du Aber Weißt Dass Ich Es Bin Der Es Verursacht Und Nicht Ein Wirklicher Affe Werde Ich Es Dreimal Wiederholen Erst Mit Einer Längeren Und Dann Mit Einer Sehr Kurzen Pause Sobald Du Das Gehört Hast Eines Teils Um Es Zu Bekommen Und Anderen Teils Weil Es Die Gewissheit Gibt Dass Eure Flucht Geglückt Ist Was Habe Ich Noch Zu Tun Ich Möchte Sehr Gern Wissen Was Der Kamelreiter Euch Zu Berichten Hat Es Ist Aber Für Uns Unmöglich Es Zu Erfahren Weil Wir Wenn Das Gespräch Mit Ihm Zu Ende Ist Schon Fort Sein Müssen Vielleicht Könnte Ich Euch Wenigstens Etwas Davon Sagen Auf Welche Weise Denn Und Wo Hier Unten Im Gegenwart Des Wächters Ja Denn Ich Werde Tun Als Ob Ich Es Diesem Erzählen Will Ihr Könnt Doch Nicht So Gleich Fort Wenn Wir Ans Land Legen Oram Aber Wird Sofort Erzählen Ich Höre Zu Eurer Wächter Kann Diese Neuigkeit Nicht Hören Weil Er Sich Im Schiffe Befindet Und So Gehe Ich Zu Ihm Um Sie Zu Ihm Zu Bringen Ihr Hört Was Ich Mit Ihm Spreche Und Wisst Also Woran Ihr Seid Das Ist Ein Wirklich Vortrefflicher Gedanke Mein Geschenk Wird Umso Größer Sein Je Mehr Ich Mit Ihr Zufrieden Bin Jetzt Habe Ich Nichts Mehr Zu Sagen Ich Weiß Genug Und Will Mit Dem Übrigen Dein Gewissen Nicht In Unruhe Versetzen Das Gespräch War Zu Ende Und Unser Verbündeter Holte Mir Das Messer Es War Scharf Und Spitz So Wie Ich Es Brauchte Scharf Zum Durchschneiden Der Stricke Und Spitz Um Es Als Stichwaffe Zu Gebrauchen Denn Ich War Fest Entschlossen Jeden Der Sich Uns Entgegen Stellen Sollte Zu Töten Und Glaubte Mir Kein Gewissen Daraus Machen Zu Müssen Er Hatte Eine Stunde Wache Zu Halten Und Wurde Dann Abgelöst Im Laufe Des Nachmittages Kam Mir Der Gedanke Einmal Nach Zusehen Ob Nur Die Innenwände Unseres Gefängnisses Ritzen Und Lücken Besaßen Dazu Musste Ich Mich Aufrichten Was Mir Nach Einiger Mühe Auch Gelang Ich Hatte Alle Ursache Mit Dieser Untersuchung Zufrieden Zu Sein Das Schiff Ging Da Es Nicht Beladen War Nicht Tief Im Wasser Die Gegend Der Äußeren Wand Welche Gewöhnlich Unter dem Wasser Jetzt Aber Über Derselben Lag War Von Den Sonnenstrahlen Ausgetrocknet Worden Das Pech War Aus Den Planken Gritzen Gelaufen Und Indem Ich Den Griff Des Messers Zwischen Die Zähne Nahm Konnte Ich Mit Der Spitze Desselben So Viel Werk Nach Außen Stoßen Dass An Einigen Teil Für Uns Sein Jetzt Sah Ich Das Boot Noch Immer Vorgespannt Man Hatte Auf Dem Selben Sogar Um Die Ruderer Zu Unterstützen Einen Kleinen Mast Errichtet Welcher Ein Segel Trug Dies War Allerdings Nur Durch Den Steifen Luftzug Welcher Wehte Ermöglicht Worden Sonst Hätte Das Boot Da Es Am Schlepptau Zog Leicht Kentern Können Gegen Abend Kam Ibn Assel Abermals Um Nach Meinen Fesseln Zu Sehen Es Schien Nur Mich Für Gefährlich Zu Halten Da Er Die Stricke Der Anderen Nicht Untersuchte Das Messer Bemerkte Er Nicht Es Lag In Der Hintersten Ecke Bei Dem Alten Steuermanne Welcher Dort Hockte Da Ich Im Besitze Dieses Instrumentes War Hätte Ich Verzichtete Darauf Es Zu Tun Da Ich Annahm Dass Ibn Assel Nochmals Denil Wir Waren Längst An Der Djezire Mohabilé Vorüber Und Mussten Bald Das Dorf Quahua Passieren Die Schatten Des Linken Ufers Lagen Über Der Ganzen Breite Des Flusses Ein Zeichen Dass Die Sonne Im Sinken Sei Bald Wurde Es Abend Und Da Ich Nun Nichts Mehr Zu Sehen Vermochte Legte Ich Mich Wieder Nieder Es Mochte Nach Abendländischer Zeit Rechnung Gegen Acht Uhr Sein Als Unser Verbündeter Die Wache Wieder Übernahm Er Sprach Nur Kurze Zeit Mit Uns Er Hatte Seine Gesinnung Nicht Geändert Und Teilte Uns Mit Dass Nach Ihm Einer Kommen Werde Dem Es Zu Gönnen Sei Dass Er Wegen Unserer Flucht Bestraft Werde Und Wann Werden Wir Den Mai J Erreichen Fragte Ich Kurze Zeit Nachdem Meine Wache Zu Geschehen Sollte So Kann Ich Euch Warnen Übrigens Liegen Eure Waffen Bei Ibn Assel In Der Vorkajüte Die Zeit Verging Und Er Wurde Abgelöst Wir Sprachen Leise Miteinander Sein Nachfall Gehörte Es Öffnete Die Türe Und Schlug Mit Der Peitsche Herein Die Er Sich Zu Diesem Zwecke Mitgebracht Hatte Dabei Lies Er Es An Jauers Und Christenhunden Nicht Fehlen Nun Dem Manne Sollte Meine Anerkennung Recht Bald Werden Kurze Zeit Später Ertönten Laute Kommandorufe Über Uns Wir Hörten Tau Über Das Deck Streifen Man Nahm Die Segel Ein Der Mai J Musste Sich Also In der Nähe Befinden Dann Vernahmen Wir Das Knarren Der Stemmbäume Gegen Die Bordkanten Man Schob Das Schiff Aus dem Fluss In Den Mai J Ich Erhob Mich Und Sah Hinaus Es War Ganz Dunkel Ich Konnte Den Himmel Nicht Erkennen Das Schiff Befand Sich Also Schon Unter Den Wipfeln Der Bäume Des Mai J Dann Aber Wurde Es Hell Ein Feuer Brandt Am Ufer Und Bei Dem Selben Stand Ein Mann Welcher Rief Hierher Werft Das Tau Herab Ich Winde Es Um Den Baum Man Hielt Es Für Überflüssig Den Anker Fallen Zulassen Es Wurde Vielmehr Vom Vorder Und Hinter Teile Je Ein Tau Ausgeworfen Mit Denen Man Das Fahrzeug Ganz Ans Ufer Ziehen Und Dort An Zwei Bäumen Befestigen Konnte Zu Diesem Zwecke Wurde Als Das Vorderteil Angehängt War Die Leiter Hinab Gelassen Über Welche Mehrere Männer An Das Ufer Stiegen Die Wand An Welcher Ich Lehnte Lag Nach Dem Ufer Zu Sodass Ich Wenigstens So weit Mein Enger Gesichtskreis Reichte Sehen Konnte Was Dort Geschah Das Übrige Musste Ich Erraten Als Das Schiff Vollständig Fest Lag Gingen Auch Die Anderen An Das Land Es Stand Zu Erwarten Dass Ibn Assel Dies Auch Tun Uns Aber Vorher Noch Einen Besuch Abstatten Werde Darum Ließ Ich Mich Wieder Niedergleiten Kaum War Dies Geschehen So Knarrte Die Stiege Die Lampe Wurde Angesteckt Und Ich Hörte Seine Stimme Nun Ist Alles In Ordnung Alles Antwortete Der Wächter Die Hunde Bellten Miteinander Da Habe Ich Sie Mit Der Peitsche Zur Ruhe Gebeten Recht So Hau Nur Tüchtig Zu Er Öffnete Die Türe Leuchtete Mit Der Einen Hand Herein Untersuchte Mit Der Anderen Meine Fessel Und Sagte Dann Mir Hynisch Zugrinsend Jetzt Werde Ich Mit Dem Manne Sprechen Und Euer Schicksal Wird Sich Entscheiden Mache Dich Gefasst Deine Martern Beginnen Schon Am heutigen Abend Du Redest Wie Ein Kind Antwortete Ich An Meinem Schicksale Kannst Du Nichts Ändern Es Hat Sich Schon Entschieden Du Vermagst Uns Nichts Anzuhaben In Einer Stunde Wirst Du Anders Singen Du Hast Heute Erfahren Wie Es Denen Ergeht Welche Mich Singen Machen Wollen Das Konnte Nur Einmal Geschehen Zum Zweiten Male Wird Es Dir Aber Nicht Gelingen Er Verriegelte Die Türe Löschte Die Lampe Aus Und Ging Ich Stand Auf Und Blickte Wieder Hinaus Man Schnitt Das Am Ufer Wachsene Schilf Ab Um Lagerplätze Es Aber Aus Vermehrten Helligkeit Und Weil Die Baumstämme Nicht Nur Einen Sondern Mehrere Schatten Warfen Jetzt War Die Zeit Gekommen Uns Von Den Fesseln Zu Befreien Ich Schob Also Mit dem Fuße Das Messer Aus Dem Winkel Hervor Wälzte Mich Dann Um Und Nahm Es In Die Hand Benil Musste Sich Mit Seinem Rücken Gegen Den Meinigen Legen Sodass Ich Die Bald Hatte Er Die Hände Frei Nun Nahm Er Das Messer Um Zuerst Seine Füße Frei Zu Bekommen Und Dann Auch Uns Von Den Stricken Zu Erlösen Das Geschah Alles So Geräuschlos Dass Der Wächter Es Nicht Hören Konnte Darauf Warteten Wir Ob Unser Verbündeter Wort Halten Könne Und Kommen Werde Erst Nach Einer Halben Stunde Knarrte Die Stiege Wieder Und Wir Hörten Seine Stimme Wenn Du Herauf Und Heraus Kommen Könntest Es Gibt So Viel Zu Hören Willst Du Mich Ärgern Erwortete Der Wacht Habende Der Teufel Hat Es Im Liodenant Eingegeben Gerade Mich Und Gerade Jetzt Hier Herunter Zustellen Was Geht Es Denn Der Ungläubige Effendi Hat Wirklich Die Wahrheit Gesagt Unsere Kameraden Sind Gefangen Und Acht Von Ihnen Mit Dem Kolben Erschlagen Worden Allah Vernichte Die Brut Dieses Res Effendina Um Diesen Verdammten Christlichen Effendi Aber Ist Es Nun Ganz Gewiss Geschehen Wie Ist Denn Oramen Kommen Er Hat Sich Wohl Gar Nicht Ergreifen Lassen Oh Doch Aber Die Asaker Haben Ihn Nicht Festgebunden Gehabt Gegen Morgen Ist Es Ihm Gelungen Sich Los Zumachen Er Hat Sich Davon Geschlichen Und Sogar Ein Kamel Mitgenommen Natürlich Ist Er Sofort In Einer Tour Nach Der Hassani Geritten Um Uns Zu Benachrichtigen Aber Einige Minuten Zu Spät Gekommen Warum Kam Er Nicht Bei Unserem Lager Platze Sondern Weiter Oben An Den Nil Weil Er Nicht Konnte Er Sacka Des Res Effendina Sich Nach Dem Platz Erwenden Unsere Gefangenen Kameraden Werden Nicht Nach Ikartum Wie Eigentlich Beschlossen War Er Wird Sie Niemals Wieder Sehen Und Sie Werden Von Uns In Der Gehörigen Weise Empfangen Werden Denn Ich Hoffe Doch Dass Ibn Assel Alles Tun Wird Unsere Gefährten Zu Retten Das Ist Selbstverständlich Aber Es Ist Keine Zeit Zu Verlieren Wenn Ich Nur Unten Sein Könnte Willst Du Nicht Die Wache Für Mich Tun Ich Gebe Dir Dafür Gern Fällt Mir Gar Nicht Ein Unterbrach Ihn Der Andere Ich Habe Soeben Erst Zwei Stunden Hier Gestanden Die Stiege Knarrte Wieder Er Ging Er Hatte Wort Gehalten Und Das Was Er Mir Auf Diese Weise Mitgeteilt Hatte War Von Sehr Hohem Werte Für Uns Darum Sollte Er Die Ihm Versprochene Gratifikation Er Er War Zwar Unser Feind Und Außerdem Ein Schlechter Mensch Aber Ich Musste Wort Halten Er Sollte Mich Den Christen Nicht Einen Betrüger Nennen Können Übrigens War Das Gespräch Auch Von Anderem Vorteil Für Uns Gewesen Das Öffnen Des Riegels Mithilfe Des Messers Musste Nämlich Ein Wenn Auch Gering Ist Aber Doch Immerhin Ein Geräusch Verursachen Welches Den Posten Leicht Aufmerksam Machen Könnte Außerdem Hatte Der Letztere An Der Angelseite Gestanden Sodass Wenn Wir Die Türe Öffneten Er Uns Im Wege Stand Und Wir Sie Nicht Ganz Aufbringen Konnten Er Hätte Also Hinter Derselben Gestanden Und Es Wäre Nicht Leicht Gewesen So Schnell An Ihn Zu Kommen Wie Es Nötig War Ohne Dass Er Hilfe Zu Rufen Oder Gar Widerstand Zu Leisten Vermochte Diesen Übelständen War Nun Abhilfe Geschafft worden Der Mann War Nämlich Um Den Anderen Besser Verstehen Zu Können Mehrere Schritte Nach Der Stiegel Zugegangen Er Hatte Also Die Türe Freigegeben Während Sie Laut Miteinander Sprachen Steckte Ich Die Spitze Des Messers Durch Die Ritze In Das Holz Des Riegels Und Schob Den Letzteren Zurück Das gab Ein Geräusch Welches Der Wächter Aber Nicht Hörte Ich Stieß Die Türe Auf Und Kroch Hinaus Die Anderen Beiden Folgten Um Ihn Platz Zu Machen Musste Ich Avangieren Und Kam Hart Hinter Dem Wächter Zu Stehen Als Er Eben Seinen Kameraden Aufforderte Für Ihn Die Wache Zu Übernehmen Als Dieser Nun Ging Drehte Er Sich Um Und Stieß An Mich Im Nu Hatte Ich Ihn Mit Beiden Händen Am Halse Er Brach Aus Nun Ging Ich Zur Stiege Und Stieg Sehr Vorsichtig Damit Sie Nicht Knarren Möge Hinauf Um Zunächst Zu Rekognizieren Was Ich Sah Erfüllte Mich Mit Großer Freude Denn Die Umstände Konnten Uns Gar Nicht Günstiger Sein Die Am Ufer Brennenden Feuer Konnte Ich Zwar Nicht Sehen Aber Sie Verbreiteten Einen Schein Welcher Sogar Das Deck Genugsamer Leuchtete Ich Sah Dass Ich Kein Mensch Auf Denselben Befand Und Stieg Wieder Hinab Dort Nahm Ich Von Meinem Gelde So Viel Heraus Wie Ich Für Angezeigt Hielt Und Legte Es Unter Die Unterste Palmen Matte Dann Kehrte Ich Natürlich Von Meinen Beiden Gefährten Begleitet Auf Deck Zurück Aufrichten Durften Wir Uns Nicht Da Wir Da Möglicherweise Gesehen Werden Konnten Wir Raume Aber Mit Hilfe Des Tastsinnes Fanden Wir Schnell Was Wir Suchten Was Aber Nun Flüsterte Bernil Es Ist Natürlich Gefährlich Die Leiter Hinab Zu Steigen Da Haben Sie Uns Beim Kragen Noch Ehe Wir Mit Den Füßen Den Boden Erreichen Stimmte Sein Großvater Bei Aber Es Gibt Keinen Anderen Weg Am Besten Ist Wir Steigen Nicht Sondern Wir Springen Hinab Mitten Unter Sie Hinein Sie Werden Erstaunen Erschrecken Und Ehe Sie Sich Besinnen Können Sind Wir Fort Werden Meine Alten Beine Einen Solchen Sprung Aushalten Sorge Dich Nicht Tröstete Ich Ihnen Wir Werden Weder Steigen Noch Springen Sondern Klettern Wir Steigen In Das Boot Des Schiffes Das Nach dem Flusse Zuhängt Und Rudern Davon Allah Das Ist Ein Prächtiger Gedanke Aber Es Wird Dennoch Nicht Gehen Warum Weil Das Boot Hinten Am Schiff Erhängen Wird Da Liegt Es Im Scheine Der Feuer Und Wir Können Also Nicht Hinein Ich Vermute Dass Es Am Vorderteile Hängt Es Ist Ja Vorgespannt Gewesen Und So Wird Man Als Das Boot Von Vorn Nach Hinten Zu Bringen Kommt Ihr Werdet Sehen Wir Krochen Nach Vorn Nach Der Dem Wasser Zu Gewendeten Seite Des Schiffes Da Unsere Feinde Sich Auf Der Anderen Seite Befanden Konnten Wir Ohne Von Ihnen Gesehen Zu Werden Uns Aufrichten Und Über Die Brüstung Blicken Ja Da Hing Das Boot An Einem Tau Welches So Stark War Dass Der Schwerste Mann Sich Dem Selben Getrost Anvertrauen Konnte Es Lag Im Schatten Wir Konnten Also Nicht Sehen Ob Die Ruder Sich Darin Befanden Jedenfalls Aber Hatte Man Sie Nicht Mit An Bord Genommen Wenigstens Sagen Wir Sie Nicht Hier Oben Liegen Etwas Helles Lag Im Boote Was Mag Das Sein Fragte Ben Niel Wahrscheinlich Das Segel Welches Ich Heute Während Der Fahrt Aufgerichtet Gesehen Habe In Diesem Falle Liegt Auch Der Mast Dabei Und Das Ist Sehr Gut Da Wir Uns Mit Dem Ruder Nicht Sehr Anzustrengen Brauchen Wir Befanden Uns In Der Nähe Des Kleinen Vordermastes Dort Hatte Ich Heute Früh Ein Bündel Palmfaser Fackeln Liegen Sehen Wie Sie In Jenen Gegenden Bei Verschiedenen Gelegenheiten Im Mitnehmen Fragte Benil Davon Später Jetzt Haben Wir Genug Gesprochen Und Gezögert Jetzt Wollen Wir Über Bord Steig Du Zuerst Hinab Dein Großvater Wird Folgen Und Ich Mache Den Letzten Er Warf Seine Flinte Am Riemen Über Den Rücken Und Stieg Über Die Brüstung Um Sich Am Tauer Hinab Zuturnen In Diesem Augenblick Hörte Ich Die Stimme Ibn Assels Rufen Bringt Auch Einen Krug Voll Raki Mit Rakis Schnaps Den Die Muhammedaner Trinken Dürfen Die Worte Sagten Mir Dass Mehrere Wenigstens Zwei Männer Unterwegs Nach Dem Decke Seien Ich Drehte Mich Um Wirklich Da Kam Einer Gestiegen Hinter Ihm Ein Zweiter Schnell Schnell Raunte Ich Abu Enil Zu Noch Haben Sie Uns Nicht Gesehen Ich Kaute Mich Nieder Um Ihn Nicht Sofort In Die Augen Zu Fallen Aber Der Alte Steuermann Musste Über Die Brüstung Ihn Mussten Sie Bemerken Und Da Kam Auch Noch Ein Dritter Hinterher Gestiegen Der Erste Vorderste Sah Den Alten Und Infolgedessen Auch Mich Er Begriff Die Situation Auf Der Stelle Und Schrie Auf Herbei Männer Die Gefangenen Sind Los Sie Wollen Fort Er Stürzte Herbei Die Anderen Folgten Ich Blieb Kauern Um Nicht Erraten Zu Lassen Was Ich Beabsichtigte Als Der Erste Noch Drei Schritte Bis Zu Mir Hatte Schnellte Ich Mich Auf Und Rannte Ihm Den Gewehrkolben In Der Weise Gegen Den Leib Den Zweiten Der Arm Nach Mir Ausstreckte Schlug Ich Über Den Kopf Er Brach Auch Zusammen Der Dritte War Mir Auch Schon Nah Er War Klüger Als Die Beiden Vorigen Denn Er Zog Seine Pistole Und Drückte Auf Mich Ab Ich Sprang Zur Seite Und Worte Nicht Getroffen Desto Sicherer Warf Ihn Aber In Der Nächsten Sekunde Mein Kolben Nieder Die Drei Kerl Hatten Aus Leibes Kräften Gebrüllt Jetzt Lagen Sie Lautlos Da Unten Antwortete Man Es Schrie Wer Schreien Konnte Natürlich Eilte Man Herbei Sprung nach der Brüstung Hinauf Hinüber Das Tau Fassen Hinunter Ins Boot Das Messer Ziehen Und Das Tau Zerschneiden Da Erklang Oben Die Brüllende Stimme Assels Wo Sind Sie Sucht Sucht Sie Haben Uns Diese Drei Erschlagen Ich Sehe Sie Nicht Sie Werden In Der Kajüte Stecken Die Hunde Greift Sie Schnell Schnell Schon Hat Ich Das Boot Vom Schiffe Abgedrängt Und Steuer Ergriffen Sie Gehorchten Die Spitze Des Bootes Richtete Sich Im Rechten Winkel Vom Schiffe Ab Ich Durfte Nicht Anders Steuern Ich Musste In Tiefen Schatten Bleiben Welche Den Okay Auf Das Wasser Warf Als Wir Uns In Guter Entfernung Befanden Ließ Ich Halten Kein Mensch Befand Sich Mehr Am Ufer Alle Waren An Bord Geeilt Um Nach Uns Zu Suchen Das Gab Ein Schreien Und Brüllen Dass Ein Einzelnes Wort Gar Nicht Verstanden Werden Konnte Jedenfalls Hatte Man Den Wächter Gefunden Uns Aber Nicht Dann Trat Eine Plötzliche Stille Ein Unser Vollständiges Verschwinden War Ihnen Unerklärlich Sie Berieten Wie es Schien Denn Während Sie Vorher Bunt Durcheinander Gerannt Waren Standen Sie Jetzt Ruhig Beieinander Wir Waren Nur Ungefähr 30 Boots Längen Von Der Steuermann Wir Sind Frei Ich Werde Auf Diese Nachahmung Verzichten Antwortete Ich Und Direkt Mit Ibn Arsel Reden Da Hören Sie Wo Wir Uns Befinden Viele Seiner Leute Haben Die Gewehre In Den Händen Es Ist Zwar Dunkel Aber Wenn Sie Schießen Können Wir Auch Aus Zufall Getroffen Werden Ich Führe Sie Irre Und Das Wird Ihr Spaß Bereiten Mich Nicht Gegen Das Schiff Sondern Wasser Aufwärts Wendend Hielt Ich Die Hohlen Hände An Den Mund Und Rief Durch Dieses Sprachrohr Indem Ich Die Silben Langsam Ausdehnte Ibn Asse Ibn Asse Komm Hole Uns Der Hohen Dichte Wald Welcher Das Wasser Einfasste Machte Dass Es So Klang Als Ob Die Worte Weit Oben In Ma E.J. Gerufen Worden Seien Meine Stimme War Deutlich Zu Erkennen Da Ist Er Der Hund Der Hundesohn Schrie Ibn Asse Da Droben Sind Sie Auf dem Wasser Sie Müssen Unser Boot Haben Wir Bemerkten Dass Man So Gleich Nach Dem Boote Sah Ja Wir Haben Es Antwortete Ich In Derselben Weise Jetzt Lasst Mich Doch Einmal Singen Hört Ihr Hört Ihr Es Brüllte Er Wütend Sie Sind Mit Dem Boote Da Oben Vielleicht 80 Schritte Von Hier Schießt Schießt Ihr Männer Viele Schüsse Krachten Westwärts Während Wir Uns In Südlicher Richtung Befanden Auf Die Gegebene Örtlichkeit Rechnend Wendete Ich Jetzt Das Gesicht Nach Osten Lachte So Schallend Wie Möglich Auf Und Fügte Hinzu Fehlgeschossen Wo Sucht Ihr Uns Denn Das Klang Von Der Entgegengesetzten Seite Her Alle Drehten Sich Um Und Eben Assel Gebot Nicht Da Oben Sondern Dort Unten Sind Sie Schieß Dorthin Dorthin Und Gehorchte Ihm Natürlich Ohne Allen Erfolg Ich Wendete Mich Wieder Nach Der Vorigen Richtung Und Lies Ein Möglichst Hönisches Gelächter Hören Sofort Wendeten Sie Sich Wieder Um Er Hat Den Teufel Schrieben Assel Ich Habs Gewusst Dass Er Den Teufel Hat Nun Ist Er Wieder Ohne Sorge Vor Ihren Kugeln Die Flucht Fortsetzen Das War Nicht Etwa Etwas Ganz Leichtes Keiner Von Uns Kannte Den Mai J Wo Befand sich Der Eingang Desselben Welcher Wie Wir Gehört Hatten Durch Pflanzen Wuchs Maskiert War Ich hatte Keine Ahnung Davon Und Den Anderen Beiden Ging Es Ebenso Wir Konnten Uns Nur Die Ungefährre Richtung Denken Dazu Kam Dass Diese Stehenden Flussarme Gewöhnlich Von Krokodilen Weiter Südwärts Auch Mit Nil Pferden Bevölkert Sind Der Mai J Es Saratin Lag Am Linken Nil Ufer Das War Alles Was Wir Wussten Glücklicherweise Kannte Abu Nil Den Fluss Sehr Genau Ich Fragte ihn Welche Richtung Hat Der Nil Oberhalb Des Dorfes Quau Er Fließt Nach Nord Nord West So Wollen Wir Versuchen Bis An Das Andere Ufer Hinüber Und Wendete Dann Nach Links Wir Sahen Die Sterne Über Uns Der Himmel Bildete Einen Schmalen Streifen Welchen Wir Zu Folgen Hatten Dieser Streifen Wurde Immer Schmaler Bis Er Vor Und Zu Ende Ging Das Laubdach Des Waldes Nahm Uns Auf Zieht Die Ruder Ein Ried Ich Wir Müssen In Nähe Des Einganges Sein Vielleicht Gibt Wenn Wir Anstoßen Und Kentern Werden Wir Von Den Krokodilen Gefressen Wir Werden Nicht Anstoßen Ich Zog Das Feuerzeug Brandte Eine Fackel An Und Gab Sie Benil Um Sie Am Vorderteile Des Bootes Zu Befestigen Ob Ibn Assel Das Licht Sah Das Musste Uns Gleichgültig Sein Beim Scheine Der Fackel Bemerkten Wir Dass Wir Uns Unter Sunud Bäumen Befanden Welche Wie Wir Mit Dem Rudermaßen Gegen Zwei Ellen Unter Wasser Standen Das War Der Eingang Zu Mai J Natürlich Nicht Wir Legten An Einem Stamm An Und Ich Warf Einige Blätter In Das Wasser Sie Bewegten Sich Sie Wurden Fortgeführt Wir Folgten Langsam Nach Links Ab Von Der Bisher Eingehaltenen Richtung Da Wurde Das Wasser Tiefer So Tief Dass Wir Den Grund Selbst Mit Unsere Maste Nicht Erreichen Konnten Es Bewegte Sich Auch Schneller Aber Kreisförmig Wir Fahren Irre Behauptete Benil Wir Müssen Zurück Nein Widersprach Sein Großvater Wir Sind Richtig Das Wasser Läuft Hier Im Kreise Weil In Der Nähe Der Nil Vorüber Geht Erst Durch Die Pflanzen Verdeckt Wir Müssen Hindurch Hindurch Ja Aber Wo Denn Jedenfalls Geradeaus Zu Beiden Seiten Gab Es Bäume Das Sahen Wir Die Wipfel Dieser Bäume Waren Von Schling Pflanzen Durchwuchert Welche Sich Von Gipfel Zu Gipfel Zogen Und Eine Bis In Das Wasser Niederhängende Pflanzen Brücke Bildeten Da Wo Diese Brücke Sich Links Von Uns Aus Der Flut Erhob Waren Die Ranken Derselben Vielfach Zerrissen Auf Diese Stelle Deutend Sagte Ich Dort Muss Es Sein Dort Bord sind Von Der Nur Kehr Als Er Durchgeschoben Wurde Die Pflanzen Zerrissen Worden Nehmt Die Ruder Wieder Wir Wollen Es Wenigstens Versuchen Wir Hielten Auf Die Stelle Zu Die Ranken Hingen Viel Höher Über Uns Als Es Vorhin Den Anschein Gehabt Hatte Wir Den Ausgang Nicht Entdeckt So Wären Wir Vielleicht Doch Noch Von Ibn Assel Angegriffen Worden Unmöglich Antwortete Ich Hätten Wir Den Fluss Nicht Gefunden So Wären Wir An Das Ufer Gegangen Und Es So Aber Es Ist Doch Besser Wir Sind Frei Und Haben Offene Fahrt Zum Res Effendina Wo Suchst Du Ihn Meinst Du Dass Er Sich Noch Unten An Der Jezire Hassani Befindet Um Das Zu Wissen Müsste Ich Allwissend Sein Zunächst Gilt Es Möglich Schnell Zu Sein Was Haben Wir Für Luft Des Nachts Hier Meist Aus Süd Wir Prüften Den Hier Am Ufer Nur Leise Fühlbaren Luftzug Und Fanden Dass Er Uns Günstig War Darum Richteten Wir Den Mast Auf Und Befestigten Das Segel Daran Da Der Steuermann Der Älteste Soll ich Nach Der Mitte Des Strommes Halten Fragte Der Alte Nicht Ganz Warum Nicht Wir Haben Dort Ja Volleren Wind Das Ist Wahr Aber Wir Könnten Da Den Res Effendina Verfehlen So Meinst Du Also Doch Dass Er Jetzt Aufwärts Kommt Nein Aber Er Kann Irgendwo Am Ufer Liegen Mag Er Sich Befinden Wo Er Will Jedenfalls Hält Er Scharfe Wache Darum Habe Bemerken Und Anrufen Damit Wir Nicht An Ihm Vorüber Fahren So Bitte Ich Dich Mich Nach Meinen Gedanken Steuern Zu Lassen Ich Kenne Die Bahn Welche Die Schiffe Einzuhalten Pflegen Und Auch Die Stellen Wo Man Anlegen Und Den Fluss Beobachten Kann Ich Konnte Nichts Klügeres Tun Als Zu Können In Welcher Richtung Er Die Gesuchten Finden Könnte Ich Nahm An Dass Er Mit Seinen Asakern Schleunis Nach Hengazi Zurück Gekehrt Sei Und Dort Seinen Falken Bestiegen Habe Um Südwärts Zu Segeln Traf Dies Zu So Mussten Wir Entweder Unterwegs Begegnen Oder Er Hatte Beim Anbruch Des Abends Irgendwo Angelegt Und Zwar An Einer Stelle Wo Jedes Vorüberkommende Fahrzeug Sehen Konnte Unsere Jetzige Nachtfahrt Ging Freilich Schneller Als Die heutige Aufwärts Fahrt Wir Hatten Drei Motoren Das Gefälle Des Flusses Den Wind Und Die Ruder Leider War Das Boot Sehr Groß Mit Einem Kleineren Wären Wir Noch Viel Rascher Vorwärts Gekommen Dennoch War Seit Dem Augenblicke An Welchen Wir Den Mai J Verlassen Hatten Noch Nicht Eine Stunde Vergangen Als Wir An Die Helle Quauer Gelangten Dieses Dorf War Damals Das Regierungs Depot Am Weißen Nile Es Lagen Da Ganz Bedeutende Getreide Und Andere Vorräte Und Jedes Südwärts Segelnde Schiff Versah Sich Da Mit Den Noch Notwendigen Bedürfnissen Welche Von Da An Umso Teurer Werden Je Weiter Man Nach Süden Kommt Wir Legten Hier Die Antwort War Eine Verneinende Und So Segelten Und Ruderten Wir Weiter Eine Nacht Auf Dem Nile Welch Ein Sujet Für Einen Dichter Mir Aber War Gar Nicht Sehr Poetisch Zumute Ich Hatte Eine ganze Reihe Von Nächten Nur Wenig Geschlafen Waren Folge Dessen Sehr Abgespannt Und Musste Doch Rudern Mit Meinem Benil War Es Nicht Anders Ich Glaube Er Ruderte Zu Weilen Abonil War Ebenso Einselbig Wie Wir Er Hatte Keine Solchen Anstrengungen Hinter Sich Und So Vermutete Ich Dass Seine Schweigsamkeit Einen Ganz Besonderen Grund Haben Müsse Nach Demselben Befragt Antwortete Er Mir Müde Bin Ich Nicht Im Geringsten Effendi Die Sorge Ist Die Mir Die Gute Laune Raubt Ich Bin Ein Flüchtling Ah Du Hast Angst Vor Dem Res Effendina Natürlich Ich wurde Damals Von Ihm Auf Dem Sklaven Schiff Ergriffen Und Wäre Sicherlich Sehr Streng Bestraft Worden Wenn Du Mich Nicht Hättest Entfliehen Lassen Und Jetzt Soll Ich Diesem Strengen Herrn Geradezu In Die Hände Segeln Es Wird Mir Schwer Die Bitte Auszusprechen Aber Effendi Gib Mich Noch Einmal Frei Erlaube Mir An Der Ersten Besten Stelle Das Boot zu Verlassen Willst Du Nicht Wieder Auf Dein Schiff Zurück Ehe Ich Es Erreiche Bin Ich Gefangen Aber Du Bist Einsam Und Mittellos Du Hast Nichts Bei Dir Was Willst Du Anfangen Benil Mein Enkel Wird Ja Bei Mir Sein Nein Antwortete Dieser Du Bist Der Vater Meines Vaters Und Es Ist Allahs Gebot Dass Ich Dich Achten Und Ehren Soll Das Tue Ich Auch Aber Jetzt Bin Ich Diener Dieses Effendi Und Nichts Kam Die Vermögen Ihn Zu Verlassen Sohn Meines Sohnes Wer Hätte Das Von Dir Gedacht Willst Du Das Blut Verleugnen Welches In Deinen Adern Fließt Willst Du Gegen Die Gesetze Handeln Die In Der Brust Eines Jeden Menschen Vorhanden Sind Nein Die Liebe Zu Dir Und Die Treue Für Meinen Effendi Lassen Sich Wohl Miteinander Vereinigen Du Brauchst Das Boot Nicht Zu Verlassen Ich Kenne Den Effendi Er Wird Dich In Seinen Schutz Nehmen Das Kann Er Nicht Zweifle Doch Nicht Daran Er Kann Alles Was Er Will Wenigstens Will Ich Nur Das Was Ich Kann Bemerkte Ich Aber Neil Du Brauchst Dich Nicht Zu Fürchten Der Rees Effendina Wird Dir Das Vergangene Verzeihen Oh Das Weiß Ich Und Das Wusste Ich Darum Lies Ich Dich Entkommen Und Niemals Wird Man Mich Wieder An Bord Eines Sklaven Händlers Sehen Auch Das Glaube Ich Dir Und Darum Werde Ich Den Rees Effendina Bitten Dir Das Was Vergangen Ist Zu Vergeben Effendi Du Treufels Balsam In Die Wunde Wenn Der Rees Effendina Mir Vergibt So Kann Auch Ich Selbst Zu Müssen Dass Mich Der Recher Wieder Von Den Meinen Reißt Sei Getrost Ich Sage Dir Dass Alles Vergeben Und Vergessen Sein Wird Ich Will Dir Glauben Du Hast Mich Schon Damals Gerettet Und Würdest Mich Nicht Mit Zum Rees Effendina Nehmen Wenn Du Nicht Überzeugt Wärest Dass Es Ohne Schaden Für Mich Geschehen Kann Was Aber Soll Ich Mir Antworten Wenn Er Mich Fragt In Welcher Weise Ich Damals Die Flucht Ergriffen Habe Belüge Nicht Sondern Sage Ihm Die Wahrheit Dann Würde Er Dir Sehr Zürnen Das Denke Ich Nicht Übrigens Hat Dein Enkel Hier Einige Gute Dienste Geleistet Und So Gebietet Ihm Die Dankbarkeit Dir Die Bitte Um Verzeihung Zu Erfüllen Das Beruhigte Ihn Vollends Und Nun War Das Schweigen Gebrochen Sein Herz War Im Leicht Geworden Und Darum Wurde Ihm Auch Die Zunge Leicht Er Begann Mir Seine Erlebnisse Zu Erzählen Und Er Hatte So Viel Erlebt Dass Es Uns Um Stoff Für Die Unterhaltung Während Der Einsamen Fahrt Nicht Bange Zu Sein Brauchte Drittes Kapitel Am Sumpf Des Fiebers Die Angeregte Unterhaltung Welche Wir Während Unser Nächlichen Talfahrt Im Boote Führten Tat Unsere Aufmerksamkeit Keineswegs Abbruch Wir Passten Sehr Gut Auf Hielten Auch Einige Male An Wenn Ein Fantastischer Uferschatten Die Gestalt Eines Schiffes Zeigte Sahen Uns Aber Allemal Getäuscht Wir Verbrannten Nach Und Nach Alle Sechs Fackeln Die Ich In Das Boot Geworfen Hatte Und Mussten Endlich Ohn Licht Fahren Gegen Morgen Wurde Der Wind Stärker Und Infolgedessen Unsere Schnelligkeit Größer Natürlich Hatten Wir Nicht Ohne Unterbrechung Gerudert Denn Das Wäre Nicht Auszuhalten Gewesen So Oft Wir Uns In Guter Strömung Befanden Hatten Wir Ausgeruht Es War Noch Nicht Fünf Uhr Früh Als Wir Die Stelle Erreichten An Welcher Die Eidechse Geankert Hatte Eine Kleine Strecke Weiter Oben Hatte Abur Nils Schiff Gelegen Es War Fort Wir Stiegen Am Lager Platze Aus In Der Hoffnung Jemanden Zu Finden Es War Vergeblich Nun Hieß Es Noch Bis Sengazi Zu Segeln Traf Ich Den Res Effendina Auch Dort Nicht So Hatten Wir Entweder Heute Nacht Umgangen Oder Er War Nach Ikartum Zurück Gekehrt In Diesem Falle War Ich In Beziehung Auf Die Sicherung Unser Karawane Nur Auf Mich Selbst Angewiesen Als Wir Uns In Ghazi Näherten Glänzte Uns Ein Kleines Licht Entgegen Die Sterne Begannen Bereit Zu Erbleichen Demnach Sah Ich Dass Das Licht Zu Einem Schiffe Gehörte Welches An Amishra Lag Ich Erkannte Den Scharfen Eleganten Rumpf Und Die Drei Schiefen Masten Es War Der Falke Den Wir Suchten Das Licht Kam Aus Der Laterne Welcher Mittelmaste Brannte Wir Hielten Natürlich Auf Das Fahrzeug Zu Demnach Rief Uns Noch Bevor Wir Es Erreicht Hatten Vom Verdecke Eine Stimme An Boot Hier An Der Seite Anlegen Zum Scherze Gab Ich Dem Ertönten Die Scharfen Klänge Einer Kleinen Glocke Es War Die Alarm Glocke Des Falken Gab Die Deckwache Mit Ihr Das Zeichen So Standen Gewiss Binnen Einer Minute Alle Mannen Und Wenn Sie Im Tiefsten Schlafe Gelegen Hätten Gefechts Bereit Ich Durfte Den Scherz Nicht Weiter Treiben Denn Ich Wusste Dass Man Sonst Auf Uns Geschossen Hätte Darum Steuerten Wir Befehle Drogen Wurde Es Lebendig Und Nach Sehr Kurzer Zeit Wurde Herab Gefragt Wem Gehört Das Boot Ich Erkannte Die Stimme Des Rees Effendina Damit Er Mich Nicht An Der Meinigen Erkennen Sollte Sagte Ich Benil Die Antwort Vor Welche Er An Meiner Stelle Gab Der Eidechse Als Er Diese Antwort Hörte Rief Er Er Erregten Tone Steigt Herauf Sofort Schiff Welches Kurz Vor Seiner Ankunft Die Jezire Hassani Verlassen Hatte Die Eidechse Gewesen War Und Glaubte Nun Aufschluss Über Dasselbe Zu Erhalten Es Waren Eben Mehrere Laternen Angebrannt Worden Scherzhafter Weise Forderte Ich Den Alten Steuermann Auf Als Der Erste Die Strickleiter Welche Man Herabgeworfen Hatte Hinauf Zusteigen Er Gehorchte Ohne Meine Absicht Zu Durchschauen Als Er Oben Ankam Hörte Ich Den Res Effendina Rufen Das Ist Der Erste Doch Halt Dieses Gesicht Müsste Ich Kennen Wer Ist Denn Das Höre Patron Wo Haben Wir Uns Denn Schon Gesehen Abunil War Über Diesen Empfang So Erschrocken Dass Er Vergaß Seine Antwort Zu Geben Wenn Ich Mich Nicht Irre So Ist Dein Name Abunil Gestehe Es Sofort Ja Effendi Ja Gab Der Steuermann Angstvoll Zu War Es Nicht In Gizeh Wo Wir Uns Sahn In Gizeh Ja Effendi Nenne Mich Emir Du Weißt Von Damals Her Recht Gut Dass Ich So Genannt Werde Wenn Ich Mich Nicht Irre So Bist Du Der Steuermann Der Dahabi J.S. Mac Welche Ich Damals Konfissierte Ich Bin Es Ich Nahm Euch Alle Gefangen Du Aber Kamst Mir Wieder Willkommen Heute Und Hier Ich Freue Mich Das Damals Versäumte Nachholen Zu Können Bindet Den Kerl Und Schließt In Die Gefängniskurie Nein Nein Ehm Nicht Binden Rief Der Alte Ich Bin Ja Nicht Dein Feind Ich Bin Freiwillig Gekommen Freiwillig Und Doch Hat Euch Meine Wache Mit Schießen Drohen Müssen Das Ist Eine Lüge Wo Ist Dein Schiff Die Eidechse In Maid Je Saratin Den Kenne Ich Nicht Was Macht Sie Dort Sie Hat Sich Dort Vor Dir Versteckt Also Hat Sie Ein Böses Gewissen Was Wollte Sie An Ad Jezireh Hassani Die Fangen Mich Fangen Rief Er Aus Beim Scheitern Du Bist Aufrichtig Im Höchsten Grade Aufrichtig Wer Ist Der Rees Dieser Eidechse Den Ich Fangen Will Sie Hat Keinen Rees Denn Ihr Herr Ibn Assel Kommandiert Sie Selber Dieser Name So Kurz Er War Brachte Eine Bedeutende Wirkung Hervor Ibn Assel Ibn Assel Klang Es Laut Von Allen Lippen Und Auch Der Rees Effendina Gab Seinem Erstaunen Ausdruck Höre Ich Recht Ibn Assel Sagst Du Der Berüchtigte Sklaven Räuber Befindet Sich Also Auf Der Eidechse So geht Mir Jetzt Ein Licht Auf Dieser Hundesohn Hat Mir Eine Falle Legen Wollen Ist Es So Gestehe Es Augenblicklich Ja Imir Du Hast Es Erraten Du Solltest Samt Deinem Schiffe Mit Petroleum Verbrannt Werden Alla Alla Kerim Gott Es Gnädig Er Gab Mir Den Gedanken Des Misstrauens Ein Wie Gut Wie Gut Dass Ich Den Landweg Einschlug Darum Also Die Fässer Ich Werde Augenblicklich Aufbrechen Und Du Sollst Mich Nach Dem J Saratin Führen Mich Verbrennen Mich Und Mein Schiff Also Alle Meine Leute Als Vorgeschmack Dessen Was Dich Erwartet Werde Ich Dir Jetzt Ein Zwei Und Gib Ihm Die Zwanzig Hiebe Auf Die Sohle Aziz War Sein Liebling Der Junge Mann Welcher Stets Die Nilpferdpeitsche Bei sich Trug Immer Bereit Die Von Seinem Herren Befohlenen Exekutionen Zu Vollführen Abo Nil Kannte Ihn Von Damals Her Nur Zu Gut Er Hob Erschrocken Beide Hände Auf Und Schrie Nicht Die Bastunare Nicht Schlagen Mir Ich Bin Du Darfst Ih Nicht Schlagen Lassen Er Ist Mein Großvater Und Hat Dir Keine Lüge Gesagt Was Du Hier Ben Nil Wie Kommst Du Hierher An Die Gesellschaft Ein Steuermann Ist Der Sklavenjäger Das Ist Er Nie Gewesen Einen Sklavenhändler Hat Er Auf Kurze Zeit Gesteuert Aber Keinen Sklaven Jäger Meine Fendi Wird Ja Ganz Schanzbekleidung Sprang Hier Ist Er Ein Allgemeiner Ruf Freudiger Überraschung Ließ Sich Hören Der Emir Trat Einen Schritt Zurück Starrte Mich Für Einen Augenblick Wie Betroffen An Öffnete Dann Die Arme Und Kam Mit Den Worten Auf Mich Zu Efend Du Hier Du Welch Eine Freude Eingetroffen Aus Dem Aufrichtige Sie Ehrte Mich Weil Sie Mich Beglückte Sein Ober Lieutnant Und Lieutnant Der Alte Onbashi Und Viele Der Anderen Kamen Herbei Um Mir Die Hände Zu Drücken Einer Hatte Bisher Von Fern Gestanden Jetzt Drängt Er Seine Lange Dürre Gestalt Mit Den Unendlichen Gliedern Durch Die Menge Und Jauchzte Mir Schon Von Weitem Zu Efend Oh Efend Meine Seele Ist Ganz Wonne Und Mein Herz Springt Vor Freude Dass Mein Auge Dich Jetzt Wieder Sehen Darf Du Hast Mir Gefehlt Wie Ein Geliebtes Weib Ihre Manne Ohne Dich Ist Mir Das Leben Dunkel Gewesen Wie Eine Zugedeckte Feuer Esse In Welche Man Von Unten Blickt Und Wie Ein Stiefel Den Man Am Falschen Fuße Trägt Kein Mensch Hat Sich Um Mich Gekümmert Keiner Hat Auf Meine Worte Geachtet Meine Tapferkeit Ist Dahing Gestorben Und Mein Heldenmut Ist Eingetrocknet Wie Ein Teerfleck Auf Dem Ärmel Meines Gewandes Nun Aber Kommt Neue Wonne Über Mich Und Meine Vorzüge Und Geschicklichkeiten Werden Wieder Wachsen Und In Allen Herrlichen Farben Spielen Wie Die Blase Der Seife Welche Unter dem Sanften Hauche Des Mund Sich Vergrößert Und Dann Zerplatzt Fügte Ich Hinzu Indem Ich Ihm Die Hand Reichte Und Einen Schritt Zurück Trat Denn Er Hatte Eigentlich In Höchst Vertraulicher Weise Seine Ewig Langen Arme Um Mich Schlingen Wollen Ich Glaube Sie Hätten Ausgereicht Sie Mir Nicht Nur Einmal Sondern Zweimal Um Den Leib Zu Wickeln Wenn Niemand Auf Dich Geachtet Hat So Bist Jedenfalls Nur Du Selbst Daran Schuld Dieser Lange Mensch War Natürlich Kein Anderer Als Selim Mein Zweiter Diener Den Ich Beim Res Effendina Gelassen Und Nicht Mit Zu Den Fessara Genommen Hatte Weil Er Alles Verkehr Zu Machen Und Mich Aus einer Fatalität In Beispiel Vorangegangen Und Habe Ihnen Ein Muster Gegeben Welches Sie Freilich Während Ihres Ganzen Lebens Nicht Erreichen Können Im Essen Ja Rief Einer Sonst Aber Hat Er Weiter Nichts Gemacht Essen Trinken Rauchen Schlafen Und Prahlen Schweig Donnerte In Der Lange Dein Mund Ist Eine Quelle Aus Welcher Ungenießbares Wasser Fließt Effendi Du Hättest Mich Zum Beispiel Nur Gestern Sehen Sollen Als Wir Nach Der Jezire Hassani Zogen Um Die Sklaven Jäger Zu Fangen Meine Gestalt Ragte Über Alle Empor Und In Meinem Herze Brannte Die Glut Einer Kampf Begierde Welcher Kein Mensch Widerstehen Konnte Als Das Die Sklaven Jäger Sahen Liefen Sie Auf Und Davon Wir Trafen Sie Nicht Mehr An Und Die Schiffer Fort Das Hatte I Mir An Schon Wieder Auf Zu Schneiden Warente Ich Wir Haben Andere Dinge Zu Hören Als Das Oft Gehörte Lob Eines Ruhmes Den Du Gar Nicht Besitz Ist Das Ist Wahr Stimmte Der Emir Bei Es Müssen Wichtige Dinge Geschehen Seien Dass Du Nach Nghazi Anstatt Nach Ikartum Kommst Warum Finde Ich Dich In Der Gesellschaft Eines Steuermann Der Sklavenhändler Und Wo Hast Du Deine Asak Sie Sind Noch Zurück Und Werden Dir Eine Schar Sklavenjäger Von Ibn Assel Bringen Die Ich Gefangen Habe Schon Wieder Hast Du Welche Ergriffen Und Von Ibn Assel Effendi Was Bist Du Für Ein Glücklicher Mann Ich Habe Seit Dem Wadi Elbert Nichts Gar Nichts Gefangen So Freue Dich Denn Morgen Wirst Du Wenn Mich Nicht Alles Täuscht Ibn Assel Selbst In Deine Hand Bekommen Wirklich Wirklich Wo Befindet Er Sich Im Maid J Is Saratin Wie Dir Dieser Abo Enil Vorhin Gesagt Hat Wo Liegt Der Maid J Oberhalb Des Dorfes Quaua Da Oben Warst Du Wie Ist Das Zu Begreifen Oh Ich War Gestern Auch Bevor Du Kamst In Hengazi Und In Der Jezire Hassani Ibn Assel Hatte Worte Blieb Im Munde Stecken Ifendi Scherz Du Nein Ich Vermute Dich Hier In Der Westlichen Steppe Und Du Bist Doch Hier Und Schlägst Dich Mit Ibn Assel Herum Den Anzutreffen Ich Mir Alle Vergebliche Mühe Gegeben Habe Die Sache Ist Sehr Einfach Ich Werde Dir Erzählen Gebiete Aber Deinen Leuten Ruhig Zu Seien Es Ist Für Unsere Zwecke Besser Wenn Hier In Hengazi Niemand Erfährt Was Hier Geschieht Und Was Wir Beschließen Werden Weil Ibn Assel Hier Spione Hat Der Hiesige Scheik El Bellet Zum Beispiel Ist Ein Verbündeter Kannst Du Das Beweisen Ja Er Wusste Es Dass Ibn Assel Dir Hier Einen Hinterhalt Legte Er Ist Ibn Sogar Dabei Behilflich Gewesen Denn Er Hat Einem Sklaven Jäger Welcher Dir Auflauern Sollte Ein Pferd Zur Verfügung Gestellt Damit Deine Ankunft Auf Das Schleunigste Gemeldet Werden Könnte Das Alles Weißt Du Ich Sterbe Vor Begierde Deine Erzählung Zu Hören Komme Mit In Die Kajüte Diesen Alten Steuermann Der Sklavenhändler Aber Wollen Wir Binden Und In Das Gefängnis Stecken Nein Emir Er Ist Ein Guter Und Ehrlicher Mann Den Ich Deinem Wohlwollen Empfehle Ich Werde Dir Auch Das Erklären Lass Ihn Bei Benil Seinem Enkel Und Befiehl Dass Man Beiden Zu Essen Und Zu Trinken Gebe Wir Haben Seit Gestern Nichts Genossen So Hast Du Auch Hunger Komm Du Sollst Haben Was Dein Herz Begehrt Als Ich Noch Dafür Gesorgt Hatte Dass Alle Lichter Außer Der Mastlaterne Ausgelöscht Wurden Gingen Wir In Seine Prächtig Eingerichtete Kajüte Aziz Sein Liebling Bediente Uns Dort Es Wurde Aufgetragen Was Die Vorräte Zu Bieten Vermochten Auch Einige Flaschen Wein Waren Dabei Denn Der Emir Hatte Sich Von dem Verbote Des Rebensaftes Emanzipiert Während Des Essens Erzählte Ich Und Es Lässt sich Denken Dass Der Emir Fendina Mit Der Gespanntesten Aufmerksamkeit Zuhörte Er Konnte Nicht Sitzen Bleiben Lief Erregt Hin Und Her Und Unterbrach Meinen Bericht Oft Durch Die Kräftigsten Ausrufe Worte Ich Hatte Keine Zeit So Ausführlich Zu Sein Wie Es Eigentlich Gern Gewesen Wäre Meine Erzählung Hatte Nicht Mehr Als Fünf Minuten In Anspruch Genommen Als Ich Geendet Hatte Wollte Er Ausführlichere Details Erfahren Ich Aber Sagte Nicht Jetzt Die Zeit Ist Kostbar Wir Du Ich Und Benil Müssen Fort Noch Ich Gekommen Bin Und Fahren Eine Strecke Den Fluss Hinauf Da Werde Ich Dir Alles Sagen Ich Habe Einen Plan Zu Dessen Ausführung Es Gehört Dass Du Sofort Mit Mir Gehst Eigentlich Sollten Wir Niemand Mitnehmen Aber Da Ich Und Benil Zu Ermüdet Sind Und Ich Auch Nicht Von Dir Verlangen Kann Zu Rudern So Mögen Uns Zwei Deine Matrosen Begleiten Nun Gut Du Bist Außerordentlich Geheimnisvoll Da Ich Aber Weiß Dass Du Nichts Ohne Gute Gründe Tust So Will Ich Mit Dir Gehen Wärst Du Es Nicht Der Mich Dazu Auffordert So Würde Ich Es Nicht Tun Sondern Glauben Dass Man Mich Auf Diese Weise Eben Astel In Die Hände Spielen Wollte Vertausche Deine Glänzende Uniform Wenigstens Den Waffenrock Mit Einem Einfacheren Kleidungsstück Je Weniger Man Dich Bei Deiner Rücker Bemerkt Desto Leichter Wird Unser Plan Gelingen Er Zog Den Rock Aus Und An Dessen Stelle Einen Dunklen Burnus An Ich Steckte Für Mich Und Benil Einige Mund Vorrette Ein Welche Ich Vom Tische Nahm Dann Brachen Wir Auf Im Osten Zeigte Sich Das Erste Fahle Morgenlicht Als Wir Mit Unserem Bote Von dem Falken Abstießen Zwei Matrosen Ruderten Ich Saß Neben Benil Der Emir Uns Gegenüber Es War Leicht Erklärlich Dass Er Sich In Einer Außerordentlichen Spannung Befand Ich Ließe Nicht Lange Warten Sondern Lieferte Ihm Während Wir Am Linken Nil Ufer Langsam Aufwärts Glitten Den Gewünschten Ausführlichen Bericht Jetzt Konnte Ich Ohne Schaden Für Me Fühlte Wir An Die Stelle Gekommen Waren An Welcher Die Eidechse Gehalten Hatte Dort Legten Wir An Stiegen Aus Und Setzten Uns Unter Einem Baume Nieder Den Beiden Matrosen Befahrlich Nun Zum Lande Nach Hengazi Zurück Kehren Und Sich Dabei Möglichst Wenig Sehen Zulassen Sie Gingen Der Res Effendina Aber Fragte Erstaunt Du Wirst Immer Rätselhafter Kehren Warum Soll Auch Ich Laufen Ja Den Grund Will Ich Dir Nachher Mitteilen Jetzt Aber Möchte Ich Zunächst Von Dir Hören Welchen Gedanken Du Über Diese Ereignisse Hegst Zunächst Bin Ich Ganz Und Gar Erstaunen Effendi Du Bist Wirklich Ein Mann Still Davon Unterbrach Ich Was Du Von Mir Denkst Das Ist Jetzt Nebensache Aber Wir Alle Haben Dir Unser Leben Zu Verdanken Und Da Kannst Du Doch Nicht Verlangen Dass Dass Du Jetzt Wenigstens Einst Weil Darüber Schweigst Ja Das Verlange Ich Allerdings Die Zeit Ist So Kostbar Dass Wir Uns Nur Mit Dem Notwendigsten Beschäftigen Dürfen Natürlich Hast Du Die Absicht Und Auch Die Hoffnung Ibn Asse Diesmal Ganz Gewiss Zu Ergreifen Natürlich Ich Schwöre Bei Allah Dass Ich Heute oder Morgen Schwöre Nicht Der Mensch Ist Nicht Herr Der Ereignisse Ein Kleiner Fehler Ein Unbedeutender Zufall Kann Alles Verderben Auf Welche Weise Denkst Du Ihn Zu Fassen Auf Die Allereinfachste Wir Segeln Nach Der Mai J Saratine Und Greifen Ihn Dort An Er Ist Gar Nicht Mehr Dort Ich Bin Überzeugt Dass Er Kurz Nach Unserer Flucht Den Mai J Verlassen Hat Und Zwar Aus Zwei Verschiedenen Gründen Erstens Fühlt Er Sich Dort Nicht Mehr Sicher Weil Ich Nun Dieses Versteck Kenne Und Zweitens Muss Er Sich Beeilen Seinen Vater Und Seine Untergebenen Zu Befreien Er Ist Hinter Unser Nil Abwärts Gesegelt So Brauchen Wir Mir Nur Entgegen Zu Gehen Um Mir Nicht Zu Sehen Und Zu Treffen Fiel Ich Ein Wir Durchsuchen Ja Jeden Winkel Des Ufers Ja Und Während Wir Dies Tun Marschiert Er Mit Seinen Leuten Schon Durch Die Steppe Und Unseren Asakern Entgegen So Schnell Bringt Er Das Nicht Fertig Warum Nicht Er Weiß Dass Du Ihn Suchst Und Dass Ich Dir Jedenfalls Entgegen Bin Um Dich Nach Dem Ein J Zu Bringen Er Hat Die Nacht Benutzt Diesen Ort Zu Verlassen Und Möglichst Weit Strom Abwärts Zu Kommen Dort Liegt Er An Irgendeiner I Bekannten Sonst Aber Versteckten Stelle An Lässt Einige Mann Zur Bewachung Des Fahrzeuges Zurück Und Marschiert Mit Den Anderen Unseren Asakern Entgegen Das Leuchtet Mir Freilich Ein Ich Muss Mit Meinen Leuten Schnell Aufbrechen Um Die Karawane Zu Beschützen Du Begleitest Uns Natürlich Ich Bleibe Nicht Sondern Ich Reite Der Karawane Mit Ben Entgegen Während Du Ibn Assal Einen Hinterhalt Legst Warum Wollen Wir Er Befindet Sich Mit Seinen Leuten Oberhalb Von Uns Wir Haben Also Einen Vorsprung Er Kommt Hinten Drein Und Findet Unsere Spur Wird Dadurch Aufmerksam Gemacht Und Bleibt Zurück Aber Wenn Er Seinen Vater Retten Will Muss Er Uns Folgen Und Uns Angreifen Fällt Ihm Nicht Ein Seine Eigene Sicherheit Ist Ihm Viel Wertvoller Als Das Leben Seines Vaters Und Als Das Jenige Aller Seiner Leute Das Habe Ich Erfahren Und Dir Erzählt Ja Vielleicht Ließe Er Uns Durch Seine Sklavenjäger Angreifen Aber Dass Er Selbst Uns Nicht In Die Hände Fallen Könne Dafür Würde Er Gewiss Sorge Tragen Oder Was Noch Viel Wahrscheinlicher Ist Würde Er Sich Auf Irgendeine List Verlegen Die Uns Allen Sehr Gefährlich Wären Dürfte Da Wir Von Derselben Keine Ahnung Haben Können Also Sollten Wir Nicht Weiter Voran Ziehen Soll Ich In Etwa Voran Lassen Dann Überfällt Er Unsere Karawane Und Ich Komme Zu Spät Für Die Karawane Wäre In Diesem Falle Wenig Oder Nicht Zu Befürchten Da Ich Bei Derselben Sein Würde Er Könnte Sie Also Nicht Wie Er Die Absicht Hat Über Rumpeln Aber Ich Beabsichtige Etwas Aller Gewalt Nicht Gelungen Wäre Du Selbst Hast Beispiele Davon Erlebt Mit Einer Solchen List Werde Ich Wenn Du Es Erlaubst Ibn Assel Zu Fassen Suchen Und Wenn Dabei Kein Fehler Unterläuft So Bin Ich Des Gelingens Vollkommen Sicher Was Willst Du Tun Ihm Ein Fußeisen Legen In Welch Er Sich Fangen Wird Es Erleichtert Den Sieg Ganz Bedeutend Wenn Man Wo Schon Alles Zum Empfange Des Gegners Vorbereitet Ist So Ist Ihm Der Sieg Selbst Bei Ungleichen Kräften Beinahe Sicher Ziehst Du Hinaus In Die Offene Steppe So Weißt Du Nicht Wo Du Ibn Assel Treffen Wirst Und Unter Welchen Umständen Der Kampf Erfolgen Wird Um Das Zu Vermeiden Wollen Wir Einen Ort Bestimmen An Welchen Wir Auf Warten Werden Aber Ob Er Kommen Wird Er Kommt Dafür Lass Mich Nur Sorgen Hast Du Einen Bestimmten Ort Im Sinne Ja Einen Sehr Passenden Er Muss Natürlich So Nah Wie Möglich Der Jenigen Richtung Liegen Aus Welcher Unsere Karawane Kommen Wird Und In Welche Ibn Assel Zu Ziehen Hat Der Jebel Arash Kol Ist Der Geeignetste Ort Für Meinen Plan Warst Du Oft Dort Fünf Mal Das ist Mir Lieb Denn Dann Brauche Ich Dich Wahrscheinlich Nicht Heimlich Hin Zu Begleiten Um Dir Die Örtlichkeiten Welche Ich Im Auge Habe Zu Zeigen Es Gibt Zwei Maidjes Dort Zwei Sümpfe Welche Durch Einen Wasser Arm Und Im Niele In Verbindung Stehen Der Nördlichere Ist Größer Und Weit Länger Als Der Südliche Kennst Du Sie Ja Der Große Maidje Schmal Hart Am Fuße Des Berges Hin Man Muss Über Vier Stunden Gehen Um Von Einem Ende An Das Andere Zu Gelangen Ungefähr In der Mitte Seiner Länge Tritt Ein Busen Vor Weit In den Berg Hinein Er Ist sehr Tief Mit Trügerischem Om Sofar Bedeckt Und An seinem Rande Mit Hohen Dicht Belaubten Gafoul Bäumen Bewachsen Welche Mir Außerordentlich In Die Augen Fielen Weil Keine Art Des Gafoul Sonst Eine Solche Höhe Zu Erreichen Pflegt Ich Kenne Sie Ihr Außerordentlich Lieblicher Duft Erfüllt Die Ganze Gegend Und Macht Den Gestank Des Sumpfes Weniger Empfindlich Ein Fußgänger Kann Da Wohl Bequem Vorüber Kommen Ein Kamel Reiter Aber Muss Sich An Acht Nehmen Der Felsen Ist Tief Eingebuchtet Und Steigt Es Einen Nur Sehr Schmalen Streifen Weges Auf Welchem Große Steinstücke Zerstreut Liegen Die Von Oben Herab Gefallen Sind Und Besonders Den Kamelen Das Gehen Erschweren Dieser Weg Rund Um Den Busen Des Maidje Hat Schon Vielen Menschen Unhalt Gebracht Und Wird Darum Darb El Musibi Genannt Ganz Richtig Und Er Soll Für Ibn Assel So Ein Richtiger Echter Unglücks Weg Werden Wie Willst Du Den Mann Dorthin Locken Dass Ich ihn Sicher Hin Locken Werde Weiß Ich Ganz Genau Die Art Kann Ich Selbst Noch Nicht Der Augenblick Wird Sie Ergeben Der Unglücks Weg Liegt Am Westlichen Ufer Kennst Du Auch Das Östliche Ufer Des Maidje Ebenso Genau So Kennst Du Wohl Den Dichten Hegelik Wald Welcher Am Südlichen Ende Desselben steht Ja Dieser Wald Ist Beinahe Undurchdringlich Da Der Raum Zwischen Den Stämmen Der Bäume Fast Ganz Mit Nabak Büschen Ausgefüllt Ist Er Soll Euch Zum Verstecke Dienen Uns Sollen Wir Etwa Eben Assel Dort Erwarten Ja Jetzt Kommt Die Hauptsache Für Dich Emir Merke Se Dir Wohl Du Fährst Wenn Du Nach Hengazi Zurück Kommst Zugleich Von Dort Ab Suchst Aber Vorher Den Sheikh Ibele Zu Sprechen Diesen Hund Diesen Verräter Den Ich Streng Bestrafen Werde Das Wirst Du Später Tun Heute Aber Wirst Du Noch Sehr Freundlich Mit Ihm Sein Und Dir Den Anschein Geben Als Ob Er Dein Vollstes Vertrauen Besitze Du Sagst Ihm Dass Du Hier An Hassani Sklavenhändler Gesucht Aber Nicht gefunden Hast Du Seist Jedenfalls Rück Um Nach Ihm Zu Forschen Und Ihn Zu Bestrafen Warum Soll Ich Gerade Dies Dem Sheikh Bellet Sagen Weil In meinem Planer Eine Bedeutende Rolle Spielt Er Soll Ibn Assel Das Fußeisen Legen Ohne Selbst Eine Ahnung Davon Zu Haben Er Ist Sein Verbündeter Und Ibn Assel Kommt Jetzt Ganz Gewiss Entweder Selbst Natürlich Heimlich Zu Ihm Oder Schickt Ibn Boten Du Zurück Nach Ikartum Bist Und So Wird Ibn Assel Sich Vor Dir Ganz Sicher Fühlen Auch Vor Dir Ja Denn Auch Ich Werde Mit Dem Scheik Sprechen Du Kehrst Jetzt Zu Fuß Nach Hengazi Zurück Und Lässt Es Dich Unterwegs Womöglich Von Niemandem Sehen Damit Man Dich Nicht Von Weitem Erkenne Bat Ich Dich Deinen Waffenrock Umzutauschen Wenn Du Von Dort Fort Bist Komme Ich Mit Benil Angesegelt Wie Willst Du Wissen Dass Ich Fort Bin Das Lass Meine Sorge Sein Ich Werde Schon Ausguck Halten Also Dann Komme Ich Mit Benil Angesegelt Und Suche Den Sheikh El Ballad Auf Ich Tue So Als Ob Ich So Erst Von May J Komme Und Erzähl Ibn Was Da Oben Und Vorher An Jezere Hassani Geschehen Ist Sagst Du Ibn Da Wer Du Wirklich Bist Natürlich Er Wird Es Ja Doch Dann Von Ibn Assal Erfahren Hätte Ich Ihn In Beziehung Auf Meinen Namen Belogen So Würde Er Auch Das Was Ich Ihm Außerdem Sag Nicht Glauben Und Mein Plan Kämme In Gefahr Zu Verunglücken Ich Werde Ibn Das Größte Vertrauen Zeigen Als Sheikh Bellet Ist Eine Obrigkeitliche Person Deren Hilfe Ich Scheinbar Anspruch Nehmen Werde Ich Übergebe Ihm Das Boot Zur Aufbewahrung Und Sage Ihm Dass Du Später Abholen Werdest Du Kommst Nur Mit Ben Niel Nach In Ghazi Er Aber Wird Erfahren Dass Abu Niel Auch Dabei Gewesen Ist Wie Willst Du Das Fehlen Dieses Letzteren Erklären Oh Der Ist Als Er Während Unser Flucht In Das Boot Klettern Wollte In Das Wasser Gefallen Und Falls Ibn Assili Nicht Wieder Erwischt Hat Von Den Krokodilen Gefressen Worden Warum Lassest Du Ihn Bei Mir Du Könntest Ihn Doch Mit Nehmen Nein Es Fehlt Mir In Einem Reittiere Du Weißt Ja Dass Ich Nur Zwei Kamele Hingazi Stehen Habe Wohin Sagst Du Dass Du Reiten Wolltest Meiner Ein Kuh Welcher Sicher Von Erfolg Sein Wirt Ibn Assil Wird Unendlich Ergrimmt Darüber Sein Dass Ich Ihm Entkommen Bin Er Zieht Unserer Karawane Entgegen Um Unsere Gefangenen Zu Befreien Wenn Er Nun Hört Dass Ich Wieder Bei Derselben Bin Wird Er Darüber Ganz Entzückt Sein Denn Dies Gibt Ibn Die Hoffnung Mich Abermals Ergreifen Zu Können Er Wird Dann Also Erst Recht Entschlossen Sein Uns Anzugreifen Und Uns Mit Doppelter Sicherheit In Die Falle Gehen Du Weißt Aber Noch Nicht Wie Du Es Anfangen Wirst In Die Falle Zu Locken Bis Soeben Wusste Ich Es Noch Nicht Nun Aber Ist Mir Ein Gedanke Gekommen Ich Mache Dem Sheikh Elbelek Eine Bemerkung Auf Welche Hin Ibn Assil Den Jebel Arash Kol Verdient Haben Nach Dem Aber Was Jetzt Geschehen Ist Kann Ich Nicht Länger Milde Walten Lassen Solches Ungeziefer Muss Ohne Erbarmen Ausgerottet Werden Man Hat Mich Zu Tode Martern Wollen Nun Wohl Jeder Untergebene Von Ibn Assil Der In Meine Hände Fällt Muss Sterben Vor All Dingen Zunächst Die Gefangenen Denen Ich Entgegen Reite Ich Werde Sie Nach Dem Jebel Arash Kol Führen Um Sie Dort In Mai Je El Huma Werfen Zu Lassen Wenn Ibn Assil Dies Hört Wird Er Sich Sofort Dorthin Wenden Um Auf Uns Zu Warten Und Sie Zu Retten Ja Gewiss Ich Denke Dass Diese Berechnung Dich Nicht Trügen Wird Aber Wie Willst Du Ibn Erst Er Dort Als Ich Und Wird Die Örtlichkeit Falls Er Sie Noch Nicht Kennen Sollte Sehr Sorgfältig In Augenschein Nehmen Hat Er Nur Einigermaßen Offene Augen So Wird Er Auf Den Gedanken Kommen Mir Ganz Die Selbe Falle Zu Stellen In Welcher Ich ihn Fangen Will Das Heißt Mich Von Hinten Und Von Vorn Anzugreifen Während Ich Mich Auf Dem Engen Pfade Zwischen Felsen Und Wasser Befinde Glück Ihm Dies So Bin Ich Seiner Ansicht Nach Verloren Und Wirst Du In Diese Falle Gehen Vielleicht Ja Natürlich Aber Nur Um Ihn Mit Hinein Zu Ziehen Und Drin Zu Verderben Du Fährst Von Hengazi Ab Hältst In Gleicher Breite Mit Dem Djebel Arashkol An Versteckst Dein Schiff Und Lassest Es Unter Der Überwachung Nur Weniger Leute Zurück Mit Den Übrigen Matrosen Und Asakern Marschierst Du Nach Dem Mai Djeel Huma Um Dich An dem Südende Desselben In dem Erwähnten Hegelikwalde Zu Verstecken Dort Erwartest Du Natürlich Ohne Dich Sehen Zulassen Ibn Assis Ankunft Und Auch Die Meinige Es Ist Möglich Dass Ich Bevor Der Schlag Ausgeführt Wird Dich Dort Aufsuche Um Den Noch Nähere Mitteilungen Zu Machen Sollte Dies Aber Nicht Der Fall Sein Sollte Ich Nicht Kommen So Ist Das Was Du Zu Tun Hast Außerordentlich Einfach Sobald Du Schießen Hörst Kannst Du Annehmen Dass Ich Von Norden Kommend Mich Auf Dem Engen Kampf Platze Befinde Und Von Süden Her Von Eben Assel Angegriffen Werde Natürlich Befindet sich Dieser Mit seinen Leuten Auf Dem Selben Engen Raume Du Brichst Schnell Aus Dem Walde Hervor Um Ihm In Den Rücken Zu Kommen Gelingt Das So Steckt Er Zwischen Dir Und Mir Fest Kann Nicht Ausweichen Und Muss Entweder Sich Ergeben Oder Sich In Den Maegi Drängen Lassen Wo Er Unter Der Trügerischen Omsofar Decke Ein Unerbittliches Grab Finden Wird Effendi Dieser Plan Ist Gut Ist Aus Gezeichnet Dennoch Aber Habe Ich Ein Sehr Großes Bedenken Du Hast Nur 20 Mann Bei Dir Brauche Ich Mehr Leute So Hol Ich Sie Mir Von Dir Wenn Du Zeit Dazu Findest Mag Sein Dieses Bedenken Ist Allerdings Nicht Ganz Unbegründet Das Zweite Auch Ihr Habt Die Gefangenen Zu Bewachen Wie Viele Männer Bleiben Dir Sondern Die Am Norden Der Verhängnisvollen Stelle Einen Hinterhalt Legt Du Willst Ihn Zwischen Zwei Feuern Haben Er Wird Betreffs Deiner Ganz Dasselbe Beabsichtigen Davon Bin Ich Schon Bevor Du Mir Dies Mitteilt Ist Überzeugt Gewesen Einen Hinterhalt Wird Er Natürlich Legen Zumal Er Mehr Als Ausreichend Zeit Dazu Hat Aber Da Ich Dies Weiß Liegt In Diesem Umstand Gar Dass Sie Vorzeitig Zur Explosion Gelangt Dann Kann Sie Keinen Schaden Mehr Machen Da Ich Aber Allerdings Viel Weniger Leute Als Du Bei Mir Habe Und Von Diesen Die Gefangenen Zu Bewachen Sind So Kannst Du Mir 20 Mann Zur Hilfe Senden Und Wohin Schicke Ich Sie Damit Sie Dich Auch Sicher Treffen Die Leute Dürfen Vom Feinde Nicht Gesehen Müssen Aber Von Mir Leicht Gefunden Werden Können Mir Ist Eine Stelle Bekannt Welche Sich Außerordentlich Gut Für Unseren Zweck Eignen Würde Ich Habe Eins An Derselben Gelagert Das War An Der Nordseite Des Jebel Arash Kol Es Führt Ein Sehr Schmales Trockenes Regenbett In Den Berg Hinein Ist Man Fünf Minuten Lang Aufwärts Gegangen So Erweitert Sich Dieses Bett Zu einem Kleinen Kessel Welche Mit Dichten Büschen Angefüllt Ist Das Ist Ein Kittere Gestreuch Ah Du Kennst Den Ort Ja Ich Bin Einmal Diesem Regenbett Gefolgt Weil Ich Nach Trinkwasser Suchte Es Gibt Keine Store Da Der Regen Sofort Ab Und In den Mai J Fließt Was Von dem Wasser In Kessel Zurück Bleibt Wird Schnell Faulig Und Ungenießbar Und Dient Nur Zur Sende Mir Die 20 Mann Dorthin Wann Sollen Sie Dort Sein Es Ist Nicht Gut Wenn Sie Sehr Lange Vor Meiner Ankunft Dort Eintreffen In Diesem Falle Könnten Sie Von Ibn Astel Leicht Entdeckt Werden Stimmt Meine Berechnung So Stoße Ich Schon Heute Auf Unsere Karawane Das Ist Unmöglich Denn Sie Hat Fünf Tage Reisen Zu Machen Und Heute Ist Erster Dritte Sagen Dass Er Jeden Fall Zu Ibn Astel Ist Infolgedessen Werden Sie Sich Beeilen Und Wohne Vier Tage Brauchen Anstatt Fünf Heute Abend Sind Sie Also Eine Tage Reise Weit Von Hier Und Da Ich Bis dahin Wenigstens Auch Einen Vollen Tagesritt Zurück Lege Werde Ich Sie Sehr Wahrscheinlich In Dieser Entfernung Von Hier Und Um Diese Zeit Treffen Morgen Früh Brechen Wir Danach Dem Jebel Arash Kol Auf Dort Reite Ich Nicht Ganz Bis Zu Ihm Sondern Mache Nachtlager Ehe Wir ihn Erreichen Ich Will Den Überfall Natürlich Nicht Des Nachts Haben Sondern Ihn Für Übermorgen Früh Aufsparen Vielleicht Such Ich Dich Während Der Nacht Auf Jedenfalls Aber Kannst Du Wenn Ich Bis Eine Stunde Nach Mitternacht Nicht Bei Dir Bin Die 20 Mann Absenden Sie Können Um Dem IJ Marschieren Und Sich In dem Kessel Des Regenbettes Verstecken Wo Ich Sie Dann Treffen Werde Ich Lasse Wenn Ich Ankomme Dreimal Das Tiefe Gelächter Einer Hyäne Hören Dies Wiederhole Ich Indem Ich An dem Wald Hinschreite Der Posten Welcher Dies Zuerst Hört Kann Zu Mir Kommen Um Mich Zu Dir Zu Führen Jetzt Bin Ich Mit Me Jetzt Nichts Davon Emir Willst Du Mir Über Deine Rettung Je Eine Lange Rede Halten So Habe Ich Nichts Da Wieder Aber Ich Bitte Dich Dies Später Zu Tun Jetzt Haben Wir Keine Zeit Dazu Nun Wohl Ich Gehe Doch Wird Die Rede Von Welcher Du Sprichst Dir Keineswegs Erspart Bleiben Ich Will Hoffen Dass Unser Nächstes Wiedersehen Ein Fröhliches Und Siegreiches Sein Möge Er Gab Mir Und Benil Die Hand Und Ging Wir Warteten Bis Wir Annehmen Konnten Dass Ein Hengazi Angekommen Sei Dann Stiegen Wir In Das Boot Und Ruderten Und Zum Gegenüber Liegenden Ufer Dort Wurde Das Boot Im Schilfe Versteckt Und Wir Gingen So Weit Abwärts Bis Wir Die Hengazi Drüben Liegen sahen Wir Hielten Uns So Dass Wir Von Dort Aus Nicht Gesehen Werden Konnten Der Falke Lag Noch An Der Mischra Aber Als Wir Ungefähr Eine Halbe Stunde Gewartet Hatten Wurden Die Segel Aufgezogen Er Steuerte Hinaus Auf Die Höhe Des Flusses Und Richtete Den Bug Nach Norden Wir Kehrten Nach Unserem Boote Zurück Warteten Noch Eine Viertel Stunde Und Ruderten Uns Dann Nach Der Mitte Des Niles Dort Benil War Zeuge Unseres Gesprächs Gewesen Und So Waren Für Ihn Da Er Alles Gehört Hatte Nicht Noch Erst Besondere Verhaltungs Maßregeln Nötig Er Brannte Ganz Ebenso Wie Ich Vor Verlangen Die Scharte Welche Man Uns Gestern Geschlagen Hatte Aus Zu Wetzen Die Hauptsache War Jetzt Dass Wir Den Shake Il Bellet Daheim Trafen In Dieser Beziehung Konnten Wir Ausschauen Wir Ließen Das Segel Fallen Brachten Uns Mit Einigen Ruderschlägen An Das Ufer Stiegen Aus Und Befestigten Das Boot Er Kam So Gleich Auf Uns Zu Und Sagte Im Freundlichsten Tone Salam Aleikum Wie Kommt Es Dass Ihr Zurück Kehrt Ich Glaubt Ihr Wolltet Mit Der Eidechse Nach Faschoda Fahren Eure Kamele Konntet Ihr Ja Später Bei Der Rückkehr Mitnehmen Ich Danke Nach Faschoda Hat Man Von Hier Aus Fast Zehn Tage Zu Fahren Eine So Lange Abwesenheit Konnten Wir Nicht Beabsichtigen Beinahe Aber Wären Wir Zu Einer Solchen Ja Zu Einer Noch Viel Längeren Gezwungen Wieso Er Gab Sich Mühe Ein Möglichst Unbefangenes Gesicht Zu Zeigen Konnte Aber Die Außerordentliche Spannung In Welche Er Sich Befand Nicht Ganz Beherrschen Ich Werde Es Dir Sagen Antwortete Ich Aber Kommt Uns Ein Wenig Auf Die Seite Es Ist Sehr Wichtiges Geschehen Was Wir Nur Dir Allein Erzählen Möchten Du Erfüllst Meine Seele Mit Wissbegierde Herr Meinte Er Indem Er Seitwärts Folgte Was Kann Hier In Diesem Kleinen Hengazi So Sehr Wichtiges Geschehen Du Wirst Dich Wundern Wenn Näher Nicht Er Sagte Dass Er Zur Eidechse Gehöre Welche An Der Jeziree Hassani Lag Weißt Du Was Das Für Ein Schiff Ist Ein Handelsschiff Aus Berber Sagte Mir Der Mann Hast Du Ich Nicht Gefragt Wie Der Besitzer Desselben Heißt Warum Sollte Ich Fragen Was Ging Mich Das Schiff An Ich Bin Weder Kapitän Noch Wächter Eines Hafens Warum Sollte Ich Mein Gedächtnis Mit Den Namen Alle Hier Vorüberkommenden Schiffe Und Ihre Herren Belästigen Du Hast Recht Aber Ich Bedauere Dass Du Dies Nicht Tust Denn Du Hättest Uns Jedenfalls Gewarnt Und Wir Wäre Nicht In Die Gefahr Gekommen Unser Leben Zu Verlieren Euer Leben Fragte Er Indem Er Sich Sehr Erschrocken Stellte Allah Allah Habt Ihr Euch In Einer Solchen Gefahr Sklavenräubers Ist Den Es Nur Geben Kann Kann Du Dir Denken Wen Ich Meine Ich Weiß Nicht Ob Ich Es Zu Erraten Vermag Für Den Schlimmsten Aller Sklavenräuber Halte Ich Ibn Assel Den Allah Verdammen Möge Aber Dieser Kann Es Doch Nicht Wagen Sich Hier Sehen Zu Lassen Er Hat Es Gewagt Wirklich Wirklich Allah Hätte Ich Das Gewusst So Hätte Ich Alle Liefern Kennst Du Den Rees Des Vizekönigs Natürlich Kenne Ich Ihn Es Es Kaum Eine Stunde Her Dass Ich Mit Ihm Gesprochen Habe So War Er Da Fragte Ich Indem Ich Überrascht Stellte Heute Hier Gestern Ist Er An Der Hassani Gewesen Als Wir Schon Fort Waren Allah Sei Lob Und Preis Gesagt So Ist Es Mir Also Gelungen Ihn Zu Retten Ich Glaube Nicht Dass Er So Unvorsichtig Sein Werde Zu Kommen Man Wollte Ihn In Das Verderben Locken Herr Du Erschreckst Meine Adern Und Meine Gebeine Das Blut Will Mir Erstarren Den Res Efendina Dem Allah Tausend Gnaden Erweisen Möge In Das Verderben Locken Wer Denn Wer Ibn Assel Ist Möglich Die Zunge Will Mir Den Dienst Versagen Erzähle Doch Herr Erzähle So Will Ich Dich Vorher Fragen Ob Du Mich Vielleicht Kennst Nein Ich Habe Dich Noch Nie Gesehen Und Weiß Auch Nicht Wie Du Heißt Ist Ich Bin Ein Effendi Aus Dem Lande Der Christen Und Ein Freund Des Res Efendina Welchen Ich Allah Allah Unterbrach Er Mich Im Tone Unbeherrschten Erstaunens Oder Vielmehr Erschreckens So Bist Du Also Der Fremde Effendi Welcher Schon So Viele Sklaven Befreit Hat Und Er Hielt Inne Er Er Erkannte Dass Er Zu Weit Gangen Sei Und Zu Viel Gesagt Habe Denn Er Durfte Doch Eigentlich Gar Nichts Von Mir Wissen Ich Tat Als Ob Ich Dies Gar Nicht Bemerkte Und Sagte So Hast Du Also Schon Von Mir Gehört Das Freut Mich Denn Nun Brauche Ich Dir Keine So Lange Rede Zu Halten Wie Es Sonst Wohl Nötig Gewesen Wäre Du Weißt Also Dass Ich Dem E-Mir Ein Wenig Behilflich Bin Denken Dass Ibn Assel Eine Große Rache Gegen Mich Hat Eine Außerordentliche Ich Glaube Er Hasst Dich Noch Weit Mehr Als Den Res Effendina Selbst Das Ist Wahr Ich Habe Es Einige Male Erfahren Und Gestern Wieder Ich Muss Es Erzählen Ich Berichtete Ihm Von Den Frühere Ereignissen So Viel Wie Für Nötig Hielt Das Gestrige Erlebnis Aber Auf Das Ausführlichste Er spielte Sich Als Den Ahnungslosen Und Also Außerordentlich Erstaunten Auf Und Rief Als Ich Geendet Hatte Aus Oh Allah Oh Prophet Der Propheten Sollte Man Solche Dinge Für Möglich Halten Effendi Du Bist Ein Christ Aber Allah Muss Trotzdem Unendlich Gewogen Sein Sonst Wäre Es Dir Nicht Gelungen Den Händen Dieser Blutdürstigen Hyänen Zu Entschlüpfen Aber Wo Ist Denn Er Ist Beim Hinabklettern In Den Nil Gestürzt Wir Konnten Uns Nicht Um ihn Kümmern Wenn Die Schurken Nicht Heraus Gefischt Haben So Ist Er Von Krokodilen Gefressen Worden Welch Ein Unglück Und Ihr Seid Jetzt Eben Erst Hier Angekommen Ja Wir Wären Früher Da Gewesen Wenn Wir Nicht Die Zeit Damit Versäumt Hätten Dass Wir Den Res Effendina Suchten Wir Glaubten Natürlich Dass Er Die Eidechse Verfolgen Werde Verfolgen Warum Hätte Er Auf Diesen Gedanken Kommen Können Er Hat Die Eidechse Gar Nicht Im Verdachte Gehabt Er Glaubt Dass Er In Ikartum Von Ibn Assil Geäfft Worden Ist Dieser Hat Ihn Durch Eine Falsche Nachricht Von Dort Fort Gelockt Höchst Wahrscheinlich Um Zeit Und Raum Zu einem Guten Geschäft Zu Gewinnen Das Ist Mir Höchst Unlieb Er Hätte Das Boot Hier Welches Ich Erbeutet Habe Mitnehmen Können Was Tue Ich Mit Dem Selben Es Fragt Sich Was Du Überhaupt Zu Tun Entschlossen Bist Wenn Du Noch Ikartum Willst So Kannst Du Das Nächste Schiff Welches Dorthin Geht Besteigen Und Das Boot Hinten Anhängen Das Geht Nicht Nach Ikartum Kann Ich Nicht Du Vergiss Es Dass Meine Asaka Mit Den Gefangenen Nach Hier Unterweg Sind Ihnen Will Ich Entgegen So Kannst Du Das Boot Hier Lassen Ich Will Es Nach Ikartum Senden Ich Hoffe Dass Du Mich Für Den Mann Hältst Dem Du Es Anvertrauen Kannst Was Das Betrifft So Habe Ich Keine Bedenken Du Bist Die Obrigkeit Der Gebieter Von Hengazi Ich Würde Dir Gerne Lass es liegen Bis Der Res Efendina Wieder Kommt Wird Er Es Mit Nehmen Kommt Er Bald Wieder Das Weiß Ich Nicht Er Hat Nicht Viel Davon Gesprochen Er Hätte Wohl Alle Ursache Dazu Er Könnte Ibn Assel Verfolgen Der Jedenfalls Nun Unterwegs Nach Fashudar Und Noch Weiter Hinauf Ist Der Macht Jedenfalls Schleunig Dass Er Uns Aus Den Augen Kommt Er Wird Hinauf Nach Dem Ba Es Seraf Gehen Um Sklaven Zu Fangen Es Wäre Zu Langweilig Und Zu Beschwerlich Ihm Zu Folgen Aber Wenn Er Zurück Kehrt Werden Wir Im Auflauern In Die Geraubten Sklaven Abnehmen Und Die Schlussrechnung Mit Ihm Halten Dann Soll Es Ihm Genauso Ergehen Wie Es Jetzt Seinem Vater Abde Assel Ergehen Wird Wie Was Steht Wadjil Berd Mit Ihren Genossen Getan Hat Ich War Zu Gütig Ich Schonte Sie Und Wollte Sie Allerdings Ausliefern Aber Ich Bin Anderer Meinung Geworden Und Habe Vom Res Effendina Gewalt Überleben Und Tod Hat Dir Solche Vollmachten Gehen Dürfen Die Sonst Nur Vom Khediv Zu Erlangen Sind Ja Er Hat Von Dem Khediv Erlaubnis Erhalten Seine Rechte Wenn Er Vermieden Nur Dadurch Wird Der Zweck Erreicht Den Sklaven Räuber Ein Schnelles Ende Mit Schrecken Zubereiten Ich Habe Von Diesem Überkommenen Rechte Noch Nicht Gebrauch Gemacht Und Werde Es Nun Zum Ersten Male Tun Du Handelst Richtig Und Bist Nur Zu Loben Dass Du Es Tust Aber Bedenke Auch Die Verantwortung Welche Du Dann Zu Tragen Hast Pah Verantwortlich Bin Mich Auch Für Alle Schandtaten Welche Von Diesen Kerls Noch Begangen Würden Falls Ich Sie Entkommen Ließe Hast Du Vielleicht Mitleid Mit ihnen Effendi Welche Frage Je Schneller Sie Ausgerottet Werden Desto Mehr Werde Ich Darüber Freuen Ich Wollte Ich Könnte Euch Dazu Behilflich Sein Das Kannst Du Leider Nicht Bedenke Was Diese Menschen Sich Vorgenommen Hatten Sie Wollten Meine Asaka Not Dem Qualvollsten Tode Entgangen Bin Wäre Ich Geradezu Ein Selbst Mörder Wenn Ich Nicht Die Äußerste Strenge Und Rücksichtslosigkeit Walten Ließe Willst Du Vielleicht Hier In Hengazi Über Sie Gericht Halten Nein Sie Werden Hengazi Gar Nicht Zu Sehen Bekommen Wo Effendi Halte Es Nicht Für Eine Gewöhnliche Neugierde Dass Ich Dich Frage Meine Seele Ist So Entrüstet Über Eilt Ich Erkenne Deine Gerechtigkeitsliebe An Und Habe Keinen Grund Dir Aus Dem Was Ich Beabsichtige Ein Geheimnis Zu Machen Kennst Du Den Jebel Arash Kol Wie Sollte Ich Diesen Nicht Kennen Ich Bin Schon Sehr Viele Male Dort Gewesen Auch Den Maidje El Huma An Welchem Er Liegt Auch Diesen Hat Der Maidje Viele Krokodile Unzählige Ganz Besonders Wimmelt Der Busen Welcher Sich Tief In den Berg Hineindrängt Von Ihnen Nicht War Um Diesen Busen Führt Nur Ein Sehr Schmaler Weg Ja Auf Der Einen Seite Steigen Die Wände Des Berges Gerade In Die Höhe Und Auf Der Anderen Breitet Sich Auf dem Wasser Schwimmende Om So far Aus Unter Welchen Die Krokodile In Massen Wohnen Der Weg Ist Wegen Der Felsbrocken Welche Auf ihm Legen Für Kamele Kaum Gangbar Wer Da Nicht Herunter Und Den Krokodilen In den Rachen Fallen Will Muss Absteigen Und sein Tier Langsam Und Vorsichtig Hinter Sich Her Führen Und Das Weiß Ich Es Gibt Keinen Ort Der Besser Für Meine Absicht Passt Als Dieser Busen Des Fiebersumpfes Da Es Shake El Bellet Erschrak Das War Mir Anzusehen Dort Also Dort Willst Du Deine Rache Halten Oh Effendi Das Wird Ja Entsetzlich Fürchterlich Sein Jeder Erntet Was Und Wie Er Gesät Hat Und Gar So Entsetzlich Wie Du Meinst Ist Es Nicht Mir Sollten Die Nägel Von Den Fingern Gerissen Werden Dann Wollte Man Jedes Glied Meines Körpers Einzeln Nach Und Nach Abschneiden Ich Aber Will Diese Leute Werden Welcher Ist Fürchterlicher Ihr Tod Oder Derjenige Den Ich Sterben Sollte Der Deinige Effendi Aber Wann Wird Das Geschehen Effendi Über Morgen Früh Eine Stunde Nach Dem Gebete Der Morgenröte Werden Wir Den Jebel Arash Kol Und Die Maidje Des Fiebers Erreichen Und Das Ist Die Todes Stunde Dieser Männer Ja Wann Brichst Du Von Hier Auf Effendi Jetzt Ich Werde Meine Kamele Holen Er Begleitete Mich Zu Dem Manne Bei Welchen Mich Die Tiere Untergestellt Hatte Und Von Dem Ich Sie Gegen Ganz Geringe Futterkosten Zurück Bekam Wir Führten Sie Hinab Zu Mischra Um Sie Zu Tränken Und Dann Wieder Hinauf Zer Höhe Wo Sie Gesattelt Wurden Eben Stand Ich Im Begriff Den Sattelgurt Festzuschnallen Da War Dieser Reiter Ist Ein Reisender Was Weiter Steig Auf Wir Müssen Fort Er Gehorchte Warf Mir Aber Dabei Einen Sehr Erstaunten Blick Zu Ich Reichte Dem Scheik Die Hand Und Verabschiedete Mich Von I Er Verneigte Sich Und Sag Allajjah Fasak Gott Bewahre Dich Werde Ich Nach Dem Gericht Amai J Wiedersehen Wahrscheinlich Unser Wiedersehen Bringe Dir Tausend Segen Wir Ritten Fort In Westlicher Richtung Während Oram Der Erwähnte Reiter Von Süden gekommen War Als Er Er Erblickt Hatte Er Sein Tier Angehalten Und Dann Gar Gewendet Um Sich Wieder Zu Entfernen Jetzt Wendete Er Sich Im Sattel Um Und Blieb Halten Nach Einer Weile Schien Er Sich Sicher Zu Fühlen Denn Er Trieb Sein Tier Wieder Dem Dorfe Zu Ich Begreife Dich Nicht Defendi Meinte Ben Neil Der Reiter War Oram Der Von Ibn Assel Kommt Natürlich Und Du Hast Nicht Gewartet Hast Nicht Ergriffen Bedenke Doch Alles Was Ich Dem Scheik Gesagt Habe Soll Ibn Assel Erfahren Er Wird Es Durch Diesen Oram Erfahren Und Ich Habe Also Alle Ursache Mich Darüber Dass Er Gekommen Ist Zu Freuen Stattdessen Aber War Es Jedenfalls Deine Ansicht Dass Er Festgenommen Werden Solle Er Wird Nun Von Dem Scheik Alles Erfahren Und Ibn Assel Davon Benachrichtigen Dieser Marschiert Dann Ganz Gewiss Nach Dem Djebel Arash Kol Und Geht Uns In Die Falle Allah Gebe Es Hoffentlich Verfehlen Wir Unsere Asaker Nicht Davon Kann Keine Rede Sein Siehst Du Den Dunklen Strich Der Am Grase Vor Uns Her Läuft Ja Es Ist Eine Spur Aber Weißt Du Was Für Eine Es Ist Orams Fährte Er Ist Jedenfalls Auf Der Unsere Geritten Welche Da Er Nur Wenige Stunden Hinter Uns Ritt Noch Ganz frisch Gewesen Ist Unsere Asaker Sind Ihnen Dann Gefolgt Indem Sie Sich Auf Unserer Und Seiner Spur Hielten Wenn Wir Nun Auf Dieser Letzteren Zurück Reiten Müssen Wir Mit Unseren Gefährten Zusammen Stoßen Lasst Ein Tier Ausgreifen Je Er Wir Sie Treffen Desto Besser Ist Es Unsere Kamele Hatten Ausgeruht Und Freuten Sich Darüber Dass Sie Tüchtig Laufen Durften Zur Mittagszeit Hielten Wir Eine Kurze Rast Später Wurde Die Fährte Bedeutend Undeutlicher Doch Konnte Ich Sie Noch Leidlich Unterscheiden Wenn Benil Sich Auch Vergebliche Mühe Gab Sie Zu Entdecken Unter Solchen Umständen War Anzunehmen Dass Auch Unsere Asaker Sie Nicht Mehr Erkennen Konnten Und Also Sehr Wahrscheinlich Von Ihr Abgewichen Seien Was War Zu Tun Südlich Von Unsere Richtung Gab Es Einen Brunnen Welcher Biersafi Der Klare Brunnen Hieß Der Fessara Führer Kannte Ihn Und Hatte Die Karawane Sehr Wahrscheinlich Dorthin Geführt Wir Bogen Also Nach Süden Ab Wenn Wir So Schnell Wie Bisher Ritten Konnten Wir Vor Sonnenuntergang Da Sein Meine Vermutung Trügte Mich Nicht Die Sonne War Nur Noch Drei Ihrer Durchmesser Vom Westlichen Horizont Entfernt Da Sahen Wir Bäume Und Gestreuch In Der Ferne Das War Der Biersafi Bald Sahen Wir Kamele Liegen Und Menschen Sich Bewegen Das War Unsere Karawane Was Wird Abde Assel Sagen Wenn Wir Kommen Meinte Ben Nil Und Der Fakir El Fukara Welcher Mahdi Werden Will Die Kerle Haben Jedenfalls Schon Glaubt Dass Wir Zugrunde Gegangen Sind Allah Vernichte Sie Ich Habe Dem Alten Das Leben Geschenkt Hätte Ich Gewusst Was Unser An Der Jezire Hassani Wartete So Hätte Ich Es Nicht Getan Ich Hoffe Dass Du Dich Nicht Noch Nachträglich An Ihm Vergreifst Du Hast Nicht Zu Befürchten Effendi Dieser Alte Stinkende Schakal Ist Rufen Der Effendi Und Benil Der Effendi Der Effendi Preis Allah Und Heil Uns Sie Kommen Sie Kommen So Riefen Zwanzig Stimmen Durcheinander Und Ebenso Viele Männer Kamen Uns Entgegen Gerannt Wir Mussten Noch Vor Den Brunnen Von den Kamelen Herab Man Drückte Uns Die Hände Man Rief Und Schrie In Allen Ton Arten Und Ich Lies Sie Gern Gewähren Denn Ihre Freude Konnte Uns Ja Keinen Schaden Bringen Und War Mir Ein Wohltuender Beweis Dass Ich Ihren Herzen Nicht Fremd Geblieben War Vorher Aber Musste Ich Wissen Wie Es Bei Ihnen Gegangen War Wir Setzten Uns Nieder Und Der Alte Askari Der Mich Das Kommando Anvertraut Hatte Sagte Es Ist Alles Nach Der Richtigen Regel Gelaufen Es Gibt Nur Eins Was Wir Zu Beklagen Haben Es Fehlt Einer Oram Er Hat Sich Von Den Fesseln Los Gemacht Euch Ein Kamel Genommen Und Ist Uns Nachgeritten Fiel Bernil Ein Das Ist Ganz Richtig Aber Wie Könnt Ihr Es Wissen Wir Haben Ihn Gesehen Wo Denn Das Werden Wir Euch Erzählen Antwortete Ich Vor All Dingen Möchte Ich Wissen Ob Die Gefangenen Gut Gebunden Sind Fendi Seit Oram Entschlüpft Ist Entkommt Uns Keiner Mehr Ich Hoffe Dass Du Uns Dessen Flucht Nicht Anrechnen Wirst Als Er Gefesselt Wurde Warst Du Ja Selbst Noch Da Nun Was Das Betrifft So War Der Mangel An Wachsamkeit Wohl Mehr Schuld An Seinem Entkommen Als Die Ungenügende Fesselung Ihr Habt Doch Gewacht Ihr Habt Einen Kreis Um Die Gefangenen Gebildet Dass Ihm Geglückt Ist Aus Dem Selben Zu Gelangen So Nehme Ich An Dass Ihr Alle Zusammen Geschlafen Habt Nein Fendi Wir Haben Abwechselnd Gewacht Aber Dieser Hund Muss Einen Zauber Besitzen Und Sich Unsichtbar Machen Können So Ist Der Zauber Bei Mir Und Ben Wirkungslos Denn Wir Haben Ihn Gesehen Und Zwar Mehrere Male Aber Ich Zirne Euch Nicht Ich Habe Sogar Alle Veranlassung Mich Über Seine Flucht Zu Freuen Sie Hat Uns Schaden Bringen Sollen Wird Aber Im Gegenteil Von Groß Vorteile Für Uns Ein Ist Das Möglich Sehr Heute Konnten Wir Hingen Wenn Wir Wollten Wir Haben Ihn Aber Laufen Lassen Weil Er Uns Wenn Er Frei Ist Mehr Nutzen Schafft Als Wenn Er Sich In Gefangenschaft Bei Uns Befindet Da Rief Der Alte Abde Assel Unter Hönischem Gelächter Herüber Prahle Nicht Du Redest Solche Lügen Um Uns Zu Ärgern Aber Du Täuschest Uns Gesehen Dein Kopf Ist Der Brunnen Aller Weisheit Oh Heiligster Aller Muslimin Antwortete Ich Ihm Weißt Du Denn Wohin Er Gegangen Ist Fragte Er Lachend Zu Ibn Assel Deinem Sohne Natürlich Wenn Du Ihn Gesehen Hättest Müsstest Du Bei Ibn Assel Gewesen Sein Wir Waren Bei Ihm Waren Sogar Auf Seinem Schiffe Und Haben Mit Ihm gesprochen Lüge Lüge Nimm Dich In Acht Oder Du Bekommst Die Peitsche In Deiner Lage Hat Man Sich Der Höflichkeit Zu Befleißigen Da Richtete Sich Der Fakir El Fukara In Sitzende Stellung Auf Und Sagte Du Forderst Höflichkeit Behandelst Du Uns So Dass Wir Se Dir Bieten Können Ich Behandle Euch So Wie Ihr Es Verdient Habt Ich Habe Nichts Geben Werden Kann Wer Dich Zu Unserem Gaste Gemacht Habe Ich Das Wort Daiv Gegen Dich Gebraucht Habe Ich Habakek Oder Wasalan Oder Mahaba Zu Dir Gesagt Nein Aber Ich Habe Bei Euch Gesessen Und Dich Dann Wieder Weggesetzt Ich Habe Wie Du Zugeben Musst Und Auch Eingestanden Hast Dir Das Leben Gerettet Und Dennoch Wolltest Du Fort Um Uns An Ibn Gebet Hat Dich In Fesseln Gebracht Und Wenn Dir Diese Nicht Gefallen So Zanke Mit Dir Aber Nicht Mit Uns Ich Verlange Aber Meine Freiheit Und Gibst Du Mir Sie Nicht Sofort So Rufe Ich Den Fluch Allahs Auf Dich Nieder Allah Wird Deinen Fluch Segen Verwandeln Und Den Fluch Des Propheten Dein Prophet Gib Mich Nichts An Du Wirst Bald Anders Denken Und Anders Sagen Wenn Du Erfährst Welche Macht Mir Gegeben Ist Wirst Du Mich Um Gnade Anwinseln Zunächst Besitze Ich Die Macht Und Zwar Über Dich Über Wen Du Später Macht Ausüben Wirst Ob Über Deinen Harem Oder Auch Wohl Deine Hunde Das Ist Mir Gleichgültig Und Nun Schweig Sonst Kommt Die Peitsche Über Dich Ich Habe Keine Lust Mich Von einem Manne Anbrüllen Und Verfluchen Zu Lassen Welcher Sich So Sehr Von Allah Und Dessen Geboten Entfernt Hat Dass Er Sogar Im Stande Ist An Seinem Lebensretter Zum Verräter Zu Werden Gut Ich Schweige Bald Aber Kommt Die Zeit Und Sie Ist Schon Nah In Welcher Ich Sprechen Werde Dann Werden Millionen Auf Meine Stimme Hören Und Du Wirst Der Erste Sein Der Von Mir Stau Bekriecht Er Legte Sich Wieder Nieder Er Sah Doch Ein Das Schweigen Klüger Sei Als Sprechen Ab Der Assel Aber Konnte Es Nicht Zu Derselben Erkenntnis Bringen Oder Stand Ihm Die Vorsicht Nicht So Hoch Wie Die Begierde Zu Erfahren Was Ich Während Der Zeit Meine Abwesenheit Getan Und Erlebt Hatte Er Hatte Wohl Glaubt Dass Ich In Mein Verderben Geritten Sei Jetzt War Ich Wohlbehalten Zurück Gekehrt Wie Konnte Das Geschehen So Fragte Er Sich Er Wollte Und Musste Antwort Haben Und Anstatt Ruhig Zu Warten Was Ich Tun Oder Sagen Werde Fuhr Im Anschluss An Die Letzten Worte Das Fakir El Fukara Auf Ja Im Stau Begriechen Und Auch Vor Mir Du Hast Keine Ahnung In Welcher Lage Du Dich Befindest Und Welche Gefahren Dich Umschwirren Mein Sohn Wird Als Rächer Über Dich Kommen Und Dich Vernichten Wie Er Den Reis Effendina Vernichtet Hat Ja Den Hat Er Allerdings Vernichtet Antwortete Ich Ernst Indem Ich Eine Sehr Trübsinnige Miene Zeigte Hat Er Hamdulillah Allah Sei Dank Jubelte Er Es Ist Gelungen Die Feinde Sind Zermalmt Und Werden Niemals Wieder Erstehen Zermalmt Nein Sondern Verbrannt Sind Sie worden Es Ist Geglückt Es Ist Geglückt Hört Ihr Männer Ihr Freunde Ihr Gläubigen Es Ist Geglückt Ich Habe Es Euch Mitgeteilt Ich Habe Es Euch Leise Gesagt Meine Seele War Voller Erwartung Ob Es Gelingen Werde Nun Ist Der Teufel Mit Seinen Ersackern Zu Staub Und Asche Verbrannt Und Der Oberste Teufel Welcher Da Vor Uns Sitzt Und Es Uns Erzählen Muss Hat Die Macht Verloren Und Wird Uns Freigeben Müssen Denn Wenn Er Dies Nicht Tut Heute Gleich Tut Erwartet Ih Ein Klappern Der Zähne Welches Ohne Ende Ist Verrechne Dich Nicht Warte Ich Ih Im Ruhigsten Tone Darauf Fuhr Er Im Höchsten Grade Begeistert Fort Mich Verrechnen Wie Kann Ich Mich Irren Mein Sohn Der Tapferste Der Tapfern Der Gefürchtetste Der Gefürchteten Der Schrecklichste Der Schrecklichen Hat Den Res Effendina Verbrannt Und Wird Nun Kommen Uns Zu Erlösen Wehe Euch Wenn Er Findet Dass Einem Einzigen Von Uns Ein Ein Einziges Haar Ihr werdet Heulen Wie Die Verdammten Heulen Welche Auf dem Tiefsten Grunde Der Hölle Wohnen Frei Will ich Sein Frei Und Zwar Sofort Du Hast Deine Ohnmacht Eingesehen Und Deine Lächerlichkeit Erkennen Müssen Effendi Lass Uns Los Und Eile Fort Fliehe Soweit Ich Deine Füße Und Die Füße Deines Kamels Tragen Sonst Kommt Das Entsetzen Über Dich Wie Der Löwe Über Das Schaf Welches Ich Gegen Die Krallen Des Mächtigen Nicht Zu Wehren Vermag Dass Ich Vor einem Löwen Nicht Fliehe Hast Du Erfahren Du Kannst Dir Also Denken Dass Ich Auch Vor Diesem Deinen Entsetzen Nicht Davon Laufe Dein Sohn Mag Kommen Er Wird Sehen Wie Ich Empfange Er Wird Dich Ebenso Verbrennen Wie Er Den Emir Mit Feuer Vernichtet Hat Es Letzt Sich Denken Welchen Eindruck Diese Reden Auf Yasaka Machten Ihr Emir Verbrannt Mit Seinen Soldaten Ermordet Sie Sprangen Auf Und Fielen Mit Fragen Über Mich Her Ich Gebot Stille Und Fügte Hinzu Ihr Sollt Alles Erfahren Und Ich Will Euch Schon Im Voraus Sagen Dass Ihr Ruhig Sein Könnt Der Triumph Dieses Heiligen Moslem Wird Nicht Lange Wären Ich Ritt Fort Und Im Res Effendina Zu Retten Und Was Ich Mir Vorgenommen Habe Das Pflege Ich Zumal Wenn Es Etwas So Wichtiges Ist Auch Aus Führen Der Emir Lebt Erst Gerettet Allah Sei Dank Erklang Es Rundum Abde Hassel Aber Rief Er Lügt Er Will Uns Unsere Freude Verkümmern Aber Das Soll Ihm Nicht Gelingen Er Gönnt Uns Unseren Jubel Nicht Aber Wir Werden Weiter Jubeln Bis Der Retter Erscheint Welchen Wir Alle Augenblicke Erwarten Können So Warte Bis Du Schwarz Wirst Und Dir Das Sündige Fell Im Grimme Der Enttäuschung Zerplatzt Rief ihm Benil Zu Du Wirst So Gleich Hören Ob Unser Effendi Seine Ohnmacht Hat Einsehen Und Seine Lächerlichkeit Hat Erkennen Müssen Hört Ihr Männer Ihr Asaker Des Emirs Der Effendi Wird Sprechen Alle Augen Waren Auf Mich Gerichtet Es Gab Keinen Bei Den Asakern Sowohl Wie Auch Bei Den Gefangenen Der Sich Nicht In Der Größten Spannung Befand Die Sonne Versank Soeben Es War Also Zeit Das Mogreb Zu Beten Aber Niemand Dachte An Die Erfüllung Dieser Pflicht Ich Erzählte Und Zwar Berichtete Ich Alles Ausführlich Bis Zum Augenblicke An Welchen Wir Drei Die Flucht Von Der Eidechse Ergriffen Hatten Bis Hierher Konnten Ja Sollten Die Gefangenen Alles Hören Das Spätere Aber Musste Ihn Verschwiegen Bleiben Hätten Sie Erfahren Welche Falle Ich Ibn Assel Stellen Wollte So Konnte Es Ihnen Durch Irgendeinen Zufall Gelingen Mir Meinen Plan Zunichte Zu Machen Man Bestürmte Mich Zwar Weiter Zuerzählen Doch Tat Benil Dem Drängen Einhalt In Dem Kamele Hierher Geritten Mein Großvater Aber Ist In Hengazi Geblieben Um Dort Unsere Rückkehr Zu Erwarten Und Der Res Evendina Wo Befindet Er Sich Auch In Hengazi Denn Dorthin Werden Wir Ihm Diese Gefangenen Liefern Warum Hat Er Uns Keine Weitere Nassaka Mit Gesand Weil Du Vater Der Neugierde Keine Kamele Zu Haben Waren Und Weil Wir Manns Genug Sind Klemin Und Die Hässlichste Der Kröten Mag Nun Fortfahren In Den Jubel Welchen Er Vor Anstimmte Und Indem Er Sich Nicht Unterbrechen Lassen Wollte Das Hatte Benil Nicht Schlecht Gemacht Er Hatte Die Neugierde Vollständig Gestillt Ohne Unsere Weiteren Absichten Auch Nur Mit Einem Worte Zu Verraten Es War Jedenfalls Besser Wenn Selbst Yasaka Noch Nichts Erfuhren Eine Unvorsichtige Äußerung Von Einem Gefangenen Gehört Hätte Uns Schaden Bringen Können Übrigens Waren Die Ersteren Froh Dass Ich Mich Wieder Bei Ihnen Befand Sie Hatten Doch Eine Große Verantwortlichkeit Zu Tragen Habt Und Der Alte Askari Holte Tief Und Erleichtert Atem Als Ich ihm Sagte Dass Er Nun Nichts Mehr Zu Verantworten Habe Ebenso Befriedigt War Nieder Benil Tat Ebenso Und Gleich Es Noch Nicht Spät War Wir Hatten Während Der Letzten Nacht Gar Nicht Geschlafen Früh Weckte Mich Das Gebet Der Morgenröte In Kurzem Wurde Aufgebrochen Es War Ein Ganz Eigenartiges Geschäft Die Gefangenen Auf Die Kamele Zu Bringen Denn Sie Machten Es Uns So Schwer Wie Nur Immer Möglich Bei Hartnäckigen Fällen Musste Natürlich Die Peitsche Nachhelfen Da Der Biersafi Südlich Von Der Geraden Richtung Lag Und Ich Aus Begründeter Vorsicht Die Letztere Vermeiden Wollte Hielt Ich Mich Bis Mittag Genau Östlich Und Bog Dann Nach Süden Ab Auf Diese Weise Kamen Wir Fast Streng Aus Norden Auf Den Djebel Arashkol Zu Während Wir Sonst Aus Nordwest Gekommen Wären Ich Hatte Diese Richtung Vermieden Weil Gedanken Gekommen Sein Uns Nicht Erst Amai J Sondern Schon Vorher Draußen Auf Der Steppe Zu Überfallen Dann Befanden Wir Uns Nicht In Der Richtung In Welcher Man Uns Suchte Eben Assal Hatte Wohl 100 Mann Ich Aber Nur 20 Ein Kampf Auf Offener Steppe Hätte Für Uns Leicht Verhängnisvoll Werden Können Um Der Erste Zu Sein Der Das Ziel Erblickte Ritt Ich Den Anderen Weit Voran Es War Noch Gar Nicht Spät Am Nachmittage Als Ich Den Berg Wie Einen Nebelfleck Im Süden Liegen Sah Ich Kehrte So Gleich Wieder Um Um Der Karawane Welche Vielleicht Eine Englische Meile Hinter Mir Gefolgt War Halt Zu Gebieten Ich Tat Dies Damit Keiner Der Gefangenen Den Jebel Arash Sehen Solle Es War Auf Jeden Fall Besser Wenn Sie Nicht Wussten Wo Sie Sich Befanden Sie Wurden Von den Kamelen Gehoben Und Wir Lagerten Die Asacker Konnten Sich Den Grund Nicht Denken Warum Die Schon So Früh Am Tage Geschah Es War Nun Zeit Sie Zu Unterrichten Erst Wurden Die Gefangenen Gespeist Und Getränkt Dann Führte Ich Die Soldaten Weit Zur Seite Lies Sie Einen Kreis Um Ich Bilden Und Teilte Ihnen Mit Was Heute Geschehen Sollte Kein Gefangener Konnte Es Hören Hätte Ich Ihnen Gesagt Dass Jeder Von Ihnen Tausend Piaster Erhalten Solle Die Freude Wäre Auch Nicht Größer Gewesen Eben Assel Und Alle Seine Sklavenhändler In Einer Falle Fangen Das War Ein Gedanke Welcher Sie Begeisterte Jeder Wollte Wissen Welche Aufgabe Ihm Dabei Zufalle Welche Rolle Er Dabei Zu Spielen Habe Ich Konnte Es Keinem Sagen Denn Es War Vorher Notwendig Zu Rekognisieren Und Das Konnte Erst Am Abend Geschehen Ibn Assel Befand Sich Jedenfalls Schon Am Berge Hätte Ich Mich Demselben Jetzt Am Hellen Tage Genährt Ich Wäre Höchst Wahrscheinlich Bemerkt Worden Die Asaker Erhielten Den Befehl Selbst Untereinander Jetzt Noch Um Keinen Preis Ein Wort Über Unser Vorhaben Zu Sprechen Und Bildeten Dann Wie Dies Bisher Täglich Geschehen War Einen Kreis Um Die Gefangenen Die Kamele Lagerten Von Einem Manne Bewacht Außerhalb Dieses Kreises Der Nachmittag Verging Ohne Dass Auf Der Steppe Außer Uns Ein Menschliches Wesen Erblick Worn War Die Sonne Ging Unter Und Die Asaker Beteten Das Mogreb Nun Vielleicht Sogar Bis Gegen Morgen Abwesend Sein Werde Ich Übergab Trotz Seiner Jugend Benil Den Befehl Über Die Karawane Und Unterrichtete Ihn Wie Er In Jedem Einzelnen Falle Welcher Vorauszusehen War Sich Zu Verhalten Habe Dann Bestieg Ich Mein Kamel Und Ritt Dem Ziele Entgegen Die Aufgabe Welche Ich Mir Gestellt Hatte War Nicht Leicht Ich Wusste Wo Der Hegelikwald Lag In Welchen Mich Den Res Effendien Er Finden Sollte Nämlich Am Südende Der Ostseite Des Sumpfes Aber Bei Der Herrschenden Dunkelheit Diesen Wald Treffen Das War Die Sache Ja Wenn Ich Nur Diese Eine Sorge Hätte Aber Wo War Ibn Assel Mit Seinen Leuten Wohl Auch Am Südende Des Sumpfes Aber Wenn Er Sich Vorgenommen Hatte Seine Leute Zu Teilen Um Mich In Die Mitte Zu Bekommen So War Es Für ihn Weit Bequemer Während Der Nacht In Der Mitte Der Östlichen Sumpf Seite Zu Lagern Dann Konnte Er Am Morgen Einen Teil Seiner Leute Rechts Und Die Andere Abteilung Links Um Den Sumpf Schicken Und Mich Auf Diese Weise Von Vorn Und Von Hinten Packen Lagerte Er Jetzt Da So Musste Ich Um Zu Dem Emir Zu Kommen An I Vorüber Und Konnte Wenn Er Keine Feuer Brennen Hatte Ganz Unerwartet Mitten In Sein Lager Geraten Er Schien Aber Freund Von Nächtlicher Helligkeit Zu Sein Wenigstens Hatte Er Während Der Abende An Der Hassani Und Damai Je Es Saratin Mehrere Große Feuer Brennen Gehabt Er Wusste Mich Jetzt Noch Fern Er Wusste Ferner Von Anwesenheit Des Emirs Nichts Darum Konnte Er Sich Für Sehr Sicher Halten Und Es Stand Zu Erwarten Dass Er Den Abend Nicht Im Dunkeln Zubringen Werde In Diesem Falle Mussten Seine Feuer Mir Sein Lager Verraten Und Ich Konnte Mich Fern Von Dem Selben Halten So Ging Es In Raschem Schritte Südwärts Die Sterne Waren Auf Gangen Und Ich Konnte Mich Also Nicht In Richtung Irren Nach Einer Halben Stunde Hatte Ich Das Sumpfgebiet Erreicht Und Es Galt Auch Wegen Des Trügerischen Bodens Vorsichtig Zu Sein Der Mai J El Huma Sendet Mehrere Ausläufer In Das Land Und Darum War Es Geraten Möglichst Weit Ostwärts Auszubiegen Eine Stunde Und Noch Eine War Ich Geritten Es Mochte Nach Unserer Zeit Abends Neun Uhr Abzeichneten Ich Ritt Hin Ja Das War Der Hegelik Unter Welch Mich Bei Meiner Früheren Anwesenheit Schutz Gegen Die Sonne Gesucht Hatte Ich Hatte Damals Diese Mächtigen Formen Bewundert Und Sie Mir Eingeprägt Gar Nicht Weit Von Hier Nur Einige Hundert Schritte Rechts Began Der Hegelik Wald Den Ich Suchte Ich Ritt Hinüber Und An Seinem Rande Hin Er Lag Mir Ein Feuer Zu Sehen Oder Zu Riechen Ibn Assel Befand Sich Gewiss Nicht In Der Nähe Ich Lies Halblaut Das Bekannte Tiefe Lachen Der Hyäne Hören Keine Antwort Erfolgte Im Langsamen Weiterreiten Wiederholte Ich Dieses Zeichen Mehrere Male Endlich Nach Dem Siebenten Oder Dem Achten Male Hörte Ich Rechts Unter Den Bäumen Eine Stimme Effendi Ja Antwortete Ich Das Kamel Ich Ritt Hin Ein Mann Trat Auf Mich Zu Blieb Vor Dem Tiere Stehen Sah Mich An Und Sag Dann Ja Du Bist Es Steig Ab Ich Werde Dich Zu Dem Emir Führen Es Ist Weit Von Hier Ziemlich Wir Haben Eine Lange Posten Kette Damit Dir Das Auffinden Des Emir Nicht So Schwer Fallen Sollte Führe Mich Zu Den Posten Welcher Der Nächste Beim Emir Ist Derselbe Mag Mein Kamel Halten Während Wir Nebeneinander Hinschritten Fragte Ich Ob Sie Ibn Asse Mit Seinen Leuten Bemerkt Hätten Ja Antwortete Er Sie Kamen Kurz Nach Mittag An Und Lagerten Ganz Am Südlichen Ende Des Mai J Habt Ihr Sie Seit Es Dunkel Geworden Ist Beobachtet Der Res Effendina War Dort Brennen Sie Feuer Ich Weiß Es Nicht Kamen An Mehreren Asakern Vorüber Bis Einer Von Ihnen Mein Tier Zu Halten Bekam Mein Führer Meinte Ich Solle Ihm Nun Tiefer In den Wald Folgen Ich Aber Gab Ihm Den Auftrag Mir Lieber Den Emir zu Holen Ich Hatte Mich Mehr Angestrengt Als Der Emir Musste Mich Vielleicht Auch Noch Mehr Anstrengen Und Wollte Mir Den Weg Durch Den Wald Und Die Dichten Ich Kommen Werde Er Begrüßte Mich Mit Einem Kräftigen Händedrucke Und Sagte Sie Sind Da Schon Seit Der Mittagszeit Sie Lagern Am Ende Des Mai J Brennen Sie Feuer Sechs Jedenfalls Schon Um Der Vielen Stechfliegen Willen Vor Den Es Dort Am Offenen Sumpf Ohne Feuer Gar Nicht Auszuhalten Wäre Hier Im Dichten Ziemlich Trocknen Walde Sind Wir Glücklicherweise Nicht Sehr Von Ihnen Geplagt Kennst Du Den Plan Den Ibn Assel Morgen Verfolgen Will Nein Wie Soll Ich Kennen Ich Denke Du Bist Dort Gewesen Hast Du Nicht Gelauscht Werde Mich Hüten Soll Ich Etwa So weit Hinangehen Bis Ich Sie Sprechen Hören Kann Dann Kann Ich Auch Gesehen Und Ergriffen Werden Aber Es Gibt Oft Gewisse Anzeichen Aus Den Sie Schlüsse Ziehen Lassen Hast Du Nichts Derartiges Bemerkt Nein Sie Saßen Um Die Feuer Und Aßen Und Schwatzten Aber Was Sie Sprachen Das Verstand Ich Nicht Da Ich Nicht Nah Genug War Hast Du Ibn Assel Gesehen Ja Er Saß An Dem Ersten Feuer Welches Man Von Hier Aus Erreicht Wie Weit Ist Bis Dahin Fast Eine Halbe Stunde Ich Muss Hin Willst Du Mich Begleiten Sehr Gern Wenn Du Nicht Etwa Verlangst Dass Ich Mich Zu Ibn Assel Setzen Soll Dir Ist Nämlich So Etwas Wohl Zuzutrauen Meinen Hellen Haik Hatte Ich In Meinem Lager Zurück Gelassen Jetzt Ließ Ich Auch Die Gewehre Hier Und Dann Gingen Wir Immer Zwischen Einzelnen Bischen Hindurch Bald Rechts Bald Links Einer Sumpfigen Lache Die Sich Durch Phosphorus Glanz Verriet Ausweichend Nach Über Einer Viertelstunde Sah Ich Den Schein Des Ersten Feuers Dann Noch Eins Und Noch Eins Bis Ich Auch Sechs Zählte Es Gab Hier Nur Gar Fuhlbäume Und Zwar Ohne Unterholz Man Lagerte Ohne Einen Besonderen Plan Hier Ein Feuer Und Dort Eins Wie Der Zufall Oder Einfall Es Ergeben Hatte Wir Standen Hinter Einen Breiten Busch Wohl Sechzig Schritte Von Dem Ersten Feuer An welchem Ich Ibn Assel Sitzen Sah Entfernt Es Saßen Außer Ihm Noch Seine Offiziere Und Zwei Männer An Dem Selben Man Hörte Sie Sprechen Ohne Aber Die Einzelnen Wörter Verstehen Zu Können Ich Muss Hin Unbedingt Hin Sag Ich Mehr Zu Mir Als Zu Dem Emir Ich Muss Wissen Was Sie Reden Um Ich Habe Mich Schon Unter Ganz Anderen Verhältnissen Angeschlichen Hier Ist Es Gerade Zu Ein Kinderspiel Ich Sage Dir Mich Bringst Du Keinen Schritt Weiter Das Will Ich Auch Nicht Ich Gehe Alleine Zwischen Hier Und Im Feuer Stehen In Gerader Linie Zwei Starke Bäume Deren Stämme Einen Ganz Geraden Breiten Schatten Hinter sich Werfen Krieche Ich In Diesem Schatten Auf Der Erde Hin So Bin Ich Von Den Boden Gar Nicht Zu Unterscheiden Dazu Habe Ich Erst Den Ersten Und Dann Den zweiten Baum Als Deckung Dieser Letztere Hat In Mannes Höhe Auf Der Nach Uns Gerichteten Seite Einen Starken Ast Schwinge Ich Mich Da Hinauf So Sitze Ich Hinter Den Zweigen Und Blättern Verborgen Höchstens 15 Schritte Vom Feuer Entfernt Und Kann Alles Hören Was Gesprochen Währt Und Wie Kommst Du Dann Zurück Auf Dem Selben Wege Auf Dem Ich Hingekommen Bin Nein Effendi Ich Gebe Es Nicht Zu Ich Will Nicht Haben Dass Du Dein Leben Wagst Wagt Ich Es Nicht Morgen Wenn Wir Kämpfen Wagt Es Da Nicht Jeder Warum Also Gerade Jetzt Nicht Und Wie Nun Wenn Dadurch Dass Ich Es Jetzt Wage Der Kampf Vermieden Kann Hältst Du Das Für Möglich Ja Vielleicht Erfahre Ich Etwas Was Mich Veranlasst Eine Disposition Zu Treffen Nach Welcher Von Seiten Der Gegner Jeder Widerstand Vergeblich Ist Er Griff Nach Mir Um Mich Zurück Zuhalten Aber Er War Nicht Schnell Genug Gewesen Ich War Rasch Hinter Den Busche Hervorgetreten Hatte Mich Niedergeduckt Und Kroch Nun Im Dunkeln Schatten Vorwärts Es War Gar Keine Kunst Um Rechten Qualm Zu Erzeugen Und Die Stechfliegen Abzuhalten Wurden Feuchte Äste In Die Feuer Geworfen Dies Gab Einen Rauch Der Zuweilen So Dick War Dass Man Nicht Hindurch Zusehen Vermochte Er Zog Sich Da Die Sumpfflut Schwer Und Drückend War Zuweilen Ganz Nah Am Boden Hin Solche Augenblicke Benutzend Kam Ich An Den Ersten Dann An Den Zweiten Baum Und Saß Oben In Den Ästen Und Zweigen Dasselben Bevor Seit Dem Vergeblichen Griffe Des Res Efendina Zwei Minuten Vergangen Waren Ich Hatte Es Außerordentlich Glücklich Getroffen Denn Eben Hatte Ich Mich Zurecht Gesetzt Und Spitzte Die Ohren Da Hörte Ich Weiter Vorn Einen Rufen Welches Meine Aufmerksamkeit Zugleich Auf Sich Zog Der Scheik Der Wahrhaftig Da Kam Er Vom Hintersten Feuer Her Ein Kamel Am Zügel Führend Man Hat Ibn Finden Werde Die Disziplin Hielt Die Leute Ab Ibn Zu Folgen Er Ließ Sein Tier Sich Legen Und Trat An Das Feuer Wo er Mit Sichtlicher Genugtuung Gewillkommnet Wurde Ich Ahnte Um Was Es Handelte Er Hatte Nach Uns Ausspähen Müssen Einer Von Ibn Assel Leuten Hätte Dies Nicht Tun Dürfen Denn Ich Hätte Ihn Gesehen So Hätte Ich Auch Erkannt Und Wäre Misstrauisch Geworden Begegnete Uns Aber Der Sheikh El Ballet So Stand Dem Selben Mehrere Ausreden Zu Gebote Den Ich Wohl Glauben Schenken Konnte Setz Dich Und Berichte Forderte Ibn Assel Auf Hast Du Sie Gesehen Nein Antwortete Der Gefragte Indem Sie Kommen Entweder Später Als Morgen Oder Wohl Gar Nicht Sie Kommen Behauptete Der Scheik Mit Bestimmtheit Ich Habe Ihre Fährte Gesehen Hat Man Die Fährte So Hat Man Bald Auch Den Mann Du Hättest Nicht Ruhen Sollen Bis Du Sie Wirklich Saßt Es War Zu Spät Denn Es Wurde Dunkel Der Fendi Hatte Mit Seinem Ben Niel Eine Sehr Sichtbare Fährte Heute Früh Passte Ich Auf Sie Mussten Kommen Aber Sie Kamen Nicht Ich Wartete Bis Gegen Mittag Und Da Ich Sie Auch Bis Dahin Nicht Gesehen Hatte Nahm Ich An Dass Sie Ganz Unerwartet Eine Andere Richtung Eingeschlagen Hatten Dies Konnte Nur Die Nördliche Sein Wenn Ich Gerade Nach Norden Ritt Musste Ich Also Auf Ihre Spur Stoßen Da Sie Später Doch Östlich Jebel Arashkol Zu Nein Sonderbarerweise Nicht Wenn Sie Von Da Aus Immer In Gerader Richtung Geritten Sind Haben Sie Den Jebel Weit Südlich Von Sich Liegen Lassen Warum Das Der Effendi Hat Bei Dem Geringsten Was Er Tut Seine Absicht Hier Liegt Keine Besondere Absicht Vor Sie Haben Sich Einfach Geirrt Es Ist Ja Niemand Aus Dieser Gegend Bei Ihnen Der Fessara Welcher Ihnen Als Führer Dienen Kann Unser Gebiet Unmöglich Genau Kennen Aber Der Effendi Selbst Aus Allem Was Er Dir Gesagt Hat Geht Er Vor Dass Er Den Jebel Und Auch Den Mai J Kennt Er Ist Ein Fremder Ein Christenhund Von So Weit Her Dass Er Nur Ein Ein Einziges Mal Dort Gewesen Sein Kann Das Ist Ja Gar Nicht Zu Verwundern Wenn Ein Irrtum Vorkommt Sie Werden Schon Noch Nach Süden Eingebogen Sein Sie Werden Mir Wäre Es Lieber Wenn Du Sagen Könntest Sie Sind Dann Hätte Ich Gewissheit Du Hättest Ihnen Weiter Folgen Sollen Es War Unmöglich Denn Ich Hätte Da Der Abend Nah War Ihre Spur Nicht Mehr Sehen Können Auch Musste Ich Unbedingt Hierher Zu Dir Da Du Auf Nachricht Wartet Bedenke Welche Strecken Ich In Dieser Kurzen Zeit Habe Zurück Legen Müssen Ein Gewöhnliches Kamel Hätte Dies Unmöglich Leisten Können Es War Nur Gut Dass Du Mir Erlaubt Es Deine Jebel Grafé Stute Zu Besteigen Die Ist Wie Ein Sturm Mit Mir Über Die Steppe Gangen Also Hatte Er Die Berühmte Weiße Kamel Stute Des Sklaven Jägers Geritten Die Stute Welcher Ibn Bär Zu Entkommen Aber Das Kamel Welches Das Scheik Jetzt Mit Gebracht Hatte Besaß Die Gewöhnliche Farbe Der Ordinären Kamele Wie War Das Zu Erklären Hatte Er Kurz Vor Seiner Ankunft Hier Die Weiße Stute Mit Einen Anderen Hedgin Vertauscht Ich Wurde So Gleich Über Diesen Punkt Aufgeklärt Denn Ibn Assel Fragte Wenn Der Jauer Gewusst Hätte Dass Meine Kamel Stute Bei Dir Steht Dass Ich Stets Wenn Ich Zu Schiffe Gehe Sie Bei Dir Lasse Da Ich Sie Dann Unmöglich Mitnehmen Kann Er Hat Sie Doch Nicht Etwa Gesehen Nein Und Wenn Er Sie Gesehen Hätte So Hätte Er Sie Doch Nicht Erkannt Denn So Oft Du Sie Mir Übergibst Wird Sie Gefärbt Damit Niemand Weiß Welches Berühmte Tier Ich Bei Mir Habe Schau Sie An Ist Sie Von Einem Gewöhnlichen Hedge Zu Unterscheiden Allerdings Ich Würde Mich Schämen Wenn Sie Einem Solchen Ähnlich Sehe Sie Doch Nur Die Formen Ein Kenner Merkt Doch Sofort Welch Ein Tier Sie Ist Aber Das Ist Jetzt Nebensache Wir Haben Nicht Von Me Kamele Sondern Von Diesem Effendi Und Seinen Leuten Zu Sprechen Warum Soll Übrigens Die Einer Von Den Beiden Männern Welche Bei Ihm Saßen Stand Auf Um Diesen Befehl Auszuführen Die Herrliche Stute Durfte Weiden Ich Beobachtete Ihre Bewegungen Fast Mit Noch Mehr Aufmerksamkeit Als Derjenigen Mit Welcher Ich Auf Die Worte Ihres Herren Hörte Dieses Kamel Ah Es Musste Mein Werden Lieber Wollte Ich Ibn Assel Selbst Entkommen Als Seine Stute Laufen Lassen Er Eversichtlich Von Dem Resultate Welches Der Schäkel Ballet Ihm Brachte Enttäuscht Er Fuhr Fort Da Du Die Stelle Nicht Kennst An Der Die Gefangenen Karawane Lagert So Ist Unser Erster Plan Nicht Auszuführen Jammer Schade 20 Asaker Hunde Und Wir Zählen Fünf Mal Mehr Vielleicht Hätten Wir Sie Draußen Auf der Freien Steppe Umzingeln Können Ah Da Hörte Ich Es Jahr Ich Hatte Ganz Richtig Gedacht Wie Gut Dass Ich Diesen Umweg Nach Norden Osten Und Endlich Süden Gemacht Hatte Wären Wir In Gerader Richtung Geblieben So Hätte Ibn Asal Uns Überfallen Heute Abend Schon Bevor Wir Den Djebel Arash Kol Erreichten Der Scheik Antwortete Auf Den Ibn Gemachten Vorwurf Wahrscheinlich Ist Es Gut Für Uns Dass Dies Nicht Geschehen Ist Du Kennst Den Effendi Er Ist Wachsam Und Versäumt Keine Vorsicht Überraschen Hätten Wir Unmöglich Können Aber Eingeschlossen Wäre Er Worden Eingeschlossen Von 100 Mann Bedenke Das Er Hätte Sich Auf Gnade Oder Ungnade Ergeben Müssen Ohne Die Hand Rühren Zu Können Glaube Das Nicht Der Und Sich Ergeben Du Kennst Den Ja Noch Besser Als Ich Ich Bin Überzeugt Dass Dari Nur Einen Von Uns Erschossen Hätte Auf Den Effendi Aber Musst Du Mehrere Rechnen Ich Bin Sogar Überzeugt Dass Der Jawa Sich Sofort Persönlich Gegen Dich Gewendet Hätte Mich Hätte Er Gar Nicht Gesehen Ich Weiß Was Ich Schuldig Bin Ich Bezahle Meine Leute Gut Dafür Müssen Sie Kämpfen Meine Sicherheit Aber Ist Allzu Wichtig Für Sie Als Dass Sie Verlangen Könnten Dass Sie Mich Selbst Am Kampfer Beteilige Das Ist Nicht Die Mutlosigkeit Sondern Berechnung Vorsicht Von Mir Meinst Du Ich Hätte Mich Dahing Gestellt Wo Die Kugeln Pfeifen Mussten Aber Wenn Sie Wirklich Kommen So Werden Sie Unser Ohne Einen Schuss Tun Zu Können So Trifft Die Vorbereitungen Ja Nicht Etwa Zu Spät Der Effendi Sagt Dass Er Eine Stunde Nach Dem Gebete Der Morgenröte Am Djebel Arash Kol Ankommen Werde Und Er Hält Gewiss Wort Also Muss Die Abteilung Welche Du Nordwärts Senden Willst Spätestens Um Mitternacht Hier Abgehen Ich Sende Sie Schon Vorher Ab Du Bist Also Der Überzeugung Dass Ich Diese Leute Im Regenbette Verstecken Können Ohne Bemerkt Zu Werden Ja Geht Man Nur Einige Minuten In Diesem Bette Aufwärts So Erweitert Es Sich Und Ist Damit Kittre Büschen Angefüllt Die Eine Prächtige Deckung Bieten Wenn Dann Wenn Der Tag Anbricht Einer Auf Den Felsen Steigt Kann Er Die Karawane Kommen Sehen Man Lässt Sie Vorüber Und Mir Dann Langsam Und Unbemerkt Zu Folgen Bis Sie Sich Zwischen Den Steilen Wänden Des Djebel Und Den Krokodilen Wenn Die Gefangenen In Den Sumpf Geworfen Werden Sollen Lasse Ich Als Führer Der Ersteren Abteilung Den Ersten Schuss Hören Das Ergebnis Ist Nicht Zweifelhaft Der Effendi Muss Einsehen Dass Er Von Einer Übermächtigen Anzahl Feinde Eingeschlossen Ist Und Das Widerstand Der Reine Wahnsinn Sein Würde Er Wird Sich Ergeben Um Ihm Dies Zu Erleichtern Kann Du Auf Bedingungen Eingehen Welche Du Da Nicht Zu Halten Brauchst Das War Ja Ganz Vortrefflich Dieser Shackle Ballad Wollte Nach Dem Selben Regenbette In Welches Ich Mich In Hinterhalt Hatte Legen Wollen Die Falle Welche Mir Gestellt Werden Sollte War Genau Die Jenige Welche Ich Ihnen Legen Wollte Wie Gut Dass Ich Gegen Den Willen Des E-Mail Herbeigeschlichen War Wäre Eigentlich Richtig Ich Brauche Sie Nicht Und Begnüge Mich Mit Weniger Ich Gebe Dir 40 So Bleiben Mir 60 Ihr Marschiert Eine Stunde Vor Mitternacht Ab Also Vielleicht In einer Stunde Ist Es Notwendig Dass Wir In Gegenseitiger Verbindung Bleiben Nein Es Wäre Überhaupt Schwer Dieselbe Zu Unterhalten Sie Müsste Um Den Langen Mai J Herum Statt Finden Und Das Wurde Viel Zu Viel Zeit Erfordern Der Plan Ist Ja So Einfach Sobald Es Tag Wird Besetzest Du Die Südseite Des Busens Die Karawane Kommt Von Norden Her Und Ich Folge Ihr Sobald Ihr Meinen Schuss Hört Ist Die Richtige Zeit Gekommen Welch Ein Glück Dass Der Effendi Zu Spät Nach Hen Gazi Kam Der Res Effendina War Soeben Fort Hätten Sie Sich Getroffen So Wäre Der Emi Da Geblieben Und Wir Hätten Es Ruhig Geschehen Lassen Müssen Dass Dein Vater Mit Den Übrigen Gefangenen In Den Sumpf Geworfen Wurde Jetzt Haben Wir Alles Nötige Besprochen Und Ich Will Versuchen Ein Wenig Zu Schlafen Denn Ich Bin Von Dem Langen Ritter Ermüdet Wecke Mich Wenn Meine Abteilung Zur Marsche Bereit Steht Er Legte Raume Und Im Feuer Sich Wieder Eine Rauchwolke Niedersenkte Schwang Mich Herab Legte Mich Zu Boden Und Kroch Schnell Zurück Ich Kam Ohne Bemerk Zu Werden Bei Dem Imi An Welcher Noch Auf Derselben Stelle Hinter Den Buschel Stand Effendi Ich Habe Fast Um Dich Gezittert Meinte Er Diese Verwegenheit Konnte Dir Ans Leben Gehen Oh Nein Du Wirst Gleich Hören Dass Mir Außerordentliche Vorteile Gebracht Hat Denn Ich Kenne Den Ganzen Plan Der Leute Ich Teilte Imi Mit Was Ich Erlauscht Hatte Als Ich Zu Ende War Flüsterte Er Er Erregt Zu Sie Gehen In Die Falle Sie Gehen Hinein Effendi Aber Durch Welche List Bekommst Du Den Scheik Mit Seinen 40 Mann Vor Dich Anstatt Dass Er Dir Folgt Durch Die List Ist Da Nicht Zu Erreichen Ich Muss Sie Gefangen Nehmen Das Ist Gefährlich Dass Nicht Ohne Angriff Und Gegenwehr Geschehen Kann Gar Nicht Gefährlich Ich Besetze Den Platz Ehe Diese Leute Kommen Sie Müssen Sich Entweder Ergeben Oder Bis Auf Den Letzten Mann Erschießen Lassen Aber Du Hast Nur 20 Ersacker Bei Dir Diese Brauche Ich Unter Den Jetzigen Verhältnissen Freilich Alle Zur Bewachung Der Gefangenen Kannst Du Mir Auch 40 Köpfe Mit Geben Ganz Gern Dir Bleiben Immer Noch Genug Wenn Es Tag Geworden Ist Besetzt Ibn Assal Den Schmalen Pass Du Folgst Ibn Ich Komme Indem Ich Die Gefangenen Unter Guter Bewachung Zurück Lasse Von Norden Her Und So Haben Wir Den Gegner Zwischen Uns Ich Sage Jetzt Ganz Dasselbe Was Vorhin Der Schaik Sagte Wenn Du Den Ersten Schuss Hörst Ist Die Zeit Gekommen Gut Dann Werfe Ich Mich Auf Den Feind Aber Eins Muss Ich Dir Sehr Ans Herz Legen Ich Hörte Dass Ibn Assal Sich Nie Am Kampfe Zu Beteiligen Pflegt Vielleicht Bleibt Er Auch Hier Zurück Sorge Ja Dafür Dass Er Nicht Entkommt Beauftrage Lieber Eine Kleine Abteilung Von Vielleicht Zehn Mann Speziell Auf Ihn Zu Sehen Und Nicht Entwischen zu Lassen Ich Werde Mein Möglichstes Tun Wann Soll Ich Dir Die 40 Männer Geben Gleich Gehe Zurück Und Stelle Sie Mir Bereit Ich Werde Dir Bald Folgen Du Wirst Nicht Gleich Mit Mir Gehen Warum Weil Ich Mir Die Weiße Jebel Gaffee Stute Des Sklavenhändlers Holen Will Lass Sie Doch Du Könntest Dadurch Alles Verderben Wenn Man Dich Dabei Erwischt Sind Wir Verraten Mich Erwischen Ach Aber Wenn Man Merkt Dass Ich Fehlt Muss Man Auf Einen Dieb Also Darauf Schließen Dass Menschen Anwesend Sind Das Muss Doch Jedenfalls Misstrauen Erwecken Man Wird Zunächst Meinen Dass Die Stute Schlecht Gefesselt Worten Und Zu Weit Fort Gelaufen Ist Sich Aber Morgen Leicht Wieder Finden Lassen Wird Ich Habe Außer Dem Hohen Wärter Dieses Kameles Noch Einen Anderen Triftigen Grund Mich Seiner Zu Bemächtigen Wenn Nämlich Ibn Assel Sich Nicht Direkt Am Kampfer Beteiligt So Kann Er Dir Trotz Aller Vorsicht Die Du Anwendest Entschlüpfen Hat Er Dann Die Stute So Kann Kein Mensch Einholen Habe Ich Sie So Er Er Mag Dagegen Machen Versuchen Was Er Will Das Ist Richtig Aber Ich Befürchte Nur Dass Du Bemerkt Wirst Er Widerstrebte Nur Noch Kurz Und Entfernte Sich Dann Ich Schlich Mich In Einen Bogen Jenseits Des Feuers Hinüber Das Hetschen Stand Im Dunkeln Bei einem Busche Dessen Blätter Es Knusperte Es Ließ Mich Ganz Ruhig Herankommen Dieser Ibn Assel Verstand Es Nicht Ein Solches Tier Zu Erziehen Es Hätte Bei Meiner Ankunft Fliehen Oder Wenigstens Laut Schnauben Müssen Ich Band ihm Die Vorderfüße Los Schlang Den Leitstrick Vom Halfter Und Führte Es Fort Es Folgte So Gutwillig Als Ob Es Mir Gehörte Auf Einem Umwege Kehrte Ich Nach Meinen Früheren Standorte Zurück Und Schritt Dann Dem Hegelikwalde Zu Oder Res Sagte Er Effendi Du Bist Ein Sehr Gefährlicher Kamel Dieb Man Sollte Dich Lebenslänglich Einsperren Lassen Verzeih Mir Hoher Vertreter Der Ägyptischen Gerechtigkeit Ich Stehle Nur Bei Dieben Und Räubern Lachte Ich Ich Werde Sofort Aufbrechen Aber Sind Diese Leute Mit Material Versehen Wir Werden Sehr Wahrscheinlich 40 Gefangene Zu Binden Haben Es Ist Alles Da Wir Haben Das Kriegreiches Fröhliches Wiedersehen Allah Gebe Es Lasst Ibn Ass Nicht Entkommen Warnte Ich Noch Dann Ging Es Vorwärts Einer Der Asaka Führte Mein Kamel Ein Anderer Hatte Das Weiße Hed Schien Am Halfter Erst Den Einzelstehenden Hegelig Aufsuchend Schlug Ich Dann Den Selben Weg Ein Den Ich Gekommen War Natürlich Ging Es Jetzt Viel Langsamer Als Vorher Da Ich Ritt Es Vergingen Mehrere Stunden Ehe Wir Das Nordende Des Sumpfes Erreichten Und Dasselbe Dann Westlich Umschritten Jetzt Sahen Wir Die Dunkle Kompakte Masse Des Berges Vor Uns Liegen Ich Nahm Meine Erinnerung Zusammen Um Das Regenbett Nicht Zu Fehlen Zweimal Ging Ich Irre Fand Es Dann Aber Doch Jetzt Galt Es Zunächst Die Beiden Kamele Welche Wir Nicht Weiter Mitnehmen Konnten Zu Verstecken Ich Führte Sie Eine Genügende Strecke Fort Flockte Sie Da Fest Und Lies Einen Wächter Bei Ihnen Zurück Dann Stiegen Wir Das Regenbett Empor Bis Wir Den Kessel Erreichten Die Wände Dasselben Waren Nicht Allzu Steil Dreißig Mann Mussten Hinauf Und Sich Dort Rundum Verteilen Sie Erhielten Den Befehl Sich Völlig Laut Und Geräuschlos Zu Verhalten Bis Ich Selbst In Angriff Beginnen Würde Sie Sollten Möglichst Hinter Stein In Deckung Suchen Um Falls Die Feinde Sich Verteidigen Würden Von Deren Kugel Nicht Getroffen Zu Werden Sollte Einer Der Gegner Noch Während Der Dunkelheit Hinauf Gestiegen Kommen So War Er Von Zweien Oder Dreien Zu Empfangen Am Halse Fest Zuhalten Um Nicht Schreien Zu Ufers Des Regenbettes Dort Setzten Wir Uns Nieder Um Den Schäkel Ballad Mit Seiner Schar Vorüber Zulassen Und Dann Zu Folgen Elf Uhr Nachts Hatte Er Aufbrechen Wollen Unser Marsch Hatte Kurz Nach Zehn Begonnen Wir Hatten Also Höchst Wahrscheinlich Eine Stunde Zu Warten Aber Es Dauerte Länger Viel Länger Er Kam Erst Kurz Vor Tages Grauen Er Hatte Sich Nicht Zu Sehr Beeil Da Er Wusste Dass Meine Karawane Erst Eine Stunde Nach Der Morgen Röte Kommen Werde Wir Hörten Sie An Uns Vorüberschreiten Stiegen Dann Leise Von Der Höhe Herab Und Folgten Ihnen Nah Am Eingang Des Kessels Blieben Wir Halten Die Sklavenjäger Glaubten Sich Natürlich Allein Und Sprachen Laut Miteinander Sie Lagerten Sich Um Und Zwischen Die Büsche Und Bewiesen Durch Ihr Munteres Lachen Dass Sie Sich In Sehr Guter Sieges Gewisser Stimmung Befanden Der Schalk War In Beziehung Auf Die Lustigkeit Trotz Der Würde Welche Er Eigentlich Zu Bewahren Hatte Allen Voran Er Scherzte Übermütig Und Sprach Von Der Beute Welche Zu Machen Sei Und Von Der Verteilung Derselben Wie Später Erfuhr War Ihm Für Seine Zeit Anbrechen Da Hörte Ich Sagen Dass Er Nach Der Morgenröte Ausschauen Wolle Ich Glaubte Er Werde Innen An Der Wand Des Kessels Empor Steigen Aber Er Kam Durch Den Ausgang Heraus Und Auf Und Zu Bückt Euch Nieder Raunte Ich Nur Die Hände Binden Nicht Die Füße Befall Ich Den Ersackern Sie Gehorchten Ich Drückte Ihm Den Hals Nicht So Fest Zu Dass Er Die Besinnung Verlor Und Drohte Ihm Leise An Das Ohr Ein Laut Von Dir Und Das Messer Fährt Dir In Das Herz Willst Du Schweigen So Nicke Er Nickte Es War Von Ihm Kein Widerstand Zu Fürchten Der Schreck Und Die Führung Der 40 Sklavenjäger Nur Übernommen Hatte Weil Er Überzeugt War Bei Uns Keinen Widerstand Zu Finden Acht Mann Ließ Ich Stehen Zwei Mussten Mit Mir Den Scheik Im Regenwetter Zurück Führen Bis So Weil Dass Unsere Stimmen Im Kessel Nicht Gehört Werden Konnten Die Beiden Asaker Hielten Ihn Hüben Und Rüben Fest Ich Hatte Mein Messer In der Hand Lies Ihm Die Spitze Desselben Auf Der Brust Fühlen Und Fragte Ihn Kennst Du Mich Ja Du Du Bist Der Der Fendi Stammelte Er Warum Behandelst Du Mich Wie Einen Feind Du Hast Mir Ja Gesagt Dass Du Die Obrigkeit In Mir Achtest Und Du Hast Das Glaubt Oh Du Größter Und Oberste Aller Dummköpfe Nur So Ein Hirnloser Mensch Wie Du Durfte Glauben Dass Er Mich Täuschen Könne Aber Während Du Überzeugt Warst Mich Zu Übervorteilen Habe Ich Dir Einen Fuß Gestellt Über Den Du Nun Stürzest Du Bist Nun Im Irrtume Bei Allah Im Irrtume Ich Bin Als Dein Freund Als Dein Gönner Und Bewunderer gekommen Und Die 40 Männer Welche Du Bei Dir Hast Sind Sie Auch Meine Bewunderer Gönner Und Freunde Ja Ich Habe Sie In Der Umgegend Von Hengazi Gesammelt Und Hierher Geführt Um Dir Gegen Deine Feinde Beizustehen Gegen Meine Gefangenen Willst Du Sagen Gegen Sie Brauche Ich Keine Hilfe Und Warum Versteckt Ihr Euch Hier Nur Um Dich Da Zu Erwarten Ich Weiß Nicht Wie Du Auf Den Gedanken Kommst Diese Männer Für Leute Von Ibn Assel Zu Halten Schweig Unterbrach Ich Dein Doppelspiel Ist Durchschaut Mit Dem Heutigen Tage Wird I Ein Ende Gemacht Ich Habe Dich Erkannt Sofort Als Ich Dich Sah Du Hattest Keine Ahnung Dass Ich Dich Täuschte Du Borgtest Ibn Assel Dein Pferd Das Hat Dich Verraten Als Ich Mit Bernil Im Bote Zu Dir Kam War Ich Schon Vorher Bei Dem Res Effendina Auf Seinem Schiffe Gewesen Und Hatte Dich Angezeigt Er War Dann Ebenso Freundlich Zu Dir Wie Ich Wir Taten Das Um Ibn Assel Durch Dich Hierher Zu Locken Es Ist Uns Gelungen Weil Deine Dummheit Fast Noch Größer Ist Als Deine Schlechtigkeit Jetzt Ist Ibn Assel Da Der Res Effendina Aber Auch Dieser Wird Jenen Ebenso Nehmen Wie Ich Jetzt Dich Genommen Habe Wir Schließen Ibn Asse Mit Seinen Sechzig Männern Gerade So Auf Dem Felsen Wege Ein Wie Ihr Mich Einschließen Wolltet Ich Habe Gestern Ohne Dass Ihr Es Wusstet Mit Euch Bei Eurem Feuer Gesessen Und Alles Gehört Deinen Bericht Und Auch Das Was Darauf Besprochen Wurde Das Ist Unmöglich Entfuhr Es Ibn Ohne Dass Er Daran Dachte Dass In Diesen Worten Ein Geständnis Enthalten Sei Ich Will Es Dir Beweisen Du Kamst Auf Der Gefärbten Kamel Stute Sie Legte Sich Nieder Ibn Assel Befall Einem Der Beiden Männer Die Außer Ibn Die Offizieren Mit Dort Saßen Sie Aufstehen Zu Lassen Und Ihr Die Vorderbeine Zu Fesseln Damit Sie Fressen Könne Ist Sie Dann Nicht Vermisst Ja Das Werde Ich Dir Gleich Auch Beweisen Und Mich An Den Einen Der Beiden Asaka Wenden Fragte Ich Kannst Du Ein Kamel Reiten Ganz Gut Effendi Antwortete Er Im Norden Von Mai J Lagern Deine Kameraden Mit Den Gefangenen Hole Sie Alle Schnell Herbei Du Gehst Jetzt Das Regenbett Hinab Wendest Dich Links Und Wirst In Einiger Entfernung Auf Die Wache Treffen Die Jebel Gaffee Stute Des Sklavenhändlers Und Reitest Gerade Ostwärts Am Ende Des Mai JV Rüber Bis Dahin Ist Es Tag Geworden Und Du Wirst Meine Spur Sehen Welche Dich Genau Nordwärts Nach Dem Lager Führt Spute Dich Und Treibe Auch Die Anderen Zur Größten Eile An Er Ging Ich Fuhr Zu Dem Schalk Fort Jetzt Hast Du Gehört Wo Unser Lager Ist Du Wolltest Es Gestern Erforschen Damit Wir Auf Offener Steppe Überfallen Würden Ich Aber Ahnte Das Und Schlug Einen Umweg Ein Während Du Mich Im Westen Suchtest War Ich Längst Im Norden Von Hier Dass Der Ehrliche Mann Stets Gescheiter Ist Und Weiser Handelt Als Der Verbrecher Das Könnt Und Wollt Ihr Nicht Ehr Glauben Als Bis Es Euch Zu Eurem Schaden Bewiesen Wird Jetzt Hast Du Genug Gehört Willst Du Noch Leugnen Effendi Wie Viele Asaker Befinden Sie Jetzt Hier Bei Dir Fragte Der Feigling Mehr Als Genug Um Euch Zu Vernichten Wir Kamen Eine Stunde Vor Euch Hier An Und Haben Die Höhen Und Wie Du Bemerkt Hast Auch Den Eingang Des Kessels So Besetzt Dass Nicht Ein 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 Ziger Von Euch Zu Fliehen Vermag Du Der Anführer Bist Bereits Gefangen Wenn Du Deinen Leuten Befiehlst Ihre Waffen Auszuliefern Und Sich Uns Zu Ergeben So Will Ich Mal Den Einfluss Bei Dem Emir Für Dich Verwenden Dass Deine Strafe Eine Möglichst Milde Wird Allah Allah Die Waffen Abliefern Sich Ergeben 40 Mann Ja Das Klingt Freilich Anders Als Vorhin Da So Sieges Gewiss Bereits Die Beute Verteilt Beantworte Meine Frage Ich Habe Keine Zeit Sage Ja So Erhaltet Ihr Wenigstens Das Leben Sage Nein So Schießen Wir Euch Alle Über Den Haufen Effendi Sei Gütig Sei Gnädig Lass Mich Die Zahl Deiner Leute Sehen Du Glaubst Mir Nicht Ich Lüge Nicht Das Musste Genug Sein Oh Du Bist Schlau Was Du Nicht Durch Gewalt Fertig Bringst Das Suchst Du Durch List Zu Erreichen So Wird Es Auch Hier Sein Denn Oh Allah Oh Mohammed Da Haben Wir Es Da Geht Es Schon Los Vom Kessel Herab Erklang Ein Wüstes Geschrei Schüsse Knallten Dann Wurde Es Ebenso Plötzlich Ruhig Da Hast Du Den Beweis Der Wahrheit Meiner Worte Sag Ich Komm Du Wirst Meinem Körper Als Schild Dienen Wenn Jemand Auf Mich Schießt Trifft Die Kugel Dich Das Merke Dir Ich Zog Ihn Mit Mir Fort Wieder Das Regenbett Hinauf Am Eingange Des Kessels Standen Die Acht Asaka Die Gewehre Schussbereit In Den Händen Der Tag Graute Man Konnte Jetzt So Genüge Sehen In Jenen Gegenden Bricht Der Tag Ebenso Schnell Herein Wie Die Nacht Was Hat Es Gegeben Warum Ist Geschossen Worden Fragte Ich Da Es Hell Geworden Ist Antwortete Man Mir Wollten Einige Drinnen Im Kessel Emporklettern Unsere Leute Verboten Es Von Oben Herab Und Da Nicht Gehorcht Wurde So Haben Sie Geschossen Wie Steht Es 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 Ist Ja Schnell Still Geworden Die Sklaven Jäger Haben Sich Unter Die Büsche Verkrochen Da Siehst Du Welchen Mut Deine Helden Besitzen Sagte Ich Zu Dem Scheik Komm Mit Herein Beim Geringsten Anlass Aber Stoße Ich Dir Das Messer In Den Leib Ich hatte Das Messer In Der Rechten Nahm Ihn Mit Der Linken Beim Genick Und Schob Ihn Vor Mir Her In Den Kessel Hinein Auf Einen Wink Folgten Mir Die Neuen Asaker Nun Schaue Einmal Da Hinauf Und Sehe Dir Die Flinten An Forderte Ich Den Scheik Auf Die Asaker Steckten Hinter Felsen Oder Hatten Steine Vor Sich Auf Gebaut Man Sah Von ihnen Nichts Als Die Läufe Der Flinten Welche Von Allen Seiten Nach Unten Gerichtet Waren Ein Blick Auf Die Büsche Brachte Mich Beinahe Zum Lachen Ob Gleich Meine Lage Keine Ungefährliche War Vielleicht Konnte Einer Auf Mich Schießen Aber Es Gab Keinen Welcher Den Mut Dazu Hatte Sie Wussten Übrigens Noch Gar Nicht Von Wem Sie Einges Schlossen Waren Sie Hatten Nur Die Gewehr Läufe Gesehen Und Sich Sofort Versteckt Als Ob Die Büsche Sie Hätten Schützen Können Hier Ein Arm Ein Ellbogen Dort Ein Schuh Ein Nackter Fuß Unter Dem Kommen Und Sich Zu Verteidigen Der Effendi Der Fremde Effendi Klang Es Unter Den Büschen Heraus Ich Gebe Dir Nur Eine Minute Zeit Fuhre Ich Fort Hast Du Sie Bis Dahin Nicht Aufgefordert Die Waffen Auszuliefern So bekommst Du Das Messer Bis An Das Heft In Den Leib Werde Ich Begnadigt Fragte Er Ich Verspreche Dir Milde Mehr Kannst Du Nicht Verlangen Die Gnade Steht Beim Rese Effendi Schnell Schnell Ehe Die Minute Vergeht Er Wandte Sich Unter Meinen Griffe Hin Und Her Ich Hob Das Messer Wie Zum Stoße Da Schrie Er Voller Angst Lass Mich Los Effendi Ich Wörde Das Tun Was Du Von Loslassen Ist Keine Rede Denn Du Bist Mein Gefangener Befiehl Deinen Leuten Einzelnen Hierher Zu Kommen Um Geringste Verdächtige Bewegung Oder Miene So Bekommt Er Von Den Leuten Welche Da Oben Liegen Eine Kugel Nun Marsch Ich Habe Keine Zeit Die Todesangst Veranlasste Ihn Den Betreffenden Befehl Zu Erteilen Seine Leute Gehorchten Indem Einer Nach Dem Anderen Unter Dem Gesträucher Vorgekrochen Kam Nach Verlauf Einer Viertelstunde Waren Sie Alle Entwaffnet Und Gefesselt Der Erste Akt Des Heutigen Dramas Hatte Sich Ganz Nach Meiner Erwartung Und Ganz So Dass Wir Zufrieden Sein Konnten Abgespielt Nun Galt Es Die Ankunft Meines Benil Mit Der Karawane Zu Erwarten Ich Stieg Das Regenbett Hinab Und Setzte Mich Draußen Nieder Es Verging Fast Eine Stunde Ehe Ich Sie Kommen Sah Benil Ritt Mit Dem Boten Der Auf Dem Karawane Bei Mir Anzukommen Effendi Wir Hatten Sorge Um Dich Meinte Der Treue Jüngling Als Er Sein Tier Bei Mir Nieder Knien Lies Und Aus dem Sattel Sprang Du Kehrtest Bis Zum Morgen Nicht Zurück Und Da Glaubten Wir Es Seid Ein Unfall Passiert Sind Die Feinde In Deine Hände Geraten Ja Wissen Eure Gefangenen Davon Nein Denn Dein Bote Hat Leise Mit Uns Gesprochen Aber Sie Haben Die Jebel Gaffee Stute Gesehen Und Müssen Sich Sagen Dass Sie Ibn Assel Ihrem Herren Abgenommen Worden Ist Daraus Können Sie Natürlich Schließen Dass Es Ein Ereignis Gegeben Hat Welches Demselben Wenn Nicht Gefährlich So Doch Wenigstens Unwillkommen Gewesen Ist Wo Sind Die Leute Welche Du Ergriffen Hast Sie Stecken Da Oben In einer Schlucht Wir Werden Deine Gefangenen Zu Ihnen Bringen Die Kamele Aber Unter Der Aufsicht Einiger Leute Hier Unten Lassen Als Die Karawanne Ankam Wurden Die Gefangenen Von den Kamelen Gebunden Die Füße Ließen Wir Ihnen Frei Damit Sie Nach dem Kessel Des Regenbettes Laufen Könnten Man Sah Es Ihnen An Dass Der Anblick Des Kameles Sie Mit Befürchtungen Erfüllt Hatte Sie Als Ob Sie Nichts Bemerkt Hätten Und Sich Ganz Sicher Fühlten Effendi Fragte Der Erste Warum Werden Wir Hier Her Gebracht Was Sollen Wir Hier Ich Will Euch Eine Frohe Überraschung Bereiten Antwortete Ich Spott Du Unser Es Scheint Dass Wir Etwas Frohes Von Dir Nie Zu Erwarten Haben Ich Bin Durch Die Schuld Eines Der Obersten Teufel In Deine Gewalt Geraten Und Obgleich Ich Dir Nichts Getan Habe Schleppst Du Mich Wie Ein Wildes Tier Mit Ihr Herum Du Bist Weder Herr Meiner Person Noch Besitzer Meiner Rechte Ich Verlange Dass Du Mich Los Bindest Und Mir Ein Kamel Gibst Wie Du Mir Versprochen Hast Damit Ich In Meine Heimat Reiten Kann Wo Ist Diese Heimat Für Jetzt In Ikartum So Gedulde Dich Nur Noch Wieder Allein Gehen Du Musst Mich Fortlassen Denn Du Hast Keine Macht Über Mich Und Über Uns Auch Nicht Behauptete Abde Assel Woher Nimmt Der Res Effendina Die Erlaubnis Dir Seine Rechte Abzutreten Und Wenn Er Dies Tun Dürfte Warum Schleppst Du Uns Nach Allen Möglichen Richtungen Hier In Der Steppe Herum Ich Verlange Nach Ikartum Gebracht Zu Werden Dieser Wunsch Wird Dir Sehr Bald In Erfüllung Gehen Sagt Ich Wann Aber Denn Heute Haben Wir Einen Umweg Hierher Machen Müssen Meinst Du Etwa Dass Dies Klug Von Dir Gehandelt Ist Wenn Du Meinem Sohne Begegnest Was Doch Sehr Leicht Geschehen Kann So Bist Du Unbedingt Verloren Ich Bin ihm Schon Wiederholt Begegnet Ohne Verloren Gewesen Zu Sein Du Hattest Ein Krieger Er Bei Sich Hat Hier In Der Steppe Könntest Du Nicht Gegen ihn Aufkommen Er Würde Dich Mit Deinem Häuflein Zerdrücken Der Prophet Kann Unmöglich Dulden Dass Ein Christ Sich Ungestraft So Über Unser Haben Dünkt Das Schwert Seiner Rache Flammt Schon Über Dir Wer Weiß Nach Wie Wenigen Augen Blicken Schon Es Sich Treffen Und Zerschmettern Wird Ich Werde Bei Ihnen Zurück Die Anderen Soldaten Nahmen Die Gefangenen Zwischen Sich Und Führten Sie Hinter Mir Her Das Regenbett Empor Es Lässt Sich Denken Wie Die Letzteren Erschraken Als Sie Oben Angekommen Vierzig Kameraden Gefangen An Der Erde Liegen Sahen Ab Der Asse Schrie Verwut Laut Auf Und Überflutete Mich Dann Mit Solchen Grobheiten Und Beleidigungen Dass Mein Benil Sich Sofort Der Peitsche Bediente Um Ihn Zum Schweigen Zu Bringen Die Anderen Verhirten Sich Still Sie Wurden Alle Wieder An Füßen Gebunden Und Zu Den Übrigen Gelegt Jetzt Konnte Ich Aufbrechen Die Zwanzig Mann Welche Ich Mit Bei Den Fessara Gehabt Hatte Blieben Da Um Die Gefangenen Und Die Kamele Zu Bewachen Die Vierzig Welche Mir Der Res Efendina Gestern Mitgegeben Hatte Begleiteten Mich Eigentlich Sollte Benil Die Ersteren Befehligen Aber Er Bat Mich So Dringend Ihn Mitzunehmen Dass Ich Ihm Die Erlaubnis Dazu Gab Ich Konnte Dem Fessara Führer Und Dem Alten Asaker Welcher Den Befehl Über Seine Kameraden Schon Einmal Geführt Hatte Gar Wohl Das Nötige Vertrauen Schenken An Eine Überrumpelung War Nicht Zu Denken Und Da Die Gefangenen Gut Gefesselt Waren So Gab Es Gar Keinen Grund Die 20 Asaker Deren Treue Unzweifelhaft War Noch Durch Einen Besonderen Vertrauensmann Überwachen Zu Lassen Sie Hätten Sich Überhaupt Dadurch Beleidigt Fühlen Können Es War Bestimmt Worden Dass Ich Eine Stunde Nach Der Morgenröte Den Jebel Arashkol Erreichen Werde Als Wir Jetzt Aufbrachen War Es Etwas Später Was Aber Keineswegs Von Nachteil Sein Konnte Ich Schaffte Den Zurückbleibenden Ersackern Auf Das Entschiedenste Ein Gute Wache Zu Halten Gab Ihnen Für Gewisse Fälle Deren Eintreten Immerhin Im Bereich Der Möglichkeit Lag Bestimmte Verhaltungsmaß Regeln Und War Nun Überzeugt Dass Keine Unregelmäßigkeit Keinen Fehler Vorkommen Werde Es War Mir Undenkbar Damit Einen Fehler Begangen Zu Haben Und Doch Hatte Ich Mich Wie Sich Später Zeigte Eines Zu Großen Vertrauens Schuldig Gemacht Während Ich Mich Gestern Auf Der Ostseite Des Mai Ge Gehalten Hatte Marschierten Wir Jetzt Auf Seiner Westlichen Seite Nach Norden Der Raum Zwischen Ihm Und Den Berge War Hier Von Der Breite Einer Viertel Stunde Doch Gab Es Verschiedene Aus Und Einbuchtungen Durch Welche Diese Breite Zeitweilig Verringert Oder Vergrößert Wurde Der Berg War Oben Kahl Und Nur An Seinem Fuße Mit Grün Bestanden Je Weiter Wir Kamen Desto Höher Stieg Er An Und Desto Steiler Wurden Seine Felsen Auch Trat Mai Ge Immer Weiter Zu Ihm Heran Nachdem Wir Längere Zeit Gegangen Waren Näherte Sich Der Sumpf Von Rechtsher So Weit Dass Wir Stellenweise Nur Zu Zweien Nebeneinander Gehen Konnten Vor Uns Tauchten Einzelne Laubbäume Auf Deren Blätter Unpaarig Gefiedert Waren Ich Erkannte Sie Schon Von Weitem Es Waren Die Graful Bäume Welche Uns Andeuteten Dass Wir Uns Der Stelle Näherten An Welcher Weh Auf Iben Assel Und Seine Leute Zu Treffen Rechneten Als Ich Ben Erkunden Wo Die Sklaven Jäger Stecken Das Ist Überflüssig Es Ist Ja Heller Tag Aber Du Hast Dich Auch Schon Bei Tage Angeschlichen Weil Das Terrain Es Mir Erlaubte Hier Aber Ist Die Örtlichkeit Auf Welcher Man Sich Bewegen Kann Zu Schmal Iben Assel Hat Jedenfalls Seinen Posten Ausgestellt Dieser Braucht Nur Auf Den Schmalen Weg Zu Achten Um Eben Eben Kund Das Will Ich Ja Man Wird Keines Weges Sofort Auf Uns Schießen Sondern Uns Anrufen Iben Assel Will Mich Lebendig Haben Er Hat Jedenfalls Befehl Gegeben Nicht Auf Mich Zu Schießen Wenn Ich Also Vorangehe Seid Ihr Sicher Bleibt Mit Den Anderen Ein Wenig Zurück Und Lass Mich Ungefähr 30 Schritte Weit Vor Euch Herschreiten Wenn Ich Stehen Bleibe So Bleibt Auch Ihr So Lange Halten Bis Ich Euch Befehle Heranzukommen Ich Musste Leider Gehorchen Möchte Aber Lieber An Deiner Seite Bleiben Denn Die Entscheidung Liegt Ganz Nah Vor Uns Noch Nicht Iben Assel Wird Sich Nicht Eher Zeigen Als Bis Wir Mitten In Der Eigentlichen Enge Befinden Die Wir Noch Gar Nicht Betreten Haben Aber Wenn Der Res Effendina Dann Noch Nicht Zur Stelle Feind Hinter Uns Haben Es Wäre Nur Der Eine Nachteil Zu Befürchten Dass Iben Assel Uns Entkommen Könnte Wir Setzten Den Weg In Der Angedeuteten Weise Fort Ich Ging Allein Voraus Und Die Anderen Folgten Mir In Der Angegeben Entfernung Als Ich Die Ersten Gaful Bäume Passiert Hatte Bog Der Hier Nun Ganz Schmal Werdende Weg Scharf Nach Rechts Ab Denn Die Lenkrecht Empor Und Bildete Um Mich So Ausdrücken Zu Dürfen Einen Halben Hohlzylinder An Dessen Wand Der Fuß Eines Menschen Unmöglich Zu Haften Vermochte Zu Meiner Linken Hand Lag Der Sumpf Vollständig Mit Omsufar Bedeckt Zwischen Welcher Einzelne Freie Ölig Glänzende Wasserstellen Wie Triefende Hexenaugen Zu Mir Herauf Starten Von Der Oberen Kante Der Felsen Waren Stinkigen Pflanzen Resten Bedeckt Durch Oder Über Welcher Der Oft Ausgleitende Fuß Nur Mit Vorsicht Schreiten Durfte Wer Hier Von Vorn Und Zugleich Von Hinten Angegriffen Wurde Der Konnte Sich Unmöglich Wehren Der Musste Sich Ergeben Rechts Boten Ihm Die Unersteiglichen Felsen Keinen Weg Zur Flucht Und Links Gähnte Der Sumpf Aus Dessen Schilf Die Widerlichen Köpfe Um Für Noch Viel Entsetzlichere Qualen Aufgehoben Zu Sein Meine Asaker Aber Sollten In Den Sumpf Gedrängt Hineingeschleudert Werden Ein Fraß Für Die Saurier Welche Da Unten In Solcher Menge Vorhanden Waren Dass Es Schien Sie Könnten Nur Dadurch Das Leben Fristen Dass Die Stärkeren Die Schwächeren Verzerrten